Spannende Debatten erwarten uns jetzt gleich im Nationalrat. Wie wird die viel kritisierte Karfreitagsfrage nach dem kurzfristigen Schwenk der Regierung konkret geregelt? Wie geht Österreich mit einem möglichen No-Deal-Brexit um? Und wie viel bringen Fotos auf der E-Card? All das und noch viel mehr steht auf dem Programm einer Marathonsitzung im Parlament. Wir berichten direkt aus dem Nationalrat. Gleich geht's los, live hier in ORF3. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Herzlich Willkommen aus dem Parlament zur heutigen Sitzung, die eine besonders dichte und interessante sein wird. Es steht natürlich die Karfreitag-Lösung im Mittelpunkt der heutigen Debatte. Daneben gibt es aber noch zwei Themen, Brexit und Verhandlungen mit Großbritannien. Es gibt die Neuregelung der E-Card, also das Foto auf die E-Card. Und jetzt, die Sitzung ist bereits eröffnet, läuft eine aktuelle Stunde zum Thema Verkehrssicherheit. Ich wünsche wie immer einen informativen Vormittag. Zwei bis 13 Uhr live überträgt ORF3 in der vollen Länge und ab 19.15 Uhr Zeit versetzt. Wir gelangen sofort zur aktuellen Stunde mit dem Thema. Tun Sie alles für die Sicherheit unserer Kinder im Straßenverkehr, Herr Minister. Als erstes zu Wort gemeldet hat sich die Frau Gruppow-Frau Rendi-Wagner. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, Herr Minister, Hohes Haus und sehr geehrte Damen und Herren. Zweifelsohne haben wir es in der politischen Sprache sehr oft mit Begriffen zu tun, die manchmal sehr sperrig klingen und man weiß nicht wirklich, was sich dahinter verbirgt. In der heutigen Debatte zur aktuellen Stunde geht es um das Thema der Abbiegeassistenten für LKWs. Klingt auch sehr technisch, fast technokratisch und klingt nach einem Spezialthema. Aber spätestens seit einigen Tagen verbirgt sich hinter dem Thema eine ganz einfache, aber eine sehr harte Frage, nämlich was ist uns und was ist der Politik Menschenleben und Kinderleben wert. Genau das verbirgt sich hinter der Frage oder hinter dem Begriff Abbiegeassistenten für LKWs. Sie wissen es alle, es war der 31. Jänner dieses Jahres, als in Wien ein neunjähriger Bub ums Leben kam, weil ein abbiegender LKW eben diesen Abbiegeassistenten nicht hatte. Das sind zutiefst traurige Fakten. Zweifelsohne. Und da muss ich Ihnen, glaube ich, nicht moralisch noch ins Gewissen reden. Ich werde in der heutigen Rede aber ganz bewusst nicht über die eine oder andere Partei sprechen. Ich werde auch nicht über die Regierung und die Opposition sprechen. Ich möchte heute nur eines machen. Ich möchte an Sie, 183 Abgeordnete dieses Hohen Hauses, Ihnen allen eine einfache Frage stellen. Kann es für Kinderleben wirklich einen Preis geben, Herr Bundesminister, der uns zu hoch ist? Wir alle haben in den letzten Tagen auch sehr viel medial erfahren über technische Details und wir haben erfahren, dass der sogenannte tote Winkel bei LKWs sehr groß ist, größer als bei Personenkraftfahrzeugen. Ja, und wir haben auch gelernt, dass es nicht mehr notwendig ist, dass es diesen großen toten Winkel geben muss. Weil es Lösungen gibt, diesen toten Winkel zu vermeiden, weil LKWs nachgerüstet werden können. Ja, das kostet Geld, aber ja, das rettet Leben. Denn in diesem großen Winkel der LKWs sterben Menschen und es sind vielfach Kinder, die hier ums Leben kommen. Und wir wissen, wenn wir diesen toten Winkel schließen, beenden wir das Sterben der Menschen und der Kinder durch diese Unfälle. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mich auch bei einer sehr bekannten und großen Lebensmittelkette dieses Landes bedanken. Die namensgleich ist mit Ihnen, Herr Bundesminister. Ja, diese Lebensmittelkette, diese Firma hat angekündigt, ihre LKWs, ihre Lieferlastkraft wegen freiwillig und auf eigene Kosten, freiwillig und auf eigene Kosten nachzurüsten mit diesen Abbiegeassistenten. Warum? Weil es diesen Unternehmen um ethische Gründe geht, um moralische Gründe geht. Es ist ein großer Schritt, der hier seitens der Privatwirtschaft, seitens dieses Privatunternehmens, dieser Firma, gesetzt wird. Aber es ist auch ein Signal an uns, an die Politikerinnen und Politiker, dass die Wirtschaft diese moralische Notwendigkeit erkannt hat. Und ich denke, wir sollten es auch erkennen, Herr Bundesminister. Der Beweggrund für diese Lebensmittelkette ist eine ganz einfache. Sie will mit ihren eigenen Fahrzeugen nicht dafür verantwortlich sein, dass Menschen ums Leben kommen. Und daher darf ich auch alle anderen bitten, diesem Signal und diesem Vorbild hier zu folgen. Machen wir in Österreich die Straßen sicherer. Und zwar für alle Menschen. Aber besonders für unsere Kinder. Und wir diskutieren in diesem Haus nicht zum ersten Mal über die Sicherheit von Kindern. Ich kann mich erinnern, dass wir dieses Thema letztes Jahr sehr oft in der Nichtraucherschutzdebatte geführt haben. Gestern im Gesundheitsausschuss beim Expertenhearing auch die Sicherheit, die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen in diesem Land, der jungen Lehrlinge in der Gastronomie, die unfreiwillig dem Rauch ausgesetzt sind, diskutiert haben. Und ich habe ehrlich gesagt als Sozialdemokratin kein Verständnis dafür, wenn die Frage der Kosten und der Wettbewerbsfähigkeit ihrerseits hier gegenüber der Sicherheit der Kinder und der Jugendlichen argumentiert wird. Dafür gibt es kein Verständnis. Ja, es geht um Moral, es geht um Ethik, es geht um Verantwortung, die die Politik zu tragen hat. Viele von uns, viele haben Kinder und Enkelkinder. Und jedes unserer Kinder und Enkelkinder hätte das Kind am 31. Jänner sein können, das von diesem Lkw hier zu Tode kam. Ja, es ist eine gemeinsame Verantwortung, die wir hier im Hohen Haus haben und die Sie in der Regierung haben. Und es ist eine Verantwortung, Probleme dieser Art nicht wie viele andere auf die lange Bank zu schieben, sondern so rasch, so klar und so wirksam wie möglich zu beantworten und zu lösen. Wir alle kennen die technische Debatte und die europäische Warenverkehrsfreiheit und all die Diskussionen oder Hindernisse auf europäischer Ebene. Ich habe es ehrlich gesagt satt, wenn man Vorschläge macht, die zu Lösungen führen und das Erste, was man hört, wie groß die Hindernisse sind, es umzusetzen. Das war bei der Mietensteuer, die wir zur Abschaffung vorgeschlagen haben, genau die gleiche Geschichte. Aber Kolleginnen und Kollegen, wollen wir heute wirklich allen Eltern dieses Landes und viele sitzen in diesem Raum in Österreich eine Botschaft schicken, dass die Sicherheit ihrer Kinder uns zwar viel und sehr am Herzen liegt, aber nicht vor 2021, 2022 hier umsetzbar ist. Dass wir diese Sicherheit am Schulwerk erst in ein paar Jahren erfüllen können, obwohl am Tisch liegt, dass es jetzt möglich ist, wenn der politische Wille und die politische Verantwortung nur da wäre. Ja, wir können es schon heute machen. Da brauchen wir keine Übergangsfristen, Herr Bundesminister. Und bevor wir uns in technische Debatten hier oft begeben und alles auf den Tisch legen, was alles nicht möglich ist, sollten wir immer wieder einen Schritt zurückgehen und klar machen, was unsere eigenste, ureigenste Aufgabe in der Politik ist. Nämlich die Interessen der Österreicherinnen und Österreicher und ihrer Kinder zu vertreten. Und darum geht es auch in der Sicherheit der Kinder. Nehmen wir hier im Haus als Abgeordnete des Parlaments und Sie als Regierungsmitglied diese Aufgabe, diese Verantwortung ernst. Nehmen wir sie wahr. Entscheiden wir uns für die Sicherheit und gegen den toten Winkel. Entscheiden wir uns für die Kinder und nicht für die Wettbewerbsfähigkeit. Entscheiden wir uns für das Leben und gegen die Trauer, Herr Bundesminister. Vielen Dank. Die Straßen müssen sicherer werden, besonders für die Kinder und zwar sofort ohne Übergangsfristen, fordert die SPÖ-Chefin. So war es der Herr Bundesminister Hofer. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich zunächst bei Ihnen, Frau Klubber, Frau bedanken für diesen sehr sachlichen Redebeitrag. Es war die Debatte in den letzten Tagen zum Teil geprägt von sehr großen Emotionen, die natürlich verständlich sind, aber auch von sehr untergriffigen Wortmeldungen. Und ich glaube, diejenigen, die mich persönlich kennen, wissen, dass ich immer versuche, in meinem politischen Alltag nicht ins Persönliche zu gehen oder nicht unter der Gürtellinie anzugreifen, zu beleidigen und wenn es mir doch passiert, dass ich mich dann auch dafür entschuldige. Und ich glaube, dass viele, die in den letzten Tagen bei ihren Wortmeldungen weit über das Ziel hinausgeschossen sind, nämlich mit Aussagen wie, der Minister ist für jedes Kind, das zu Schaden kommt, persönlich verantwortlich, vielleicht das heute ein bisschen anders sehen. Das hoffe ich. Ich darf Ihnen einige Zahlen präsentieren zum Unfallgeschehen mit Lkw-Beteiligungen in Österreich. Wir hatten im Jahr 2012 noch 77 Unfälle mit Lkw-Beteiligung, da waren Menschen getötet worden sind und heute haben wir 52, im Jahr 2017, die Zahlen für 2018 liegen noch nicht vor, weil ja jeweils auch die Unfallursachen mit untersucht werden, auch bei dem tragischen Unfall, den wir in den letzten Tagen diskutiert haben, wird in den nächsten Wochen der Bericht vorliegen und Unfallursache oder Unfallursachen werden dann auch bekannt gegeben werden. Es waren bei diesen, in dem Jahr 2017, bei den getöteten Personen im Zusammenhang mit schweren Lkw-Unfällen drei Fahrradfahrer, sechs Fußgänger, acht einspurige Kraftfahrräder und 35 sonstige Fahrzeuge, das heißt vor allem PKWs. Sehen wir uns nun die Lkw-Unfälle an den Kreuzungen an. Das betraf alle Unfälle, auch auf den Autobahnen, Schnellstraßen, Bundesstraßen. Bei den Kreuzungen hatten wir im Jahr 2012 17 Menschen, die zu Tode gekommen sind bei Lkw-Unfällen. Es hat sich dann Gott sei Dank positiv entwickelt, wieder negativ im Jahr 2016, da gab es wieder 17 Personen, die betroffen waren und im Jahr 2017 waren es sieben Personen. Nun sehen wir uns an, wie sieht es an aus beim Rechtsabbiegen, wie viele Personen sind bei Unfällen mit schweren Lkws beim Rechtsabbiegen zu Tode gekommen. Das waren im Jahr 2012 fünf Personen, es waren 2013 zwei, 2014 eine Person, 2015 zwei Personen, 2016 vier Personen und 2017 drei Personen. Also 2017 hatten wir 72 Menschen, die getötet worden sind im Straßenverkehr, bei Unfällen mit schweren Lkws, drei davon beim Rechtsabbiegen. Schauen wir uns nun bitte die rechtliche Situation an. Wir hatten ja einen Lkw-Gipfel, wo viele Maßnahmen diskutiert worden sind und der auch sehr sachlich verlaufen ist. Es gab nach diesem Gipfel unterschiedliche Interpretationen, wer was dort gefordert hat. Und natürlich haben dort auch Teilnehmer gesagt, wir hätten gerne den Abbiegeassistenten oder den verpflichteten Abbiegeassistenten. Aber es geht darum, ist die Forderung nach einem nationalen Alleingang da? Und das möchte ich Sie bitten, das auch klar zu machen heute bei den Redebeiträgen, welche Variante man bevorzugt. Ich kann nur sagen, ich habe keine Möglichkeit oder wir haben keine Möglichkeit, das Parlament hat keine Möglichkeit, einen verpflichtenden Abbiegeassistenten als EU-Mitglied vorzuschreiben. Warum ist das der Fall? Das System der EU-Typengenehmigung für Fahrzeuge sieht vor, dass Fahrzeuge, die über eine solche Typgenehmigung verfügen und damit auch den harmonisierten technischen Vorschriften entsprechen, in jedem Mitgliedstaat EU zum Verkehr zugelassen werden müssen. Zugelassen werden müssen. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit zu sagen, wir sehen eine andere rechtliche Möglichkeit in Österreich vor. Und ich darf Sie bitten, alle jene, die mir das nicht glauben, doch gerne mit den Experten des Verkehrsministeriums auch persönlich Kontakt aufzunehmen. Das sind Mitarbeiter, die seit vielen, vielen Jahren dort im Amt sind, echte Experten sind und nicht von mir eingesetzt worden sind, sondern von meinen Vorgängern. Und auch Sie haben mir als Verkehrsminister, Verkehrsministerinnen, Mandatare in den letzten Jahren diesen Experten vertraut. Eine Verpflichtung zur Ausrüstung neuer Lkw oder zur Nachrüstung bestehender Lkw in Österreich mit Abbiegeassistenten wäre nicht nur nicht konform mit EU-Recht. Es würde auch unweigerlich zu einem Vertragsverletzungsverfahren führen. Während der Ratspräsidentschaft Österreichs ist es gelungen, eine allgemeine Ausrichtung zu erreichen, damit auch diese Abbiegeassistenten auf EU-Ebene verpflichtend für alle Fahrzeuge eingeführt werden. Und zwar 2022 bei den Typengenehmigungen und 2024 für alle neue Fahrzeuge. Jetzt gibt es die Diskussion auf EU-Ebene, können wir das ein Jahr früher machen? Viele verwechseln jetzt die Zeit, weil man glauben, es wäre drei Jahre früher. Nein, ein Jahr früher, nämlich bei Typengenehmigungen von 2022 auf 2021 und bei den Neuzulassungen von 2024 auf 2023. Und ich würde das sehr begrüßen und bin davon überzeugt, dass die Mandatare aus Österreich diesen Weg auch unterstützen würden. Die erwähnten Vorschriften betreffen Neufahrzeuge und nicht den Fahrzeugbestand, also jene LKWs, die bereits zugelassen sind. Es könnte auch eine entsprechende Nachrüstverpflichtung auf EU-Ebene im rechtlichen Rahmen sichergestellt werden, aber nicht durch einen nationalen Alleingang. Auch das würde wieder EU-Recht widersprechen. Es gibt nun ein deutsches Rechtsgutachten. Wie ist dieses deutsche Rechtsgutachten aus österreichischer Sicht einzuordnen? Auch hier die Aussage der Experten aus dem Verkehrsministerium, die von meinen Vorgängern und Vorgängerinnen eingesetzt worden sind. Das Gutachten bezieht sich auf die deutsche nationale Rechtslage. Daraus lassen sich aber für die österreichische Rechtslage keine Rückschlüsse ziehen, beziehungsweise, um es deutlicher auszudrücken, so die Experten aus dem Verkehrsministerium, es ist für das österreichische Recht völlig irrelevant. Das heißt, für uns lassen sich daraus keine Erkenntnisse gewinnen, die auf unsere Rechtslage umzulegen wären. Jetzt machen wir ein Gedankenexperiment. Nehmen wir an, wir wären nicht Mitglied der Europäischen Union und könnten völlig frei entscheiden. Wir könnten sagen, so, Abbiegeassistent ist nun in Österreich Pflicht. Wie gehen wir dann mit den ausländischen LKWs um? Das heißt, LKWs aus dem Ausland dürften nicht mehr nach Österreich einfahren oder, beziehungsweise, es müssten alle LKWs, sämtliche LKWs an den Grenzen kontrolliert werden. Das heißt, die Grenzen müssten viel strenger kontrolliert werden als heute. Kommen wir nun zu den Sofortmaßnahmen, die umsetzbar sind. Und das war auch das Bemühen beim LKW-Verkehrsgipfel herauszuarbeiten, was können wir tun, welche Maßnahmen kann Österreich setzen? Ich möchte noch einmal betonen, dass der Gipfel sehr konstruktiv geführt worden ist und dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bemüht waren, ihre Rösungsvorschläge einzubringen und auch aufzuzeigen, wie man diese umsetzen kann. Was machen wir nun? Sie wissen, es gibt auf Asfenag-Parkplätzen eigene Parkplätze für LKWs, wo es möglich ist, den Spiegel einzustellen. Viele, viele LKWs sind mit falsch eingestellten Spiegeln unterwegs, was den toten Winkel vergrößert. Derzeit gibt es nur zwei solcher Parkplätze. Wir werden das massiv ausbauen und auch mit der Mineralölindustrie Gespräche führen, damit auch auf Tankstellen diese Möglichkeit für LKW-Fahrer und LKW-Fahrerinnen besteht. Ich möchte auch eine Lanze brechen für diese Berufsgruppe, die es wirklich schwer hat, die unter großem Druck steht, sehr viel leisten muss und wenn ein Unfall passiert, ist die Person zu beklagen, die dabei zu Schaden gekommen ist. Aber es ist auch jener Mensch zu beklagen, der am Steuer gesessen ist und ein Leben lang unter diesem Unfall zu leiden hat. Eine weitere Maßnahme ist der sogenannte Trixi-Spiegel. Das heißt, das sind Spiegel, die direkt an den Ampeln angebracht werden. Es gibt ein Hotel aus Deutschland, das sehr gut funktioniert, weil die Unfallzahlen deutlich zurückgegangen sind. Und über diesen Spiegel außerhalb des Fahrzeuges kann dann auch der tote Winkel eingesehen. Zusätzlich zum Rampenspiegel, den es ja auch bei LKWs gibt, wo man von oben in den toten Winkel hinein sehen kann, kann dann von vorne in diesen Winkel eingesehen werden. Es gibt einen offenen Call für Verkehrssicherheit, wo wir eine Million Euro für das Forschungsprojekt Tot der Winkel sofort zur Verfügung stellen. Wir haben das Projekt Mobileye, das Sie dankenswerterweise, Herr Abgeordneter, ins Leben gerufen haben. Sie haben mal gefragt, warum das Ergebnis noch nicht vorliegt. Die Ergebnisse werden im April vorliegen, weil im Laufe der Studie Fakten zutage getreten sind, wo sich die Experten noch nicht einig sind, warum es zu diesen abweicherten Zahlen kommt. Also wir haben große Unterschiede zwischen Sommerzahlen und Winterzahlen. Deswegen hat sich das Ergebnis einige Wochen verspätet, wird im April vorliegen. Wir investieren 5 Millionen Euro aus den Mitteln der ASFINAG in die Aus- und Weiterbildung für LKW und Busfahrer, hier auch speziell mit einem Schwerpunkt Tot der Winkel. Es gab auch den Vorschlag beim Gipfel, dass wir Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung Tot der Winkel setzen. Das heißt, bei der Verkehrssicherheitserziehung für die Kinder, dass dort ganz besonders darauf aufmerksam gemacht wird, welche Gefahren von Seiten LKWs auch für Kinder drohen. Aber auch ältere Menschen haben ja oft ähnliche Probleme. Auch hier wollen wir einen eigenen Schwerpunkt setzen. Nun kommen wir zur Änderung der Straßenverkehrsordnung. Wir haben auch die Änderung der Straßenverkehrsordnung bei dieser Sitzung diskutiert. Und wir werden eine Änderung der STFO vornehmen. Bisher ist es so, dass man an Kreuzungen ein Rechtsabbiegeverbot verordnen kann. Aber man kann nicht differenzieren zwischen Fahrzeugen, die einen toten Winkel haben und denen, die keinen toten Winkel haben. Das heißt, diese Differenzierung wird es in Zukunft geben. Es werden Kreuzungen definiert, die tatsächlich bei einem toten Winkel eine Gefahr für Fußgänger und Fußgängerinnen, für Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen darstellen. Dann gibt es die Möglichkeit, diese Kreuzungen zu entschärfen, indem beispielsweise die Zebrastreifen verlegt werden, die Haltelinien versetzt werden, die Ampelschaltung verändert wird, Trixi-Spiegel angebracht werden. Wird die Kreuzung nicht entschärft, dann kann dort ein Rechtsabbiegeverbot für Fahrzeuge verordnet werden, die einen toten Winkel aufweisen. Das ist die Änderung in der Straßenverkehrsordnung. Ich darf fairerweise ergänzen, dass Frau Vasilakow bei diesem Gipfel auch eine Änderung der STFO vorgeschlagen hat. Aber sie hat einen anderen Vorschlag gehabt, nämlich ganze Stadtteile und Stadtbezirke für LKWs zu sperren. Wir glauben, dass die zielgerichtete Maßnahme bezogen auf die Kreuzung die bessere ist, weil ja sonst solche Fahrzeuge gar nicht mehr in die Stadt einfahren können, auch dort, wo keinerlei Gefahr besteht, wo man einfach auch nur gerade durch die Stadt durchfährt. Und bitte vergessen Sie nicht, dass auch Waren und Produkte auch geliefert werden müssen. Daher diese zielgerichtete Maßnahme. Es wird auch oft das Beispiel London gebracht. Ich habe gesagt, es gibt kein einziges Land auf der ganzen Welt, derzeit noch nicht. Es wird aber kommen, wo der Abbiegeassistent verpflichtend vorgeschrieben ist. Und dann kommt immer London als Beispiel. Und ich darf Ihnen sagen, wie London dieses Problem anpackt. Es gilt nämlich dort nur für die City of London, also für einen ganz kleinen Teil der Stadt, und nur für LKWs über 12 Tonnen. Wir sprechen bei uns von LKWs, 7,5 Tonnen dort, 12 Tonnen. Es werden die Fahrzeuge in Kategorien eingeteilt, ob sie eine Rundumsicht haben oder nicht. Bei dieser Kategorieeinteilung werden die Spiegelsysteme nicht berücksichtigt. Nur, ob man durch die Fenster eine Rundumsicht hat oder nicht. Es gibt ja Busse, wo das sehr gut gegeben ist. Das Fahrzeug mit dem größtmöglich relevanten Raum, also der größtmögliche Sicht, bekommt fünf Sterne. Der schlechteste bekommt keinen Stern. Ab 26. Oktober 2020 dürfen Fahrzeuge der Klasse N3, also solche, die keinen Stern haben, keine Rundumsicht, nicht mehr nach Greater London einfahren, außer sie können ein Safe System aufweisen. Was ist jetzt dieses Safe System? Das ist nicht der Abbiegerassistent. Safe System heißt dort Verkleinerung des toten Winkels durch zusätzliche Spiegel. Also hier geht es um Spiegelsysteme oder durch ein Kamerasystem oder durch ein Sensorsystem. Sie sehen also, dass wir auf europäischer Ebene, auf EU-Ebene, ja weiter sind und mehr erreichen können, als das in der City of London geplant ist. Ab 26.10.2024, so ist es hier in London geplant, dürfen Fahrzeuge mit 0 bis 2 Sternen nicht mehr einfahren, außer sie können ein Progressive Safe System aufweisen. Was dieses System ist, wird nicht definiert. Sondern es steht, es wird dann alle derzeit noch nicht verfügbaren Technologien berücksichtigen. Also das wird dann wohl ein Modell ähnlich dem Abbiegerassistenten sein. Aber erst ab 26.10.2024, da haben wir auf EU-Ebene schon längst den Abbiegerassistenten verpflichtend eingesetzt. Ein Mitarbeiter von mir hat ein Schreiben bekommen von Willi Matzke. Willi Matzke ist Ihnen sicherlich bekannt als einer der wichtigsten Verkehrsexperten in Österreich. Und dieser Verkehrsexperte schreibt Folgendes. Den ersten Unfall meines Lebens hatte ich vor 50 Jahren mit einem Müllwagen in Wien, der die Kurve geschnitten und dann buchstäblich über das Vorderteil meines Käfers gefahren war. Natürlich war er schuldig, aber ich hatte auch gelernt, dass man einem Lkw nicht zu nahe kommen darf, nicht nur wegen des toten Winkels. Ich habe dann auch gleich den Lkw-Führerschein gemacht und meine Studien teilweise mit Lkw-Fahren finanziert, Kursdienst Wien-Vorarlberg, natürlich noch ohne Tunnel und ohne Interlauterbahn. Man darf daher auch nicht einseitig auf die Lkw losgehen oder einseitig Sonderausrüstungen verlangen, sondern aufklären statt strafen. Man kann sich auch den Eurotisch-Schutzweg anschauen, wo ich als damaliger Leiter der UMTC-Verkehrsabteilung auf die Probleme hingewiesen habe. Die Ampelschaltungen sind bewusst auf Konfrontation ausgelegt. Siehe Ablehnung der von der Verkehrsabteilung der Wiener Polizei vorgeschlagenen Verbesserungen am Wiener Donaukanal. Ich kenne auch Fälle, wo Beamte der MA46 versetzt wurden, weil sie Verbesserungen vorgeschlagen haben. Auch sind die Wiener Schutzwege schlecht beleuchtet, am besten im Burgenland. Ich möchte nicht auf Wien losgehen. Wien leistet sehr viel, was die Verkehrssicherheit anbelangt. Aber erlauben Sie mir doch, diesen Absatz vorzulesen, weil ich zeigen will, dass der Lkw alleine nicht das Problem ist. Der Kurier berichtet am 21. Februar 2019, und damit komme ich zum Ende meiner Rede. Weitere Opfer von Unfällen mit Lkw würden ab sofort auf das Konto von Verkehrsminister Norbert Hofer gehen. Das sagt der Initiator der Petition für verpflichtende Abbiegeassistenten Helge Farnberger nach dem Sicherheitsgipfel am Dienstag. Denn die Pflicht zur Auf- oder Nachrüstung der Lkw, um tote Winkel auszuleuchten, kommt vorerst nicht. Ich habe vorher erklärt, warum das der Fall ist. Experten, Lkw-Fahrer und auch Mitarbeiter der Wiener M48 berichteten dem Minister beim Gipfel von großen Problemen mit den derzeit vorhandenen Techniken. Die Kameras und Sensoren würden beispielsweise Hydranten nicht von Fußgängern oder Radfahrern unterscheiden können. Und jedes Mal Alarm schlagen, was sagt die Wiener Stadträtin Uli Simmer dazu. Sie war sich in diesem Punkt ausnahmsweise mit Minister Hofer einig. Es wäre unverantwortlich, jetzt schon viel Geld auszugeben, bevor das beste System gefunden ist, sagt Uli Simmer. Meine Damen und Herren, ich kann nur noch einmal sagen, dass wir alles tun, was rechtlich möglich ist, damit wir den toten Winkel zu einer kleineren Gefahr machen. Wir werden es nie ganz ausschalten können. Ich habe Ihnen vorher die Zahlen genannt. Es sind drei Personen im Jahr 2017 beim Rechtsabbiegen durch schwere Lkw zu Tode gekommen, von 52 insgesamt Lkw-Unfällen. Und jede Person, die zu Schaden kommt, ist eine zu viel. Und wenn es Kinder betrifft, dann ist es besonders tragisch. Ich versuche alles, um diese Gefahr zu bekämpfen. Ich würde auch gerne eine Verpflichtung einführen. Aber wir sind Mitglied der Europäischen Union und können einseitig aufgrund der europaweiten Zulassung, Typengenehmigungen, ein Fahrzeug in Österreich nicht anders zulassen als in anderen Ländern. Wir können Fahrverbote erlassen. Das können wir. Und zwar Fahrverbote, wie von Frau Vassilake vorgeschlagen, für ganze Stadtbezirke. Das ist die eine Möglichkeit. Oder eben Fahrverbote und Rechtsabbiegeverbote für jene Kreuzungen, die eine Gefahr darstellen. Für diesen Weg haben wir uns entschieden. Und ich bitte Sie dabei um Ihre Unterstützung. Nach Verkehrsminister Norbert Hofer kommt Andreas Ottenschläger zu Wort, der Verkehrssprecher der ÖVP. Er ist Bauunternehmer in Wien. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Ottenschläger. Sehr geehrter Herr Präsident, hohes Haus, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuseherinnen und Zuseher. Ich gebe zu, die letzten Wochen waren nicht einfach, weil, wie es der Herr Bundesminister jetzt schon beschrieben hat, er wird in der Öffentlichkeit angeprangert. Auch mir ist es passiert, dass mich Leute darauf ansprechen, auch schriftlich und sozusagen persönlich Haft machen wollen, für ein etwaiges Unglück, das passiert. Und das lässt einen vor allem als Familienvater nicht ungerührt. Und ich bitte hier auch alles zur Kenntnis zu nehmen, dass wir nur eines im Sinne haben, einen Beitrag dafür zu leisten, dass die Straßen speziell auch für unsere Kinder möglichst sicher werden. Und ich ersuche es hier aber auch, hier eine sachliche Diskussion zu führen. Und Herr Bundesminister, ausnahmsweise muss ich widersprechen, die Rede von der Frau Kollegin Rendi-Wagner, sie war ruhig, aber sie war nicht davon geprägt, hier vielleicht entsprechende Vorschläge einzubringen. Außer, dass man sagt, wenn wir diesen verpflichtenden Abbiegeassistenten jetzt nicht sofort beschließen, dann gefährden wir die Sicherheit der Kinder. Und ich sage Ihnen, warum das auch so aus meiner Sicht nicht sachlich ist. Weil es wäre ein Vorspielen falscher Tatsachen, ein Vorspielen, dass wir vermitteln, dass, wenn dieser Abbiegesystem eingeführt ist, die Kinder alle zu 100 Prozent sicher wären. Und meine Damen und Herren, das wäre nicht der Fall. Und das bitte ich auch so entsprechend nicht zu kommunizieren, weil sie Hoffnungen schüren, selbst dann, wie gesagt, wenn wir jetzt heute das beschließen würden und die Systeme noch nicht in der Form ausgereift sind. Der Bundesminister hat es auch gerade erwähnt. Es ist ja nicht so, dass wir nicht im Vorfeld einen Austausch gepflegt haben mit Praktikern. Im 48-Stadt Wien wurde erwähnt. Wenn sich auch eine Stadträtin öffentlich dazu bekennt, dass diese Systeme noch nicht die hundertprozentige Sicherheit gewährleisten, im Gegenteil, jetzt derzeit noch Systeme sind, die möglicherweise dazu führen, dass sie ignoriert werden, weil sie ununterbrochen anschlagen, dann wäre es als Gesetzgeber doch nicht verantwortungsvoll, jetzt hier zu beschließen, dass wir die Systeme, die wir jetzt haben, verpflichtend einführen. Und das hat nichts damit zu tun, ob hier Kosten entstehen oder nicht. Das ist eine andere Diskussion. Und da bitte ich auch, die Unterstellung zu unterlassen, dass wir Kinder bewerten, ob uns das was wert ist, die Sicherheit der Kinder oder nicht. Sondern es geht darum, eine sachlich gerechtfertigte Lösung zu finden. Und meine Damen und Herren, ich bin schon sehr verwundert. Also wahrscheinlich ist im Moment die Opposition für den, zumindest für die aktuelle Stelle, für Kollegen Leichtfried, für Kollegen Stöger jetzt angenehmer, als wenn man in der Regierungsverantwortung ist. Sie haben ein gutes Projekt eingeführt, Herr Bundesminister, deren Ergebnisse wir jetzt hoffentlich bald bekommen, der Herr Minister Hofer hat es erwähnt. Aber niemand, auch nicht der Herr Bundesminister, zeigt mit dem Finger auf seine Vorgänger in dieser Diskussion und unterstellt, dass irgendwer etwas nicht gemacht hätte. Umgekehrt passiert das schon in der öffentlichen Debatte. Das ist der eine Unterschied. Und der zweite Unterschied, meine Damen und Herren, ist, dass wir jetzt ein Maßnahmenpaket, das wir relativ rasch umsetzen können, vorgelegt haben. Und bitte, was für eine Maßnahme ist derzeit schärfer, als wenn ich gefährliche Kreuzungen so entschärfe, dass ich entweder, wie es der Minister schon skizziert hat, entsprechende Sicherheitsinfrastrukturmaßnahmen vornehme, wie den Spiegel, wie das Verlegen von Schutzwägen, beziehungsweise dann ein Rechtsabbiegeverbot verhänge, sodass der Lkw mit dem toten Winkel gar nicht mehr rechtsabbiegen darf. Das ist die schärfste Maßnahme, die wir sofort durchführen können und bringt mindestens so viel wie alle anderen Abbiegeassistenten etc., weil die verhindern ja kein Rechtsabbiegen. Und ich würde Sie bitten, das auch sachlich so zur Kenntnis zu nehmen und mit uns diesen Weg zu gehen, dass wir sofort Maßnahmen beschließen können, die die Straßen ein Stück sicherer machen. Und zum Schluss noch, diejenigen, die behaupten, wir verwenden als Ausrede die Europäische Union, weil wir jetzt nicht gleich umsetzen, das sind dann oft die gleichen, die vorwerfen, dass wir Europa in der Form nicht ernst nehmen, beziehungsweise dass wir gegen europäische Werte kämpfen. Und ich sage Ihnen eines, was, wenn nicht in diesem Zusammenhang, wäre richtig, wenn wir hier auf der einen Seite Sofortmaßnahmen treffen und auf der anderen Seite auf der europäischen Ebene Druck machen, dass es passiert, dass wir möglichst rasch diesen Abbiegeassistenten gemeinsam in Europa beschließen. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Leichtwitz. Jörg Leichtwitz in der Vorgängerregierung, Verkehrsminister. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Drück mir die Daumen, hat der Herr Verkehrsminister zu jenen Kindern gesagt, die ihren Schulfreund durch einen Lkw verloren haben. Ich glaube, die Kinder haben schon die Daumen gedrückt, aber geschehen ist meines Erachtens zu wenig auf dieses Daumendrücken hin. Wir haben ein Jahrzehnt von Verkehrspolitik jetzt hinter uns, das durch zwei Grundsätze geprägt war. Ökologisierung und Verkehrssicherheit. Verkehrssicherheit, das waren die Grundsätze von allen sozialdemokratischen Verkehrsministerinnen und Ministern. Und das hat gegriffen. 2007 691 Tote auf der Straße, 2017 414 und nachgewirkt 2018 400. Da sieht man, was konsequente Verkehrssicherheitspolitik bewirken kann. Und wir haben gemeinsam im Jahr 2017 noch mit der österreichischen Volkspartei ein Verkehrssicherheitsprogramm in die Wege geleitet, das ihresgleichen wahrscheinlich gesucht hat. Mit über 100 Einzelmaßnahmen, wie beispielsweise auch Verlängerung Probeführerschein, Alkologs und viele andere Dinge. Und darunter auch der Testversuch Mobileye, wo 15 LKWs und Busse einen Abbiegeassistenten getestet haben. Der Versuch hat Anfang 2017 gestartet und der Plan war, Anfang 2018 den Versuch beenden und ins Umsetzen zu gehen. Herr Verkehrsminister, Sie haben gesagt, das ist jetzt einige Wochen später, ein bisschen mehr als einige Wochen später. Und es ist, naja, ein paar Wochen ist mehr als einige Wochen, Herr Kollege. Und es ist aber seit 2018 nichts geschehen. Und das ist meines Erachtens zu wenig. Jedes Jahr sterben in Österreich gerade bei diesen Unfällen zwischen 10 und 14 Menschen. Und das ist die Pflicht der Politik, alles zu unternehmen, um Menschenleben zu retten. Menschenleben, geschätzte Damen und Herren, die müssen wichtiger sein als andere Interessen. Auch als Wirtschafts- und Frechterlobbyinteressen. Und ich verstehe nicht, geschätzte Damen und Herren, dass so wenig in diesem Jahr geschehen ist. Und die Lösung wird nicht sein. Es ist sicher ein ambitioniertes Projekt, ja, aber sie wird nicht sein, an jeder gefährlichen Kreuzung Spiegeln aufzustellen. Es wird auch nicht mit irgendwelchen Nachschulungen getan sein. Es ist auch nicht sinnvoll, die Verantwortung den Fahrerinnen und Fahrern zu überantworten. Österreich ist Technologie-Vorzeigeland, geschätzte Damen und Herren. Und die Lösung muss eine technologische sein. Und das so schnell wie möglich. Das ist das, was zu tun ist. Und das ist auch europarechtlich möglich. Sie haben selbst gesagt, Herr Minister, Fahrverbote gehen. Na, warum nicht Fahrverbote für LKWs, die diese Ausrüstung nicht haben, dort, wo die Gemeinden meinen, es macht Sinn? Warum keine Ermächtigung in der Straßenverkehrsordnung für Fahrverbote? Das wäre die einfachste europarechtlich kompatible Lösung. Aber es kommt nicht, Herr Minister. Jetzt müssen Sie erklären, warum es nicht kommt. Und ich finde, das ist schon etwas, was machbar ist. Geschätzte Damen und Herren, wir haben ein gemeinsames Ziel. Das gemeinsame Ziel ist Menschenleben retten. Und das gemeinsame Ziel ist aber auch ehrlich sein. Und ich frage mich jetzt schon, wenn eine Zeitung, eine österreichische Zeitung hier schreibt, dass es bevor dieser Gipfel stattgefunden hat, schon sozusagen eine Besprechung mit der Industrie- und der Frechterlobby gegeben hat, wo das alles schon ausgeredet worden ist, was kommt. Würde mich interessieren, ob das stimmt, nur Herr Minister. Weil wir müssen uns ehrlich darum kümmern, dass auf Österreichs Straßen weniger Menschen sterben. Das ist eine gemeinsame Anstrengung, geschätzte Damen und Herren. Und wenn Sie der Auffassung sind, dass das so sein soll, dann würde ich Sie bitten, auch unseren dementsprechenden gemeinsamen Antrag von jetzt NEOS und der Sozialdemokratie zu unterstützen. Dankeschön. Christian Hafenecker, der Generalsekretär der FPÖ, ein Mödlinger, ist nun an Bord. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Mitglieder der Bundesregierung, hohes Haus. Wir haben vor wenigen Wochen einen tragischen Todesfall zu beklagen gehabt. Ein neunjähriger Bursche wurde am Weg zu seiner Volksschule, Opfer eines tödlichen Verkehrsunfalls, ein Vorfall, der bei uns allen, vor allem auch bei mir als dreifachen Familienvater, den Atem stocken lässt. Natürlich stellt man sich zuallererst die Frage, wäre dieser tragische Unfall zu verhindern gewesen? Wer trägt die Schuld an diesem schmerzhaften Tod? Können wir angesichts des Geschehenen zumindestens sicherstellen, dass Kindern zukünftig bestmöglicher Schutz geboten oder ein derartiges Schicksal erspart bleibt? Diese Gedanken, glauben Sie mir, werte Damen und Herren, einen uns alle, nicht zuletzt deshalb, weil wir es gerade als unsere Pflicht hier im Haus sehen, den Schwächsten unserer Gesellschaft, unseren Kindern, diese Verschaden zu bewahren und ihnen Sicherheit zu garantieren. Und weil wir uns eben dieser Verantwortung bewusst sind, hat unser Verkehrsminister Norbert Hofer auch umgehend noch während seiner Dienstreise in Japan einen Sicherheitsgipfel einberufen, damit wir eben ohne Verzögerung der Frage auf den Grund gehen konnten, welche Sofortmaßnahmen wir Politiker setzen können, um derartige Unfälle in Zukunft zu verhindern. Dem Sicherheitsgipfel von letzten Dienstag gingen viele Gespräche mit Technikern, Logistikern, sachkundigen Personen aus dem Ministerium, der Wirtschaft, aber auch der Arbeitnehmervertretung voraus. Am Ende diskutierten etwa 70 Experten darüber, welche Möglichkeiten wir haben, dieses Problem anzupacken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei diesem Gipfel stellte sich vor allem eines klar heraus. Es gibt den Experten zur Folge keine klare Patentlösung für das Problem zum jetzigen Zeitpunkt, sondern nur kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen, die wir in diesem Bereich setzen können. Die Einführung, der Herr Bundesminister hat es vorher bereits erwähnt, des Tricks-Spiegels, des Rundum-Blick-Spiegels, ist eine Maßnahme, die wir sofort umsetzen können und damit eben risikobehaftete Kreuzungen umgehend für alle Fahrzeuge und alle Verkehrsteilnehmer entschärfen können. Bei der Einführung des elektronischen Abbiegeassistenten sind wir aber auf die Unterstützung der Europäischen Union angewiesen. Nur sie kann uns die technischen Spezifikationen dafür liefern, wie ein derartiges System in Hinkunft funktionieren muss, um eben nicht im Widerspruch mit den geplanten europäischen Lösungen zu stehen. Und das deshalb, weil wir eben auch vermeiden wollen, dass wir jetzt voreilig etwas einführen, was wir vielleicht in wenigen, in kurzer Zeit schon wieder mit sehr, sehr viel Geld neu umrüsten müssen. Eines ist vollkommen klar, und das hat auch der Herr Bundesminister ganz klar gesagt, der europaweite Einführungsprozess, wie er derzeit aufgesetzt ist, mit 2022-2024 dauert uns zu lange und muss daher auch massiv beschleunigt werden. Und Frau Kollegin Rende-Wagner, Sie wissen ganz genau, dass wir uns hier in dieser Frage mit Europa abstimmen müssen. Das können Sie nicht einfach nur vom Tisch fegen. Hier gibt es von uns in Österreich ein klares Bekenntnis dazu, ein First Mover bei der Einführung dieser Abbiegeassistenten zu werden. Das ist für uns ganz klar. Wir wollen eben auch entsprechend uns mit der EU koordinieren, um hier früher zu einer verpflichteten Einführung europaweit für diesen Assistenten zu kommen. Manche Personen hier im Haus verfolgen aber offensichtlich leider eine andere und vor diesem tragischen Hintergrund auch schäbige Ziele. Wenn man Minister Hofer nach der Präsentation unserer Lösungen des Maßnahmenkataloges vorwirft, nach der Pfeife von Lobbyisten zu tanzen und an jedem weiteren verunglückten Kind schuld zu sein, dann ist das nicht nur geschmacklos, sondern es entbehrt auch jeglicher Grundlage. Das ist keine angemessene Art und Weise, diese Themen zu diskutieren. Bei aller Tragik und bei aller Brisanz sollten wir hier im Haus in der Lage sein, uns auf einem angemessenen Niveau einer sachlichen und machbaren Lösung anzunähern und diese rasch umzusetzen. Politische Untergriffe und Halbwahrheiten bringen uns kein einziges verunglücktes Kind zurück. Arbeiten wir also alle hier gemeinsam an einer Lösung, sprechen wir mit unseren Fraktionen im Europäischen Parlament, um hier rasch zu einer Umsetzung des Assistenten zu kommen und das wirklich rasch zum Schutze unserer Kinder. Zu Wort gemeldet ist die Klubobfrau Meidelreisinger, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, werte Kolleginnen und Kollegen, es ist immer eine Gratwanderung für eine Politikerin, für einen Politiker, zu einem Thema zu sprechen, dem ein trauriger Anlassfall zuvor gegangen ist und man einen gewissen, wenn auch nicht nahe Bezug hat. Aus diesem Grund wollte ich auch ursprünglich gar nicht reden zu dem Thema, das sage ich ganz offen. Der Grund, warum ich es trotzdem tue und dennoch tue, ist, dass ich ehrlich enttäuscht bin über die Ergebnisse dieses Gipfels letzte Woche und doch einigermaßen empört über die Abschiebung der Verantwortung jetzt auf Brüssel, die ich eben gehört habe. Ich kannte Henry nicht gut, ich habe ihn einmal gesehen und es sollte eigentlich auch keinen Unterschied machen, denn jedes Kind, das umkommt im Straßenverkehr, jeder tote Mensch ist ein Mensch zu viel und Sie werden mir vielleicht auch verzeihen, dass es mir nahe geht als Mutter mit Kindern im gleichen Alter, die sich die Frage gerade stellt, anlässlich der Schuleinschreibung zum Gymnasium mit meinem Mann gemeinsam, was sage ich euch dem Kind, welchen Weg es zum Schulweg gehen soll? Weil dort genauso sich die Frage stellt, das ist ein Schutzweg, wo ein Rechtsabbiegen ist, wo man meistens zu schnelle Autos hat, sage ich dem Kind, geh dort, muss natürlich immer schauen, aber ich weiß auch, dass man sich ein bisschen darauf verlässt, dass es sicher ist am Schutzweg. Oder sage ich dem Kind, geh nicht am Schutzweg, weil er muss sowieso aufpassen, was ich nicht sagen werde, aber Sie verstehen das Dilemma, in dem man als Elternteil hier ist. Und wenn wir wissen, dass es die technische Möglichkeit gibt, auch wenn sie nicht ausgereift ist noch, noch nicht perfekt, auch wenn Sie, und verzeihen Sie, Herr Minister, das ist für mich kein Argument, einmal falsch anschlägt oder zweimal falsch anschlägt, besser einmal zu viel falsch anschlägt und Biebs macht, als einmal zu wenig. Was ist das für ein Argument? Ich kann es nicht nachvollziehen. Verzeihen Sie, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich meine, Sie wollen selber in fünf Jahren autonomes Fahren ermöglichen und erklären, da piepst es einmal zu viel. Das verstehe ich nicht. Ja gut, aber Sie wollen in einem absehbaren Zeitraum autonomes Fahren ermöglichen. Und was mich wirklich empört, ist diese Ausrede auf Europa. Wir würden ja so gerne. Ein nationaler Alleingang ist leider nicht möglich. Herr Minister, das ist einfach unwahr. Und das wissen Sie. Und das ist ein Abschieben der Verantwortung auf Brüssel, was Ihre Fraktion sehr gerne macht, ich aber wirklich für unredlich halte in dieser Diskussion. Sie können das mit einer entsprechenden Übergangsfrist machen. Sie können die StVO dahingehend ändern, dass Fahrverbote möglich sind. Natürlich können Sie nicht die Zulassung für LKWs, die nicht damit ausgerüchtet sind, ermöglichen. Aber davon redet niemand. Es gibt andere rechtliche Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, sich auch als Minister einzusetzen auf europäischer Ebene. Es hätte die Möglichkeit auch schon gegeben im Rahmen der österreichischen Ratspräsidentschaft. Das Europäische Parlament hat sich schon dafür ausgesprochen, dass das rasch reingeführt wird. Es gibt auch schon technische Möglichkeiten, die ausgereift genug sind. Also ich höre hier eigentlich Ausreden und ein Abschieben der Verantwortung, und dieses Ergebnis lässt mich tatsächlich fassungslos zurück. Es wurde die Frage gestellt, ich möchte eines sehr vorweg sagen, also die Äußerung, dass Sie persönlich verantwortlich sind für jedes weitere tote Kind, ist unter jeglicher, unter jeglicher Sau, sagt man nicht. Also ich finde es nicht okay, wirklich nicht okay. Es kam übrigens nicht von hier aus dem Haus, glaube ich, aber ich muss auch wirklich sagen, tut man nicht. Die Frage, inwieweit Sie hier eingeknickt sind von einer Lobby, müssen Sie sich allerdings gefallen lassen. Weil solange Sie, und ich sage das jetzt sehr hervornehmen, die Wahlkampfkosten und Ihre Spende nicht offengelegt haben, bleibt diese Frage im Raum stehen. Vielen herzlichen Dank. Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Cox. Stefanie Cox, die Klubobmanns-Stellvertreterin der Liste jetzt. Eine gebürtige Holabbrunnerin. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Menschen vor den Bildschirmen, Herr Minister, mittlerweile ist sehr klar rübergekommen, dass Sie keinen verpflichtenden Abbiegeassistenten wollen. Knapp 73.000 Österreicherinnen und Österreicher wollen das schon. Der VCE, das Kuratorium für Verkehrssicherheit, der ÖMDC und viele andere wollen das auch. Immer mehr Länder und Städte wollen das. London zeigt das vor. Sie wollen es nicht nur, Sie fangen es auch an umzusetzen. Nicht zuletzt meine Kolleginnen und Kollegen der SPÖ, der NEOS und unserer Fraktion. Und deswegen gibt es hier auch einen gemeinsamen Antrag. Die Langzeitstudien aus Ihrem Haus sagen bis jetzt, ja, Abbiegeassistenten mit Sensoren wirken. LKW-Lenkerinnen und Lenker sind vorsichtiger bis jetzt. Sie wollen trotzdem keinen verpflichtenden Abbiegeassistenten jetzt. Sie wollen ein Maßnahmenpaket? Darin scheinen alle für mehr Verkehrssicherheit verantwortlich zu sein, außer Ihnen. Gemeinden dürfen Kreuzungen überprüfen unsicherer machen. Kinder sollen lernen, sich sicherer zu bewegen. Die EU soll die Regelungen vorlegen. Eine vermutliche Inseratkampagne machen Sie schon, das haben Sie angekündigt. Aber für den Rest sind andere verantwortlich. Und Ihr Argument gegen die verpflichtenden Abbiegeassistenten und das entsprechende Maßnahmepaket finden die Industriellenvereinigungen und die WKO super. So super, dass die Industriellenvereinigungen das Paket schon kannte, bevor das Sicherheitskipfel überhaupt stattgefunden hat. Höchst merkwürdig. Welche Rolle die Frechter Lobby in dieser ganzen Thematik hat und zu ihrem Nein beiträgt, das werden wir wohl nie erfahren. Herr Minister, wenn es um Innovation und Digitalisierung geht, da höre ich immer wieder von Ihnen, Österreich muss Nummer 1 sein. Wir müssen eine Digital Nation werden. Wir müssen den Digital Neuen aufschließen. Frontrunner in 5G sein. Wenn wir schon bei Anglizismen sind, yes, we can. Aber, ich glaube, gerade bei der Entscheidung um den verpflichtenden Abbiegeassistenten steigen Sie auf die Technologiebremse. Ich glaube, hier heißt es auch, yes, we can, weil, und Kollegen von der FPÖ haben es schon vorerwähnt, first mover sein zu wollen bei dieser Thematik. First mover zu sein, heißt nicht nur, was in Zukunft ist, sondern was im Jetzt passiert. Und da heißt es auch, die LKWs, die jetzt schon auf Österreichstraßen unterwegs sind, nachzurüsten. Und das bedeutet jetzt. Was ich sehr oft von Ihnen gehört habe und noch immer höre, ist, die Technologie sei nicht ausgereift. Punkt. Ich glaube, gerade hier will ich mehr den Frontrunner-Spirit von Ihnen hören. Hier vermisse ich den Frontrunner-Spirit, den ich sonst in den anderen Bereichen sehr stark bei Ihnen mitbekomme. Herr Minister, ich würde mir echt wünschen, dass Sie hier weniger auf Lobbyistinnen hören und Lobbyisten, hören Sie auf Bürgerinnen und Bürger, dass Sie noch diejenigen, die Sie auch dazu gebracht haben, dass Sie hier sitzen und eine große Verantwortung haben, die haben eine große Verantwortung Ihnen mitgegeben. Hören Sie auf unabhängige Expertinnen und Experten. Beziehen Sie sich auf Fakten, lernen Sie von den Besten, dann haben Sie auch mich auf Ihrer Seite. Und dann ist sogar neben dem Digitalland Nummer eins noch ein Stockerlplatz drin. Nämlich Österreich bei der Verkehrssicherheit vor allem für Kinder Nummer eins zu machen. Ich muss mich korrigieren, Stefanie Cox ist nicht in Hollerbrunn geboren, sondern ziemlich weit weg davon, nämlich in Sydney, Australien. In Hollerbrunn hat sie die Schule besucht. Elisabeth Furzscheller, ÖVP, eine Tirolerin, ist nun an Bord. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und an den Bildschirmen, ich gehe davon aus, dass jene Menschen, die von diesem schrecklichen Unfall betroffen sind, am meisten betroffen sind, die Familie des kleinen Jungen und auch die Initiatoren der Petition heute zuschauen. Und deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen mein Bedauern über diesen schrecklichen Unfall auszusprechen und den Initiatoren der Petition auch herzlich zu danken für Ihr Engagement. Ihnen verdanken wir, dass wir heute dieses so wichtige Thema diskutieren können in aller Breite. Ich möchte kurz auf die Reden meiner Vorrednerinnen und des Herrn Leichtfried eingehen. Also, es ist fast unfassbar, dass Sie es schaffen, in drei Reden dieses so wichtige Thema auf nur ein einziges Thema zu verengen, und zwar auf die Einführung des Abbiegeassistenten. Sie unterstellen, dass es keine anderen Möglichkeiten derzeit gibt, um Unfälle zu verhindern. Und das ist schlichtweg unwahr. Herr Minister Hofer hat in aller Ausführlichkeit erklärt, warum der Abbiegeassistent nicht sofort eingeführt werden kann. Und er hat vor allem auch alle zehn anderen Punkte, die jetzt umgesetzt werden sollen und die natürlich auch zur Verkehrssicherheit beitragen werden, erläutert. Und Sie tun so, als würde darüber überhaupt nicht geredet. Von Ihnen allen dreien ist auf keinen einzigen Punkt eingegangen worden. Und das finde ich ziemlich schlimm und finde ich ziemlich arm, ehrlich gesagt. Uns zu unterstellen, und zwar FPÖ und ÖVP gemeinsam zu unterstellen, wir wären von der Wirtschafts- und Frechterlobby abhängig, ist dermaßen infam. Das will ich einfach von uns weisen. Wir haben genauso ein Interesse daran, dass möglichst wenig Menschen im Verkehr zu Schaden kommen. Wir haben auch immer die SPÖ-Minister in dieser Hinsicht unterstützt und darin hat sich nichts geändert. Uns tut es natürlich genauso weh wie allen anderen Menschen. Und wir werden nicht müde werden, alles dafür zu tun, dass die Sicherheit im Verkehr steigt und weniger Menschen zu Schaden kommen. Und ich möchte auch noch einmal relativieren, was der Kollege Leichtfried gesagt hat. Ja, er hat diese Arbeitsgruppe, dieses Pilotprojekt rund um Sicherheit im Straßenverkehr 2017 eingerichtet. Und das ist ihm auch, ja, das kann man ihm auch zugutehalten und so sollte man ihm zugutehalten. Aber der Herr Minister Hofer hat ganz genau erklärt, warum diese Arbeitsgruppe noch nicht fertig ist. Nämlich, weil Aspekte hervorgetreten sind, mit denen man am Anfang nicht gerechnet hat. Das ist der einzige Grund und sicher nicht, weil irgendjemand von uns diese Arbeitsgruppe oder die Arbeit dieser Gruppe verschleppt hat. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis. Es kann nicht sein, dass Sie hier ständig mit Heilbarheiten agieren und ignorieren, was wir alles tun werden und uns bemühen werden, die Verkehrssicherheit hinsichtlich des Rechtsabbiegens sicherzustellen oder zu verbessern. Deswegen möchte ich noch einmal kurz darauf eingehen, weil eben diese zehn Punkte von meinen Vorrednern allen nicht mehr genannt worden sind. Also wir werden Infrastrukturmaßnahmen setzen, um die gefährlichen Kreuzungen sicherer zu machen. Wir werden die StVO ändern, damit die Gemeinden gefährliche Kreuzungen sicherer machen können und damit zwischen BKWs und LKWs an diesen Kreuzungen auch unterschieden werden kann. Es wird ein Projekt initiiert des österreichischen Verkehrssicherheitsfonds, dotiert mit einer Million Euro. Es wird im Verkehrssicherheitsbeirat die LKW-Sicherheit in den Fokus genommen. Es sollen die LKW-Fahrer ausgebildet und nachgeschult werden. Da nimmt der Staat oder der Bund eine Summe von 5 Millionen Euro in die Hand. Es sollen die Asfinac-Parkplätze so ausgestattet werden, dass die LKWs dort ihre Spiegel korrekt ausrichten können. Auch mit den Tankstellen wird gesprochen, dass diese Arbeiten vorgenommen werden können. Es soll Bewusstseinsbildung bei Kindern und Älteren stattfinden. Auch durch unsere heutige Sitzung zum Beispiel kommt es natürlich auch schon zur Bewusstseinsbildung. Es soll eine Informationskampagne geben. Es sollen die Ergebnisse dieser Rundumsicht im Straßenverkehr Arbeitsgruppe dann, wenn sie vorliegen, eingearbeitet werden. Und natürlich wird der Druck auf die EU weiter verstärkt. Und da möchte ich auch alle Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt anschicken, ins Europäische Parlament zu kommen, so wie auch den Herrn Kollegen Leichtfried, der ja sicher beste Kontakte noch zum Europäischen Parlament hat, bitten, uns zu unterstützen. Dankeschön. Nachher Elisabeth Pforzella von der ÖVP schickt die SPÖ jetzt ihren zweiten ehemaligen Verkehrsminister. Hans Mikrofon, Alois Stöger. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Stöger. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Bundesminister, beide Bundesministern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sicherheit ist etwas, das man nicht hundertprozentig erreichen kann. Aber Sicherheit ist etwas, wo man mit Risiko umgeht und wo man Maßnahmen setzt, Risiko zu reduzieren. Und eine der zentralen Aufgaben eines Verkehrsministers ist, Risiken zu reduzieren. Und der Kollege Leichtfried hat es schon angesprochen, sozialdemokratische Verkehrsminister haben sich immer darum bemüht, Risiko zu reduzieren und gerade im Zusammenhang mit Verkehrsmaßnahmen den österreichischen Verkehr sicher zu machen. Und wir haben jetzt eine Trendumkehr erlebt. Ich sage das sehr deutlich. Im Straßenverkehr ist man mit Risiko andersrum gegangen. Da fällt einem Minister ein, das Risiko zu minimieren, indem man auf der Autobahn 140 zulässt. Ist das glaubwürdig? Ist das glaubwürdig? Da fällt einem Minister ein, der Risiko minimieren will und die Höchstgeschwindigkeit von LKWs erhöhen will. Auch in der Nacht ist das glaubwürdig. Da fällt einem Verkehrsminister ein, da fällt einem Verkehrsminister ein, Rechtsabbiegen bei Rot zu machen. Und jetzt ganz ehrlich, ist das im Sinne von Risikominimierung glaubwürdig? Ich glaube nicht. Und wenn ich jetzt die Maßnahmen ansehe, die wir hier miteinander diskutieren, da fällt mir auch was ein. Der Herr Bundesminister hat sehr kritisch gemeint, die Vorschläge der Stadt Wien, nicht meine Parteikollegin, die da gemeint hat, man sollte in den Regionen des Staates entscheiden können, ob man Abbiegeverbote generell macht oder nicht. Da sagt er gleich Nein. Für eine Stadt wäre das wichtig. Ich halte es auch für wichtig, sicherzustellen, dass man in Österreich hier vorprescht, nach vorne geht. Der Herr Minister diskutiert technische Modelle, hat 18 Minuten darüber geredet, was die EU kann und nicht kann. Und die einzige Technologie, die ihm einfällt, was man da tun kann, ist der Spiegel. Den gibt es seit 5000 Jahren, ist eine ganz alte Technologie. Aber ich als Technologieminister, in jedem modernen Mittelklasseauto gibt es Assistenten-Unterstützungssysteme, damit ich rundherum sehe. Wenn ich zurückfahre und einpark, kriegt man in einem Mittelklassewagen ein schönes Bild und man sieht, ob man anfahrt oder nicht. Ähnliches könnte man beim Lkw auch machen, ohne dass es gleich ein Assistenzsystem wird, nur damit der Lkw-Lenker das sieht. Beim Pkw geht es. Warum soll es beim Lkw nicht möglich sein? Ein Technologieminister würde sich damit auseinandersetzen, wie österreichische Unternehmen hier diese Technologie umsetzen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mir geht es darum, dass man konsequent die Risiken minimiert, dass man hier im Straßenverkehr Maßnahmen setzt, die Risikominimierung zustande bringt. Übrigens, der Herr Minister hat gesagt, wir können das mit London nicht machen, weil die beginnen erst ab 12 Tonnen. Übrigens, ich könnte mir vorstellen, das Modell London bei uns zu übertragen. Das kann man schnell tun. Zweitens, auch sehr deutlich, es gibt keinen Unterschied beim Lkw zwischen 7,5 und 12 Tonnen. Die Vorderkabinnen sind mittlerweile alle gleich. Da kann man einiges tun. Und zum Dritten, man könnte, und das ist auch eine Forderung, in den Risikobereichen auch den Beifahrer als eine Maßnahme setzen, die ganz genau jene Personen gesagt haben, die hier am Sicherheitsgipfel teilgenommen haben, der ÖAMDC, die Gewerkschaften, auch das Nutzen von Beifahrern wäre hier eine Maßnahme. Herr Bundesminister, es geht um Risikominimierung und das soll man umsetzen. Und zum Abschluss noch eines. Sie sind derjenige, der bejammert die Europäische Union. Bei der Frage, ob man den Kindern etwas wegnimmt, da waren sie mit dem europäischen Recht ganz locker. Und da auf einmal geht es nicht. Ich verstehe es nicht. Zu hart gemeldet ist der Bundesminister Hofer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss mit einem offenbaren Missverständnis aufräumen. Herr Abgeordneter Stöck hat gesagt, wir würden keine Rechtsabbiegeverbote in den Städten zulassen. Aber bitte, das war doch genau das, was ich vorher versucht habe, deutlich zu machen, dass wir durch eine Änderung der StVO diese Rechtsabbiegeverbote jetzt umsetzen. Also das Gegenteil von dem, was Sie gesagt haben, ist jetzt wahr, sondern genau das machen wir. Also ich verstehe deswegen die Wortmeldung nicht. Wenn Sie sagen, Sie wollen das Modell London umsetzen, ja Gott bewahre, das ist ja genau das, was zu keiner Verbesserung führen würde jetzt bei uns. London sagt, ab 26.10.2020 dürfen Fahrzeuge der Klasse N3, die keinen Stern haben, nicht mehr nach Greater London einfahren. Und wissen Sie, wie man dann ein besseres Fahrzeug wird, indem man einen Spiegel montiert? Das ist das Modell London. London sagt, ab 26.10.2024 müssen dann alle Assistenzsysteme eingeführt werden. Also erst nach der Europäischen Union. Also London wäre eine tatsächliche Verschlechterung. Da ist die Europäische Union wesentlich weiter. Ich warne davor, das Modell London einzuführen. Das stellt uns schlechter. Sie haben die Monitorsysteme angesprochen. Ich habe gesagt, wie kann man denn bei BKWs eine Rundumsicht haben? Warum geht das bei BKWs und bei LKWs nicht? Herr Abgeordneter Stöger, jetzt frage ich Sie. Sind diese Kameras bei der Kfz-Zulassung auf EU-Ebene verpflichtend vorgeschrieben? Haben alle Fahrzeuge, alle BKWs, ja natürlich zulässig ist es ja bei LKWs auch. Ja, nicht genau. Es ist aber nicht vorgeschrieben. Das ist ja das, was ich erläutert habe. Wir können nicht. Ich würde das wirklich gern machen. Aber wir können es gesetzlich nicht vorschreiben. Und deswegen ist der Vergleich mit den BKWs kein guter, weil es sind viele BKWs ohne diese Kamerasysteme ausgestattet. Es sind viele LKWs damit ausgestattet, andere nicht. Und dann noch die 60 Kmh. Der Abgeordneter Stöger, die 60 Kmh in der Nacht sind ein Sicherheitsrisiko, weil es Auffahrunfälle geben kann. Wenn Sie mit einem BKW auf der Autobahn unterwegs sind in der Nacht und Sie kommen auf einen LKW, der mit 60 Kmh vor Ihnen fährt, dann ist das ein Sicherheitsrisiko. Dazu kommt, dass LKWs mit 60 Kmh mehr verbrauchen als mit 70 Kmh, weil Getriebe und Motor nicht auf 60 Kmh abgestimmt sind. Und deswegen werden wir in der Nacht die Geschwindigkeit für LKWs, die Höchstgeschwindigkeit, auf 70 Kmh erhöhen. Es ist sicherer und es ist besser für die Umwelt. Zu Wort gemeint ist der Abgeordnete Kumpic. Günter Kumpic von der FPÖ, Sachbearbeiter am Landeskriminalamt der Steiermark. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, sehr geschätzte Zuseher auf der Tribüne und vor den Bildschirmen, Hohes Haus, ja, es gibt nichts Schlimmeres für Eltern, wenn sie erfahren, dass ihr Kind bei einem Verkehrsunfall getötet wurde. So muss auch eine Welt für die Eltern des neunjährigen Buben, der Ende Jänner, auf dem Weg zur Schule von einem LKW erfasst wurde und getötet wurde, zusammengebrochen sein. Und wir alle stellen uns die Frage, wäre dieses Unglück zu verhindern gewesen? Dabei ist man natürlich versucht, dass man schnell eine Lösung findet. Wenn nun der Kollege Leichtfried und die Frau Klubchefin Rendi-Wagner, wie Sie es gemacht haben vom Herrn Minister, erfordert, die verpflichtete Ausrüstung von Lastkraftwagen mit elektronischen Assistenzsystemen sofort durchzusetzen, dann hat das aber einen schalen Beigeschmack. Denn in den letzten Jahren ist die Zahl der Schwerverletzten gerade im Zusammenhang beim Abbiegen gestiegen. Und deshalb frage ich mich, warum Kollege Leichtfried, der etwas länger als vor einem Jahr noch Verkehrsminister war, nicht selbst die Einführung dieses Abbiegeassistenten gefordert hat. Es ist natürlich eine Frage der Moral oder der Ethik, die da die Klubchefin Rendi-Wagner bemühte, aber nur scheinbar. Denn offenbar hat es gewichtige Gründe gegeben, dass er das nicht gemacht hat, weil entweder die technischen Voraussetzungen oder die rechtlichen Voraussetzungen nicht gegeben waren. Aber eines sage ich schon, sich die berechtigten Ängste der Eltern über ihre Kinder, über die Sicherheit im Straßenverkehr politisch zunutze zu machen, wie in diesem Fall, und wissentlich etwas fordern, was rechtlich gar nicht möglich ist, das ist wirklich geschmacklos. Denn eines muss man schon wissen, der durch den tödlichen Verkehrsunfall verursachte mediale Aufschrei ist ja nur die Spitze eines Eisberges von vielen schweren Unfällen in den vergangenen Jahren. Und die Ursache dieser Unfälle liegen meistens in mangelnder Aufmerksamkeit, im mangelnden Gefahrenbewusstsein und sowohl bei Fußgängern als auch Autofahrern. Ich selbst hatte leider die traurige Pflicht, vielfach bei Verkehrsunfällen die Unfallursache von tödlich Verunglückten zu untersuchen. Und immer wieder war das Ergebnis, dass der Grund für diesen tödlichen Unfall mangelnde Aufmerksamkeit, mangelndes Gefahrenbewusstsein oder Leichtsinnigkeit im Verkehr gewesen sind. Und deshalb, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ist es nicht so einfach zu sagen, Herr Minister, tun Sie alles. Weil dann muss man auch fragen, haben die Minister der SPÖ alles getan? Haben Sie dieses Problem überhaupt erkannt, dass eine Entwicklung stattgefunden hat, die dazu führte, dass sich vor allem Fußgänger und Radfahrer im Straßenverkehr oft leichtsinnig bewegen? Der Schreiber eines Leserbriefs in der Krone hat einen treffenden Artikel geschrieben. Er sagte, seit der Zebrastreifen quasi zum Garantieschein erklärt wurde, bleibt man telefonierend oder mit anderen diskutierend auf dem Gehsteig stehen. Frauen mit Kleinkindern und Kinderwagen wischen während des Überqueren der Straße auf ihrem Handy herum. Dass man aber an und für sich auf den Verkehr achten muss, bei Grünlicht die Straße überqueren muss, das scheint in dieser scheinbar trügerischen Sicherheit oft vergessen zu werden. Und daher sage ich, dass wir alle miteinander gefordert sind, Kindern auch ein Vorbild zu sein. Was sollen Kinder lernen, wenn sie sehen, dass wir nicht selber sind? Dass wir auch telefonieren und bei Rotlicht vielleicht einmal drüber laufen? Wir müssen alle bei uns anfangen, dann können wir einen Beitrag selbst für mehr Verkehrssicherheit leisten. Denn eines ist klar, Anlassgesetzgebung und ähnlich verhält es sich hier. Ein Schnellschuss in eine Richtung ist nicht zielführend, weil damit sind immer falsche Entscheidungen, keine objektive Sicht verbunden. Daher bin ich mir sicher, dass unser Verkehrsminister, sobald es möglich wird, auch für die Einführung dieses Abbiegeassistenten sorgen wird und alles tut, damit der Verkehr auf unseren Straßen sicher ist. Zu Wort gemäßt der Abgeordnete Hoyers, Trautmannsdorf. Verkehrssprecher der Neos, der Letzte in dieser Debatte. Werte Besucherinnen und Besucher auf der Galerie. Ich glaube, das, was man in dieser Debatte sehr schön gesehen hat, ist, dass wir uns eine Sache zumindest eint, und das ist die Sorge um die Jüngsten im Straßenverkehr. Und das ist, glaube ich, durchaus etwas Positives. Und das sollte man auch einmal herausstreichen in dieser Debatte. Darüber hinaus, glaube ich, ist es auch wichtig zu sagen, warum wir diese Debatte heute hier führen und was der Auslöser ist. Und das ist natürlich der tragische Unfall, der passiert ist. Auf der anderen Seite aber auch, dass viele Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, wir haben hier ein Anliegen und aufgestanden sind und eine Initiative gestartet haben. Und ich glaube, auch das muss man sagen, dass man sich hier bedanken muss bei den Bürgerinnen und Bürgern, die hier ein klares Zeichen setzen und uns auch einen Auftrag mitgeben. Der Herr Minister hat daraus abgeleitet, diesen Lkw-Sicherheitsgipfel am 19.02. zu machen. Auch dazu möchte ich auf der Stelle sagen, dass ich das für eine wichtige Maßnahme gehalten habe und das auch für gut befunden habe. Und weil die Frau Kollegin Pfurzscheller vorher angesprochen hat, dass niemand von uns sagt, dass die Maßnahmen, die hier ausgearbeitet werden, auch gut sind. Ja, ich glaube, das sind auch einzelne Maßnahmen da, die durchaus sinnvoll sind und auch Sinn machen. Natürlich kann man jetzt, wie der Herr Kollege Grumpitsch gerade vorher gemacht hat, die Frage stellen, warum ist das nicht früher? Nur ganz ehrlich, jetzt sich herzustellen und zu sagen, die SPÖ-Minister sind die Bösen, weil die haben früher nicht reagiert. Das ist natürlich sehr einfach, aber wir sind im Hier und Jetzt und wir müssen jetzt die Lehren ziehen und sollten jetzt als Parlament unsere Aufgaben wahrnehmen und daraus Lehren ziehen und eben Maßnahmen ableiten. Ich habe das auch schon beim Gipfel angesprochen. Ich glaube, dass was wesentlich ist, dass wir hier auch auf die europäische Ebene schauen. Das heißt nicht, dass wir keine eigene Lösung finden können. Ich bin übrigens auch im Thema London anderer Meinung, komme vielleicht nachher noch kurz dazu. Aber natürlich ist das Thema auf europäischer Ebene auch sehr wichtig. Und da stellt sich einerseits die Frage, warum insbesondere, wenn es schon eine Studie gegeben hat, seit dem Jahr 2017, die hier verfolgt wurde, warum hat da die Bundesregierung im Rahmen der Ratspräsidentschaft sich nicht die Frage gestellt, ob man hier treiben kann, beziehungsweise auch, welche Maßnahmen werden jetzt gesetzt, um 2022 und 2024 nach vorne zu ziehen? Es ist ja übrigens auch aus, ich glaube, der Herr Kollege Hafenecker war es, der gesagt hat, naja, wir können jetzt nicht neue Dinge einführen, weil dann muss das alles rückabgewittelt werden. Die EU-Vorgaben 2022 beziehen sich auf neue Fahrzeugtypen und 2024 auf neu zugelassene LKWs. Dementsprechend alle, die jetzt zugelassen werden und davor zugelassen sind, sind nicht betroffen. Und alle diese Umrüstungskosten, die Sie da angeführt haben, sind einfach nicht wahr, wenn Sie das als Argument hier einbringen. Wir haben dementsprechend einen gemeinsamen Antrag mit der SPÖ eingebracht und auch mit der Liste jetzt, um hier auch klar zu signalisieren, dass es notwendig ist, schnelle Maßnahmen zu bringen und dass es auch notwendig ist, auf der europäischen Ebene hier Maßnahmen in den Weg zu leiten. Wir dürfen nicht vergessen, jeder zweite LKW in Österreich, der unterwegs ist, da sind viele im Transit unterwegs, das ist mir bewusst, aber dennoch, jeder zweite LKW, der in Österreich unterwegs ist, ist ausgeflaggt. Das heißt, hat kein österreichisches Kennzeichen. Und natürlich hört dieses Problem für uns sich dann der Grenze auf. Und ich glaube auch, dass es als Europäer durchaus eine Frage für uns sein muss, wie geht es den Kindern und Jugendlichen im Straßenverkehr auch in unseren europäischen Nachbarstaaten. Wir alle fahren auch auf Urlaub etc. Also es ist ja nicht so, dass die Welt bei unseren österreichischen Grenzen aufhört, wie es immer wieder dargestellt wird. Dementsprechend wichtig hier auch größer zu denken als die nationale Ebene. Sie haben das Projekt London oder das Beispiel London angeführt und haben gesagt, ja, wir können das nicht machen und das ist ein schlechtes Projekt, weil die sind erst 2024 da. Na, was hindert uns in Österreich dann, ein ähnliches Projekt aufzusetzen, nämlich eben mit Türen, die bis zu unten verglast sind und eben, wenn die nicht da sind, wenn eben nicht dieser Rundumglück geärscht ist, gewährleistet wird, hier Maßnahmen zu setzen für Assistenten. Was hindert uns daran, so etwas einzuführen und eben nicht erst 2024 die Deadline zu machen, was ich auch für wenig ambitioniert halte, sondern früher zu machen? Also diese Frage haben Sie nicht beantwortet. Ich sehe hier kein Hindernis und dementsprechend könnte man durchaus das Thema London als Vorbild nehmen und einfach früher Maßnahmen einleiten. Am Ende des Tages ist, glaube ich, auch nicht unwichtig, dass man eine Berufsgruppe hier beleuchtet, über die, glaube ich, noch gar nicht gesprochen wurde und das sind die 80.000 Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer, die wir in Österreich haben, die natürlich auch mit einem sehr unguten Gefühl hier teilweise im Straßenverkehr unterwegs sind. Und die haben sich auch teilweise bei mir gemeldet, ich habe einige E-Mails von Ihnen bekommen, die auch sagen, wir fühlen uns auch unsicher, wir haben jetzt ein ungutes Gefühl, wenn wir rechts abbiegen. Auch die, das muss man beleuchten und auch darüber muss man nachdenken, wenn man über solche Maßnahmen setzt, weil es auch darum geht, dass die ein besseres Gefühl im Verkehr haben. Dementsprechend, glaube ich, ist es essentiell, dass wir hier schnell handeln, dass wir hier schnell Maßnahmen einleiten und nicht uns auf der Insel der Seligen bewegen und sagen, nein, alles, was nach unseren Grenzen ist, ist nicht unser Thema und wir hier auch die europäische Ebene mitnehmen und sie auch hier Maßnahmen auf europäischer Ebene einleiten. Dankeschön. Der Verkehrssprecher der Nähe aus Douglas Holos Trautmannsdorf war der letzte der aktuellen Stunde der SPÖ zum Thema Tun Sie alles für die Sicherheit unserer Kinder im Straßenverkehr, Herr Minister. Erster Tagesordnungspunkt des heutigen Sitzungstages ist der gemeinsame Bericht von Bundeskanzler Kurz und Europaminister Blümel betreffend die EU-Jahresvorschau 2019. Da geht es aber nicht nur um die langfristige Budgetplanung, um die strategische Ausrichtung der Europäischen Union und über die Themen der bevorstehenden EU-Gipfel, sondern da geht es natürlich und vor allem auch um den bevorstehenden EU-Austritt Großbritanniens, um den Brexit und die Auswirkungen auf die Union und auf Österreich. Es ist vorgeschlagen, die Debatte über die Punkte 2 und 3 sowie 6 und 8, der Tagesordnung jeweils zusammenzufassen. Wird dagegen ein Einwand erhoben? Das ist nicht der Fall. Es wurde weiters vereinbart, zwischen den Mitgliedern der Präsidalkonferenz über die dauernden Debatten eine Einigung zu erzielen. Demgemäß beträgt die Tagesblockzeit acht Wiener Stunden. Die Redezeiten ergeben sich wie folgt. Für die ÖVP 148, für die SPÖ und die FPÖ jeweils 132, für NEOS und jetzt je 44 Minuten. Gemäß des § 57 Absatz 7 der Geschäftsordnung beträgt die Redezeit für die gesamte Tagesordnung von jenen Abgeordneten, die keinen Club angehören. Je 22 Minuten drüber hinaus wird deren Redezeit auf fünf Minuten je Debatte beschränkt. Wir dürfen sogleich darüber abstimmen. Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen. Ich danke, das ist einstimmig angenommen. Und vor jetzt, oder? Der Club der NEOS hat gemäß § 93 Absatz 2 der Geschäftsordnung das Verlangen gestellt, die voreingang in die Tagesordnung eingebrachte schriftliche Anfrage 2929 durch J. der Abgeordneten Meindl-Reisinger, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend echte spürbare Entlastungsoffensive statt Showpolitik und gebrochener Wahlversprechen dringlich zu behandeln. Gemäß der Geschäftsordnung wird die dringliche dann um 15 Uhr aufgerufen. Weiters darf ich mitteilen, dass gemäß § 92 der Geschäftsordnung ein Verlangen vorliegt, eine kurze Debatte über die Beantwortung 2363 durch AB der Anfrage 2379 durch J. der Abgeordneten Zingl, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Prüfung der Handlungspflicht der Bundesregierung durch den Herrn Bundesminister für EU-Kunst, Kultur und Medien abzuhalten. Da für die heutige Sitzung die dringliche Behandlung einer schriftlichen Anfrage verlangt wurde, wird die kurze Debatte im Anschluss an die Kurzdebatte stattfinden. Und nun, bevor wir in die Tagesordnung seinbinden, gibt es eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung. Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Präsident, Sie haben sich auch auf die Präsidiale bezogen. Ich tue das auch. Ich habe in der Präsidiale verlangt, dass ein zweiter Sitzungstag stattfindet. Und nach einer langen Debatte, die insbesondere für mich zwei wesentliche Gründe gehabt hat, das zu tun, habe ich mich bereit erklärt, auf diesen zweiten Tag zu verzichten. Und einer dieser Gründe war, dass die Regierungsparteien zugesichert haben, dass der Antrag für den Karfreitag spätestens am Montag vorliegen wird. Herr Präsident, es ist unerhört. Es ist ein sehr komplizierter Antrag. Es ist fünf Seiten Gesetzestext. Und dieser Antrag ist gestern um 23.54 Uhr gekommen. Das ist inakzeptabel, Herr Präsident, so über dieses Haus drüber zu fahren. Wenn man sich in diesem Haus nicht einmal mehr auf die Zusagen der Klubopleute verlassen kann, dann frage ich mich, was sind diese Zusagen wert und was ist dieses Parlament den Regierungsparteien überhaupt wert, Herr Präsident, einen Feiertag zu streichen, ersatzlos zu streichen und das mit einem Antrag fünf Minuten vor Mitternacht, das geht so nicht. Ich fordere Sie auf, diesen Punkt von der Tagesordnung zu nehmen, Herr Präsident. Wir gehen nun die Tagesordnung ein und gelangen zum ersten Punkt der Tagesordnung, Bericht des Bundeskanzlers und Bundesministeriums für die EU, Kunst, Kultur und Medien betreffende EU-Jahresvorschau 2019, gemäß Artikel 23f, Absatz 2 BVG. Da auf die mündliche Berichterstattung verzichtet wurde, darf ich dem Abgeordneten Schieder das Wort erteilen. Der Abgeordnete, können Sie sich beruhigen, Herr Abgeordnete Jarolim? Ja, der Herr Klubobmann ist zu Wort gemeldet. Herr Präsident, das, was Sie da gemacht haben, war jetzt parteilich, unerhört und eines Präsidenten dieses Hauses nicht würdig. Ich verlange jetzt von Ihnen, dass Sie die Sitzung unterbrechen und dass wir das in einer Kurzpräsidiale besprechen, weil so geht es nicht. Danke. Herr Abgeordneter Rosenglanz ist zu Wort gemeldet. Danke, Herr Präsident. Die Geschäftsordnungsmeldung vom Herrn Kollegen Leichtfried. Es ist sehr schwer zu ertragen, was hier von Ihnen hier verbreitet wird. Fangen wir mal an mit den grundlegenden Dingen, die Sie gesagt haben. Ja, es ist richtig, damit beginne ich, dass wir angekündigt haben, eine Karfreitagslösung zu machen. So wie Sie das auch gesehen haben, war das Anliegen, dass man die Kirchen einbindet und die entsprechenden Dinge haben sich dann auch verzögert. Darum haben wir eine Lösung am Dienstag gefunden. Es war klar von uns, dass sie am Dienstag kommen wird. Wir haben gesagt, wir möchten es selbstverständlich viel früher machen, aber es hat sich abgewandert. Aber man sieht schon einmal, worüber sich die Sozialdemokratie jetzt beklagt hat. Fünf Seiten Gesetzestext. Eins, zwei, drei und ein Absatz. Dann hinten sind Erläuterungen, also nicht mehr Gesetzestext. Ich glaube, da sind Sie nicht mehr ganz richtig auf der Seite und das sind kleine Absätze. Ich muss leider Gottes zur Kenntnis nehmen, wir hätten es gerne früher gehabt, wenn die Einigung mit den interessierten Verkehrskreisen, wie es so schön heißt, mit den Kirchen nicht so lange auch gedauert hätte. Das war uns ein Anliegen, dass wir einen breiten Konsens erzielen. Sie wollen das vielleicht nicht, Sie opponieren. Aber eines muss ich sagen, und das ist der Zustand der Sozialdemokratie, Sie können nicht mehr einfache Gesetzestexte mehr lesen. Herr Klub, bitte. Also nehmen Sie das Wort Schwachsinn einmal zurück. Ich glaube, irgendwann einmal teile ich einen Ordnungsruf. Beruhigen Sie sich einmal das ähnlich. Abgeordnete Scherer, ich mache Sie darauf aufmerksam, halten Sie wenigstens die Würde dieses Hauses ein. Danke, Herr Präsident. Mir sind zwei Dinge in dem Zusammenhang wichtig. Erstens halte ich es für doch relevant, wenn man sich in der Präsidiale auf etwas verständigt, dass man versucht, diese Zusagen auch einzuhalten und es auch tut. Wir haben uns in einer vorhergehenden Präsidiale darauf geeinigt, dass das nur noch der Ausnahmefall sein soll, dass so kurzfristig Abänderungsanträge zugestellt werden und ich glaube, es geht auch grundsätzlich darum, wie wir uns als Parlament wahrnehmen und wenn wir um 23.55, glaube ich, diesen Abänderungsantrag zugeschickt bekommen und ja, er mag nur vier Seiten haben, Herr Kollege Rosenkranz, in den vier Seiten sind auch schon vier Rechtschreibfehler drinnen. Es geht hier um die Frage, wie man als Parlament entsprechend das ernst nimmt und das ist der Punkt dahinter und ja, natürlich ist es von der Geschäftsordnung in Ordnung, aber es ist eine Frage, wie wir hier ernsthaft versuchen, Gesetze zu machen und das ist einfach nicht der richtige Weg, wie wir das momentan tun. Ich würde Sie wirklich bitten, das als Präsident auch wahrzunehmen und wenn der Herr Kollege Leichtfried Sie hier zumindest daran appelliert, das von der Tagesordnung zu nehmen, dass Sie zumindest in irgendeiner Art und Weise darauf Bezug nehmen und sagen, wie Sie damit umgehen. Der Abgeordnete Zingl hat sich zu Wort. Danke, Herr Präsident. Also zunächst einmal wundert es mich, dass Sie meine Wortmeldung nicht registriert haben. Ich zeige schon seit einer halben Ewigkeit auf, aber bitte, Sie müssen nicht überall hinschauen, das verstehe ich schon, aber dem ungeachtet, ich war in der Präsidiale, Sie waren in der Präsidiale, Sie haben gehört, was ich auch gehört habe, es hat eine Einigung in der Richtung gegeben. Der Kollege Leichtfried hat seine Vorstellung auf einem zweiten Plenartag zurückgezogen und wir wissen alle, dass uns zugesichert wurde, dass es am Montag spätestens diese Gesetzesvorlage gibt. Mich wundert, Herr Präsident, dass Sie dazu keine Meinung haben, dass Sie nicht Stellung beziehen und das ist jetzt schon das zweite Mal, dass Sie das einfach ignorieren, dass sich hier Club-Obleute zu Wort melden und zur Geschäftsordnung Ihnen irgendwie etwas unterstellen in Richtung Parteilichkeit und Sie sich nicht rechtfertigen, Sie auch nicht Zeuge sind in einer Sache, die uns alle betrifft, dass Sie jetzt in dem Augenblick, wo ich mit Ihren Rede etwas anderes durchlesen und ich finde, dass es nicht höflich ist und dass es nicht in Ordnung ist, wenn der Kollege Leichtfried eine Stehpräsidiale verlangt, die ich jetzt auch verlange und uns einfach hier links liegen lassen oder rechts, je nachdem, was ich danke. Zur Wort gemeldet zur Geschäftsordnung ist der Abgeordnete Klubupmann. Danke, Herr Präsident, also Punkt eins, ich bin auch Klubupmann und ich unterstelle dem Präsidenten Sobotka einmal gar nichts, ja, das möchte ich einmal erst entschuldigen, ja. Zweitens, also wenn wir schon beim Lesen sind, dann verlese ich den Auszug des Präsidialprotokolls. Unter anderem steht dann in diesem Zusammenhang sicher Klubupmann Rosenkranz auf Nachfrage von Klubvorsitzenden Stellvertreter Leichtfried zu, dass der Abänderungsantrag betreffend die Karfreitagsregelung allen Fraktionen am Montag, 25. Februar 2019, spätestens jedoch am Dienstag, 26. Februar 2019, übermittelt wird. Das steht im Präsidialprotokoll. Weiters, weiters, ist es uns, ich weiß nicht, könnt ihr hier überhaupt noch mal zuhören, aber bei euch geht es in der Partei auch so zu, ist ja kein Wunder nicht, ja. Den Regierungsfraktionen war es besonders wichtig, dass ein Einvernehmen hergestellt wird mit der katholischen und mit der evangelischen Kirche zu diesem Thema Karfreitag und daher haben gestern in der Früh noch intensive Gespräche stattgefunden und wie Sie ja wissen, hat ja auch dann die Bischofskonferenz auch diese Regelung begrüßt. Daher hat es noch bis in die Abendstunden hinein gedauert, bis das letzten Endes der Gesetzestext fertig war. Wir bemühen uns stets, so bald wie möglich die Texte zu übermitteln, aber es ist uns auch wichtig, mit den betroffenen Organisationen, in dem Fall waren es die kirchlichen Vertreter, auch diese Geschichte gut auszudiskutieren. Und daher sehe ich keinen Grund, dass wir hier etwas ändern, was wir tun können, das können wir besprechen, Herr Präsident, dass wir das am Schluss der Tagesordnung behandeln. Heute, das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, dann gibt es doch den ganzen Tag die Zeit, dass man sich die paar Seiten lässt und dass man sich eine Meinung bildet. So, Wort gemeldet ist der Kuperpan Rosengans. Ich darf noch ergänzen, am Tag der Präsidiale, wo das auch ins Protokoll gekommen ist, ist man seitens der Regierungsfraktionen von einem ganz anderen Modell noch ausgegangen, als überhaupt, und die Ausformulierung wäre sich mit diesem Modell ausgegangen. Das wurde im Einvernehmen und der Einbindung der Kirchen, der katholischen und der evangelischen eben auch geändert. Und das hat bis gestern gedauert. Das können Sie unter Umständen auch unter der Rubrik Normative Kraft des Faktischen sehen. Aber der Vorschlag, das durchzulesen, die Stunden noch zuzubekommen, wenn man es dann gegen Ende der Sitzung macht, da können Sie sich durchaus auch ein entsprechendes Bild machen. Es ist wirklich nicht so schwer für Politiker, für Klubreferenten und andere und vor allem für die Rechtsexperten Wittmann, Jarolim. Wenn die lesen und weniger Zwischenrufe machen, wird es vielleicht auch besser gehen. Es geht dann noch um etwas anderes. In der vorletzten Präsidiale war ausgemacht zwischen den Klubopleuten, also Klubopleuten-Stellvertreter, weil die Frau Rendi-Wagner kommt ja an sich nicht wirklich zu den Präsidialsitzungen, dass der Reservetag, Donnerstag, ein Reservetag nur deswegen nicht abgesagt wird oder schon aus der Reserve herausgelöst wird, weil wir diesen Tag wollten, um allenfalls ein Brexit-Gesetz beschließen zu können, um darauf zu reagieren. Das war der einzige Grund, warum wir gesagt haben, lassen wir diesen Reservetag noch. Und dann kommt in der letzten Präsidiale bzw. die Klubdirektoren davor, wir wollen unbedingt einen zweiten Tag haben. Sie sind sowas von durchsichtig mit Ihrer nicht aufgehenden Strategie wie nur. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte nur eines klarstellen. Ich habe, wenn wir jetzt schon in die Tiefen des Protokolls eindringen, war in der ersten Fassung des Protokolls kein Satz zum Thema Montag drinnen. Ich habe dann eine Korrektur vorgenommen, wo drinnen gestanden ist, der Herr Klubobmann-Rosenkranz hat zugesichert, dass es Montag kommt. Von Dienstag, von Dienstag war nie die Rede, Herr Präsident. Und jetzt ersuche ich zu unterbrechen, um weiter vorgehen zu können. Danke. Ich darf darauf aufmerksam machen, es gibt keine Forderung für die Unterbrechung, aber ich komme da gerne nach und dass wir eine kurze Stehpräsidiale abführen und darf die Klubob-Frau und die Klubob-Leute zu mir bitten. Also der Karfreitag, die von der Regierung vorgeschlagene Regelung, hat jetzt die Wogen ordentlich hochgehen lassen. Auslöser war der Umstand, dass der Initiativantrag, der Gesetzesvorschlag der Regierung den Klubs erst gestern um 23.54 Uhr zugesandt wurde. Zu knapp und ging die Ausmachung in der Präsidiale, sagt stellvertretender Klubchef der SPÖ, Jörg Leichtfried. Vielen Dank. Die KV-Frau Freitagsregelung wäre am Nachmittag auf der Tagesordnung, sollte am Abend abgestimmt und beschlossen werden. Mit der Neuregelung greift die Bundesregierung auch in den Generalkollektivvertrag ein, der quasi so lange existiert wie die Zweite Republik. Mit der Regelung wird der zusätzliche Feiertag für Protestanten und Altkatholiken gestrichen. Es wird die Möglichkeit des persönlichen Feiertags geschaffen. Dieser allerdings wird aus dem Urlaubskonto des Arbeitnehmers zu konsumieren sein. Der evangelische Bischof Bünker war heute schon auf der Galerie, momentan sehe ich ihn nicht. Er hat den Vorschlag der Regierung prinzipiell als gangbar bezeichnet, mit einem Wermutstropfen eben, dass den evangelischen Mitbürgern ein Feiertag gestrichen wird. Gewerkschaft und Arbeiterkammer betrachten das Ganze, nämlich auch den Eingriff in den Kollektivvertrag, als nicht akzeptabel. Vielen Dank. 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 gemacht sind, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Eine wichtige Angelegenheit, auf die ich mich konzentrieren möchte, auf die sich einige Maßnahmen in der Zukunft beziehen in diesem Bericht, das ist das Thema Desinformation und das ist das Thema Cyber Security. Warum müssen wir jetzt darüber sprechen? Weil wir stehen einfach vor der Realität, dass Expertinnen sagen, es wäre nicht überraschend, wenn auch im Zuge der Europawahlen es zu versuchen, der Beeinflussung kommen wird. Das heißt, es ist wirklich tagesaktuell. Es gibt jetzt einen europäischen Aktionsplan gegen Desinformation. Länderbüros sind angehalten, da eine Liste auch zu führen von Portalen, die Fake News verbreiten. Und es ist im Interesse unserer Demokratie, dass wir uns diesem Thema mit der notwendigen Ernsthaftigkeit und auch der Dringlichkeit widmen, die es braucht. Was jetzt aber im Vorhabensbericht dazu steht, hat alles leider sehr wenig damit zu tun. Es wird nämlich da aufgezählt, die Urheberrechtsreform, die Verhandlungen über die E-Privacy-Verordnung, Cookie-Regelungen und so weiter. Das hat zwar alles etwas mit dem Internet zu tun, aber nur, wenn wir diese Begriffe zusammenbringen in der richtigen Mischung, ist das noch lange keine Universallösung für jede Herausforderung, die irgendwas mit Digitalisierung zu tun hat. Es geht bei dem Thema Desinformation eben auch nicht um Zeitungsenden oder was auch immer, sondern um echte, gefährliche Lügenkampagnen. Es geht hier um Täuschung, es geht um die Verunsicherung der Bevölkerung und es geht auch um das Erschüttern, um die Erschütterung des Vertrauens in unsere Demokratie, die wir alle haben. Und nur um da jetzt ein paar Beispiele aufzuzeigen. Diese Lügenlawine während der Brexit-Kampagne, die Kampagne zur Verhinderung der Namenslösung Nordmazedoniens, die Verschleierung des Gifteinschlags auf Sergei Skripal und natürlich auch Desinformation, die immer schon gespielt hat und weiterhin spielt eine große Rolle im Ukraine-Konflikt. Und Russland hat gezeigt, dass es über diese Methode möglich ist, unsere Politik direkt zu beeinflussen. Wenn wir hier nichts Konkretes unternehmen, dann ist unsere Entscheidungsfähigkeit und die europäische Unabhängigkeit in letzter Konsequenz absolut in Gefahr. Wir müssen hier in die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung investieren, Medienkompetenz fördern, auch für Kinder vor allem. Und es geht auch darum, dass wir aufzeigen, wo Lügen verbreitet werden. Wir brauchen hier eindeutig einen Plan, um das Thema Desinformation wirklich anzugehen. Wir NEOS haben dazu einen Antrag eingebracht, der im Innenausschuss liegt und wir erwarten uns hier auch mehr Engagement von der Bundesregierung in diesem Thema. Zweitens das Thema Cyber Security. Die Überlebensfähigkeit der gesamten Europäischen Union hängt auch von ihrer Fähigkeit ab, sich gegen Angriffe auf ihre Werte, ihre Institutionen, auf ihre Infrastruktur und ihre Bürgerinnen zu verteidigen. Diese Fähigkeit steht aber auch in unmittelbarem Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Technologieunternehmen. Das sehen wir zum Beispiel in der aktuellen Debatte rund um den Ausbau von 5G durch chinesische Anbieter. Der Marktführer für Mobilfunkausrüstung in Europa, Huawei, ist den europäischen Konkurrenten technologisch weit überlegen und der chinesische Anbieter kann es auch sehr viel günstiger anbieten. Naja, es gibt es halt natürlich Bedenken, was könnte das für Risiken mit sich bringen und ich glaube, das ist eine legitime Debatte, dass man darüber spricht, den chinesischen Anbieter vollkommen auszuschließen. Das finde ich wiederum nicht wirklich praktikabel, weil es würde ja auch bedeuten, dass wir auf die wichtige Technologie verzichten und höhere Kosten in Kauf nehmen. Gut, europäische Staaten stehen jetzt vor diesem Dilemma. Wir können entweder das Risiko auf uns nehmen oder eben nicht. Aber wie sind wir überhaupt dahin gekommen, dass wir keine wettbewerbsfähigen europäischen Anbieter in diesem Bereich haben, wenn wir es für ein so sensibles Gebiet halten? Ein überlebens- und verteidigungsfähiges Europa braucht innovative Unternehmen, ganz besonders im Bereich der Schnüsseltechnologien. Ich glaube zumindest, dass wir uns vor die Entscheidung stellen können, was wir lieber haben oder ob wir überhaupt die Möglichkeit haben, eine Wahl zu treffen. Wettbewerbsrecht ins 21. Jahrhundert bringen ist auch ein Thema, genauso wie das Thema eines vernünftigen europäischen gemeinsamen Einwanderungswesen für Fachkräfte, für Schlüsselarbeitskräfte, die wir auch brauchen in europäischen Technologieunternehmen. Das sind alles Vorschläge, die auch NEOS auf den Tisch gelegt hat, ganz besonders zu dieser Zeit enorm wichtig. Und das wären die Themen zur Zukunft der Europäischen Union, von denen wir glauben, dass wir sie jetzt diskutieren müssen. Und da reichen keine zehn Zeilen in einem EU-Vorhabensbericht. Wir haben hier größere Erwartungen. Nun hat sich der Herr Bundeskanzler Sebastian Kurz gemeldet. Bitte, Herr Bundeskanzler. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, es wird der Jahresbericht oder die Jahresvorschau für die Europäische Union für das Jahr 2019 heute im Parlament diskutiert. Und ich kann mich in vielen Bereichen dem anschließen, was Frau Abgeordnete Gammung gerade als Herausforderungen für das Jahr 2019 in der Europäischen Union skizziert hat. Ich glaube, ganz allgemein kann man wahrscheinlich festhalten, dass ein Großteil der Herausforderungen in der Europäischen Union ja gar nicht unbedingt hausgemacht in Europa sind, sondern aufgrund unseres internationalen Umfelds entstehen. Wir haben eine Situation in den USA, die zumindest unberechenbarer für uns in Europa geworden ist. Wir haben Spannungen mit unserem großen Nachbarn im Osten, mit Russland, die sogar zu gegenseitigen Sanktionen geführt haben. Wir haben eine sehr instabile Nachbarschaft im Süden der Europäischen Union mit teilweise kriegerischen Auseinandersetzungen und zunehmendem Terrorismus, auch wenn es gelungen ist, in den letzten Jahren sehr erfolgreich dagegen anzukämpfen. Und wir haben eine wirtschaftlich gesehen neue politische Weltordnung mit einem starken Chinas, das bald schon die größte Volkswirtschaft der Welt sein wird. Verbunden damit Diskussionen nicht nur zu Sicherheitsfragen, zu Sanktionen, zum Umgang miteinander auf politischer Ebene, sondern vor allem auch zu wirtschaftlichen Fragen und zu Fragen des Freihandels. Viele der Herausforderungen, die uns in der Europäischen Union also in diesem Jahr betreffen, sind gar nicht nur urtypisch ursächlich europäische, sondern sind oftmals aufgrund unserer Nachbarn des internationalen Umfelds ausgelöst. Ganz allgemein kann man wahrscheinlich auch sagen, dass die Europäische Union in den letzten Jahren zu sehr gefangen war in der Beschäftigung mit aktuellen Krisen, mit dem Brexit, mit der Migrationsfrage, mit der Finanzkrise zuvor. Zu wenig Zeit für eine Diskussion für die Zukunft der Europäischen Union und fast schon ein Zustand der Lähmung aufgrund der Krisen und aktuellen Herausforderungen. Insofern, mit dieser Geschichte in den letzten Jahren, mit diesen internationalen Herausforderungen würde ich sagen, dass das Jahr 2019 und auch die folgenden Jahre keine einfachen für die Europäische Union werden werden. Aber ich sehe dennoch das Jahr 2019 als eine große Chance für uns in Europa. Als große Chance, weil es ein Jahr der Veränderung werden wird. Es ist ein Jahr der Wahlen zum Europäischen Parlament. Es kommt zur Bildung einer neuen Kommission und damit verbunden natürlich auch zu einer Debatte über die zukünftige Ausrichtung der Europäischen Union. Ich darf vielleicht zunächst zu den Europawahlen ein Plädoyer machen, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass möglichst viele Menschen sich an dieser Wahl beteiligen. Wir haben in Österreich bei diesen Wahlen traditionell eine zwar im Vergleich zu anderen EU-Staaten hohe Wahlbeteiligung, aber im Vergleich zu Nationalrats-, Landtags- oder Gemeinderatswahlen eine sehr, sehr niedrige Wahlbeteiligung. Und ich hoffe daher sehr, dass es gelingt, dass europaweit bei dieser Wahl die Wahlbeteiligung wieder steigt, weil Mitbestimmung der Bevölkerung einmal etwas ganz Wichtiges ist für eine Neuausrichtung der Europäischen Union. Was die Neukonstituierung der Kommission betrifft, so hoffe ich, dass es uns gelingt, diesen durchaus sehr komplexen Prozess gemeinsam zu regeln. Es wird kein schönes Bild für die Menschen in Europa machen, wenn wir uns hier in Zerstrittenheit verlieren. Es ist ein komplexer Prozess, es braucht die Zustimmung im Rat, aber auch im Parlament. Es gibt unterschiedliche Parteienfamilien, es wird auf eine Geschlechterausgewogenheit Wert gelegt werden und es wird notwendig sein, die unterschiedlichen Regionen der Europäischen Union abzubilden. Also alles andere als ein einfacher Prozess. Ich werde trotzdem alles tun, um einen Beitrag zu leisten, dass der Prozess zügig und vor allem gemeinschaftlich stattfindet. Denn ich glaube, ein Bild der Zerstrittenheit in Zeiten dieser internationalen Herausforderungen wäre das absolut Falsche für die Europäische Union. Zum Dritten, es wird auch eine Debatte über die Neuausrichtung der Europäischen Union stattfinden, verbunden mit den Wahlen und natürlich der Neuaufstellung der Kommission. Wir werden uns hier als Bundesregierung für eine subsidiäre Europäische Union stark machen. Also für ein Europa, das stärker in großen Fragen zusammenarbeitet und sich gleichzeitig in Fragen zurücknimmt, wo Regionen oder Mitgliedstaaten sehr gut alleine entscheiden können. Und zu guter Letzt wird es das Jahr sein, in dem es notwendig ist, den Brexit zu klären. Ich bin hier noch einmal mehr, möchte ich darlegen, dass ich hier klar für eine Verschiebung des Brexits bin, sollte es keine Einigung bis März geben. Es macht aus meiner Sicht absolut keinen Sinn, einen Hard-Brexit, also ein No-Deal-Szenario stattfinden zu lassen, obwohl das niemand wirklich möchte. Insofern, wenn es nicht gelingt, eine Einigung bis März zu erzielen, dann sollten wir uns gemeinsam mit Großbritannien darauf verständigen, dass wir uns mehr Zeit geben, um einen Hard-Brexit auch wirklich zu verhindern. Und darüber hinaus ist für uns das Jahr 2019 definitiv eins, wo wir proaktiv auch Themen vorantreiben können. Die finanzielle Gebahrung und Ausgestaltung der Europäischen Union, der mehrjährige Finanzrahmen wird beschlossen werden. Es werden Weichenstellungen für den Westbalkan getroffen werden. Es wird für uns die Chance geben, uns einzusetzen für ein wettbewerbsfähigeres Europa. All das sind Themen, für die wir uns in diesem Jahr stark machen. Alles in allem ein Jahr der Veränderung und somit auch ein Jahr der Chancen für uns in der Europäischen Union. Vielen Dank. Die EU war zu sehr gefangen in der Beschäftigung mit Krisen in den vergangenen Jahren. 2019 ist ein Jahr der Chancen. Es wird ein neues Parlament gewählt und es wird eine neue Kommission kommen, führte der Kanzler aus. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Herr Minister, Hohes Haus. Herr Kollege Schieder, ich muss sagen, Ihre Wortmeldung war zu Beginn der Debatte mal wieder bezeichnend. Ganz einfach, in diesem Tagesordnungspunkt soll es um den EU-Vorhabensbericht gehen und Sie bleiben mal wieder im vorigen Tagesordnungspunkt stecken. Das erinnert mich irgendwie an Ihre europäische Politik im Allgemeinen. Da bleiben Sie auch ständig stecken. Sie bleiben ständig stecken in Ihrer populistischen Angstmacher-Dauerschleife, wo Sie ständig alles, was man Sie fragt, in Ihren Presseaussendungen und sonstiges, immer auf die bösen, bösen Rechten schimpfen und mit uns titulieren, mit allen möglichen Beschimpfungen, nur nicht um die Sache reden. Das ist Ihre Europapolitik. Sehr geehrter Herr Kollege Schieder, es ist bezeichnend für die Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie befindet sich nämlich in ganz Europa auf einem absteigenden Ast. Ganz einfach deswegen, weil sie nicht mehr die Antworten auf die Probleme des 21. Jahrhunderts liefert. Wir dagegen schon, diese Regierung dagegen schon. Zum Beispiel beim Mehring-Finanzrahmen, der ein wichtiges Thema sein wird, auch 2019, wo diese Regierung vollkommen zu Recht kritisiert hat, dass es für niemanden in Österreich verständlich ist, dass wir mehr zahlen sollen und die EU gleichzeitig bei ihrem gewaltigen Verwaltungsapparat noch eine Steigerung von 20 Prozent bei den Verwaltungskosten haben möchte. Das ist mit Sicherheit nicht der Weg, den wir bestreiten wollen. Die EU sollte zuerst im eigenen System sparen, bevor Nettozahler wie Österreich noch mehr zur Kassa gebeten werden. In dem Bericht werden noch viele weitere wichtige Themen angesprochen. Alles wird de facto überlagert von den zwei bedeutendsten Themen, die auf uns zukommen werden. Das ist einerseits natürlich der Brexit und andererseits insgesamt die zukünftige strategische Ausrichtung der Europäischen Union. Und was diese strategische Ausrichtung betrifft, freut es mich ganz besonders, dass wir mit der FPÖ endlich einen Reformator in der Regierung sitzen haben, der dafür gesorgt hat, dass ein neuer Weg beschritten wird. Ein Weg weg vom blinden Zentralismus der vergangenen Jahre hin zu mehr Subsidiarität. Weg von Verteilung der Flüchtlinge hin zu mehr Außengrenzschutz. Und weg von der Türen auf Politik hin zu einer restriktiven Zuwanderung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Man erinnere sich nur ein paar Jahre zurück, als es noch eine rot-schwarze Bundesregierung gegeben hat, die an der Macht war, wo genau eine Politik auf europäischer Ebene verfolgt wurde, nämlich die Politik des geringsten Widerstandes. Ja, sehr geehrte Damen und Herren von der SPD, Sie sind nach Europa gefahren und haben dort die Meinung einfach übernommen. Das war wie bei der Essensausgabe. Sie sind hingegangen, haben das Essen genommen, das kann noch so viel Salzen verdorben oder vielleicht giftig gewesen sein, und haben es hier als Vierhaubenmenü versucht zu verkaufen der österreichischen Bevölkerung. Das war Ihre Europapolitik der vergangenen Jahre. Sehr geehrte Damen und Herren, wir dagegen, diese Regierung, diese FPÖ, setzt sich für einen anderen Kurs auf europäischer Ebene ein. Wir haben nicht nur in einem ersten Schritt, unsere Minister haben es geschafft, wie ein Herbert Kickl, wie ein HC Stracher, auf nationaler Ebene eine Politik der Vernunft einzuführen. Nein, wir haben es auch geschafft, auf europäischer Ebene einen Umdenkprozess zu bewerkstelligen. Doch dieser Umdenkprozess ist noch nicht genug. Ob es tatsächlich eine Änderung des Kurses auf europäischer Ebene geben wird, wird sich erst zeigen bei der kommenden europäischen Wahl. Nämlich auf europäischer Ebene muss diese Politik der Vernunft Einzug finden, sehr geehrte Damen und Herren. Wir wollen ein subsidiäres Europa der unabhängigen Nationalstaaten mit einem neutralen Österreich und keinen zentralistischen Superstaat aller SPÖ oder NEOS. Und die Wähler werden Sie dafür, für diese Vorstellung, diese Zukunftsvisionen auch abstrafen bei der kommenden Wahl. Petra Steger war das von der FPÖ. Sie ist die Dritte auf der Liste zum EU-Wahlkampf. Alma Sadic, Liste jetzt. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, Hohes Haus, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher. Herr Bundesminister, Großbritannien hat uns veranschaulicht, was passieren kann, wenn unsere nationalen Politiker die Europäische Union zum Sündenbock erklären. Großbritannien hat uns auch veranschaulicht, was passieren kann, wenn die Politik die Gesellschaft spaltet. Die Erfolge der Europäischen Union werden immer wieder nationalisiert. Und das kann man sehr schön sehen am Beispiel des Plastikverbots. 2016 hat bereits das Europäische Parlament abgestimmt, dass es Plastik verbieten möchte. Letztes Jahr hat uns die österreichische Regierung versucht zu verkaufen, dass es ihr Erfolg ist. Misserfolge schiebt man schnell auf die Europäische Union ab. Alles, was schiefläuft, wird auf die Europäische Union geschoben. Und das darf nicht sein. Großbritannien hat das gut gezeigt. Großbritannien hat ja, erinnern wir uns ja bitte einfach nur an die Schlagzeilen in den Tageszeitungen kurz vor dem Brexit-Referendum. Man hat versucht, die Europäische Union für alles verantwortlich zu machen, was in diesem Land schiefgelaufen ist. Für die Armut, für die Arbeitslosigkeit. Ja, gestern hat mir im Ausschuss Bundesminister Blümel auch versucht zu erklären, dass es die Migrationskrise aus dem Jahr 2015 war, die dafür verantwortlich war, dass Großbritannien ausgetreten ist. Unabhängig davon, dass unsere Bundesregierung jedes Thema, alles, was schiefläuft, für all das die Migrationskrise verantwortlich machen möchte, möchte ich hier trotzdem noch eines festhalten. Migration und Asyl sind globale Herausforderungen. Diese können wir nicht national lösen. Wir müssen sie gemeinsam in der Europäischen Union angehen. Und zu diesem Gemeinsamen gehört es, dass der Außengrenzschutz ordentlich ausgestattet wird. Dazu gehört es, dass Asyl- und Migrationspolitik in gesamten Europäischen Union harmonisiert wird. Und dazu gehört es, dass wir endlich auch die Europäische Asylagentur ausstatten. Aber im Rat hat man es nicht geschafft, eine Einigung zu finden. Und man hat es auch nicht geschafft, endlich dieses gemeinsame europäische Asylsystem voranzutreiben. Und auch unser Innenminister hat diesem Vorhaben nicht zugestimmt. Und deswegen muss das Ganze neu verhandelt werden. Also vor einer gemeinsamen Lösung sind wir weit entfernt. Ich möchte auch kurz darauf hinweisen, dass wenn wir Migration und Asyl wirklich lösen wollen, dann müssen wir uns auch auf internationaler Ebene diesen Problemen widmen. Und dazu gehört es auch, dem UN-Migrationspakt beizutreten. Denn durch unseren Nicht-Beitritt haben wir uns eine Chance genommen, hier global mitzuwirken und global mitzugestalten. Denn während sich die anderen Staaten ausmachen, wie man Migration und Asyl in den Griff bekommt, steht Österreich irgendwie daneben und kann sich leider nicht einbringen. In diesem Bericht, den wir heute diskutieren, steht aber noch eine interessante Sache, die ich gern vorlesen möchte, der ich auch voll und ganz zustimme. Und ich finde, man soll Sachen, die man gut findet, auch hervorheben. Da findet sich nämlich der folgende Satz. Für Österreich ist die Wahrung der europäischen Grundwerte zentral. Hier kann es keine Abstriche geben. Rechtsstaatlichkeit ist ein zentraler Grundpfeiler für jede funktionierende Demokratie. Und das kann ich nur unterstreichen. Und ich finde es großartig, dass sich Österreich dazu bekennt. Und ich möchte eines erwähnen. Zu diesen europäischen Grundwerten gehört auch die persönliche Freiheit. Zu diesen europäischen Grundwerten gehört auch der Schutz vor willkürlicher Verhaftung. Zu diesen europäischen Grundwerten gehört es auch, dass nicht aufgrund nebulöser Gefährdungsprognosen Menschen eingesperrt werden. Und dazu gehört es auch, dass jeder Mensch vor dem Gesetz gleich ist. Egal welcher Nation, egal welcher Religion, egal welche Hautfarbe er hat, wie er aussieht und woher er kommt. Jedes dieser Gesetze ist für jeden Menschen gleich. Meine Damen und Herren, ganz Europa schaut derzeit auf uns. Ganz Europa schaut uns, weil der Innenminister uns versucht hat zu erklären, dass er gerne die Verfassung ändern möchte. Dass er gerne die Verfassung ändern möchte, weil er einen neuen Haftgrund einführen möchte. Einen Haftgrund, der auf irgendwelche Gefährdungsprognosen basieren soll. Und wer diese Gefährdungsprognosen abgeben will oder wird, ist uns immer noch nicht erklärt worden. Er hat in einer Pressekonferenz gesagt, naja, das könnten ja die Beamten des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl machen. Diese Beamten, meine Damen und Herren, sind weisungsgebunden. Sie unterstehen dem Innenminister. Und wenn die Gefährdungsprognosen dafür abgeben sollen, dass Menschen eingesperrt werden, dann ist das nicht demokratisch, es ist nicht rechtsstaatlich und es hat nichts mit der Gewaltenteilung zu tun. Das muss man mal dem Innenminister erklären und ich hoffe, die Bundesregierung wird das tun. Ganz Europa schaut auf uns zu, weil der Innenminister sich vorbehalten will, durch die Einführung dieser Verfassungsbestimmung, will sich der Innenminister vorbehalten, mit einfacher Mehrheit Gesetze zu beschließen, mit denen er bestimmte Bevölkerungsgruppen unter dieses Verfassungsgesetz bringt und somit die Möglichkeit hat, jederzeit mit der Regierungsmehrheit bestimmte Bevölkerungsgruppen ohne konkreten Tatverdacht, ohne eine unmittelbar drohende Straftat einzusperren. Und er nennt das Sicherungshaft, er nennt das Präventivhaft. Und in der Geschichte haben wir solche Präventivhaften und Sicherungshaften und Schutzhaften und Internierungslager zuhaufen gehabt. Und wir leben in einer europäischen Union, in der wir gesagt haben, dass wir so etwas nicht wollen. Niemand soll eingesperrt werden, ohne dass es dafür einen konkreten Tatverdacht gibt. Das entspricht nämlich nicht unseren Grundwerten. Und ich muss sagen, ich bin davon überzeugt, dass es auch bei der ÖVP Abgeordnete gibt, die hier aufstehen werden und Nein sagen werden, wenn es darum geht, unsere Grundwerte zu beschränken. Vielen Dank. Als nächster hat sich der Herr Bundesminister Mag. Blümel gemeldet. Bitte, Herr Minister. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Werte Kollegin Sadic, ich bin ein wenig verwundert über die Art Ihrer Wortmeldung, denn ich habe angenommen, der Tagesordnungspunkt, um den es jetzt gerade geht, ist die EU-Jahresvorschau 2019. Und wenn ich da hineinschaue in den sehr kompetent und kompakt gestalteten Bericht, dann geht es um Tagungen des Europäischen Rates, die Vorhaben betreffen der Zukunft Europas, institutionelle Angelegenheiten, mehrjährige Finanzrahmen, viele andere Themen bis hin zur Erweiterung. Aber das Thema, das Sie der Regierung vorwerfen, ständig aufspielen zu wollen, nämlich Migrationspakt, Migrationskrise oder die Frage, wie der Innenminister Maßnahmen setzt, ist nicht darin enthalten. Ich frage mich, ob nicht Sie scheinbar ein größeres Interesse an diesen Themen haben als alle anderen und das nur uns vorwerfen, weil Sie es selbst brauchen. Ich möchte mich daher auch an die Fakten halten und an das, was die EU-Jahresvorschau hergibt und was die großen Themen für 2019 sein werden. Der Herr Bundeskanzler ist bereits auf einige dieser Themen eingegangen und natürlich wird die Frage, in welcher Art und Weise Großbritannien die Europäische Union verlässt, auch dieses nächste halbe Jahr prägen. Nachdem der nächste Tagesordnungspunkt, aber auch das sogenannte Brexit-Gesetz ist, möchte ich nicht zu detailliert darauf eingehen, weil wir das noch tun werden können in der nächsten Debatte, aber das als Anlass nehmen, um vielleicht auch einen gegenteiligen Aspekt einzubringen. Die Tatsache, dass die Europäische Union allgemein als Erfolgsprojekt gesehen wird, beruht auch auf der Tatsache, dass es ein Friedensprojekt ist, ein Projekt, das Wohlstand geschaffen hat, nach Jahrhunderten de facto des Krieges innerhalb der europäischen Staaten. Und deswegen war es umso unglaublicher für mich und für viele andere, als sich Großbritannien dafür entschieden hat, diese Union, dieses Erfolgsprojekt jetzt zu verlassen. Ich halte das für eine Katastrophe für beide Seiten und egal, wie es ausgehen wird, wir schaffen es nur, die geringstmögliche Lose-Lose-Situation zu erreichen und keine Win-Win-Situation mehr. Ich halte es aber für umso wichtiger, gerade in einer solchen Situation auch den gegenteiligen Aspekt hervorzuheben, der wesentlich ist, nämlich die Frage, in welche Richtung sich die Europäische Union erweitern kann. Und da ist es Tradition der österreichischen Außenpolitik, für eine klare Beitrittsperspektive der Staaten am Westbalkan einzutreten, aus vielen verschiedenen Gründen. Einerseits, weil wir einen historisch engen Connect zu diesem Bereich Europas haben, andererseits aber auch, weil wir uns entscheiden können, ob wir als Europäische Union Stabilität exportieren oder Instabilität importieren wollen. Und die Beitrittsperspektive für alle Staaten am Westbalkan, natürlich unter Auflagen, ist ein unglaublicher Motor für Weiterentwicklung, für Veränderung, für rechtsstaatliche Reformen in diesem Bereich und für die proeuropäischen Kräfte. Und dafür haben wir uns während der Ratspräsidentschaft eingesetzt. Und das ist auch ein Schwerpunkt im nächsten Halbjahr während der rumänischen Ratspräsidentschaft. Wir machen das aus Österreich traditionell. Deswegen, wie gesagt, auch Schwerpunkt, weil es notwendig ist, dass diese Länder einen Anreiz haben, sich in die richtige Richtung zu entwickeln. Und es gibt eine Dynamik, die sich entwickelt hat, auch während der österreichischen Ratspräsidentschaft, die hoffen lässt, dass eine positive Entwicklung vorgezeichnet ist. Ich spreche davon, dass ein jahrzehntelanger Streit zwischen jetzt der Republik Nordmazedonien und Griechenland beigelegt worden ist. Ein Streit, der die Weiterentwicklung von Nordmazedonien blockiert hat, in jede Richtung. Und es ist schön zu sehen, dass auch während unserer Präsidentschaft, und ich war kurz vor dem Referendum in Mazedonien, es einen Schritt in die richtige Richtung gegeben hat. Was damit passiert ist, ist eine Dynamik, die vielleicht auch dazu beitragen kann, dass andere Konflikte in dieser Region gelöst werden. Ich spreche da vor allem vom Belgrad-Pristiner-Dialog, der einen Schritt in die richtige Richtung auch während der österreichischen Ratspräsidentschaft gegangen ist. Ich möchte aber auch den Damen und Herren in Nordmazedonien Dank und Anerkennung aussprechen, dass sie sich für diesen Schritt entschieden haben. Die haben per Verfassung den Namen ihres Landes geändert, um die internationale Blockade zu beenden. Und das verlangt auch großen Respekt, denn ich möchte nur darauf hinweisen, was oft in Österreich passiert, wenn man aufgrund von notwendigen Verwaltungsreformen Bezirke zusammenlegt und da Verwaltungsgrenzen ändert, ohne substanziell in die Verfassung oder Selbstbestimmung einzugreifen. Das ist oft sehr schwierig und auch mit vielen medialen Debatten verbunden. Dieses Land hat es geschafft, den Namen eines ganzen Staates zu ändern, dadurch eine internationale Blockade aufzulösen und dadurch einen Weg Richtung Europa auch möglich zu machen. Diesen wollen wir weiter unterstützen, weil, wie gesagt, es notwendig ist, eine klare Perspektive für diese Staaten am Westbalkan aufzuzeigen. Ich lege da so viel Gewicht darauf, weil uns das als österreichische Bundesregierung auch im nächsten halben Jahr besonders wichtig ist. Vielen Dank. Nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU soll die Europäische Union die Erweiterung und die Staaten auf dem Westbalkan vorantreiben, sagte EU-Minister Blümel. Nikolaus Berlakowitsch, ÖVP, ehemaliger Landwirtschaftsminister aus dem Burgenland, ist nun an Bord. Herr Präsident, Herr Bundesminister, hohes Haus. Herr Bundesminister, Europa befindet sich in turbulenten Zeiten. Zum einen die Flüchtlingsbewegung und Migrationskrise. Und Frau Kollegin Sadic, Sie können doch nicht leugnen, dass die Flüchtlingsbewegung, die Migration Europa nachhaltig verändert hat. Dieser Vorwurf ist ja nicht den flüchtenden Menschen zu machen. Aber Faktum ist, dass die Bewegung politische Regierungen weggespült hat, radikale Gruppen hervorgebracht hat, dass sie Europa an ihre Grenzen geführt hat, wo man gesehen hat, die gemeinsame Europäische Union ist nicht solidarisch, wenn gewisse Staaten sagen, wir nehmen Flüchtlinge nicht auf. Wie funktioniert es mit dem Außengrenzenschutz? Also das zu leugnen, wäre ja ein Kopf in den Sand stecken. Faktum ist, man muss sich dieser Sache stellen. Und das hat auch gezeigt, dass Europa eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik braucht, einen effektiven Außengrenzschutz und Ähnliches. Aber die Turbulenz setzt sich fort. Brexit mit jeden Tag neun Meldungen aus dem Vereinigten Königreich. Es scheint dort sehr chaotisch zuzugehen, jedenfalls sehr turbulent. Italien hängt wie ein Damoklesschwert mit seiner wirtschaftlichen Entwicklung permanent über der Europäischen Union. Und letztendlich fällt das alles in eine Zeit, wo es Wahlen zum Europäischen Parlament gibt. Also für Turbulenz ist gesorgt. Und da ist Stabilität ganz wichtig. Und die Europäische Kommission bemüht sich um die Stabilität. Dieses Jahresprogramm, das vorgelegt wurde, soll Stabilität geben, in dem es nämlich heißt, dass Versprechen eingelöst werden und Zukunft gestaltet wird. Wie geht es weiter mit den verbleibenden 27 Mitgliedstaaten, wenn jetzt UK wirklich die Europäische Union verlässt? Wie kann man Wachstum generieren, Arbeitsplätze schaffen? Wie kann man aber auch eine nachhaltige Energieversorgung sichern, Stichwort Energieunion, dem Klimawandel begegnen, den Menschen Sicherheit geben? Und natürlich auf Basis unserer gemeinsamen europäischen Werte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und vor allem Freiheit. Und zur Stabilität gehört meiner Meinung nach Offenheit. Wir haben gestern im EU-Unterausschuss mit Bundesminister Blümel, finde ich, eine sehr gute Diskussion gehabt. Nämlich, ich teile seine Meinung, es ist wichtig, dass wir die Probleme der Europäischen Union offen ansprechen. Nicht darüber zu diskutieren, wäre völlig falsch. Ich finde, das ist ein wesentlicher Teil einer wahrhaftigen, ehrlichen Politik. Wenn die Anliegen der Menschen nicht mehr angesprochen werden, wenn sie verschwiegen werden oder gar verdrängt werden, sagt die Bürgerin der Bürger, die Politik versteht uns nicht, dieses gemeinsame Europa versteht uns nicht mehr. Daher müssen wir handeln und diese Themen offensiv verändern. Und auch der Europäischen Union kritisch gegenüberstehen. Die Europäische Union ist work in progress. Das ist ein Prozess, der ständig, wie man hier zuletzt gesehen hat, einer Veränderung bedarf. Und daher muss es kritisch betrachtet werden und auch zum Positiven verändern. Nur dann kann man einen echten Fortschritt und eine Weiterentwicklung der Europäischen Union erzielen. Es wird sich Europa nach der Wahl zum Europäischen Parlament neu aufstellen. Kommissionspräsident neu, Ratspräsident neu, hohe Vertretung der Außenpolitik neu, Europäische Zentralbank neu, Präsident des Eurogipfels neu. Da braucht es starke politische Führungspersönlichkeiten. Sebastian Kurz ist eine solche, die sich auch international bemüht, den europäischen, den österreichischen Standpunkt klar zu unterstreichen. In den USA zuletzt, bei der Arabischen Liga und in vielen anderen Bereichen. Wir müssen eine attraktivere Europäische Union haben, damit sie die Bürger akzeptieren. So gesehen ist auch der mehrjährige Finanzrahmen zu sehen, der diskutiert wird. Der soll ja Stabilität über eben mehrere Jahre geben. Und da wird es noch sehr heiße Debatten geben, wenn immerhin UK austritt. Die tragen 15 Prozent zum BIP der Europäischen Union bei. Ist einer der größten Nettozahler. Und dieses Geld fehlt. Insofern ist die österreichische Position ja richtig zu sagen, die EU muss, wenn sie kleiner wird, effizienter werden und sparen. Im Vorschlag der Europäischen Kommission ist zum Beispiel drinnen, dass für Verwaltung und für Personal 23 Prozent mehr Geld ausgegeben wird. Also gerade das Gegenteil davon, was Österreich veranschlagt. Und daher ist es richtig, darüber nachzudenken, wie man eben dort auch, wenn wir, und ich mache ja überhaupt kein EU-Bashing, aber es muss erlaubt sein zu sagen, hier muss das hinterfragt werden. Letztendlich geht es darum, dass eine Einstimmigkeit notwendig ist. Und letztendlich geht es auch darum, abschließend, dass die Westbalkanstaaten eine Perspektive bekommen. Nordmazedonien wurde erwähnt. Gerade die Europäische Union tut sehr viel in dieser Region, in finanzieller Hinsicht, in gesellschaftspolitischer Hinsicht. Wir müssen da nicht unser Licht unter den Schäffel stellen. Aber dieses Thema wurde von Österreich vorangetrieben und soll es auch in Zukunft so sein. Herzlichen Dank. Als nächstes wieder einer der Hauptakteure im heutigen Sitzungsverlauf. Als nächster Herr Abgeordneter. Ja, gleich der stellvertretende Klubchef der SPÖ. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne. Es liegt ein Schatten über diesen Vorhabensbericht. Und es ist meines Zugangs nach der Brexit. Es ist eine große Katastrophe für alle Beteiligten. Und ich frage mich schon lange, wie ist es dazu gekommen? Was ist da passiert, dass ein Land die Europäische Union in derartigen Chaos verlässt? Und das spielen sicher mehr Dinge mit. Aber eines ist schon klar. Es ist eine Art von Politik in Großbritannien passiert. Eine Politik des Spaltens, des Hetzens, des Aufhetzens. Der Fake News der Unwahrheiten. Eine schlechte, konservative Politik, geschätzte Damen und Herren. Und jetzt bekommen wir in Österreich ein Beispiel vorgeführt, wie das geht, die Menschen vor der Europäischen Union zu entfremden. Dann nimmt diese Bundesregierung den Menschen einen Feiertag weg, einen Urlaubstag weg und sagt am Ende, die Europäische Union ist schuld. Das ist genau die Politik, die zu Brexit geführt hat, geschätzte Damen und Herren. Einen Feiertag stehlen und die EU verantwortlich machen. Das ist das, was auch in Großbritannien wahrscheinlich geschehen ist. Und wir sind ja, wir haben ja Glück gehabt, in Wahrheit. Wir haben ja Glück gehabt, dass es bei uns nicht so weit ist. Weil wir haben eine Partei in unserer Mitte, die bekennt sich ganz offen zum Öxid. Die Freiheitlichen hat der Herr Strache, darf zitieren, gesagt. Raus aus dieser EU, hat der Herr Strache gesagt. Raus aus dieser zentralistischen und bevormundenden EU, hat der Herr Strache gesagt. Natürlich auch ein Exit oder Oxid kommt in Frage. Das ist der Vorsitzende dieser Partei, die jetzt so tut, als geht sie das nicht an. Das ist ja unglaublich, geschätzte Damen und Herren. Und ich sage Ihnen offen, ich wäre ja gelassener. Weil jetzt tun Sie so, als ob diese Zeit vorbei ist. Das ist die neue FPÖ jetzt. Da ist die neue ÖVP, da ist die neue FPÖ. Alles neu. Aber, aber, dann möchte ich Ihnen schon ein paar Fragen stellen, geschätzte Damen und Herren von der FPÖ. Wie ist das mit dem Herrn Salvini, Ihrem besten Freund, der sich jetzt rechtfertigen muss, dass er 30 Millionen von den Russen bekommen hat? Ich frage Sie, wie viel haben Sie von den Russen bekommen, um die EU vielleicht zerstören zu können damit? Wie viel haben Sie bekommen? Beantworten Sie das. Oder welche Pläne wurden beim Treffen des Herrn Strache mit der Frau Le Pen besprochen, mit der Frau Le Pen, die die Europäische Union zerstören möchte und sich dazu bekennt, diese Europäische Union zu zerstören? Und ich frage Sie, ich frage Sie abschließend, welcher Teufel hat den Herrn Wilimski geritten, dass er in der ZIB 2 sagt, er möchte das Europaparlament abschaffen, geschätzte Damen und Herren, das ist ja wirklich unglaublich. Ich und die österreichische Sozialdemokratie wollen weder Brexit noch Öxit und diese unterschiedliche Haltung werden Sie auch bei den Wahlen zum Europäischen Parlament zu spüren bekommen, geschätzte Damen und Herren. Dankeschön. Nach Leichtritt kommt einer der um ein Mandat für das EU-Parlament antritt, Roman Haider. Listen vierte der freiheitlichen EU-Wahlliste. Frau Präsidentin, Herr Bundesminister Hoheshaus, ja, der Kollege Leichtfried. Da liegen die Nerven blank, da liegen die Nerven blank bei den roten Genossen im Arbeiterkammer-Wahlkampf. Da liegen die Nerven blank. Da ist kein Schmutzkübel zu dreckig, als dass man nicht mit beiden Händen reingreifen und um sich, wild um sich werfen würde mit dem Schmutzkübel. Da führt die Arbeiterkammer einen Prozess bis zum Europäischen Gerichtshof und nur, und diesen roten Arbeiterkammer-Funktionären ist es ja nur darum gegangen, einen aus Ihrer Sicht sinnlosen Feiertag für einige christliche Konfessionen zu streichen und wegzubekommen. Und jetzt, wo diese Bundesregierung eine Lösung dafür gefunden hat, die auch von den Religionsgemeinschaften für gut befunden wird, jetzt passt es den roten natürlich wieder nicht. Eh, ganz klar, es ist Arbeiterkammer-Wahlkampf und da ist kein Schmutzkübel zu dreckig. Da ist kein Schmutzkübel zu dreckig. Und wenn sich der Kollege Leichtfried auch noch herausstellt und zum Brexit seine Fake News, muss man ja wirklich dazu sagen, zum Besten gibt. Lieber Kollege, dir sei eins in Erinnerung gerufen. Genau in dem Moment, wo die Bilder von der österreichischen Grenze, als wir von Migranten horden, unkontrolliert überrannt worden sind, als diese Bilder im britischen Fernsehen zu sehen waren, da hat sich der Brexit entschieden. Und das ist euer roter Beitrag zur Spaltung Europas. Es war ein sozialistischer Bundeskanzler, der die Grenzen geöffnet hat. Es war dann der spätere sozialistische Kanzler, der sich als ÖBB-Chef, als Oberschlepper der Nation hier verdient gemacht hat. Herr Abgeordneter Heider, ich würde Sie ersuchen, das Wort Oberschlepper zurückzunehmen, weil wir uns darauf verständigt haben, dass stafrechtlich relevante Tatbestände als Vorwurf die Würde des Hauses verletzen. Und daher suche ich Sie und sich im Ton auch ein wenig zu mäßigen. Ich habe es zwar hier schon zwei oder dreimal gesagt, wenn es Ihnen nicht recht ist, dann nenne ich ihn Reiseleiter. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gehen wir wieder zu dem Bericht, um den es hier heute eigentlich geht. Derartige Berichte, und das haben Sie halt manchmal so an sich, sind sehr allgemein gehalten. Und da lohnt es sich auch, weiterführende Dokumente, auf die sich diese Berichte beziehen, zu lesen. Und da möchte ich wirklich auf ein ganz besonderes Problemfeld hinweisen. Und das ist die beabsichtigte Vertiefung der Bankenunion, wie sie in der gemeinsamen Erklärung von Rat, Kommission und Parlament gefordert wird. Und zwar geht es mir da um die dritte Säule der Bankenunion, um die gemeinsame Einlagensicherung. Mit guten Gründen haben wir diese gemeinsame Einlagensicherung immer, immer abgelehnt. Und daran wird sich auch weiterhin nichts ändern. Die verschiedenen Einlagensicherungen in Österreich, die stehen auf einer soliden Basis und sind von den heimischen Sparern gut gefüllt worden. Und eine Überführung dieser heimischen Einlagensicherung in eine europäische Einlagensicherung wäre eine deutliche Verschlechterung für die Österreicher und im Endeffekt eine Ausweitung der Transferunion. Und das lehnen wir Freiheitliche im ureigensten österreichischen Interesse auch strikt ab, nicht mit uns. Und weil ich ein neugieriger Mensch bin, habe ich mir auch noch einige andere Berichte angeschaut, auf die sich der Vorliegende bezieht. Und zwar auf die EU-Jahresvorschau, was die Familienpolitik betrifft. Ich lese es einfach einmal nur fünf Titel vor, mit denen sich die EU da beschäftigen will. Das ist einerseits ein Vorschlag für eine Richtlinie des EU-Parlaments und des Rates zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige. Andererseits ein Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung, ungeachtet der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung. Vorschlag für eine Richtlinie des EU-Parlaments und des Rates zur Gewährleistung einer ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern unter den nicht geschäftsfügenden Direktoren und Aufsichtsratsmitgliedern, börsennotierter Gesellschaften und über damit zusammenhängende Maßnahmen. Und last but not least, den Beitritt der Europäischen Union zum Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt, die Istanbul-Konvention. Das sind durchaus Themen, die unterstützenswert sind. Nur alle diese Themen, die ich gerade aufgelistet habe, haben ein Problem. Sie haben nichts, aber auch schon gar nichts, nicht das Geringste, mit dem Binnenmarkt zu tun. Sie haben nichts mit der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik zu tun. Und sie haben auch nichts mit der dritten Säule, Sie merken schon, das sind die drei Säulen der EU, nichts mit der gemeinsamen, mit dem Bereich Justiz und Polizeizusammenarbeit zu tun. Überhaupt nichts. Das sind alles Bereiche, in die sich die EU nicht einzumischen hat, die nicht zu den drei Säulen, zu den drei ureigensten Agenden der EU gehören. Und genau dazu hat die EU uns Richtlinien und Vorlagen und Vorschläge ununterbrochen gemacht. Und das muss aufhören. Das ist die eine Seite, dass sich die EU einmischt in Bereiche, wo sie überhaupt nichts verloren hat. Und auf der anderen Seite, dort wo es Sinn machen würde, da wo wir Zusammenarbeit brauchen, etwa beim Schutz der gemeinsamen Außengrenzen, da versagt die EU desaströs, da versagt sie katastrophal. Und gerade in diesen Bereichen, da wäre es sinnvoll, dass in der EU was weitergeht und da passiert gar nichts, da versagt sie kläglich. Und jetzt zum Abschluss noch ein kleines Beispiel aus auch diesem Familienbericht, um den ideologischen Irrsinn aufzuzeigen, der in der EU um sich greift. Eines der elf Jugendziele der EU, man höre und staune ist, und das zitiere ich, ist die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Sie haben richtig gehört, aller Geschlechter. Da steht nicht beider Geschlechter, da steht auch nicht Gleichstellung von Mann und Frau, Nein, da steht wirklich drin, die Gleichstellung aller Geschlechter. Ganz wie es diese linkslinken Brachialideologen in ihrem Zerstörungswahn machen, da ist es völlig wurscht, was die Naturwissenschaften sagen. Jetzt gibt es offensichtlich in der EU nicht mehr Zweigeschlechter. Nein, nein, es gibt viele, alle, was weiß ich alles. Das haben wir nötig gehabt. Danke, bravo EU. Das wird es mit uns in Zukunft nicht mehr spielen. Das muss in der EU endlich aufhören. Und darum komme ich zum Schluss. Wir müssen hinkommen wieder zu einer EU, die das Wohl der Bürger Europas in den Mittelpunkt stellt. Wir brauchen weniger Brüssel, wir brauchen wieder mehr Österreich. Nach dem Freiheitlichen Haider hat sich die Freiheitliche Stege zu einer tatsächlichen Berichtigung gemeldet. Danke, Frau Präsidentin. Der Kollege Leichtfried hat fälschlicherweise behauptet, dass unser Spitzenkandidat und EU-Delegationsleiter Harald Wilimsky in der ZIB 2 bei Armin Wolf gesagt haben soll, dass er das EU-Parlament abschaffen will. Ich korrigiere tatsächlich. Er hat lediglich eine Reduzierung der Kommissionsmitglieder beziehungsweise eine mögliche Halbierung des EU-Parlaments der Abgeordneten vorgeschlagen als Möglichkeit, dass die EU einmal in ihrer eigenen Verwaltung spart, anstatt dass wir immer mehr als Nettozahler einzahlen in die EU. Und das ist ein richtiger und sinnvoller Vorschlag gewesen. Als nächster Herr Abgeordneter Dr. Peter Pilz. Ja, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen, zu den wissenschaftlichen Ausführungen meines Vorredners werde ich mich nicht äußern. Zu einer kurzen Bemerkung des Herrn Bundesminister. Sehr wohl, Herr Bundesminister, wenn meine Kollegin Alma Sadic hier über eine europäische Richtlinie spricht und darüber spricht, wie der Missbrauch dieser europäischen Richtlinie durch den Innenminister zu auch großem Schaden für die europäische und menschenrechtliche Position der Republik Österreich weit über Europa hinaus führen kann, dann ist es nicht ihre Aufgabe, ihr zu erklären, dass sie das hier nicht zu diskutieren hat. Herr Bundesminister, Sie werden uns nicht erklären, vielleicht ist es in Ihrer Partei und in der FPÖ üblich. Im österreichischen Nationalrat ist es nicht üblich, dass ein Minister versucht, Abgeordneten, insbesondere der Opposition, zu erklären, worüber Sie in diesem Plenum zu reden haben. Und deswegen reden wir über die Art und Weise, wie die Bundesregierung mit Europa umgeht und welcher Schaden der Republik Österreich und den Grundrechten dieser Republik und den Grundrechten dieser Europäischen Union von der Bundesregierung und insbesondere von der Freiheitlichen Partei drohen. So, und jetzt komme ich noch einmal zur Aufnahmerichtlinie, weil wir dürfen nicht nur darüber sprechen, wir müssen darüber sprechen. Das ist eine der wichtigen und großen Auseinandersetzungen der nächsten Monate und das wird nicht nur von Brüssel aus sehr genau beobachtet, was hier der österreichische Innenminister vorhat. Kurz zum Sachverhalt, der uns allen bekannt ist. Es ist noch ausständig eine Untersuchung darüber, wer politisch die Verantwortung dafür trägt, dass ein 14-fach Vorbestrafter, der aus Österreich zu Recht ausgewiesen worden ist, Mittelschleppern wieder eingereist ist und einen Mord in Dornbirn an einem österreichischen Beamten begangen hat, wer dafür verantwortlich ist, dass diese Person zum Tatzeitpunkt nicht in Schubhaft gesessen ist. Jetzt kommen Kolleginnen und Kollegen der Freiheitlichen Partei vom Innenminister angefangen her und sagen, Schuld ist die fehlende Umsetzung einer europäischen Richtlinie. Das ist eine tolle Neuigkeit von Seiten der Freiheitlichen Partei, dass wir mehr europäische Richtlinien umsetzen sollen. Das heißt, Schuld ist das Parlament, weil es säumig ist in der Umsetzung einer europäischen Richtlinie. Aber alle Fakten deuten darauf hin und das muss untersucht werden, Schuld ist Behördenversagen. Nach § 76 Fremdpolizeigesetz hätte dieser Herr selbstverständlich und rechtzeitig in Schubhaft genommen werden können und es gibt eine einzige Person, die politisch dafür verantwortlich ist, dass diese Schubhaft nicht verhängt worden ist und damit Schlimmstes verhindert hätte werden können, das ist der Innenminister der Republik Österreich. Das ist der einzige politisch Verantwortliche und ich plädiere für eine benible parlamentarische Untersuchung, um diese Verantwortung festzustellen. Und was passiert jetzt? Jetzt kommen freiheitliche Richtlinien, Umsetzer und sagen, ja, da müssen wir jetzt ändern das Bundesverfassungsgesetz über den Schutz der persönlichen Freiheit aus 1988. Und was will der Innenminister ändern? Er hat es ganz klar gesagt bei seiner Pressekonferenz am 25. Februar. Er will, dass es einen neuen präventiven Haftgrund gibt, bevor noch eine Tat begangen worden ist. Einen präventiven Haftgrund, nämlich die Gefährdung der nationalen Sicherheit und der öffentlichen Ordnung. Wenn heute meist jüngere Männer in aufrisierten Golf-GTI in Richtung Wörthersee fahren, dann nehmen nicht nur Kärntner Polizisten an, dass es zu einer eigentlich mit Sicherheit der erwarteten Störung der öffentlichen Ordnung kommen wird. Natürlich sagt jetzt der Innenminister, nein, ich meine nicht, die Golf-GTI-Fahrer ist nur Asylwerber, aber vergessen wir eines nicht. Wenn die Verfassung einmal geändert wird, das steht dann nicht so in der Verfassung drin, dann kann jede Regierungsmehrheit einfach gesetzlich feststellen, um wen es geht. Und das ist die große Gefahr. Und das ist die Gefahr, über die wir rechtzeitig reden müssen und die wir rechtzeitig abwenden müssen. Und dann können es andere sein, dann können es Tierschützer sein, dann können es Umweltaktivistinnen sein, dann kann es sein, wer immer der freiheitlichen Partei nicht passt. Und was passiert, wenn jemand der freiheitlichen Partei nicht passt? Das sieht man im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Na, was ist dort passiert? Obwohl die Beamtinnen und Beamten durch österreichische Gesetze eindeutig geschützt sind, ist unter dem Vorwand einer Hausdurchsuchung ein Angriff gestartet worden, der es unmöglich macht, dass in der Art und Weise, wie es die öffentliche Sicherheit verdient, dort noch die Arbeit des Verfassungsschutzes geleistet werden kann. Und niemand kann uns garantieren, dass eine Regierungsmehrheit nicht auf andere Personengruppen zielt. Und, werte Kolleginnen und Kollegen, dieser Nationalrat hat viele Aufgaben, aber er hat eine hervorragende Aufgabe, die Grund- und Freiheitsrechte in dieser Republik ohne Wenn und Aber zu schützen. Und diese Grund- und Freiheitsrechte sind heute durch die Freiheitliche Partei und sind heute durch den Innenminister gefährdet. Wir werden den Fall untersuchen und wir werden alles tun, dass wir die Verfassung vor der Freiheitlichen Partei schützen. Herzlichen Dank. Nach Peter Pilz hat sich eine ehemalige Listenkollegin nun Fraktionslose zu Wort gemeldet. Martha Bissmann. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, vielen Dank für die Vorlage Ihres gemeinsamen Berichtes über die EU-Jahresvorschau 2019, auch wenn das Jahr schon längst begonnen hat. Mich hat vor allem das Kapitel Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung interessiert. Es ist ja nicht zu ausführlich geraten, dieses Kapitel. Auch in Ihren Ausführungen, Herr Bundesminister, haben Sie das Wort nachhaltige Entwicklung kein einziges Mal ausgesprochen. Mich hat aber gefreut beim Durchlesen, dass unser Bundeskanzler vorhat, nächstes Jahr im Juli 2020 in New York vor dem hochrangigen politischen Forum Österreichs Fortschritte in der Umsetzung der Agenda 2030 zu präsentieren. Was heißt das genau? Das heißt, dass der Bundeskanzler vor der Weltöffentlichkeit, vor der Weltgemeinschaft seine Leistungen für die Sicherstellung einer nachhaltigen Zukunft in Österreich präsentiert. Was hat er gemacht? Was hat er geleistet? Was hat er nicht geleistet? Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung, wie in den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, den Sustainable Development Goals, kurz SDGs, in 17 Bereichen ausgeführt. Das ist ein Thema, das alle Lebensbereiche umspannt, das alle unsere Ministerien betrifft, alle unsere Minister Ministerinnen. Ich habe im letzten Jahr an alle Ministerien Anfragen eingereicht und den Stand der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen abgefragt und wie die Ministerien die Nachhaltigkeitsziele in ihrer täglichen Arbeit integrieren. Die Antworten waren ernüchternd. Alle Ministerien, außer das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, haben sich wenig zuständig gefühlt. Viele haben auch aufs Nachhaltigkeitsministerium verwiesen. Abgesehen von wenigen Einzelinitiativen in Richtung Nachhaltigkeit fehlt mir aufseite der Ministerien ein interdisziplinärer Ansatz, der die Querschnittsrelevanz der nachhaltigen Entwicklung, vor allem der Klimapolitik, Rechnung trägt. Das Nachhaltigkeitsministerium, das ja zuständig ist für solche Fragen, nachdem fehlt die dazu notwendige horizontale ressortübergreifende Weisungsbefugnis über andere Ministerien. Was könnte hier die Lösung sein, um der nachhaltigen Entwicklung institutionell Vorrang zu geben in Österreich? In Dänemark, in Deutschland und bestimmt auch in anderen Ländern, von denen wir noch nichts wissen, wird gerade der Vorschlag debattiert und zum Teil auch schon umgesetzt, den Ministerien übergeordnete Nachhaltigkeits- und Klimastabsstellen einzurichten. Eine derartige Einrichtung in Österreich könnte ein Klimaschutz Staatssekretariat sein, ein Nachhaltigkeitsstaatssekretariat. Das könnte man auch während einer laufenden Legislaturperiode einrichten. Sehr geehrter Herr Bundesminister, stellen Sie sich vor, Sie könnten nächstes Jahr an der Seite unseres Bundeskanzlers der Weltöffentlichkeit einen derartig innovativen institutionellen Vorschlag präsentieren. Andere Regierungen würden vor Ihnen, vor uns Schlange stehen, um von Ihrem, von unserem Beispiel zu lernen. Ich bin überzeugt, dass die dazu notwendigen Verfassungsänderungen hier im Hohen Haus durchzubringen wären und dass auch unser Bundespräsident dafür zu gewinnen wäre. In der Nachhaltigkeit und im Klimaschutz braucht es wie in keinem anderen Bereich konsequente Kooperationsbereitschaft von allen Parteien. Es braucht einen überparteilichen, konstruktiven Schulterschluss ohne Parteien-Hickhack, damit wir den nachfolgenden Generationen zeigen, dass wir es ernst nehmen mit einer lebenswerten Zukunft. Hashtag Fridays for Future. Die Jugend schaut uns sehr genau auf die Finger. Vielen Dank. Angela Lueger wird die letzte Rednerin sein zur EU-Debatte. Eine Wienerin und SPÖ-Abgeordnete. Danke, Frau Präsidentin, Herr Minister, werte Kolleginnen und Kollegen des Hohen Hauses, werte Gäste auf der Galerie. Zu Beginn möchte ich noch ganz kurz zur tatsächlichen Berichtigung der Kollegin Steger Folgendes sagen, dass der Herr Wilimsky sehr wohl, Herr Wilimsky sehr wohl und das ist aus dem schriftlichen Protokoll zu erkennen gesagt hat, die AfD hätte gerne das Europaparlament abgeschafft und möchte mehr Macht in Rat geben und darüber kann man reden. Das hat der Herr Wilimsky gesagt. Und in diesem Sinne bringe ich gleich einen Entschließungsantrag der Abgeordneten Schieder und Leichtfried, Genossinnen und Genossinnen ein, der fordert, die Bundesregierung wird aufgefordert, alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, um sich glaubwürdig von den Spekulationen über einen Öxit zu distanzieren. Gleichzeitig, Herr Kollege Haider, noch einmal ganz kurz zu Ihrer Schmutzkübelkampagne. Ich glaube nicht, dass es Ihnen zusteht, als Schmutzkübelkampagne zu bezeichnen, wenn sich gestern der Herr Synodenpräsident im Report Dr. Peter Körmer hinstellt und sagt, es sind 300.000 Betroffene, 300.000 evangelische Betroffene, die Verlierer sind, plus dann noch die Altkatholischen dazu. Und er hat eine Klage nicht ausgeschlossen. Da frage ich mich dann, das ist eine Verkennung der Realität Ihrerseits, wenn Sie das als Schmutzkübelkampagne bezeichnen. Und aus dem Bericht möchte ich noch gerne zwei Punkte herausnehmen. Zwei Punkte. Der erste Punkt ist der Punkt Medien, der sich auf der Seite 42 unter Punkt 10 befindet, wo Österreich die Position abgegeben hat, in Europa, und das steht auch hier drinnen nachzulesen, dass dem Ungleichgewicht zwischen klassischen Medien und Online-Plattformen entgegenzuwirken ist. Während der österreichischen Ratspräsidentschaft ist es nicht gelungen und es wird immer wieder auf die lange Bank geschoben. Was es in der Abgeltung der Leistungsschutzrechte, der Rundfunksendungen von Tonaufnahmen bereits seit 50 Jahren gibt, ist in den digitalen Medien immer noch nicht da. Und wenn das Urheberrecht und wenn die Musikindustrie immer mehr durch Streaming verdient und die einzelnen Interpreten immer mehr verlieren, das werden sich die Interpretinnen und Interpreten nicht gefallen lassen. Und es ist auch unglaubwürdig, wenn ich in der Europäischen Union so agiere und nicht einmal die Voraussetzungen auch zu Hause bei uns im nationalen Land dazu schaffe. Die zweite Position, die ich noch beleuchten möchte, ist die Cyberpolitik. Österreichische Position dazu, Aufbau eines europäischen Kompetenzzentrums und ein nationales Koordinierungszentrum. Reden wir wirklich von Cyberpolitik in Österreich? Wie schaut die aus? Der letzte Rechnungshofbericht hat das Innenministerium darauf hingewiesen, dass im Innenministerium 25 Prozent der Posten für Cybersicherheit nicht besetzt sind. So, was wird dagegen getan? Gar nichts. Jetzt gibt es ein neues Wehrrechtsänderungsgesetz, wo auch die Militärbefugnisse drinnen sind. Und selbst in diesen Militärbefugnissen, wo man sich darauf bekennt, dass Cybersicherheit ein möglicher Beitrag werden soll, näher definiert werden soll, aber komischerweise diesen Begriff Cyber finden Sie nicht einmal im Gesetzestext. Werden Sie glaubwürdig, machen Sie, reden Sie nicht in Europa so, sondern schaffen Sie die Basis und die Voraussetzungen dafür, auch hier in Österreich. Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht und steht daher auch mit in Verhandlung. Und zum Wort ist nun niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter das Schlusswort? Die EU-Jahresvorschau-Debatte war mit Angelika Lohiger jetzt beendet. Nächster Tagesordnungspunkt sind die Brexit-Begleitgesetze oder das Brexit-Begleitgesetz. Es betrifft ungefähr 11.000 in Österreich gemeldete britische Staatsbürger und ihre Familienangehörigen und soll gewährleisten, dass sollte Großbritannien am 29. März, also in wenigen Wochen tatsächlich aus der EU austreten und zwar ohne Abkommen, dass diese Menschen arbeiten, studieren, forschen, was auch immer, können in Österreich genauso wie bisher. Also dass sie einen Aufenthaltstitel haben, dass sie Arbeitsgenehmigungen haben, Zugang zu allen möglichen Infrastruktureinrichtungen, die sie brauchen. Erster Redner wird der Verfassungssprecher der SPÖ sein, Peter Wittmann. Brexit-Begleitgesetz 219, 506 der Beilagen sowie der Bericht und Antrag des Verfassungsausschusses über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 geändert wird, 507 der Beilagen. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet und erster Redner, Herr Abgeordneter Dr. Peter Wittmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Brexit- Begleitgesetz, das ist so etwas wie ein Placebo, das ich verabreichen will, um der Bevölkerung den Sand in die Augen zu streuen, dass eh alles in Ordnung ist und wir eh alles machen, was notwendig ist. Wenn man sich das Gesetz dann wirklich anschaut und auch durchlöst, kommt man drauf, also von 1581 Gesetzen, die es in Österreich gibt, werden exakt 16 Gesetze geändert. Das heißt, mit dem wird man nicht das Auslangen finden. Fünf davon in fünf Gesetzen ist eine ausschließliche Ermächtigung, Verordnungsermächtigung des Ministers beschlossen. Das heißt, wir wissen gar nicht, wozu diese Verordnungsermächtigungen dienen sollen. Wir wissen gar nicht, was alles in diesen Verordnungsermächtigungen geregelt werden soll. Das ist die Aufgabe des Parlaments. Ich verstehe Ihr Selbstbewusstsein nicht, weil wenn ich nicht beginne, diese Verordnungsermächtigungen auch zu definieren oder auch zu erklären, dann machen wir uns als Gesetzgeber obsolet, weil ich dem Minister alle Möglichkeiten einräume, alleine über diese Ermächtigungen zu agieren. Also dieses Brexit-Begleitgesetz ist eigentlich nur eine Beruhigungsbille. Auch alle Experten sehen das so, weil man hier nicht wirklich etwas regelt. Man regelt zu wenig, man regelt in keiner Weise abschließend, man regelt nicht einmal Probleme, die schon da sind. Weil zum Beispiel, wenn jemand einen Abschluss in Großbritannien macht, regelt man nicht, obwohl man das schon weiß, dass er das in Österreich in ein Dokument schreiben kann. Ich weiß nicht, warum man das nicht regelt. Das könnte man jetzt ganz einfach machen. Ganz einfach irgendwas. Man regelt zwar, dass die Native Speaker in den Schulen den Vertrag behalten, dass sie als Native Speaker weiter angestellt sind. Man regelt aber nicht, dass die Sozialversicherung oder was mit der Pensionsversicherung ist. Weiß man jetzt schon als Problem. Man macht es nicht. Es ist ein oberflächliches, schlechtes Gesetz, das man viel besser auch jetzt schon auf die Ansprüche anpassen könnte. Man tut es aber nicht. Und dann auch die Struktur, wie dieses Brexit-Begleitgesetz gemacht wurde. Einige Ministerien, ich habe es schon angeführt, geben nur den Minister eine Ermächtigung. Andere beteiligen sich gar nicht daran. Das Wirtschaftsministerium sieht überhaupt kein Problem. Da gibt es überhaupt nichts. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade das Wirtschaftsministerium keine Probleme mit dem Brexit haben wird. Das Umweltministerium, keine Probleme. Auch die Struktur dieses Gesetzes ist falsch. Aber die Ministerien, die Gesetze eingebracht haben, gehen auf den Brexit ein. Ausgenommen, und da wäre ich sehr hellhörig, das Innenministerium, das geht nämlich darauf ein, auch auf zukünftige weitere Austritte. Das heißt, es ist die Denkweise der Freiheitlichen, dass man eigentlich die Europäische Union auflösen will. Und das passt auch ganz gut hinein. Ich habe einen Entschließungsantrag vom 27.01.2016. Da hat die Freiheitliche Partei einen Entschließungsantrag eingebracht, der lautet, die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat gemäß Artikel 49 BVG einen Antrag betreffend die Abhaltung einer Volksbefragung über den Austritt Österreichs aus der EU zur Beschlussfassung vorzulegen. Das war ein Antrag, der gestellt wurde, diese Geisteshaltung wurde nie aufgegeben und wird jetzt dokumentiert durch das Brexit-Bgeit-Gesetz, indem das Innenministerium sagt, ich bereite mich darauf vor, dass wir auch austreten können. Also, liebe Freunde, und das an die ÖVP-Gerichte, wie lange wollen Sie diese Gruppe, die wirklich nur an einer Auflösung der Europäischen Union interessiert ist, als Begleiter haben bei Ihrer Europapolitik. Ich sage, das ist eine Bankrotterklärung der ÖVP-Europapolitik und das ist schon lange eine Bankrotterklärung der FPÖ mit Ihren Ansagen an Europa. Da wünsche ich Ihnen viel Spaß und das Gesetz ist wirklich schlecht. Als nächster Herr Abgeordneter Mag. Wolfgang Gerstl. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, zuerst möchte ich gerne im Namen von unserem Klubobmann und natürlich im Namen aller anderen von Gust Wöginger und uns allen eine Gruppe aus dem Bezirk Scherding, aus Zell an der Bram hier ganz herzlich begrüßen. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, 2016 haben die Briten in einer Volksbefragung sich mehrheitlich für den Austritt aus der Europäischen Union entschieden. 2017 hat die britische Regierung ihren Austritt aus der Europäischen Union an die anderen Mitgliedstaaten gerichtet. Danach gab es die Verhandlungen für einen geordneten Austritt aus der Europäischen Union. Dieser Vertrag wurde unter österreichischer Ratspräsidentschaft im November 2018 abgeschlossen. Danach wurde dieser Vertrag dem britischen Parlament vorgelegt und am 15. Jänner 2019 hat dieses britische Parlament Nein zu diesem geordneten Austritt gesagt. Meine Damen und Herren, Großbritannien produziert hier in dieser Zeit Chaos in Europa. Großbritannien verunsichert die Finanzmärkte, Großbritannien verunsichert die Unternehmen. In dieser Zeit war es ja ganz dringend notwendig, dass alle europäischen Unionsländer, nämlich die anderen 27, zusammenhalten und eine gemeinsame Linie gegenüber Großbritannien fahren. Und in dem Zusammenhang können wir allen EU-Mitgliedstaaten wirklich dankbar sein. Es hat eine neue Stärke von Gemeinsamkeit auch gezeigt. Diese EU 27 lassen sich nicht auseinander dividieren. Sie bleiben bei ihrem Austrittsvertrag. Und solange Großbritannien nicht eine neue Möglichkeit sieht, wie sie austreten können, solange bleibt die EU 27 dabei. Dafür auch ein besonderes Danke an unsere Regierung, die diese schwierigen Verhandlungen in dieser Zeit, im letzten Halbjahr, geführt hat und die damit für Österreich auch eine klare Position festgehalten hat. Das Beste für Europa und für Österreich. Daher war der Antrag der SPÖ im Verfassungsausschuss vor zwei Tagen das vollkommen Falsche. Sie haben auf einmal versucht, dass wir bilaterale Verhandlungen mit Großbritannien aufnehmen. Stellen Sie sich das vor. Ein Untergraben der europäischen Position. Meine Damen und Herren von der SPÖ, Sie sind dabei, Ihre politischen Großväter zu verraten. Es war noch Frau Nitzke, der mit Alois Mock für ein gemeinsames Europa gekämpft hat. Heute opfern Sie Europa am Altar dieses Kleingeldes, wie der Kollege Wittmann es hier vorgetragen hat, für eine Kleinigkeit, die Sie hier machen. Das ist der Punkt, meine Damen und Herren. Sie haben das große Feld verloren. Sie stehen nicht mehr für das, wofür wir in Europa stehen. Und Sie haben auch vergessen, warum wahrscheinlich die Briten im Juni 2016 diesen Austritt vollzogen haben. Ein Jahr davor war die große Migrationswelle nach Europa. Und ganz, ganz viele Menschen in Großbritannien waren verunsichert. Ganz, ganz viele Menschen in Großbritannien dachten, Sie sind nicht mehr Herr im eigenen Land. Und Sie sind auch Populisten dabei auch aufgesessen. Sie haben sich dagegen entschieden. Sie haben das gemacht, was danach in Österreich aber vollzogen wurde. Wir haben nun eine neue Regierungspolitik. Bei uns ist es nicht mehr notwendig, aus der Europäischen Union auszutreten, weil wir ein neues Gewicht in der Europäischen Union haben, weil wir den Schritt gesetzt haben, dass wir darauf achten, dass die Außengrenzen geschützt werden und dass wir innerhalb von Österreich gesichert sind. Meine Damen und Herren, auch Ihnen von der SPÖ sei ein Stammbuch geschrieben. Fyodor Dostoevsky, jeder von uns trägt Verantwortung für alles von allen. Zu einer tatsächlichen Berichtigung hat sich der Abgeordnete Dr. Peter Wittmann gemeldet. Bitte, Herr Abgeordneter. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren, der Abgeordnete Kerstler hat behauptet, dass die SPÖ im Ausschuss einen Antrag auf bilaterale Verhandlungen mit der EU oder mit Großbritannien eingebracht hat. Das ist unrichtig. Die SPÖ hat einen Antrag auf Ausschussbegutachtung eingebracht, der gelautet hat, dass man viel genauer dieses Gesetz noch beurteilen muss und die zuständigen Stellen eingeladen werden, ihre Bedenken zu melden. Diese Bedenken hätten dann in ein Gesetz einfließen können. Das ist hier nicht geschehen. Und daher haben wir diesen Ausschuss einbringen müssen. Es wäre ein besseres Gesetz geworden. Sie verweigern das. Können wir nichts machen. Sie haben die Mehrheit. Leider, leider, leider waren wir nicht in der Lage, eine bessere Lösung zu finden. Als Nächste zu Wort gemeldet, Frau Abgeordnete Mag. Selma Yildirim. Eine türkischstämmige Tirolerin, SPÖ-Abgeordnete, wohnhaft in Innsbruck. Danke, Frau Präsidentin. Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren. Am 29. März 2019, vielleicht aber auch etwas später, wird Großbritannien die EU verlassen. Ohne Zweifel ein schwarzer Tag für Europa. In diesem Zusammenhang sollte es die vorrangigste Aufgabe für die österreichische Bundesregierung sein, nach Möglichkeit Schäden von betroffenen Menschen abzuwenden und alles daran zu setzen, ihre Rechte bestmöglich zu schützen. In der derzeitigen Situation ist das nicht der Fall. Denn die Bundesregierung ist hier entgegen ihrer öffentlichen Ankündigungen säumig bis nachlässig. Ein harter Brexit ohne ein Abkommen zwischen EU und Großbritannien ist nach wie vor nicht ausgeschlossen. Und es ist unsere parlamentarische Pflicht, uns auf dieses Worst-Case-Szenario bestmöglich vorzubereiten. Worum geht es konkret? Es geht um eine Vielzahl heikler und für die Menschen sensibler Fragestellungen. Nicht zuletzt sind dabei die Sozialversicherungs- und Pensionsansprüche der österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern sowie Fragen rund um die Aufenthaltsrechte zu nennen. Dabei handelt es sich um existenzielle Fragen für österreichische Staatsangehörige, die in Großbritannien leben und arbeiten oder lebten und gearbeitet haben. Und natürlich genauso der Britinnen und Briten, die in Österreich entsprechende Ansprüche erworben haben. Das jetzt vorgelegte Brexit-Begleitgesetz, sehr geehrte Damen und Herren, lässt aber viele dieser Fragen unbeantwortet und ungeregelt. Die Mitglieder der Bundesregierung haben keine Gelegenheit für Eigenmarketing ausgelassen. Aber ihre eigentliche Aufgabe, nämlich ordentliche Arbeit für die Menschen zu machen, die haben sie offenbar vernachlässigt. Europa wurde als Friedensprojekt gegründet, sehr geehrte Damen und Herren. Es steht für Freiheit, Sicherheit und Solidarität. Das sollen wir weiterentwickeln. Gemeinsam und mit Leidenschaft für dieses ebenso großartige wie erfolgreiche Projekt. Hören Sie auch daher andere Meinungen an und lassen Sie eine neue Begutachtung der Gesetzesvorlage zu, weil sie so, wie sie vorliegt, einfach unvollständig ist und viele Fragen nicht beantwortet. Danke. Als nächstes hat sich Markus Tschank, FPÖ-Abgeordneter und Rechtsanwalt in Wien, zu Wort gemeldet. Als nächster Herr Abgeordneter, Dr. Markus Tschank. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren zu Hause vor den Fernsehbildschirmen. Herr Kollege Wittmann, zu Ihren Ausführungen. Sie müssen einmal zur Kenntnis nehmen, dass die FPÖ natürlich eine europakritische Position hat, aber wer Europa liebt, muss eben bei Fehlentwicklungen auch Kritik üben. Und lange Zeit waren wir die einzige Partei, die bei Fehlentwicklungen den Finger erhoben hat und richtig kritisiert hat. Und Recht haben wir gehabt bei vielen Punkten, angefangen von der Migrationsfrage, angefangen von Demokratie bis über das Demokratiedefizit, haben die Kritikpunkte völlig berechtigt. Und in keiner Art und Weise hat die Freiheitliche Partei in ihrem Parteiprogramm, in Parteitagsbeschlüssen, in Kremialbeschlüssen jemals einen Öxid gefordert. Das ist hier richtig zu stellen und das ist auch grundlegend falsch, was der Herr Kollege Wittmann hier zum Besten gegeben hat. Der Brexit wird mit hoher Wahrscheinlichkeit politische Realität werden, sehr geehrte Damen und Herren. Die bislang geführten Verhandlungen waren von seltener Einheit der EU 27 und von schwierigen politischen Verhandlungen innerhalb des Vereinigten Königreichs gekennzeichnet. Ein geordneter Austritt Großbritanniens ist im Interesse beider Seiten. Die Frage, die sich viele österreichische Bürgerinnen und Bürger stellen, ist, wie konnte es eigentlich überhaupt so weit kommen. Die Europäische Union ist ein Projekt, das diesem Kontinent Frieden, Freiheit und Wohlstand sichern soll. Dieses Friedensprojekt gilt es für künftige Generationen zu sichern. Und die Kernfrage, die sich mir in diesem Zusammenhang stellt, ist, hat die EU mitunter eine Mitverantwortung an diesem Brexit? War sie erfolgreich, wenn sie auf ihrem Weg Mitgliedsländer verliert? Und wo genau liegen denn die Ursachen für diese Konsequenzen? Es geht um die strategische Ausrichtung der Europäischen Union. Es geht um die Frage Zentralismus oder Föderalismus. Es geht um die Entscheidung multikultureller Einheitsstaat oder Vielfalt der europäischen Kulturen und Völker. Und letzten Endes geht es um eine geordnete Migrationspolitik und einen effektiven Außengrenzschutz oder um eine Politik der offenen Grenzen. Die Völker Europas, sehr geehrte Damen und Herren, sind unsere kulturellen Schätze, die es zu bewahren gilt. Das ist unsere Aufgabe und das ist auch die Aufgabe der Europäischen Union, sehr geehrte Damen und Herren. Es gab in den letzten Tagen einen französischen Philosophen, der sich zu diesem Thema auch zu Wort gemeldet hat. Alain Finkelkraut, Sie werden den Namen sicher erkennen, einer der bekanntesten französischen Philosophen, der der Welt, deutsches Nachrichtenmagazin, vor einigen Tagen sagte, ohne Angela Merkels Wir schaffen das und die Million Einwanderer, die Deutschland 2015 aufgenommen hat, hätte es keinen Brexit gegeben. Europa sei nicht berufen, eine multikulturelle Gesellschaft zu werden, sondern müsse die Europäer viel mehr schützen. Und ich behaupte eines, sehr geehrte Damen und Herren, dieser Philosoph hat hier vollkommen recht. Der Brexit und dessen Auswirkungen ist die unmittelbare Folge einer verfehlten Migrations- und Einwanderungspolitik, die im Wesentlichen von Angela Merkel und der deutschen Bundesregierung im Jahr 2015 vollzogen wurde und der sie nach wie vor festhält. Diese Politik spaltet bis heute Europa. Sie schafft in der Medienöffentlichkeit gute und böse Staaten, gute und böse Parteien, gute und böse Politiker. Sie bedroht die kulturelle Statik der europäischen Völker. Sie gefährdet die europäischen Sozialsysteme. Und sie gefährdet letztendlich den Frieden in Europa. Das wollten die Briten nicht und deswegen haben sie so entschieden. Ich bin mir aber sicher, dass die Briten mit einem anderen Europa, einem Europa, das schützt, durchaus ihr Vertrauen ausgesprochen hätten. Fazit, der Brexit wäre vermeidbar gewesen. Wir werden nun wohlens wohlens mit genau diesem Ergebnis leben müssen. Und für den Fall dieses Austrittes liegt auch das derzeitige Brexit-Begleitgesetz vor, das eben effektive Übergangsregelungen vorsieht. Es sind 15 Gesetze betroffen. Von der Arbeitsplatzsicherheit für angestellte britische Unternehmen mit Sitz in Österreich. Es werden britische Lehrer oder Anwälte geschützt, die weiter unbeschadet hier in Österreich arbeiten können. Es werden Aufenthaltstitel erleichtert. Und die britischen Unternehmen haben bis 2020 Zeit, ihre Rechtsform anzupassen, weil natürlich die Niederlassungsfreiheit hier wegfällt. Der Brexit, sehr geehrte Damen und Herren, ist keine erfreuliche Angelegenheit, nicht für Großbritannien und nicht für die Europäische Union. Aber er bietet die Chance, umzudenken. Der Brexit ist ein Weckruf an die europäische Politik, sich an den Wünschen der Völker und ihrer Bevölkerung zu orientieren und die zentralen Probleme des Kontinents einer Lösung zuzuführen. Die EU-Wahl ist die Chance für eine Veränderung in Europa. Die Menschen können für die bisherige europäische Politik abwählen und eine neue Richtung für Europa vorgeben. Die Regierung, die FPÖ als Regierungspartei und auch der Spitzenkandidat Harald Wilimsky stehen für das Szenario 4 des Weißbuches ein. Weniger, aber das effizienter. Die EU soll sich eben auf das konzentrieren, in ausgewählten Bereichen raschere Ergebnisse zu erzielen und soll andere Tätigkeitsbereiche, die besser von den Mitgliedstaaten zu regeln sind, eben diesen überlassen. Und genau dieses Ziel gilt es umzusetzen. Und dafür werden wir kämpfen, weil uns eine ganze Menge an diesem Friedensprojekt liegt. Danke sehr. Das war Markus Tschank von der FPÖ. Claudia Gamon von den NEOS. Künftige mögliche EU-Abgeordnete ist nun an Bord. Sehr geehrter Kollege Tschank, Sie haben gesagt, die Europäische Union sei mit Schuld gewesen am Brexit. Es war nicht die Europäische Union, die schuld daran ist, dass die Briten ausgetreten sind. Es war auch nicht Angela Merkel, die schuld daran war, dass die Briten ausgetreten sind. Schuld waren rechte und konservative Politiker, die die Menschen in Großbritannien belogen haben, die ihnen Milch und Honig versprochen haben. Und was kriegen sie jetzt? Eine Rechnung nach der anderen. Es wird nämlich wesentlich teurer sein für die Briten außerhalb der Europäischen Union. Und dieses Geld, das man versprochen hatte, das plötzlich daherkommen wird, dass man ins Gesundheitssystem und sonst irgendwo überall hinstecken kann, das ist nicht nur nicht da, es wird noch weniger da sein im Nachhinein, dass man in Großbritannien investieren kann. Das ist die Konsequenz eines Austritts aus der Europäischen Union. Und das waren konservative und rechte Politiker, die die Schuld daran tragen. Wo kann man das nachlesen? Auf Twitter. Da gibt es einen super Account, der heißt Led by Donkeys. Add by Donkeys, das heißt angeführt von Eseln. Und da sammelt Aussagen britischer Politiker im Vorfeld des Brexit-Votums, packt das auf riesige Plakate und stellt das in London hin. Wie zum Beispiel, dass Boris Johnson davor gesagt hat, es gibt keinen Plan für einen Deal, weil wir einen großartigen Deal bekommen werden. Oder Michael Gove, der gesagt hat, am Tag, nachdem wir für einen Austritt gestimmt haben, werden wir alle Karten in der Hand haben und den Weg wählen können, den wir wollen. Oder John Redwood, der gesagt hat, aus der EU rauszukommen, kann schnell und einfach sein. Großbritannien hat die besten Karten in jeder Verhandlung. Was ist das im Nachhinein wert? Das alles sind Dinge, die konservative Politiker und EU-Skeptiker in Großbritannien im Vorfeld des Brexit gesagt haben. Leichtfertig, verantwortungslos. Ohne jegliche Ahnung, was populistische und machtgierige Politik dann letztendlich zu verantworten hat. Nämlich, dass die Chancen von aberhunderttausenden Millionen junger Britinnen und Briten für Jahrzehnte, die noch kommen werden, einfach so weggeworfen sind. Vom Tisch geschoben. Keine Chancen mehr für die jungen Europäerinnen und Europäer in Großbritannien, die gerne in der Europäischen Union geblieben wären. Und warum war das? Weil man über die Folgen eines Brexits belogen worden ist. Ich habe heute schon über das Thema Desinformation gesprochen. Es war ein wichtiger Teil davon. Es war ein wichtiger Teil davon, dass man keine Kontrolle mehr darüber hatte, wie eigentlich eine Debatte verläuft. Weil man sich vollkommen darauf verlassen hat, naja, wird schon stimmen, was die Politikerinnen und Politiker sagen. Die sind ja ordentliche Leute, die haben ja eine große Verantwortung, die werden uns schon nicht belügen. Hm, blöd gelaufen. Und warum sage ich das alles? Weil wir auch in Österreich darauf schauen müssen, dass wir nicht die Schuld der Europäischen Union zuschieben für Dinge, die wir selber mitbestimmen können. Wo wir die Dinge selber in der Hand haben können, um etwas besser zu machen. Im EU-Unterausschuss hat Minister Blümel gesagt, es bringt nichts, die EU für Dinge verantwortlich zu machen, für die sie nicht verantwortlich ist. Aber es bringt auch nichts, Probleme zu kaschieren und zu tun, als wären es keine. Und hat die Migrationskrise als Beispiel dafür genannt, wo wir doch wissen, dass es einzelne Mitgliedstaaten waren, die es verhindert haben, dass es eine europäische Lösung für diese Herausforderung gibt. Wir müssen aufhören, damit die Europäische Union, wenn auch noch, ein bisschen subtiler als in Großbritannien, für Dinge verantwortlich zu machen, für die wir selber die Verantwortung tragen. Da gibt es natürlich Beispiele, wie ein superösterreichisches Anti-Gold-Platting-Gesetz, wo es darum geht, dass wir uns vorschreiben, dass wir nicht mehr freiwillig Anforderungen von EU-Vorgaben übererfüllen. Wie das Wort freiwillig schon sagt, so ein Gesetz bräuchte man nicht. Man könnte auch einfach die Verantwortung übernehmen für die Dinge, die man so tut, anstatt sie anderen Menschen oder der Europäischen Union zuzuschieben. Weil so wird Stück für Stück Vertrauen in die Europäische Union vernichtet. Und dann steht man vor dem Salat. Das kann man sich jetzt in Großbritannien anschauen. Nach Claudia Gamon hat sich noch einmal der Bundesminister für EU-Angelegenheiten zu Wort gemeldet. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte kurz zum Tagesordnungspunkt Stellung nehmen, wo es ja darum geht, dass wir die Planungen vorlegen, für den Fall, dass Großbritannien doch ohne einen Deal die Europäische Union verlässt. Vielleicht noch kurz zur Grundhaltung, weil das bei den Vorrednern ein bisschen für Verwirrung gesorgt haben könnte. Es ist eine Katastrophe, dass die Briten die Union verlassen. Und die einzige Möglichkeit, die wir jetzt noch haben, seitens der Europäischen Union, ist es, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Das wäre mit diesem Deal, mit diesem Austritt, mit diesem Austrittsvertrag, den wir jetzt zwei Jahre lang auf europäischer Ebene ausverhandelt haben, möglich. Der regelt de facto alles, was notwendig ist, inklusive Sicherheitsklauseln, dass es zwischen Irland und Nordirland zu keiner harten Grenze kommt, damit dort nicht wieder Blut fließt, für den Fall, dass das künftige Verhältnis doch nicht so eng ist, wie wir das gerne hätten. Für den Fall nun, dass sich Großbritannien dafür entscheidet, diesen Deal nicht zu nehmen und einen harten Brexit anzustreben, was ich nicht hoffe, gibt es Vorbereitungsmaßnahmen in allen europäischen Mitgliedsländern und auf Ebene der Kommission. Die Kommission hat im Sommer das sogenannte Contingency Planning begonnen und hat auch die Unionsmitgliedsländer aufgefordert, das auf nationalstaatlicher Ebene zu tun. Dem sind wir unmittelbar nachgekommen. Seit Ende des Sommers gibt es eine eigene Lenkungsgruppe im Bundeskanzleramt, wo wir gemeinsam mit allen Ministerien und den Sozialpartnern die einzelnen Gesetzesmaterien durchforstet haben und festgelegt haben, da könnte es ein Problem geben, da wird es ein Problem geben, da müssen wir einseitige Maßnahmen treffen, um für den Eventualfall vorbereitet zu sein. Wir haben dieses Gesetz, diese Gesetzesmaterien auch mit der Kommission durchbesprochen, es ist der Kommission vorgelegt und da gab es keine weiteren Beanstandungen mehr. Wir haben uns angesehen, wie andere Länder, andere Mitgliedsländer in der Union diesen Eventualfall regeln und auch da ist klar geworden, dass wir mit den Gesetzesmaßnahmen, die jetzt vorliegen, einen guten Weg gewählt haben. Wir sind also gut vorbereitet, so gut wie es geht, für den Eventualfall, der hoffentlich nicht eintreten wird. Vielen Dank. Nach dem ÖVP-Minister Blümel, der ÖVP-Abgönender Josef Lettenbichler aus Tirol. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzter Herr Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen, Ja, wir beschließen heute ein Gesetz, das wir hoffentlich nie zur Anwendung bringen müssen. Der Hard Brexit wäre die schlechteste Variante, die es geben würde, nicht nur für Großbritannien, nicht nur für die Europäische Union, sondern vor allem für die Menschen, sei es in Großbritannien, sei es in der Europäischen Union, aber insgesamt in Europa. Ich will nicht verhehlen, dass ich nicht glücklich bin mit dem Ausgang dieses Referendums, aber es darf nicht nur die Schuld, wie es die Kollegin Gammon gemacht hat, im eigenen Land gesucht werden, sondern hier bin ich schon auch beim Kollegen Csang. Die Europäische Union hat in den vergangenen Jahren hier auch Fehler gemacht. Es war eine Tendenz, eine Entwicklung, die auch uns nicht gefallen hat. Und ich bin froh, dass diese Bundesregierung und eben auch im vergangenen Halbjahr unter dem Ratsvorsitz Österreichs hier nicht eine Grußkorrektur, aber ich glaube schon den richtigen Weg eingeschritten hat, damit Europa, damit die Europäische Union bürgerfreundlicher wird, damit sie sicherer wird. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, damit sich die Sozialstaaten, die Wirtschaft weiterhin gut entwickeln kann. Und dazu braucht es Sicherheit. Und das war auch das Motto unseres Ratsvorsitzes, ein Europa, das schützt. Es ist gerade in den vergangenen Stunden eine große Dynamik, einmal mehr, in London entstanden. Die oppositionelle Labour-Partei fasst nun offenbar eine Wiederholung dieses Votums ins Auge. Premierministerin Theresa May schwenkt ein auf die Linie, dass man nun das Austrittsdatum vielleicht nach hinten schieben kann. Aber es ist noch ein weiter Weg dorthin. Denn erstens muss es eine Beschlussfassung geben im britischen Parlament, dass es zu einer Verschiebung kommt. Dann müssen alle 27 EU-Staaten dem zustimmen. Und es kann nur eine einmalige Verschiebung geben, voraussichtlich bis Juni. Und spätestens dann muss es zu einer Entscheidung kommen. Diesen Hard-Brexit, und das ist der einzige Punkt, wo sich die Abgeordneten im britischen Parlament einig sind, dieser Hard-Brexit wird nicht angestrebt. Aber wir als Österreicher, aber auch die anderen Mitgliedstaaten, müssen sich für den Fall der Fälle dafür rüsten. Und dafür ist es gut, dass wir dieses Brexit-Begleitgesetz heute beschließen wollen. Und es ist im Gegensatz zu den Vorrednern der SPÖ ein sehr wohl gut ausgereiftes, formuliertes Gesetz. Es war hier ein langer Prozess, wurde eingeleitet bereits im Sommer. Es hat ja eine Arbeitsgruppe gegeben. Es wurden alle Ministerien eingebunden. Es wurden sogar die Sozialpartner eingeladen und aufgefordert, dass die Punkte, die aus ihrer Sicht problematisch sein könnten, gelöst werden sollen. Die Koordination ist hier beim Bundeskanzleramt gelegen. Und es ist hier mit allen Ministerien gesprochen worden. Und schlussendlich sind hier 15 Gesetze betroffen, die wir heute auflösen wollen. Meine Vorredner haben es auch schon gesagt. Es geht vor allem darum, Sicherheit zu schaffen, Klarheit zu schaffen. Dafür sind wir gewählt worden. Dafür tritt diese Koalition, diese Regierung ein. Und wie ich es schon am Anfang gesagt habe, hoffentlich brauchen wir dieses Gesetz nicht. Aber es ist wichtig, dass wir es heute beschließen. Herzlichen Dank. Als nächster Herr Abgeordneter, Mag. Günter Kumpitsch. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Herr Minister, sehr geehrte Zuseher auf der Tribüne, vor den Bildschirmen, Hohes Haus. Ja, am 29. März ist es soweit. Es sind nur mehr wenige Wochen, bis die sogenannte Deadline erreicht ist und das Vereinigte Königreich aus der EU austreten wird, sofern es nicht noch zu einer Einigung kommt über das Austrittsabkommen ohne, das heißt ein harter Brexit bevorsteht oder wenn nicht noch eine Verlängerung der Frist erreicht wird. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass die Europäische Union weiterhin auf eine harte Linie setzt, durchaus nicht nur auf die Briten gemünzt, sondern eventuell auch auf andere EU-Staaten, wo sich in eventu weitere Austrittsbegehren manifestieren könnten. Um diesem harten Brexit, der hoffentlich nicht kommen wird, vorzubeugen, hat die Bundesregierung Maßnahmen getroffen, um persönliche und wirtschaftliche Nachteile für die betroffenen britischen Bürger abzuwenden. Es ist dies ein Sammelgesetz, das 16 Gesetze aus Zuständigkeitsbereich von acht Ministerien umfasst und bei Leibe kein Placebo. Ich möchte Ihnen anhand eines Beispiels oder zweier Beispiele zeigen, welche konkreten Auswirkungen es auf britische Staatsangehörige hat. Zum einen für alle Staatsangehörigen des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, die sich im Zeitpunkt des Wirksamwerdens von dessen Austritt aus der Europäischen Union in einem aufrechten Dienstverhältnis gemäß dem Beamten-Dienstrechtsgesetz oder dem Vertragsbedienstetengesetz oder dem Landeslehrergesetz befinden, würde das Exlege die Auflösung des Dienstverhältnisses bedeuten. Das würde auch bedeuten, dass zum Beispiel bei den Lehrern Native Speaker uns verloren gehen würden, die wir dringend brauchten. Eine weitere Auswirkung und Konsequenz wäre es, dass die Staatsangehörigen des Vereinigten Königreichs ihre Stellung als Unionsbürger und damit unionsrechtlichen Aufenthaltsrecht verlieren, welches im Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz geregelt ist. Der Verlust des Aufenthaltsrechts würde sich auch auf Drittstaatsangehörige erstrecken. Und da werden ungefähr 11.000 Briten davon betroffen, die mit wirtschaftlichen, aber auch persönlichen Nachteilen rechnen müssten. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte all jenen, die sich vielleicht auch hier im Haus oder in Brüssel im Stillen die Hände reiben und meinen, na ja, das haben die Briten jetzt davon, dass sie austreten wollten oder die vielleicht aus revanchistischen Gründen gegen eine Nachverhandlung des Austrittsabskommens seien, mit aller Deutlichkeit sagen, der Austritt der Briten aus der Europäischen Union ist nicht die Ursache für die Nachteile, die wir jetzt vielleicht erleiden werden im Größeren oder im Umfang. Es ist die Ursache darin gelegen, dass die Europäische Union eine falsche Entwicklung genommen hat. Es wurde bereits angerissen vom Kollegen Gerstl und vom Kollegen Czanz. Die Ursache liegt in einer völligen, verfehlten Asyl- und Migrations- und Sicherheitspolitik mit unabsehbaren Folgen für unsere Bevölkerung. Wie wir sie mit blutigen Terrorangriffen und ständigen Gewalttaten und Übergriffen auf Frauen noch immer erleben müssen. Das sind die Hintergründe, warum die Briten genau im Jahr 2016 zu einem Zeitpunkt, wo diese Krise ihren Höhepunkt erreicht hat, sich für den Austritt entschieden haben. Und nichts anderes, alles andere ist Schönfärberei. Und ich sage Ihnen eines, glühender Europäer zu sein, heißt nicht zugleich nur Ja-Sager, um irgendeine Entwicklung schönreden zu können oder aus ideologischen Gründen dabei bleiben zu müssen. Nein, wir gehen unseren eigenen Weg und die Briten gehen ihren Weg. Was aber nicht heißt, dass wir weiterhin Großbritannien, das Vereinigte Königreich als unseren Partner in wirtschaftlicher, aber auch in freundschaftlicher Hinsicht sehen. Und wir alles tun, soweit es in unserer Macht steht, um Schaden von Ihnen, aber auch für unsere Bürger abzuwenden. Danke. Nächste Rednerin ist Katharina Kucharowicz von der SPÖ. Als nächste Frau Abgeordnete Katharina Kucharowicz. Vielen Dank, Frau Präsidentin, geschätzte Herr Minister, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ich möchte vorweg einmal festhalten, warum wir diese Debatte eigentlich heute führen, beziehungsweise warum wir über ein Brexit-Begleitgesetz diskutieren. Anders als manche Vorredner und Vorrednerinnen würde ich ganz gerne einfach die letzten Jahre ein bisschen Revue passieren lassen, weil es hat vor einigen wenigen Jahren begonnen, auf europäischer Ebene, nämlich durch Mehrheiten, die es in den Nationalstaaten gegeben hat. Konservative, die eine Politik, auf eine Politik gesetzt hat, die ganz klar geprägt war von Austerität, von Schuldenbremsen und keinen Investitionen. Und die Soziale Union, die Säule der Sozialen Union als Vision ist völlig in Vergessenheit geraten. Was ist dann entstanden? Durch Arbeitslosigkeit, Jobverluste, das Wohnen, das auch immer teurer geworden ist, waren die Menschen frustriert, angefressen und haben einfach kein Vertrauen mehr in die EU gehabt. Und das haben einfach Rechte und Konservative und Populistinnen knützt, diese Stimmung, sowohl in Großbritannien als auch in anderen Mitgliedstaaten, wie wir kennen. Es ist ein Spiel gemacht worden mit Zündelei und falschen Versprechungen. Es ist die Gesellschaft gespalten worden und gegeneinander ausgespielt worden. Eben alles auf den Rücken der Bürgerinnen, auf Kosten des Zusammenhalts, auf Kosten des gemeinsamen Projekts der EU, auch auf Kosten des Friedensprojekts der Europäischen Union. Es waren konservative und rechtspopulistische Politikerinnen, die Zerstörung propagiert haben und damit ganz klar verantwortlich für dieses Szenario heute sind, für das heutige Brexit-Debakel, in dem wir stecken. Es sind im Übrigen in der gesamten Europäischen Union Rechtspopulistinnen und Nationalistinnen, Parteifreunde und Freundinnen von Ihnen geschätzte ÖVP und FPÖ, die Zündeln, Ängste schüren und die EU zerstören. Wir kennen das ja auch aus Österreich und das ist heute schon erwähnt worden. Es gibt ja einen Öxit-Antrag, der vor einiger Zeit von Seiten der FPÖ eingebracht wurde. Aber wir stehen heute hier bei einem Begleitgesetz zum Brexit, im Fall eines Hard Brexit, das ein Stückwerk ist von 16 Gesetzestexten, die wirklich absolut lückenhaft sind, Stichwort Handelspolitik überhaupt nicht sozusagen berührt. Bildungsabschlüsse oder welche Privilegien gestehen wir künftig den Britinnen ein im Vergleich zu anderen Drittstaatsangehörigen? Warum ist eigentlich nicht verhandelt worden mit den anderen Nationalstaaten, um hier auch einen gemeinsamen Weg im Fall des Hard Brexit zu wählen? Mit diesem Hintergrund, es ist schon gesagt worden, werden wir als SPÖ dem Begleitgesetz keine Zustimmung geben. Wir möchten einfach auch gerne künftig wirklich wieder diskutieren hier im Haus, Begutachtungen haben, mit Expertinnen diskutieren und nicht voreilig, wo wir noch gar nicht wissen, nach dem heutigen Tag, wie es weitergeht, Beschlüsse fassen. Ganz abschließend halte ich nochmals fest, wir wollten nie einen Brexit, wir werden auch nie einen Öxit wollen. Deshalb kämpfen wir für eine solidarische Europäische Union, die den Menschen dient und nicht den Konzernen, für eine echte Sozialunion. Wir tun das in der Sozialdemokratie, voller Überzeugung und geschätzte Bürgerinnen und Bürger, ich darf Sie einladen, sich diesem Weg anzuschließen, den Weg für ein Europa, für die vielen und nicht die wenigen zu gehen. Vielen Dank. Nach Katharina Kucharowicz wird Martin Engelberg, Psychoanalytiker aus Wien und ÖVP-Abgeordneter, die Brexit-Debatte beenden. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, der US-Haus, ich muss sagen, dass ich ein bisschen verwundert bin über den Inhalt dieser Debatte hauptsächlich. Es geht um eine Analyse des Brexits, wer daran schuld ist, gegenseitige Schuldzuweisungen. Ich glaube, Sie vergessen, was eigentlich das Wichtigste an diesem Gesetz ist, nämlich, da sind gar nicht wenige Menschen betroffen davon. Wir reden von zehntausenden Menschen, österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, die im Vereinigten Königreich leben und zehntausenden Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus dem Vereinigten Königreich, die in Österreich leben, die verunsichert sind. Und eigentlich wäre es unsere Aufgabe, nach meinem Gefühl, ihnen ein klares Statement zu geben, ihnen Klarheit zu verschaffen darüber, was passiert, wenn tatsächlich ein Hard Brexit erfolgt. Und das ist nun mal eine Möglichkeit. Ich glaube, da herrscht eine große Verunsicherung. Und ich glaube, es gibt eine große Verantwortung von uns als Parlamentariern, hier Klarheit zu schaffen und den Menschen ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Und meine große Bitte wäre gewesen für diese Debatte, dass wir uns darauf fokussieren. Ich glaube, die Voraussetzungen sind alle erwähnt. Wir wissen, wie der Brexit passiert ist, zustande gekommen ist. Wir wissen, dass wir uns alle, allen voran Bundeskanzler, Bundesminister, dafür einsetzen, dass es zu einem geordneten Brexit kommt. Ich selber habe die Ehre, nächste Woche mit einer Abordnung der britischen Freundschaftsgruppe nach London zu reisen, wo auch Mitglieder aller Fraktionen dabei sind, was mich sehr freut, wo wir auch Gespräche führen werden können mit Abgeordneten im britischen Parlament. Es ist keine Frage, dass wir alles tun, damit es einen geordneten Brexit gibt. Und wir alle, ich glaube, sind einer Meinung, dass wir diesen Brexit nicht gewollt haben. Wichtig ist aber, dass letztlich wir uns darauf vorbereiten müssen, dass es passieren kann und es wäre fahrlässig, ich sage das noch einmal, aus meiner Sicht wäre es fahrlässig, wenn wir die Abstimmung über dieses Gesetz noch einmal vertagt hätten. Wir müssen letztlich damit rechnen, wir wissen fast stündlich nicht, was passiert in London, dass es zu einem Hard Brexit kommt am 29. März. Wir wissen noch immer nicht genau, was die nächsten Tage bringen. Also ich wiederhole, es wäre aus meiner Sicht fahrlässig, dieses Gesetz nicht heute zur Abstimmung zu bringen. Und worum geht es in diesem Gesetz? Das Wichtigste ist, dass wir eigentlich damit festhalten, dass die Menschen, die in Österreich leben und in Großbritannien leben, nicht Leidtragende des Brexits werden. Das vorliegende Sammelgesetz, das hat der Herr Bundesminister schon gesagt, basiert auf dem Aktionsplan für den Notfall der Europäischen Kommission. Es hat die entsprechenden Absprachen dazu gegeben. Es ist evaluiert. Es ist eigentlich, aus allen Perspektiven heraus, umfasst es alles, was notwendig ist. Und es hat mich auch sehr gefreut zu hören, dass die Kollegen der Fraktion der NEOS und von der Fraktion Jetzt auch angekündigt haben, mitzustimmen. Der wichtigste Gesichtspunkt ist das Aufenthaltsrecht britischer Staatsbürger in Österreich für den Fall eines Hard Brexit. Wir haben festgeschrieben, dass alle jene, die zum Zeitpunkt des Austritts schon mindestens fünf Jahre in Österreich leben, einen unbefristeten Aufenthaltstitel bekommen und allen anderen steht ein einfacherer Zugang zur Rot-Weiß-Rot-Karte Plus zu. An dieser Stelle ist mir auch noch eines wichtig zu sagen. Diese Novelle legt ihren Fokus auf Briten zum Zeitpunkt des Brexit, in Österreich leben und arbeiten. Andererseits habe ich auch gehört, dass die Mandatare der SPÖ verlangt haben, dass wir sicherstellen mögen, dass auch für in Großbritannien lebende Österreicherinnen und Österreicher gleiche Regelungen gelten werden. Und dazu kann ich nur sagen, das ist sehr wohl bereits der Fall. Ich habe mich daraufhin gestern auch noch einmal in einem persönlichen Gespräch mit dem Botschafter des Vereinigten Königreichs, Lee Turner, nochmals abgesprochen und konnte mich versichern, dass das Vereinigte Königreich bereits diese Schritte gemacht hat. Und zwar erstens, der sogenannte dauerhafte Status, also Settled Status heißt es dort, wurde bereits durch den Appendix EU zu den Einwanderungsvorschriften umgesetzt. Dieser gilt sowohl im Falle eines geordneten als auch eines ungeordneten Austritts. EU-Bürger können diesen dauerhaften Aufenthaltsstatus bereits jetzt beantragen und die Antragstellung ist kostenlos. Die Evaluation der ersten Phase des Programms war positiv und bis 13. Dezember 2018 hatten schon über 15.500 EU-Bürger den Settled Status beantragt. Auch hinsichtlich der Übergangsfristen von Grenzgängern, dem Zugang zu Sozialleistungen und Gesundheitsversorgung hat das Vereinigte Königreich bereits Regelungen eingeführt, die teilweise sogar größzügiger sind als die Regelungen in unserem Gesetz. Also zum Beispiel haben die keine Kosten bei der Genehmigung. Die Übergangsfristen sind großzügiger. Ich kann das noch einmal zusammenfassen. Österreicherinnen und Österreicher werden auch im Falle eines Hard-Brexits mit weitgehend den gleichen Rechten wie bisher im Vereinigten Königreich verbleiben können. Somit ist auch diese Forderung nicht haltbar und ich beine die Kritik dahingehend völlig unberechtigt. Umgekehrt wollen wir natürlich mit dem vorliegenden Gesetz auch ein Zeichen an alle in Österreich lebende Staatsbürgerinnen und Staatsbürger des Vereinigten Königreichs setzen. Und ich möchte das hier auch so klar sagen. Wir heißen Sie hier in Österreich auch weiterhin willkommen und möchten Ihnen die Fortsetzung Ihres Aufenthalts in Österreich so leicht wie möglich machen. Im Ausschuss haben wie gesagt NEOS und Jetzt gemeinsam mit uns und dem Koalitionspartner für diese Sammelnovelle gestimmt. Das ist ein wirklich erfreulicher Schritt der zeigt, dass man durchaus an einem Strang ziehen kann, wenn es darauf ankommt. Ich appelliere ganz ehrlich an dieser Stelle an die Kolleginnen und Kollegen der SPÖ hier doch auch mitzugehen und gemeinsam ein klares Zeichen zu setzen. Wir wollen die Rechte aller Österreicherinnen und Österreicher im Vereinigten Königreich und umgekehrt die Rechte aller Staatsbürgerinnen des Vereinigten Königreichs in Österreich schützen, damit sie nicht zu den Leidtragenden des Brexit werden. Setzen Sie mit uns gemeinsam dieses Zeichen. Danke. Das war Martin Engelberg, letzter Teilnehmer der Debatte zum Brexit-Begleitgesetz, nächster Tagesordnungspunkt. Das ist das allgemeine Sozialversicherungsgesetz. Das ist nicht der Fall. Da wird es unter anderem darum gehen, die E-Card mit Fotos zu versehen. Der Beschluss wurde schon gefasst. 2020 werden E-Cards nur mehr mit Fotos ausgegeben werden. Der Rahmen dafür wird heute festgelegt. Wer sich für den Gesetzentwurf ausspricht, den bitte ich... Erster Redner wird Josef Muchitsch sein, der Sozialsprecher der SPÖ. Mehrheit so angenommen. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Wenn dritter Lesung seine Zustimmung gibt, den bitte ich um ein entsprechendes Zeichen. Der Gesetzentwurf ist somit in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen. Wir gelangen zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 3. Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 geändert wird, samt Titel und Eingang 507 der Beilagen. Wer spricht sich für diesen Gesetzentwurf aus? Das ist mit Mehrheit so angenommen. Ich komme sogleich zur dritten Lesung. Wer in dritter Lesung seine Zustimmung gibt, den bitte ich um ein Zeichen. Der Gesetzentwurf ist somit in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen. Und wir gelangen zum vierten Punkt der Tagesordnung. Ich begrüße die Frau Bundesministerin. Und es ist der Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über die Regierungsvorlage 492 der Beilagen. Bundesgesetz, mit dem das allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert wird, 497 der Beilagen. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet. Und als erster Herr Abgeordneter Josef Muchitsch. Sehr geschätzte Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, geschätzte Damen und Herren. Wir haben jetzt den Tagesordnungspunkt 4, die Novelle zum allgemeinen Sozialversicherungsgesetz. Und Inhalt dieser Novelle ist die neue E-Card mit Foto. Grundsätzlich ja. Wenn man sich aber den Gesetzestext anschaut und sich die Frage stellt, wo ist eigentlich hier der Mehrwert für die Versicherten dieser neuen E-Card mit Foto? Wo ist hier dieser Mehrwert, wo diese neue E-Card mit Foto mehr kann als die alte E-Card ohne Foto? Dann passiert wieder all das, was Sie in den letzten 14 Monaten an Gesetzgebung hier in diesem Hohen Haus betrieben haben. Nämlich eine dilettantische Gesetzesvorlage, die wieder einmal ohne Begutachtung dementsprechend versendet worden ist und die keinen Mehrwert hat für die Versicherten. Ihr Entwurf, Frau Bundesministerin, ist eine E-Card neu, die keinen Ausweiskarakter mit sich bringt. Das heißt, wenn man medizinische Leistungen wie den Anspruch nimmt mit dieser neuen E-Card, ist die Ausweispflicht dementsprechend mit Personalausweis und Reisepass weiterhin notwendig. Also keine Verbesserung. Der nächste Punkt. Sie beschreiben in Ihrer Gesetzesvorlage keine Kriterien, wie diese Fotos dementsprechend auch zu handhaben sind beziehungsweise welche Merkmale Sie aufweisen müssen. Also es können laut Ihrem Gesetzesentwurf auch alte Fotos sein, wo man überhaupt keinen Mehrwert dann hat in dieser ganzen Betrachtung. Einer der Gründe war, warum wir auch immer dafür waren, dass es eine neue E-Card gibt, ist, dass wir den Sozialmissbrauch durch die E-Card eindämmen wollen. Das Problem ist, dass diese Mehrkosten von über 32 Millionen Euro, den sich die Versicherten wieder selber zahlen, dass sich die Missbrauchsfälle, die aufgrund einer parlamentarischen Anfrage dementsprechend zum Vorschein gekommen sind, die Sie beziffern mit rund 80.000 bis 100.000 Euro im Jahr, es waren sage und schreibe 812 Missbrauchsfälle in der Zeit von 2014 bis 2016, laut Ihrer parlamentarischen Beantwortung, dann muss man gegenüberstellen Kosten und Nutzen. Und diese Kosten für eine E-Card neu, die nichts kann, muss man dann schon dementsprechend in Frage stellen. Das weitere Problem, wo viele Experten darauf hinweisen, auf datenschutzrechtliche Bedenken, auf EU-rechtliche Verstöße betreffend, Ungleichbehandlung zwischen Österreicher und Nicht-Österreicher, bis hin zu verfassungsrechtlichen Probleme, wo Sie Ihre Verantwortung an den Innenminister abgeben, in dem Sie sagen, mit der Bindung der Selbstverwaltung an die Weisungen des Innenministers dementsprechend diese Kompetenz abzugeben, das ist auch einzigartig und das ist auch dementsprechend wirklich zu hinterfragen. Ein weiterer Punkt ist dieser enorme zusätzliche Aufwand für alle Versicherten, wo dementsprechend jetzt noch nicht ein Foto zu verwenden ist für die Ausstellung. Und ich habe hier eine Anfrage erhalten von einem Müller, der sagt, nach dem Gesetzeswortlaut sind auch Passfotos für die E-Card der 15-Jährigen bei der Ausstellung des Passes von 10-Jährigen für die E-Card zu verwenden. Es ist nicht geregelt in Ihrem Gesetzestext, ob abgelaufene Passfotos verwendet werden können, sollen oder nicht. Das ist nicht geregelt. Und es wird auch ganz klar hingewiesen, an alle Eltern in Österreich, die jetzt einen 14-Jährigen haben, wo es dann dementsprechend auch notwendig ist, ab 2020 hier diese Fotos zu bringen, müssen bitte auch dahingehend hingewiesen werden. Sie brauchen diese neue E-Card mit Foto, um überhaupt auch dementsprechend in die Versorgung einen Anspruch zu haben. Und lassen Sie mich abschließend sagen, warum wir derartig enttäuscht sind. Wir haben Ihnen die Brücke gebaut im Sozialausschuss am 20. Februar, in dem wir den Antrag gestellt haben einer Ausschussbegutachtung. Wir haben euch angeboten von FPÖ und ÖVP, machen wir eine Ausschussbegutachtung bis 15. März, wo wir dementsprechend Experten noch einmal alle diese offenen Fragen lösen können, stellen können. Am 20. März haben wir einen Sozialausschuss geplant und mit Ende März können wir das hier im Plenum verabschieden. Sie haben das leider abgelehnt. Aus diesem Grund geben wir Ihnen heute nochmals eine Möglichkeit oder eine Chance für eine gescheite, vernünftige und sichere E-Card mit Fotos zu machen, indem wir einen Rückverweisungsantrag stellen. Und Sie haben die Möglichkeit, diesen Antrag zu unterstützen, um dementsprechend hier wirklich dieses Husch-Push-Gesetz zu verhindern. Und abschließend... Applaus Abschließend möchte ich noch eines loswerden. Bitte machen wir doch nicht den gleichen Fehler mit einem schnellen Gesetz ohne Begutachtung wie beim Arbeitszeitgesetz, wo man hinten noch sieht, dass Veränderungen notwendig sind. Oder bei der Sozialversicherung Reformabbau, beim Sozialversicherungsreformabbau für die Versicherten, wo jetzt schon Ihre Experten erste Texte umschreiben müssen, weil wir es korrigieren müssen, weil sie es hier auch wieder einmal durchgepeitscht haben, ohne mit allen miteinander zu reden. Oder wo Sie sprechen von einer Leistungsharmonisierung für die Versicherten durch Ihre Reform. Und jetzt wird offensichtlich, dass in Oberösterreich die Zeckenschutzimpfung statt 15 Euro in Zukunft 64 Euro kostet, eine Harmonisierung nach oben, bei Selbstbehalten, aber nicht bei den Leistungen. Und das ist keine gute Politik. Machen Sie bitte eine Politik für die Versicherten in Österreich. Applaus Als nächste Frau Abgeordnete, Doktorin Dagmar Belakowitsch. Danke, Frau Präsident. Werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, wir beschließen heute das Foto auf der E-Card. Das ist eine sehr langjährige Forderung von uns Freiheitlichen gewesen. Begonnen hat es schon im Jahr 2006, 2007. Immer wieder waren Fälle von E-Card-Betrug bekannt geworden. Und das Einzige, mit dem ich übereinstimme, Kollege Muchwitsch, ist die Tatsache, dass die gemeldeten, die nachgewiesenen Betrugsfälle sind nicht besonders viele gewesen, weil es eben auch so schwer ist, Sozialbetrug wirklich nachzuweisen. Es wird aber die Dunkelziffer auf sehr viel mehr geschätzt. Und das wissen Sie auch. Und es hat beispielsweise das Profil im Jahr 2015 schon geschrieben, der Schaden pro Jahr beläuft sich auf mindestens 30 Millionen Euro pro Jahr. Da steht das Profil ja wohl nicht im Verdacht, ein freiheitliches Organ zu sein. Also man muss schon einmal auch ehrlich hier ansprechen, was sind denn die Hauptprobleme. Das ist ja die Weitergabe der E-Card. Das ist nicht, wenn ich Sie verliere und melde, dass ich Sie verloren habe. Da wird kein Betrug stattfinden. Das ist schon klar. Es ist die Weitergabe, die eigentlich verbotene Weitergabe. Und der Fall, der im Jänner bekannt geworden ist, eine 68-jährige Frau hat seit dem Jahr 2006, also mittlerweile seit 13 Jahren, an ihre Mutter, ihre E-Card einfach weitergegeben. Schaden 50.000 Euro. Solche Fälle gibt es sehr, sehr viele. Und jeder, der im Gesundheitsbereich arbeitet, weiß es. Man bekommt es mit, man kann es nicht nachweisen. Und genau aus dem Grund war auch die Forderung da, dass man ein Foto auf die E-Card geben soll. Und interessant ist es ja schon, noch vor ein bisschen mehr als einem Jahr hat die SPÖ mitgestimmt, dass das Foto auf die E-Card kommen soll. Da gab es einen ganz großen gemeinsamen Antrag, einzig die Neos waren es, die von Anfang an offensichtlich gern dem Sozialbetrug Tür und Tor geöffnet haben. Aber die SPÖ war dabei. Und das ist ja nicht so eine Hops-Aktion gewesen, sondern da gab es ja Verhandlungen. Und Herr Kollege Muchitsch, wenn Sie nicht ratschen würden, wahrscheinlich machen Sie es, weil Sie es genau wissen. Sie saßen nämlich damals dabei bei den Verhandlungen, nur als wir uns darauf geeinigt haben, das Foto kommt jetzt. Und dieser Beschluss wird jetzt umgesetzt, etwas mehr als ein Jahr später. Und hier von einer Hush-Push-Aktion zu sprechen, das ist dann schon etwas skurril, was Sie hier machen. Es ist jetzt ein Jahr ausgearbeitet worden, es sind alle Möglichkeiten durchgedacht worden. Sie machen fundamental Opposition, weil Sie glauben, wenn Sie gegen alles sind, werden Sie Wählerstimmen lukrieren. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, den Leuten steht es schon überall raus, ihr ewiges Herumgesudern und ihr ewiges Nein sagen. Die Menschen draußen freuen sich, da gibt es eine riesengroße Zustimmung, weil keiner will das akzeptieren, dass der Sozialbetrug weiterhin bestehen bleiben kann. Weil jeder weiß, wie es zugeht, jeder das sieht, wenn er einmal beim Arzt ist, wenn er einmal auf einer Ambulanz ist, was sich da in Wahrheit abspielt. Und genau das wird hiermit jetzt abgestellt. Und das ist gut, das ist wichtig und das ist richtig, damit der E-Card-Betrug durch Weitergabe an Verwandte, an Freunde, an Nicht-Versicherte endlich auch einmal ein Ende hat. Es sei skurril, von einer Husch-Pfusch-Aktion zu sprechen, so Dagmar Pelakovic von der FPÖ in Richtung Opposition. Bis vor einiger Zeit sei die SPÖ selbst noch für ein Foto auf der E-Card eingetreten. Am Wort Gerald Lurker von den NEOS. 2017, als in diesem Haus mit großer Mehrheit der Pflegeregress abgeschafft worden ist, wollte man mit dieser Maßnahme die Kosten des Pflegeregresses hereinbekommen. Dass sich das nicht ausgeht, kann man mit freiem Auge erkennen. Das hat damals auch schon jeder gewusst, der sich auch nur ein bisschen oberflächlich mit der Materie befasst. Jetzt wird einmal nichts hereingespielt, es werden keine Kosten hereingebracht, sondern zuerst wird einmal Geld ausgegeben. In den ersten fünf Jahren kostet das Projekt 32,5 Millionen Euro. Der nachgewiesene und der vermutete Missbrauch zusammen machen im Jahr 100.000 Euro aus. Wenn es so wäre, wie es die Kollegin Pelakovic gesagt hat, dass da im großen Stil betrogen wird, dann frage ich mich, warum steht das nicht in den Anfragebeantwortungen des Sozialministeriums? Dann wäre ja beim Sozialministerium ein Salat, dass die das nicht in die Anfragebeantwortung hineinbekommen. Ich fürchte eher, dass Sie etwas erfinden. Und wenn Sie sagen, in der Ambulanz kann der Österreicher sehen, was dort für ein Betrug stattfindet, dann frage ich mich, was der dort sehen kann. Ich glaube, Sie arbeiten hier mit Ressentiments, weil was der in der Ambulanz sieht, sind vielleicht Menschen, die ausschauen, als ob sie woanders herkommen. Sonst sieht der Patient dort nämlich gar nichts. Was jetzt also die Tatsache ist, es geht um 100.000 Euro im Jahr. Und jetzt nehmen wir eine große Dunkelziffer an und sagen, es ist das Zehnfache. Dann sind wir bei einer Million. Aber wir geben jetzt das Dreißigfache aus an Kosten, damit wir möglicherweise diese Million hereinholen. Und Sie produzieren Bürokratie. Und das wurde nicht beachtet. Nämlich von 900.000 Nicht-Österreichern, die bei uns versichert sind, haben wir natürlich keine Reisepassfotos und keine Führerscheinfotos lagern. Und die müssen in die Landespolizeidirektion pilgern und diese Fotos nachbringen. Das sind beispielsweise Pendler, die aus Deutschland oder aus Ungarn oder aus Slowenien, aus Italien jeden Tag nach Österreich zum Arbeiten kommen. Die müssen dann von der Arbeit weg in die Landespolizeidirektion. Das sind auch Tourismuskräfte, die im Winter über die Saison in Pinzgau, in Paznau und Tal am Adelberg sind. Und jetzt muss der von der Skihütte am Adelberg weg von der Arbeit nach Pregens fahren, in die Landespolizeidirektion. Ich komme gleich zum Kollegen Gödel, der mir im Ausschuss die Unwahrheit gesagt hat, der muss in die Landespolizeidirektion fahren, muss wieder zurückfahren und der Arbeitgeber darf das bezahlen. Und die Polizei hat 900.000 zusätzliche Kundenkontakte und darf sich um Fotos kümmern, statt um die Sicherheit. Kollege Gödel hat mir im Ausschuss erklärt, na, na, da kommt eine Verordnung, so wie ein Österreicher das beim Gemeindeamt machen kann, wird das auch der Ausländer beim Gemeindeamt machen können. Das geht rechtlich nicht. Das haben Sie behauptet. Das geht natürlich rechtlich nicht, weil eine Verordnung darf nie so sein, dass das Gesetz überflüssig wird. Das Gesetz unterscheidet zwischen den Österreichern und den Nicht-Österreichern und dann können Sie gar nicht eine Verordnung erlassen, die dann in der Abwicklung die Nicht-Österreicher gleich behandelt. Also war das nicht wahr, was Sie mir gesagt haben. Und dann kommen noch die Nächsten. Es werden viele dieser Tourismuskräfte auf den Skihüten, das sind junge Burschen und Mädchen, die werden sagen, ach, geht schon, mir wird schon nichts passieren hier, nicht? Und dann werden Sie kein Foto auf die Landespolizeidirektion bringen. Und hups, Sie werden doch krank. Dann müssen Sie zum Arzt gehen und der Arzt darf das dann mit einem Ersatzbeleg in Papierform mit der Kasse abreden. Dann haben wir die Bürokratie bei der Kasse und beim Arzt. Das ist es, was Sie schaffen. Um weniger als die Hälfte der Kosten hätte man eine elektronische Lösung finden können. Sie stecken die Karte, das Foto leuchtet kurz am Bildschirm auf. Wenn kein Foto hinterlegt ist, leuchtet keines auf, dann muss man den Ausweis zeigen. So einfach wäre es gewesen, um weniger als das halbe Geld. Aber Sie haben sich entschieden für eine alte Technologie. Sie haben sich entschieden für die höheren Kosten. Und Sie haben sich entschieden für die Verschwendung von Steuergeld. Aber warum macht das so eine Regierung, fragen sich die Zuschauer. Warum entscheiden die sich so schlecht? Weil es gut klingt, weil es die Leute hören wollen, weil es ins Politmarketing passt. Es geht nur um die Show. Der Schaden durch E-Card-Betrug belaufe sich auf 100.000 Euro. Die Kosten für das Foto auf der E-Card aber auf über 30 Millionen kritisiert Neos-Sozialsprecher Gerald Lohacker. Am Wort von der ÖVP Ernst Gödel. Schätzten Kolleginnen und Kollegen und alle Zuhörerinnen hier im Saal und zu Hause vor den Fernsehbildschirmen. Ich glaube, man muss schon ein paar Dinge nach den bisherigen Rednerinnen und Rednern klarstellen. Vor allem nach meinen zwei männlichen Vorrednern von Beppo Muchic und auch von Gerald Lohacker. Der Ausgangspunkt dieser Diskussion lag in der vorigen Periode. Das hat die Kollegin Belakowitsch schon angesprochen. Nämlich am 29. Juni 2017 genau genommen war es, als hier der Beschluss gefasst wurde, mit ganz großer Mehrheit gegen Sozialbetrug insgesamt und im Speziellen gegen den Missbrauch von E-Cards vorzugehen. Und einer der Auslöser war auch die Statistik, die uns gesagt hat, dass im Jahr circa 200.000 E-Cards gestohlen werden oder verloren gehen, zusammengezählt. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass E-Cards, und dazu gibt es Beweise, auch weitergegeben werden können. Und da gab es in diesem Haus von vielen ähnlichen Akteuren wie heute ein ganz großes Bekenntnis dazu. Und es muss nun einmal ein Ziel sein, und das haben wir auch in unserem Regierungsprogramm geschrieben, es muss ein Ziel sein einer Regierung und einer verantwortungsvollen Politik, dass wir Systeme nicht nur effizienter machen, das machen wir zum Beispiel auch mit der Sozialversicherungsreform, sondern dass wir sie auch sicher gegen Missbrauch machen. Und die Fälle, einen Fall, einen speziellen Fall, hat schon meine Kollegin auch vorhin erwähnt, ich brauche ihn nicht zu wiederholen. So haben wir uns darauf verständigt, dass diese Regierung auch das umsetzt, was das Parlament beschlossen hat, nämlich mit 01.01.2020 werden alle Karten, die neu ausgeliefert werden, spätestens bis 2023, ein Foto des Karteninhabers drauf haben müssen. Und heute beschließen wir diesen gesetzlichen Rahmen. Und der Gerald Doakö ist ja prinzipiell bekannt für seine Sachlichkeit, aber da argumentiert er unkorrekt und unsachlich, denn man braucht das Gesetz nur genau lesen. Diese Ziffer 2 des Absatz 9 des § 31a sagt nämlich, ja, prinzipiell müssen Menschen, die nicht österreichische Staatsbürger sind und sie haben kein Foto in einer Datei hinterlegt, soll der Landespolizeidirektion gehen. Aber es steht auch weiter in dem neuen A, dass im Einvernehmen mit dem Zuständigen Bundesminister kann die Bundesministerin für Arbeit und Soziales auch andere geeignete Behörden durch Verordnung ermächtigen, die Verfahren eben entgegenzunehmen. Natürlich andere Sicherheitsbehörden. Das habe ich nicht behauptet, dass ich statt der Landespolizeidirektion den Bürgermeister einsetzen kann. Das geht nur bei den Inländern. Aber jenen, die nicht österreichische Staatsbürgerschaften kann, kann diese verordnungsermächtigt gegeben werden. Und ich meine, dass es nicht so schwer ist, braucht man nur ein bisschen über die Grenze schauen. So bitte schaut eine Gesundheitskarte, wie es in Deutschland heißt, in Deutschland aus. So schaut sie aus. Und was sehen wir drauf? Was sehen wir drauf? Was sehen wir drauf? Ein Foto. Und ich meine, ich glaube, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen, dass es auch digital heute möglich ist, ein Foto auf eine Karte zu bekommen. Wenn man heute eine Jahreskarte bei der ÖBB hat, hat man ein Foto drauf. Wenn man einen anderen Ausweis hat, wenn man einen Führerschein hat, hat man ein Foto drauf. Also das kann ja doch nicht die ganz große Herausforderung sein und kann doch nicht eine bürokratische Hürde sein, wenn es jetzt in halb Europa bereits ganggehe ist, dass es solche Karten gibt. Und damit möchte ich zum Abschluss schon auf das Abstimmungsverhalten eingehen. Wenn es so ist, wie es im Ausschuss war, werden also NEOS und jetzt dagegen stimmen, die SPÖ wird dagegen stimmen, wir Regierungsparteien werden diesen Beschluss aus 2017 jetzt in Umsetzung bringen. Das ist eigentlich konsequent. 2017 war die Liste jetzt nicht dabei. Das ist konsequent, wenn man sagt, man ist jetzt gegen das Projekt. Das ist auch konsequent von den NEOS. Auch Sie waren 2017, Sie waren zwar im Parlament, aber Sie waren beim Beschluss nicht dabei. Aus mehrerlei Gründen, Pflegeregresse und dergleichen, alles bekannt. Also es ist konsequent, wenn Sie jetzt dabei bleiben. Das muss man Ihnen zugestellen. Aber was nicht konsequent ist, liebe SPÖ, ist zuerst dieses zu beschließen und dann später dagegen aufzutreten. Das ist nicht konsequent. Und Sie setzen hier eine Linie fort, die Sie eben mit sich selbst rechtfertigen müssen und mit Ihren Mitgliedern ins Reine kommen müssen. Ich bin ja eh nicht Ihr Strategieberater, aber so wie vorhin beim Brexit-Gesetz stimmen Sie als einzige Oppositionspartei entgegen. Beim Biomasse-Thema haben Sie gegen Österreich und gegen die Interessen der Umwelt- und des Naturschutzes gestimmt. Und jetzt sind Sie wieder aus juster Mensch-Standpunkt gegen eine Ausführung eines Beschlusses, den Sie mit uns in der letzten Periode gemeinsam beschlossen haben. Und das müssen wir aufzeigen. Das sagen wir heute auch hier allen Zuhörern und Zuhörern. Wir werden also jetzt diese Umsetzung beschließen, denn das, was in Deutschland möglich ist, wird auch in Österreich möglich sein. Janst Gödel von der ÖVP verteidigt Fotos auf der E-Card. Man müsse Systeme gegenüber Missbrauch sicher gestalten. Auch in Deutschland befinde sich ein Foto auf der dortigen Gesundheitskarte. Am Wort Daniela Holzinger-Fogtenhuber, Sozialsprecherin der Liste jetzt. Das Foto auf der E-Card soll eingeführt werden, um Missbrauch zu verhindern. Und grundsätzlich habe ich größte Sympathien dafür, Missbrauch im Sozialsystem abzustellen, einfach weil es nicht gerecht ist. Wenn man sich diese Maßnahmen, die Sie hier aber heute vorschlagen, ansieht, und wenn man sich ganz konkret vor Augen führt, was der Kosten-Nutzen-Faktor hier dahinter ist, dann muss man einfach nur ganz laut Stopp sagen. Und ich möchte es auch begründen. Gemäß einer parlamentarischen Anfrage aus dem Jahr 2017 gab es im Zeitraum zwischen 2014 und 2016, das heißt innerhalb dieser drei Jahren, 812 bestätigte oder vermutete E-Card-Missbrauchsfälle. In drei Jahren 812 Fälle. Kollege Gödel, die Missbräuche melden sich nicht. Was ist das für eine Herangehensweise? Das sind die Auskünfte Ihres Ministeriums. Das sind die Auskünfte auch der heutigen Sozialministerin. Wir haben keine aktuelleren Kennzahlen oder Zahlen nicht. Das sind alle Auskünfte, auf die sich diese Debatte hier beziehen können. Bitte erheben Sie es, wenn Sie behaupten, es besser zu wissen und neuere Zahlen zu haben. Dann legen Sie uns diese hier vor. Legen Sie es vor, Frau Belakowitsch. Behaupten Sie nicht eine Million Missbrauchsfälle und haben Sie keine Kennzahlen und keine Beweise dafür. Und jetzt möchte ich Ihnen diese Rechnung, die Sie hier angestellt haben, weiterführen. 812 Fälle Auskunft 2017 innerhalb von drei Jahren. So multipliziere ich jetzt diese 812 Fälle mit den von der Wiener Gebietskrankenkasse im Durchschnitt angegebenen Schadenssumme von 300 Euro pro Fall. Dann komme ich für diese drei Jahre auf 250.000 Euro Schaden. Und wenn ich jetzt nur alle Dunkelziffern und alle Eventualitäten mit einrechne, sagen wir 300.000 Euro Schadensfall in drei Jahren. Soll heißen 100.000 Euro pro Jahr. Was Sie machen ist, durch die Einführung dieser Maßnahme, durch die unglaublich vielen bürokratisch einhergehenden Maßnahmen, die Sie einführen, kostet das 32,5 Millionen Euro. Schadenssumme pro Jahr 100.000 Euro. Das sind die Zahlen, die wir bisher von den Gebietskrankenkassen und von den Ministerien kennen. Und auf der anderen Seite Kosten von 32,5 Millionen Euro. Liebe ÖVP, an Sie gerichtet, die Wirtschaftskompetenz geht bald in diesem Raum. In 300 Jahren wird sich diese Maßnahme rechnen. In 300 Jahren. Das ist es, was Sie hier heute umsetzen. Was die Regierung hier vorschlägt und hier dem Parlament vorlegt, ist nichts anderes meines Empfindens noch, als wirklich viel Geld auf einem Haufen zu verbrennen. Es wäre so viel wichtiger, diese Mittel in die Hand zu nehmen, den Sozialversicherungen zu geben und damit eine Leistungsharmonisierung nach oben zu ermöglichen. Denn das wäre mit diesen 30 Millionen Euro sehr wohl im Sinne der sozialversicherten Menschen möglich. Geschätzte Abgeordneten Kollegen der Regierungsfraktionen, wir können gemeinsam hier heute zeigen, dass die Regierung selbst zwar einen Entwurf vorgelegt hat, aber das Parlament hier nicht einfach eine Abstimmungsmaschine ist, sondern wir selbst die Möglichkeit haben, noch zu denken und auch Gedanken darüber zu machen, ob dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis in irgendeinem argumentativen Zusammenhang steht. Und es hat im Ausschuss auch vom Kollegen Loacker Vorschläge gegeben, die beinhaltet haben, ein digitales Foto der Personen zu hinterlegen. Das heißt, die Karte wird gesteckt, der Arzt, die Ärztin sieht am Bildschirm ein digitales Bild und das würde einen Bruchteil der Kosten ausmachen, die Sie hier heute beschließen wollen. Und trotz allem wäre genau dieselbe Maßnahme getroffen, nämlich es könnte einem Sozialmissbrauch, der eventuell stattfindet, der gar ausgemacht werden. Also ich bitte Sie, das noch einmal zu überdenken. Verstecken Sie sich nicht hinter Ihren Parteichefs, sondern zeigen Sie, dass wir dieses Problem, das Sie hier erkennen mögen, besser machen können, auf eine andere Art und Weise, nämlich durch eine schlauere Umsetzung und nicht durch diesen enormen bürokratischen Aufwand, den Sie hier betreiben wollen. Es ist, glaube ich, unsere Verantwortung, dass wir hier verantwortungsvoll mit Steuergeld umgehen und eine Maßnahme umzusetzen im Ausmaß von 32,5 Millionen Euro, obwohl der Schaden auf der anderen Seite nur ein Bruchteil davon ist, nämlich rund 100.000 Euro pro Jahr. Das steht wirklich in keinem Verhältnis. Vielen Dank. Aufgrund des Verhältnisses zwischen Kosten und Nutzen würden sich Fotos auf E-Card erst nach 300 Jahren rechnen, so Daniela Holzinger-Fogtenhuber von der Liste jetzt. Und an Bord ist jetzt die Sozialministerin von der FPÖ, Beate Hartinger-Klein. Was die Zeckenimpfung betrifft, eingehe. Sie wissen ganz genau, Herr Kollege Mohitsch, dass das eine freiwillige Leistung der oberösterreichischen Gebietskrankenkasse ist, dass die Selbstverwaltung der oberösterreichischen Gebietskrankenkasse das entschieden hat. Und ich frage mich schon, und ich bitte Sie auch, sich diese Frage zu stellen, warum wählen Sie jetzt diesen Zeitpunkt? Nur, nur damit Sie der Regierung etwas vorwerfen können. Ich garantiere, dass das, wenn die Sozialversicherung fusioniert ist, nicht der Fall ist. Und jetzt zum Thema der E-Card. Lieber Herr Kollege Mohitsch, die E-Card kann alles. Sie kann nämlich die Sicherheit gegen Missbrauch garantieren und sie kann auch, und über das wurde überhaupt nicht gesprochen, die Sicherheit für den Patienten, die Identifikations garantieren, nämlich das ist die Grundlage für den elektronischen Gesundheitsakt. Und ich war gerade in Deutschland beim Gesundheitsminister Spahn. Die beneiden uns alle über unsere Digitalisierungsprojekte. Egal, ob es die E-Medikation ist, ob die E-Card es ist, ob es Elga ist. Wir sind Vorbild, bitte, für alle anderen Staaten, was diese Themen betrifft. Und was den Vorwurf betrifft, die E-Card rechnet sich nicht, das Foto auf der E-Card rechnet sich nicht. Diese 32,5 Millionen Euro, meine Damen und Herren, das ist die E-Card-Ausrollung generell auch, die da beinhaltet ist. Alle fünf Jahre muss die E-Card neu ausgerollt werden, aus Sicherheitsgründen. Das heißt, das Foto auf der E-Card kostet nicht die 32,5 Millionen Euro. Also bitte bleiben Sie bei den Tatsachen und stellen Sie nicht solche Fantasiekonstrukte in den Raum. Ab dem 1. Jänner 2020 sind alle neu ausgegebenen E-Cards mit Foto zu versehen. Bis Ende 2023 wird der Umtausch abgeschlossen sein. Das heißt, das verpflichtende Foto auf der E-Card stellt für mich einen weiteren Modernisierungsprozess für das österreichische Gesundheitswesen dar. Das Foto auf der E-Card ist eine wichtige Maßnahme, nicht nur, habe ich schon gesagt, gegen missbräuchliche und unberechtigte Inanspruchnahme. Und es geht nicht um die Anzahl der gestohlenen E-Cards. Es geht um die Weitergabe und Nutzung durch mehrere Personen. Das ist hinterherzustellen und das ist verunmöglicht worden durch das Foto, oder wird verunmöglicht durch das Foto auf der E-Card. Das Foto auf der E-Card ist ebenfalls eine Erleichterung für die Ärzte, auch das bitte zu bedenken, die in Zukunft keinen zusätzlichen Ausweis, das ist also oft eine falsche Information, zur E-Card verlangen müssen und um sich der Identität der Patienten zu versichern. Rund 80 Prozent, 80 Prozent aller Karteninhaber bekommen automatisch eine neue E-Card mit Foto, ohne etwas tun zu müssen. Und nur für rund 1,5 Millionen ist kein Lichtbild in den Registern vorhanden und mit Heranziehen von zentralen Fremdenregister für die Beschaffung von Lichtbildern kann diese Zahl natürlich auch entsprechend reduziert werden. Für die Registrierung der Fotos bei den SV-Dienststellen und bei den Landespolizeidirektionen ist ein Betrag von 13 Millionen vorgesehen. Vergangenes Jahr wurde noch von 18 Millionen gesprochen. Das heißt, auch wir haben es geschafft, hier effizienter vorzugehen und konnten 5 Millionen einsparen. Auch das muss man dazu sagen. Einsparungen ergeben sich auch aus der Anbindung des Fremdenregisters, insbesondere für Fremde aus Drittstaaten sollen hier Lichtbilder, die vorhanden sind, also entsprechend verwendet werden. Die Differenz zur Darstellung der Ergebnisaushalt der WFA, was immer so diskutiert wird, ergibt sich vor allem daraus, dass im Ergebnis Haushalt der Sozialversicherung noch ein Kostenersatz von 7,5 Millionen Euro seitens des Finanzministers zu berücksichtigen ist. Durch zusätzliche Fotoregistrierungsschiene soll das Alternative für einen österreichischen Staatsbürger, für den bisher kein Lichtbild vorhanden ist, eine einfache Möglichkeit zur Beibringung geschaffen werden. Die Beibringung von Lichtbildern für die Verwendung auf der E-Card wird bei allen Landesstellen der Sozialversicherungsträger möglich sein und der Hauptverband hat ergänzend auch Vereinbarungen mit den Gemeinden, kann mit den Gemeinden abschließen. Für Nicht-Österreicher werden diese alternativen Registrierungen bei den Landespolizeidirektionen vorzunehmend sein, auch das aus Identitätsfeststellungsgründen. Ausnahmen von der Verpflichtung sollen neben schwerwiegenden, insbesondere gesundheitlichen Gründen, auch natürlich für die Altersgruppe ab 70 möglich sein. Die Verordnung wird auch festlegen, dass Personen ab der Pflegestufe 4 ebenso ausgenommen sind. Selbstverständlich steht aber den über 70-Jährigen freiwillig es zu, hier auch mit einem Lichtbild die E-Cards zu versehen. Meine Damen und Herren, Fazit ist für mich, was ist der Mehrwert der E-Card? Es ist einerseits die Sicherheit gegen Missbrauch und andererseits die Sicherheit für den elektronischen Gesundheitsakt und für die Identifikation des Patienten bei den Ärzten. Das Foto auf der E-Card ist eine wichtige Maßnahme gegen Missbrauch. Es geht dabei nicht nur um den Diebstahl der Karten, sondern auch um die unerlaubte Weitergabe, betont Sozialministerin Beate Hartinger-Klein von der FPÖ. Am Wort von der FPÖ Werner Neubauer. Nun mehr mehr als zwölf Jahren hat die Freiheitliche Partei auch durch dokumentierte, verschiedenste Anträge hier im Rohnhaus diese E-Card versehen mit einem Foto gefordert. Ich bedanke mich bei der Frau Bundesministerin, dass sie das nun in die Gänge gebracht hat, dass wir heute zur Beschlussfassung kommen können, um das auch nach zwölf Jahren umzusetzen. Dafür vorerst mein herzlicher Dank dafür. Noch einmal vielleicht ganz kurz erläutert, warum wir damals wie heute tatsächlich diese E-Card mit Fotos eingefordert haben. Die Frau Bundesminister hat das jetzt schon in einigen Sätzen auch angesprochen. Ganz, ganz wichtig an erster Stelle war uns dabei immer der Gedanke, dass die Sicherheit für Ärzte und Patienten gewährleistet sein muss, dass die richtige Person, die sich mit einer E-Card ausweist, auch tatsächlich vor einem steht und vom Arzt auch entsprechend behandelt werden kann, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist ja wohl das Wichtigste im Gesundheitswesen und gleichzeitig natürlich verbunden eine Maßnahme zur Vorbeugung zum sozialen Versicherungsbetrug. Und wenn heute hier einige Redner herausgekommen sind und das alles versuchen, klein zu reden, dann verstehe ich das nicht. Die SPÖ behauptet, heute sei kein Mehrwert gewesen. Heute, 2017, war für den sozialdemokratischen Bundesminister der Mehrwert sehr wohl gegeben. Das verstehe ich dann heute nicht, warum das heute nicht mehr sein soll. Die Parameter dafür haben sich nämlich nicht verändert. Und damit verstehe ich aber auch, warum die Sozialdemokratie heute offenbar nicht mehr in einer Bundesregierung ist, weil ihr nämlich nicht paktfähig seid. Ihr habt 2017 hier mitgestimmt und heute sagt ihr, das interessiert euch nicht mehr. Offenbar habt ihr ein Schleudersyndrom, das im Liegen noch umfällt. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Dafür gibt es aber keine E-Card und da hilft auch kein Foto. Um einigen die Zahlen, um die es tatsächlich geht, auch noch einmal näher zu bringen. Wir haben im Jahr, seitdem es diese E-Card gibt, von 2006 bis 2016 tatsächlich 530.000 gestohlene E-Cards. Also von wegen ein paar Hundert, meine sehr geehrten Damen und Herren Vorrednerinnen und Vorrednern, keine Rede. 530.000 gestohlene und jetzt kommt es noch, 1.600.000 verlorene. Und nachdem die Sozialdemokratie und deren Minister es zehn Jahre verweigert haben, tatsächlich den Umstand des Missbrauchs zu erheben, haben wir diese Zahlen nie wirklich herausfinden können. Und das ist natürlich die Wahrheit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wenn wir jetzt rechnen, und das sind die Zahlen des Hauptverbandes, dass die Wiederbeschaffung einer E-Card rund zwei Euro beträgt, dann kommen wir alleine mit diesen Zahlen schon auf 4,3 Millionen Euro, nur für den Missbrauch und Verlust. Das sind die realen Zahlen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und weil wir eben in Österreich keine reellen Zahlen über das tatsächliche Höhe des Missbrauchs hatten, hat die Frau Bundesminister sich in Bayern umgehört. Und dort hat die Ärztekammer eine Studie zum Missbrauch offengelegt und auch veröffentlicht. Und dort ist es so, Bayern ist ungefähr gleich groß wie Österreich, hat nur um 2,5 Millionen Einwohner mehr. Das heißt, ungefähr kann man sich daran orientieren, was das heißt, nämlich, dass es dort ungefähr zu einer Milliarde Sozialmissbrauch gekommen ist. Zu einer Milliarde Sozialmissbrauch. Jetzt, wenn man das herunterrechnet auf Österreich, dann kann man ungefähr davon ausgehen, was das bedeutet. Das sind 30 Millionen, die wir heute investieren, wirklich ein geringer Satz, den wir hier gut für die Menschen dieses Landes anlegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Deshalb freut es mich noch einmal ganz besonders, dass wir heute diesen Schritt setzen, ein Foto auf der E-Card, das wird zur Sicherheit im Gesundheitswesen in Zukunft beitragen. Herzlichen Dank. Werner Neubauer von der FPÖ wirft der SPÖ vor, sich im Jahr 2017 noch für das Foto auf der E-Card eingesetzt zu haben. Und am Wort nun von der SPÖ, Gabriele Heinisch-Hossek. Akt, Treue und etwas mitbeschließen geht dann, wenn man vorher anständig verhandelt darüber, wenn Gesetzentwürfe in Begutachtung gehen. Das war nicht der Fall. Wir haben im letzten Sozialausschuss zu drei Themen recht heftig diskutiert. Das war zum einen das Foto auf der E-Card. Das war zum anderen ihre Halbtags-Karfreitags-Murks-Regelung, die jetzt in Wahrheit bedeutet, dass den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein Urlaubstag geraubt wird. Und das dritte war ein Rechtsanspruch auf einen Papamonat, wo ich mich noch erinnere, dass wir auch gestern, es war das Anti-Raucher-Innen-Volksbegehren, ihm liegen umfallen nur so viel, Herr Kollege Neubauer, es war gestern aber auch das Frauen-Volksbegehren-Thema. In vier Stunden im Staccato haben wir hier einige Themen besprochen, Bekenntnisse abgelegt. Aber es war nicht möglich, im Sozialausschuss diesen vierwöchigen Rechtsanspruch nach der Geburt für Väter auch durchzubringen und mit ihnen von wegen Pakttreue hier gut zu diskutieren. Und zur Frau Kollegin Belakowitsch zur E-Card zurückkommend ist noch zu sagen, also wenn dieser Missbrauch, wenn es dauernd weitergegeben wird und ich schleudere meine E-Card dorthin, dorthin und alle nehmen sie. Ich frage nur, vielleicht sollten wir uns alle die Frage stellen, ob diese Ausweispflicht, die ja nach wie vor besteht. Und Frau Ministerin, Sie haben gesagt, bei der zukünftigen E-Card wird sie nicht mehr bestehen. Es ist nur noch nicht im Gesetzestext gestrichen. Das heißt, das, was Sie heute vermutlich beschließen, wird auch für die Zukunft bedeuten. Ich brauche daneben noch einen Ausweis. Und Frau Kollegin Belakowitsch, wenn der nicht verlangt wird, der Ausweis, dann ist es vielleicht doch ein bisschen leichter, die E-Card weiterzugeben. Das heißt, hier sollten sich alle bei der Nase nehmen, auch in den Ambulanzen und in den Arztpraxen, dass man halt diese Minute mehr verlangt und diesen Ausweis mit Foto zeigt. Im Entwurf steht ungefähr eineinhalb Millionen Menschen, die nicht hier registriert sind per Foto, brauchen das jetzt sofort. Alle brauchen es dann ab 2020. Und ich möchte schon noch einmal die Kosten hier im Vordergrund sehen. Ich möchte schon noch einmal sagen, dass die gesamte Selbstverwaltung, und das ist heute noch nicht gesagt worden, so wie sie jetzt bestanden hat, die wird ja jetzt, und Sie haben von Fusion gesprochen, Frau Ministerin, ich würde von Zertrümmerung lieber hier reden, dass die gesamte Selbstverwaltung pro Jahr 5 Millionen Euro kostet. Sie schaffen jetzt 48 Posten, sang- und klanglos dazu. Die einzelnen Funktionäre bekommen mehr Geld bezahlt, als ich und wir uns erträumen können. Und diese Kosten, diese über 25 Millionen, stehen im Verhältnis, aber im Chagor kam nämlich zu den 32,5 Millionen, die in diesen nächsten fünf Jahren die Ausrollung der E-Card mit den Fotos bedeutet, die keinen Ausweiskarakter hat. Das steht nicht im Gesetzestext, dass man keinen Zusatzausweis mehr braucht. Das heißt, da können wir nicht zustimmen, wenn wir Pakttreue bewiesen hätten, dann hätten Sie mit uns reden können, dann hätten Sie mit uns richtig verhandelt, dann hätten wir auch zum Karfreitag reden können, kurz vor Mitternacht eine Regierungsvorlage zu bekommen. Und gesagt zu bekommen, lässt er sich halt heute im Laufe der Sitzung durch. Also so etwas ist in meinen 20 Jahren hier noch nicht vorgekommen. Als nächstes ein Wort. Gabriele Heinisch-Rosek von der SPÖ verteidigt sich gegen die Angriffe der Regierungsparteien. Nächste Rednerin, Kira Grünberg von der ÖVP. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Frau Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Die meisten, ich möchte fast behaupten, fast alle tragen sie bei sich. Viele haben sie in der Geldtasche, wie zum Beispiel AI. Die E-Card ist mittlerweile ein genauso selbstverständlicher Begleiter wie die Bankomatkarte oder diverse Kundenkarten. Vor gut 25 Jahren begann man mit den ersten Feldversuchen. Vor 20 Jahren entstand das entsprechende Gesetz, gefolgt von einer Testphase. Und vor etwa 15 Jahren wurden alle sozialversicherten Österreicherinnen und Österreicher mit einer E-Card ausgestattet. Schon damals war einer der Beweggründe, die E-Card einzuführen, Missbrauch zu vermeiden. Beispielsweise ersetzte die E-Card das zum Teil noch manuelle Ausstellen von Krankenscheinen und Auslandskrankenscheinen. Das Nachdrucken dieser Papierbelege war denkbar einfach und für manche scheinbar zu verlockend. Mit dem bei 01.01.2020 verpflichteten Porträtfoto auf der E-Card setzt man einen weiteren Schritt in Richtung Missbrauchskontrolle. Das Foto wird mittels Laserverfahren in schwarz-weiß aufgebracht, sodass es nicht verfälscht oder abgelöst werden kann. So ist im Vorzimmer des Arztes oder der Ärztin ein Abgleich von Person und Karte sehr einfach durchzuführen. Auch für alle Bürgerinnen und Bürger soll der Aufwand möglichst gering gehalten werden. Rund 80 Prozent der Bevölkerung muss eigentlich gar nichts machen. Denn von diesen liegt bereits ein Foto in der Registrierkasse. Denn vom Reisepass, Personalausweis oder vom Führerschein im Checkkartenformat sind bereits Fotos vorhanden. Die Sozialversicherung darf auf diese Bilder zugreifen und wird die neue E-Card mit Foto in Folge automatisch zusenden. Jene ca. 1,5 Millionen Menschen, von denen kein Foto hinterlegt ist, müssen ein Foto übermitteln. Das ist beispielsweise bei EU-Bürgerinnen und Bürgern mit Wohnsitz in Österreich so. Aber selbst diese Zahl wird sich noch verringern, denn wie die Frau Ministerin schon erläutert hat, wird die Sozialversicherung auch auf das Fremdenregister zugreifen dürfen. Zusätzlich gibt es noch weitere Ausnahmeregelungen, wie zum Beispiel, dass Kinder unter 14 Jahren von der Fotopflicht ausgenommen sind, dass Ausnahmen der Übergangsfrist bei älteren Geburtsjahrgängen geltend gemacht werden können. Und auch werden gesundheitlich schwer beeinträchtigte Personen, denen das Beibringen eines Fotos unzumutbar ist, ausgenommen. Ich möchte noch hervorheben, dass die Digitalisierung gerade für Menschen mit Behinderungen sehr viele Vorteile bringt. So ist die E-Card ein schon bewährter Teil des österreichischen E-Governments. Auch das Projekt Digitales Amt, das die Bundesregierung kürzlich auf Schiene gebracht hat, bietet viele Vorteile für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. So können Behördenwege barrierefrei und bequem von zu Hause, vom Laptop oder auch vom Handy erledigt werden. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch etwas mitgeben. Denn ich glaube, in diesem Punkt können wir alle noch etwas dazulernen. Wenn Sie das nächste Mal Ihre E-Card zu Hause oder auch beim Arzt in der Hand haben, dann schauen Sie sich diese mal bitte genauer an. Oder besser noch, fühlen Sie sie. Sie werden darauf die Abkürzung SV für Sozialversicherung in Preilschrift erkennen. Damit will ich verdeutlichen, dass es oft scheinbar kleine Dinge sind, die viel bewirken können und mehr Barrierefreiheit schaffen. Dankeschön. Als nächstes am Wort. Rund eineinhalb Millionen Menschen, von denen kein Foto im Register vorhanden ist, müssen ein Bild vorlegen, erklärt Kira Grünberg von der ÖVP. Nächste Rednerin von der SPÖ, Verena Nussbaum. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Bundesministerin, liebe Zuseher vor den Bildschirmen, ich möchte vorab in Erinnerung rufen, warum wir im Jahr 2017 die Zustimmung zum Foto auf der E-Card gegeben haben. Es war nämlich ein Kompromiss, nämlich für die Abschaffung des Pflegeregresses. Und uns war das sehr wichtig, dass wir in Österreich den Pflegeregress abgeschafft haben. Das war es uns wert. Aber Sie wissen ja selber, liebe Kolleginnen und Kollegen, von den Freiheitlichen, wie das ist mit Kompromissen eingehen. Sie sind bei CETA umgefallen. Die ÖVP-Kolleginnen sind beim absoluten Rauchverbot in der Gastronomie umgefallen. Das heißt, Sie wissen ja ganz selber, wie das so läuft. Und immer wenn es um das Thema E-Card geht, dann sprechen Sie, meine Damen und Herren von der ÖVP und FPÖ, davon, dass mit dem Foto auf der E-Card der Missbrauch im Sozialsystem verhindert werden soll. Ich möchte Ihnen jedoch sagen, richtig ist erstens, dass bei Verlust und Diebstahl der E-Card diese sofort gesperrt wird und nicht mehr verwendet werden kann. Zweitens. Alle Ärztinnen und Ärzte in Österreich sind dazu verpflichtet, zur E-Card einen Lichtbildausweis zu verlangen. Anscheinend vertrauen Sie den Ärztinnen und Ärzten nicht. Drittens. Der Missbrauch, von dem Sie immer sprechen, macht weniger als 100.000 Euro im Jahr aus. Das sind 0,0002 Prozent der gesamten Aufwendungen der Sozialversicherung. Das, was Sie hier aber durchpeitschen wollen, denn Sie haben wieder einmal die Regierungsvorlage ohne Begutachtung eingebracht, kostet den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern 6,6 Millionen im Jahr. Im Vergleich dazu braucht die Sozialversicherung für die Selbstverwaltung lediglich 5,5 Millionen Euro. Das heißt, über diesen Betrag regen Sie sich immer auf, wie teuer das wäre, aber 1,1 Millionen Euro mehr werfen Sie jetzt dann in Zukunft jährlich aus dem Fenster. Bleiben wir bei der Selbstverwaltung. Dass sich nun auch noch der Innenminister durch Weisungen in die Geschäfte der Sozialversicherung einmischen darf, ist verfassungsrechtlich äußerst bedenklich. Und nun zum Foto noch einmal auf der E-Card. Es gibt keine Kriterien, welches Foto verwendet werden darf und wie alt es ist. Die E-Card ist auch weiterhin kein Ausweis. Ärztinnen und Ärzte müssen nach wie vor kontrollieren. Diese 33 Millionen Euro sind einfach aus dem Fenster geworfenes Geld. Aber Geld aus dem Fenster werfen, Frau Bundesministerin, können Sie am besten, wie wir es auch schon bei der Zerstörung der Sozialversicherung gesehen haben. Zu SPÖ-Abgeordnete Verena Nussbaum und am Wort von der FPÖ Peter Wurm. Ja, danke, Frau Präsidentin, Frau Minister, hohes Haus, weite Zuseher. Eine sehr sonderbare Diskussion, die sich hier um die E-Card mit Foto mehr oder weniger aufzeigt bei den letzten Rednern. Ich möchte schon noch einmal klarstellen, um das auch für die Zuschauer hier plastisch darzustellen, seit 2004 haben wir die E-Card in Österreich. Und seit dem Jahr 2004 diskutieren wir im Grunde genommen, ob ein Foto hier machbar ist und umsetzbar ist. Ich glaube, Sie alle werden Ausweise haben, wo Fotos drauf sind. Das heißt, dass wir heute wieder diskutieren müssen, ob ein Foto rauf soll oder nicht, das ist für mich im Jahr 2019 nicht nachvollziehbar. Selbstverständlich gehört ein Foto auf eine E-Card drauf. Das sollte außer Diskussion stehen. Der zweite Punkt, der sehr sonderbar ist, die Kosten betreffend, also die SPÖ vor allem, regt sich furchtbar auf über die Umstellungskosten von rund 30 Millionen Euro. Wobei man ja auch der Frau Ministerin hätte zuhören können im Ausschuss und heute werden ausführen. Ist ja nicht so schwer, intellektuell nachzuvollziehen. Diese Umstellung von rund 8 Millionen E-Cards hätte sowieso erfolgen müssen. Das heißt, wir bekommen nicht nur eine neue E-Card in den nächsten vier Jahren mit einem Foto drauf, sondern wir bekommen eine E-Card mit besseren Sicherheitsmerkmalen. Also eine Geschichte, die sowieso entstanden wäre. Also es entstehen keine Mehrkosten von 30 Millionen, sondern das sind Kosten, die bei der Umstellung ohnehin erfolgen hätte müssen. Kollege Lohacker, gerade du kannst das Intellektuelle sicher nachvollziehen. Du weißt, um was es geht. Diese Kosten würden sowieso entstehen. Das heißt, der zweite Punkt. Und der dritte Punkt bei der Diskussion, die sich ja auch hier im Plenum über Jahre gezogen hat. Man sollte noch einmal klarstellen, wer bezahlt die Gesundheitskosten in Österreich. So, das sind jene, die Beiträge zahlen. Und genau das ist der Grund, warum die Bevölkerung draußen auch diese Maßnahme ausdrücklich gut heißt. Weil alle, wir sind sehr froh, dass wir ein funktionierendes Gesundheitssystem haben. Im praktischen Arztbereich, im Krankenhausbereich. Aber das wird von Beitragszahlern finanziert. Und diese Beitragszahler haben ein Anrecht darauf, dass jene Personen, die ein System einzahlen oder einen Anspruch auf eine E-Card haben, auch diese Leistungen erhalten. Und nicht zig Zehntausende, die sich diese Leistungen erschlichen haben und nach wie vor erschleichen. Und jetzt komme ich auch zu den Zahlen. Auch ausführlich diskutiert. Wir können schätzen, wie viel es ist. Aber ich möchte Ihnen doch einen exemplarischen Fall aus Tirol, nur einen Fall aus Tirol, noch einmal kurz erzählen, weil er auch so schön zum Erzählen ist. Da gibt es eine über 60-jährige, türkischstämmige österreichische Staatsbürgerin, die seit über zwölf Jahren in der Türkei lebt. Und jetzt ist man draufgekommen kürzlich, dass sie ihre Mutter bei den Reisen mitgenommen hat und ihre Mutter, die keine österreichische Staatsbürgerin ist, mit ihrer E-Card dementsprechend versorgt hat, Operationen gemacht hat und, und, und. Nach zwölf Jahren ist man draufgekommen. Und das war mehr oder weniger ein Zufall. Und eine übergenaue Ärztin, die gesagt hat, da kann irgendwas nicht stimmen. So, das heißt, ein exemplarischer Gesamtschaden nur bei diesem Fall in Tirol, ein Fall über 50.000 Euro. Und alle kennen im bekannten Verwandtenkreis Erzählungen, wo plötzlich Leute am Schalter stehen, die haben drei, vier E-Cards mit und keiner weiß, weil man den Namen teilweise nicht aussprechen kann. Also, man soll mal wissen, ob diese Person, die vor einem steht, auch dort betreffend richtig ist. Also, vollkommen klar, hier war hoch an der Zeit, die Dinge, die Dinge jetzt einmal zu verbessern. Auch eine Geschichte, die vor allem die Neos oder die Sozialdemokratie stört, für die meisten Österreicher, eigentlich für fast alle, wird es überhaupt keine Umstellung bedeuten, weil die Fotos automatisch hochgeladen werden. Das heißt, es braucht keiner was machen. Aber wir haben heute gelernt, oder nicht heute, wir wissen es ja schon länger, dass es ungefähr 1,2 bis 1,5 Millionen Anspruchsberechtigte gibt, wo es kein Foto gibt. Das heißt, da kann man auch nicht nachvollziehen, wer ist das. Und hier steht drinnen, und das ist auch eine richtige Maßnahme, dass jene Nicht-Österreicher sich einmal grundsätzlich bei der Landespolizeidirektion melden sollen und dort ihre Identität nachweisen und auch ein Foto mitbringen. Und das ist eine Maßnahme, eine Maßnahme, die die Österreicher auch nicht stören wird. So, weil diese über eine Million, die sollen halt den Weg zur Landespolizeidirektion machen, sollen ihre Identität dort dementsprechend dokumentieren, mit richtigen Ausweisdokumenten und ein Foto mitbringen. Und dann ist es überhaupt kein Problem, dieses Foto dann auf der E-Card, wenn er denn überhaupt anspruchsberechtigt ist für eine medizinische Versorgung, wird er sie auch bekommen. Also überhaupt kein Problem. Aber in Wahrheit haben Sie natürlich auch genau vor diesem Thema Angst. Sie wollen nicht nur in dem Bereich, Sie wollen auch sonst bei vielen Dingen die wahren Hintergründe nicht sehen. Und Sie wollen lieber den Deckel draufhalten und hier Dinge, die nicht ordnungsgemäß laufen, nicht aufdecken. Das wird mit uns nicht der Fall sein. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute gemeinsam mit der Frau Ministerin eine jahrelange freiheitliche Forderung umsetzen. Steht auch im Regierungsprogramm. Und das ist ein schöner Tag für Österreich. Danke. Bereits seit der Einführung der E-Card im Jahr 2004 diskutiere man über die Einführung einer Fotopflicht, erklärt Peter Wurm von der FPÖ. Zu Mehrkosten komme es nicht, da ohnehin eine Umstellung auf modernere Karten mit besseren Sicherheitsfunktionen geplant gewesen sei. Am Wort von der FPÖ die letzte Rednerin in diesem Tagesordnungspunkt, Andrea Michaela Schartl. Das kann ich mit einem Foto eindeutig erkennen. Und weil vor allem von der SPÖ immer wieder darauf hingewiesen wird, es ist ein Torüberfahren, es wird mit Ihnen nicht verhandelt. Sie müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass diese Regierung immer gemeinsam und in Einheit Entscheidungen trifft, darüber sich einig ist und deshalb es nicht notwendig ist, dass wir anderen immer mit Ihnen einen Kuhhandel vereinbaren müssen, wo Sie in der Hoffnung sind, dass Sie das eine oder andere doch mit uns mitbeschließen können. Und noch einmal, es ist eine ganz wichtige Geschichte, weil man dadurch wirklich die Sicherheit nicht nur, dass man erkennt, welche Person ist, aber die Frau Minister hat einen sehr wichtigen zusätzlichen Aspekt erwähnt. Es ist essentiell, wenn Älger kommt, dass auch für den Arzt, für eine Krankenschwester, für Notfall, für Sanitäter eindeutig erkennbar ist, dass es sich um diese Person handelt und die Medikation oder die Krankheiten oder die Allergien oder die Unverträglichkeiten eindeutig zuordnbar sind. Und ich möchte auch noch sagen, im März 2016 haben wir im steiermärkischen Landtag auch diesen Antrag eingebracht und der wurde einstimmig von allen im Landtag vertretenen Fraktionen, auch von der SPÖ-Fraktion, angenommen und für äußerst gut behalten. Zu Wort ist niemand mehr gemeldet, somit schließe ich die Debatte. Wünschte Herr Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Wir gelangen nun zur Abstimmung. Zunächst ist über die beiden vorliegenden Rückverweisungsanträge abzustimmen. Hinsichtlich des Gesetzesentwurfs in 497 der Beilagen liegen ein Rückverweisungsantrag der Abgeordneten Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen, sowie ein Rückverweisungsantrag der Abgeordneten Holzinger, Focken, Huber vor. Und ich lasse sogleich darüber abstimmen, den Gesetzesentwurf in 497 der Beilagen nochmals an den Ausschuss für Arbeit und Soziales zu verweisen. Und ich suche jene Mitglieder, die für diesen Rückverweisungsantrag sind, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist die Minderheit. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesetzesentwurf in 497 der Beilagen. Und ich ersuche jene Damen und Herren, die diesem Gesetzesentwurf zustimmen, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist mehrheitlich angenommen. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Und ich bitte jene Damen und Herren, die auch in dritter Lesung diesem Gesetzesentwurf zustimmen, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist die Mehrheit. Und somit ist der Gesetzesentwurf in der dritten Lesung angenommen. Wir gelangen nun zum fünften Punkt der Tagesordnung. Das ist der Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag für... Der Nationalrat verzichtet bei Leiharbeitsfirmen auf eine eigentlich geplante Erhöhung der Lohnnebenkosten. Darum wird es jetzt in der nächsten Debatte gehen. Der Arbeitgeberbetrag zum Sozial- und Weiterbildungsfonds soll bei 0,35 Prozent belassen werden und nicht wie vorgesehen schrittweise auf 0,5 beziehungsweise 0,8 Prozent erhöht werden. Die rot-schwarze Vorgängerregierung hatte Anfang 2017 die Lohnnebenkosten für Leiharbeitsfirmen im Jahrzehnten und Zeitraum von vier Jahren gesenkt. Am Wort Markus Vogel, SPÖ. Das Image dieser Branche war nicht immer das Beste in Österreich. Und die Sozialpartner haben gesagt, was braucht es, damit man zum einen das Image der Branche verbessern, aber auch die Arbeitsbedingungen für die Menschen in dieser Branche nachhaltig verbessern. Und eines der wesentlichen Instrumente dort ist das Thema Weiterbildung. Und darum war es eine Sozialpartnereinigung, die dazu geführt hat, dass es einen Sozial- und Weiterbildungsfonds gibt, den ZeitarbeitnehmerInnen nützen können, dann, wenn ihr Überlassungsverhältnis beendet ist. Und ich glaube, beide Seiten konnten sehr stolz sein, diese Sozialpartnerinigung reich zu haben. Und wir sehen auch, dass das Instrument dieser Weiterbildung und Qualifizierung sehr, sehr gut angenommen wird. Denn trotz Hochkonjunktur, das heißt die Wirtschaft brummt, viele Unternehmen beschäftigen natürlich ihre ZeitarbeitnehmerInnen im längeren Zeitraum, wird dieses Instrument immer stärker nachgefragt. Und jetzt kommt dann diese Kritik, die im Ausschuss von den Regierungsparteien gekommen ist, ja, was wollt ihr? Wenn wir ein Gesetz machen, wollt ihr eine Sozialpartner-Einigung, wenn es über Sozialpartner läuft, wollt ihr ein Gesetz. Wir wollen eine stringente Vorgangsweise. Weil das, was ihr macht, ist, dass wenn es zum Vorteil der ArbeitnehmerInnen ist, ihr das zu den Sozialpartnern gebt und sagt, macht's, dort wissen wir im Hintergrund vieles blockiert. Und wenn es zum Vorteil der Wirtschaft ist, dann können wir gar nicht so schnell schauen, liegt das Gesetz im Haus. Und genau so ist es wieder hier. Wieder ohne Begutachtung und wieder dem Willen des Sozialpartners wird hier ein Gesetz beschlossen, dass die Beiträge zum Sozial- und Weiterbildungsfonds abgesenkt werden. Und das, obwohl in Ihrem Haus, Frau Ministerin, eine Studie zu diesem Fonds liegt, die wir noch nicht kennen. Das heißt, ohne datenbasierte Analyse wird hier einseitig wieder etwas gemacht. Und wo ich wirklich enttäuscht bin, das ist die Frau Abgeordnete Graf, denn Sie sind eine der Sozialpartnerinnen. Sie haben in Ihrer Verantwortung Sozialpartnerin diesen Fonds verhandelt und Sie wissen, dass dieser Fonds ja nur ein Teil der Einigung war, dass ein weiterer Teil eine Stiftung gewesen wäre. Und jetzt hier diesem Gesetz zuzustimmen, dafür zu sorgen, dass entgegen dem Willen der Sozialpartnerschaft, das hier in diesem Haus so beschlossen wird, ist ein massiver Bruch sozialpartnerschaftlicher Kultur und Tradition, die in diesem Haus heute wieder passiert. Und wo wir auch Dissens haben, dann wird man auch aufzeigen, wo sind die Bruchlinien. Kollege Gerald Noacker möchte sozusagen auch, dass es Weiterbildung gibt, aber dein Vorschlag ist, ich habe meinen persönlichen Rucksack. Das heißt, ich zahle persönlich immer auf mein Konto ein. Und was ist der Unterschied zu unserer Position? Dieser Fonds bietet eine einmalige Chance, denn da geht es nicht darum, das, was unserer Sozialdemokratie wichtig ist, Chancengleichheit. Es gibt Menschen, die haben einfach schlechtere Stadtvoraussetzungen im Leben. Der hat vielleicht nicht die Möglichkeit gehabt gehabt, eine vernünftige Ausbildung zu machen. Dieser Fonds ermöglicht es, Abschlüsse nachzuholen. Und nicht abhängig davon, was auf meinem Konto ist, sondern unabhängig davon, und darum geht es uns, dass Menschen, die wollen diese anstrengende Möglichkeit zur Weiterentwicklung haben, unabhängig davon, wo sie gesellschaftlich hingestellt worden sind, diese Möglichkeit sollte es für alle geben. Und dass die FPÖ mit so etwas überhaupt nichts anfangen kann, Chancengleichheit, faire Chancen im Leben, das sagt die Presseaussendung von Kelle gegen Racker, der gleich einmal die Aufhebung von dem Fonds haben möchte. Aber um auch so etwas Persönliches am Schluss zu machen, der Kollege Wöginger ist leider nicht im Haus. Natürlich unterstützen wir den Kollegen Wöginger in seiner Forderung. Und nachdem du ja hier immer wieder bewiesen hast, wie durchsetzungsstark du bist, gehe ich davon aus, dass du unserem Abänderungsantrag zustimmen wirst. Der Abgeordnete Vogel, Genossinnen und Genossen verlangen einen Abänderungsantrag zu Antrag 535a. Der Nationalrat will in zweiter Lesung beschließen. Der eingangsbezeichnete Gesetzesantrag wird wie folgt geändert. Die Ziffern 1 bis 3 lauten wie folgt. In § 5 wird folgend Absatz 3 angefügt. Die Anzahl der überlassenen Arbeitskräfte darf nicht mehr als 10% der Belegschaft betragen. Lehrlinge werden dabei nicht in die Anzahl der Beschäftigten eingerechnet. In § 10 wird folgender Absatz 7 eingefügt. Die überlassene Arbeitskraft hat nach 18 Monaten bei einem und demselben Beschäftigten auf eigenen Wunsch den Anspruch auf eine Übernahme in die Stammbelegschaft. Die bisherige Ziffer 1 entfällt. Die bisherige Ziffer 2 erhält die Bezeichnung Ziffer 7. Lautet wie folgt. In § 23 wird folgender Absatz 24 eingefügt. Die § 5 Absatz 3 und 10 Absatz 7 tritt mit 1. Juli 2019 in Kraft. Wir schaffen, wir machen das, was ihr gefordert habt. Nämlich, dass Menschen die Möglichkeit haben, fix in der Beschäftigungsverhältnis übernommen zu werden nach 18 Monaten. Wir unterstützen euch bei dieser Forderung. Wir warten uns aber auch, dass ihr nicht nur eine Forderung aufstützt, sondern am Ende des Tages auch dazu steht und hier mit uns diesen Beschluss heute fasst. So, der SPÖ-Abgeordnete Markus Vogel, nächster Redner von der FPÖ, Christian Rager. Als nächstes am Wort ist der Herr Abgeordnete Rager. Wäre am Wort. Am Wort ist der Herr Abgeordnete Haubner. Der FPÖ-Abgeordnete Christian Rager dürfte gerade nicht im Plenum sein. Deswegen ist der nächste Redner am Wort, Peter Haubner von der ÖVP. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Frau Minister, meine werten Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Damen und Herren auf der Galerie. Na ja, der Kollege Vogel hat es ausgeführt. Wir beschäftigen uns mit dem Arbeitskräfteüberlassungsgesetz. Und im Konkreten geht es um diesen Weiterbildungs- und Sozialfonds. Ich möchte aber zuerst sagen, dass inzwischen die Arbeitskräfteüberlasser ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig geworden sind und sie stellen für die Wirtschaft mittlerweile eine unverzichtbare Dienstleistung auch dar. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Denn mit knapp 100.000 Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeitern in Österreich leistet die Branche einen Umsatz von 4,17 Milliarden Euro und sind damit ein wichtiger und entscheidender Beitrag auch zur Volkswirtschaft und sind somit für den Standort Österreich in ihrer Form auch unverzichtbar. Zeitarbeit ist eine sehr wichtige Dienstleistung geworden und die Unternehmer nützen dieses Angebot auch gerne, um in Zeiten erhöhter Nachfrage ihre Auftragsspitzen abdecken zu können. Und auch beim AMS sind inzwischen die Arbeitskräfteüberlasser ein nicht unbedeutender Faktor. Denn über Zeitarbeit finden eben Arbeitslose, Langzeitarbeitslose oder Wiedereinsteiger den Weg in die Beschäftigung. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann ist es heute Tatsache, dass fast jeder vierte überlassene Zeitarbeiter vom Unternehmen auch übernommen wird und somit in ein direktes Dienstverhältnis kommt. Das ist eine erfreuliche und wichtige Tatsache. Und wir haben uns eben dazu bekannt und als Ziel gesetzt, Arbeitslose so schnell wie möglich in Beschäftigung zu bringen. Und deshalb ist für uns die Zeitarbeit ein möglicher Weg zu einem fixen Arbeitsplatz. Und jetzt komme ich zu dem Fonds, meine Damen und Herren, und zu der strapazierten Zulage und zu der Beibehaltung des jetzigen Status. Ich glaube, die Empfindlichkeit der SPÖ und der Gewerkschaft möchte ich hier hinten anstellen. Denn ich glaube, es ist so, dass auch ihr nicht immer den Weg eingehalten habt. Und ich kann mich erinnern, bevor wir in die Wahl geschritten sind, wie oft man das strapaziert hat, das gemeinsame und dann den gemeinsamen Weg verlassen hat. Und zum Zweiten, immer nur mit Vorschriften zu arbeiten und hier immer nur wieder neue Barrieren aufzubauen, glaube ich, damit ist uns auch nicht gedient. Und deshalb sage ich ganz deutlich, wir stehen für Entlasten statt Belasten, meine Damen und Herren. Das ist unser Weg. Und deshalb wollen wir auch mit dem vorliegenden Antrag, und ich möchte das schon einmal betonen, es handelt sich ja dabei um eine Zulage zu den Arbeitgeberbeiträgen. Die zahlen also Arbeitgeberbeiträge, die Arbeitskräfte überlassen wir alle anderen auch. Und dann haben Sie einen Zuschlag, einen Zuschlag, der momentan 0,35 Prozent ist. Und wir sind dafür, dass dieser Zuschlag weiter bestehen bleibt, aber dass er auch in der gleichen Höhe bestehen bleibt. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Und wenn wir uns auch diesen Fonds anschauen, dann hat er mit Ende des Jahres 2017 eine Rücklage von 26 Millionen Euro. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt weiter einzahlen in diesem Fonds, dann werden wir diesen Fonds weiter gut dotieren können, um die notwendigen Maßnahmen, die sich dieser Fonds zu leisten hat, auch weiterhin leisten zu können. Wir können uns aber vielleicht darüber unterhalten, und deshalb ist es so wichtig, dass diese Evaluierung momentan stattfindet, ob die Maßnahmen, die aus diesem Fonds bearbeitet werden, ob wir hier einmal vielleicht über die De-Minimis-Regelung reden können und über die Förderleistungen. Weil die Förderleistungen, die die Unternehmen in Anspruch nehmen können, entsprechen nicht immer der Höhe der Beitragszahlung. Also hier hätten wir Handlungsbedarf. Allerdings bin ich dafür, dass wir Arbeitskräfte überlassen, die eine hervorragende Arbeit für den Wirtschaftsstandort leisten, in dieser Hinsicht nicht weiter belasten sollten, sondern bei dem bisherigen Beitrag bei der Zulage bleiben sollten. Danke vielmals. Als nächstes am Wort der Herr Abgeordnete Lorca. So Peter Haupner von der ÖVP zum Verzicht der Erhöhung der Lohnnebenkosten bei Leiharbeitsfirmen. Am Wort Gerald Lorca von den NEOS. Das gilt im Sozial- und Weiterbildungsfonds für die Zeitarbeiter, das zahlen die Zeitarbeitsfirmen. Und wie Kollege Haupner sauber ausgeführt hat und gut verständlich, das sind lupenreine Lohnnebenkosten, die in diesem Fonds landen. Und weil der Fonds eine Fehlkonstruktion ist, hat er innerhalb von vier Jahren 30 Millionen Euro an Vermögen angehäuft, die nicht dem eigentlichen Zweck zugeführt worden sind. Und Geld weckt natürlich Begehrlichkeiten und so haben sich auf einmal die Verwaltungskosten vervielfacht und der ORF-Report hat schon über einen Betrugsfall berichtet mit SWF-Geld. Ja und Sozialminister Stöger hat damals, als ich mit meinen parlamentarischen Anfragen diese Reserven des Fonds ans Licht geholt habe, irgendwann den Vorschlag gebracht, den Beitragssatz vorübergehend zu senken. Das hat damals die ÖVP mitgetragen. Ich muss jetzt den eigenen Beschluss von damals sanieren. Aber trotzdem liegt immer noch ein Millionenvermögen in diesem Fonds. Jetzt wird, und das ist gut, der Beitragssatz dauerhaft gesenkt. Das löst aber nicht das Problem, das lindert es. Nur es liegt dann halt nicht so viel Geld in dem Fonds. In Wirklichkeit hat dieser Fonds sein Ziel verfehlt. Und was dann zu tun wäre, das steht im Gesetz in § 22f Arbeitsüberlassungsgesetz. Dort steht, der Bundesminister hat den Fonds aufzulösen, wenn der Zweck des Fonds nicht erreicht wird. Da steht nicht, der Minister kann den Fonds auflösen. Der Minister hat ihn aufzulösen. Also hat schon Stöger gesetzwidrigerweise den Fonds nicht aufgelöst und bestehen lassen. Und Ministerin Hartinger-Klein lässt gesetzwidrigerweise den Fonds bestehen und löst ihn nicht auf. Aber das ist in Österreich alles ganz normal, nicht? Auch gesetzwidrigerweise berufen sie die Alterssicherungskommission nicht ein, obwohl sie das schon sehr lange müssten. Wir wissen, was in dieser Regierung gilt. Kickl hat gesagt, das Recht muss der Politik folgen und nicht die Politik dem Recht. Und deswegen ist es völlig egal, wenn bei uns Minister sich nicht ans Gesetz halten. Als Fehlkonstruktion bezeichnet Gerald Lohacker von den Neos den Sozial- und Weiterbildungsfonds. Dort seien 30 Millionen Euro an Vermögen angehäuft worden, die nicht dem eigentlichen Zweck zugeführt wurden. Am Wort Tanja Graf, ÖVP. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, als Unternehmerin und Kennerin der Branche bin ich schon sehr erstaunt, wie wenig die Belastungspartei SPÖ über die Bedeutung der Zeitarbeit im 21. Jahrhundert in Zeiten von Flexibilisierung, Globalisierung und Digitalisierung verstanden hat. Denn so wie die Belastungs-SPÖ agiert, sollen nur weitere Belastungen geschaffen werden. Mein Kollege Peter Haubner hat bereits in seiner Rede einige wichtige Zahlen und Grundsätze der Arbeitskräfteüberlassung erwähnt. Ich möchte noch einmal ganz deutlich und wirklich ganz deutlich den wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Beitrag dieser Branche hervorheben. Darum noch einmal ganz kurz und prägnant die Zahlen und Fakten. Die Arbeitskräfteüberlasser beschäftigen knapp 100.000 Mitarbeiter. Sie erwirtschaften einen Umsatz von 4,17 Milliarden Euro. Allein in Österreich führen sie damit mehr als wie eine Milliarde Euro an Steuergelder ab. Sie bringen täglich Menschen in Beschäftigung. Mehr als 50 Prozent vom AMS-Vermittelten finden über die Zeitarbeit einen neuen Job. Fast jeder Vierter wird auch übernommen von den Arbeitnehmern. Der punktgenaue Einsatz von Mitarbeitern durch Zeitarbeit ist der ganz wesentliche Punkt für die Firmen, um ihren erhöhten Arbeitsaufwand zu decken. Und die Arbeitskräfteüberlasser sind die einzige Branche, die über einen sozialen Bereich und Weiterbildungsfonds verfügen und auch dafür Millionen einbezahlen. Und jetzt stellen Sie sich her und erklären uns, dass das Aussetzen einer erhöhten Lohnnebenkostenbelastung nicht gerechtfertigt ist. Obwohl der Fonds eine ausgeglichene Gebahrung aufweist und mit Ende 2017, wie es der Herr Loacker schon gesagt hat, eine Rücklage von mehr als 26 Millionen aufweist. Wohlwissend, dass der Fonds sich durch die bereits genannte Demimimis-Regelung von Herrn Loacker bzw. von Herrn Haubner und auch noch zusätzlich durch die Leistungsordnung sich zu einem fetten Sparbuch entwickelt hat. Es scheint, als hätten Sie, der damalige Sozialminister Hunsdorf und danach der Nachfolger Stöger, die festgelegten Beitragssätze ohne irgendwelche Kenntnisse willkürlich festgelegt. Jetzt haben wir einen Erfahrungswert und es zeigt sich ganz klar, dass der Fonds überdortiert ist. Und die SPÖ stimmt dagegen. Ganz im Gegenteil, sie bringen einen Abänderungsantrag ein. Auf diesen Abänderungsantrag darf ich auch noch einmal ganz kurz eingehen, weil der ist in seiner Ironie und Skurrilität schon einzigartig. Sie stellen nämlich in Ihren Antrag Folgendes. Die SPÖ stellt im Ausschuss einen Antrag, nachdem die überlassenen Zeitarbeitnehmer nicht mehr als 10 Prozent der Stammbelegschaft ausmachen darf und die Unternehmer jeden Zeitarbeitnehmer nach 18 Monaten verpflichtet übernehmen müssen. Jetzt stellt sich mir schon die Frage, wenn Ihnen die Arbeitnehmer und die Weiterbildung so am Herzen liegt, warum stellen Sie dann so einen skurrilen Antrag? Denn mit Ihrem Antrag signalisieren Sie eines, dass Sie nicht wollen, dass Arbeitnehmer in Beschäftigung kommen oder maximal 10 Prozent. Das ist genauso wie mit der Biomasseanlage, wo Sie nicht wollen, dass 6.400 Mitarbeiter ihren Job behalten. Und Sie wollen auch nicht, dass die Unternehmer flexibel auf ihre Aufträge reagieren können. Und drittens, das ist ja die Skurrilität in Ihrem Antrag, dass Sie anscheinend auch einen Einnahmerückgang für den Fonds wünschen, weil genau das bedeutet eine Begrenzung. 10 Prozent Zeitarbeit bedeutet nur 10 Prozent in den Fonds hinein zu bezahlen. Also ich muss schon sagen, Sie glauben wirklich, das Einzige, was ich der Meinung bin, dass Sie die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber bevormunden wollen. Und ich bin schon der Meinung, ist es in Ordnung, wenn ich für Sie weiterspreche, und ich glaube eines, und davon bin ich ganz fest überzeugt, dass Sie beim Thema Arbeit, Sie als Belastungspartei der SPÖ, überhaupt keine Expertise mitbringen. Und es freut mich wirklich, dass unsere Sozialministerin gemeinsam mit uns diesen Fonds evaluieren wird, weil unser Motto sollte schon weiter heißen, entlasten statt belasten. Danke. So Tanja Graf von der ÖVP und ebenfalls von der ÖVP ist nun Franz Hörl am Wort. Herr Jarolin, Herr Jarolin, sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Bundesminister, ein wenig, wenn ich mir die Diskussion anschaue, ein wenig kommt mir schon vor, dass viele von euch auf der langen und großen Karriereleiter, die ihr durch die Partei hinaufgekommen seid, ein bisschen den Bezug zur modernen Arbeitswelt verloren habt und das große Misstrauen den Unternehmern gegenüber, das kommt dann am meisten heraus, Herr Schieder, das kommt dann am meisten heraus, wenn sich die Arbeitswelt ändert, wenn wir in einer modernen Arbeitswelt sind und so ist es halt, dieser bereits von meinen Vorrednern beschriebene Fonds, der wurde vom Hunsdorfer Tod als Sicherheit eingezogen, weil es könnte ja was passieren, wenn sich was ändert, da muss man ein Sicherheitsnetz machen. Heute haben wir einen Fonds hier, der Kollege Lohack hat vollkommen recht, der ist absolut gefüllt und ich denke, dass es richtig ist, dass wir hier nicht lohnnehmkostentreibend arbeiten. Auch Ihr Abänderungsantrag mit den 10 Prozent, wie erklären Sie denn am kleinen Tischler, der drei Leute hat, 10 Prozent Leiharbeiter, kommen da nur die Hände und die Füße und der Körper bleibt zu Hause oder wie geht das? Was mir aber ganz besonders wichtig ist, ist glaube ich, man sollte mit den Begriffen hier klarstellen, nämlich Arbeitszeitüberlassung, das ist das, was die Kollegin Graf gerade gesagt hat, ein ganz wichtiger Teil unserer Wirtschaft und dann gibt es die Entsendung und lieber Kollege Muchitsch, du solltest dich mehr um die Leute kümmern, die über die Entsendung zu uns hereinkommen, immerhin 350.000 Leute, Menschen, die am Bau arbeiten, speziell am Bau und ich war ganz erstaunt, ich hatte eine Baustelle vor zwei Jahren, habe ein Tiroler Familienunternehmen den Auftrag gegeben, von den 40 Mitarbeitern waren 15 Zillertaler und Tiroler, der Rest waren Portugiesen, die haben gearbeitet, Wochenende, zwölf Stunden am Tag. Ich habe es zweimal überprüfen lassen vom Arbeitsinspektor, war alles in Ordnung, kümmere dich bitte um diese Leute, weil auf diesem Auto bist du, glaube ich, total blind. Dabei muss man feststellen, dass wir in Österreich ohnehin, was die Arbeitsformen sehr restriktiv sind, beispielsweise dürfen in Deutschland Köche, selbstständige Köche, Tischler, Installateure und so weiter arbeiten. Und bei uns, wehe dem Unternehmer, der so einen selbstständigen Koch-Kellner-Installateur bei uns beschäftigt, weil er an die Freizügigkeit des Arbeitsmarktes denkt, den holt der Donnergott eine Betriebsprüfung ein. Und liebe Kollegen, wir müssen doch die neuen modernen Formen des Arbeitsmarktes annehmen. Die Konkurrenz der globalen Entwicklung wird uns ohnehin zwingen dazu. Und ich denke, wir sollten das Misstrauen gegenüber unseren österreichischen Betrieben senken, gerade Sie in der Sozialdemokratie und wir uns mehr um dubiose ausländische Unternehmen kümmern, die Scheinangestellte vermitteln. Und wieso sagt Ihre Gewerkschaft, Herr Muchric, portugiesische und polnische Firmen bis zu 10.000 Euro klagen ist nichts, weil das ist zu teuer, aber auf den Einheimischen draufhauen. Und auch in diese Richtung zielt ein sozialdemokratischer Leuchtturm, das habe ich dir immer schon gesagt, das Sozial- und Lohntampe-Gesetz, das nach der letzten ÖGH-Entscheidung nur noch die einheimischen Firmen trifft. Und lieber Muchric, lieber Peppo, was hältst du eigentlich von Kirchdorf? Wie kennst du dich dort aus? Dort besitzt nämlich deine Baugewerkschaft ein 35.000 Quadratmeter Grundstück, wo SPÖ-Mitglieder, Gewerkschafter und so weiter, Kirchberg war das, Entschuldigung. Also in Kirchberg, 35.000 Quadratmeter Grund in den 60ern gekauft, ein Drei-Sterne-Hotel als Gewerkschaftsheim dort, dort sind Parteigrößen, eure Parteigrößen auf Urlaub gewesen, 50% Rabatte waren normal. Und das Ergebnis ist, das Haus ist zugeschlossen, 25 Mitarbeiter letztes Jahr gekündigt. Und was passiert jetzt? Jetzt verkaufen sie das 35.000 Quadratmeter große Grundstück an einen Wiener Bautikon, ich könnte ihn den Namen nennen. Und wollen dort ein Hotel, der will dort ein Hotel mit 500 Betten errichten. 500 Betten deshalb, weil damit unterschreiten sie den Schwellenwert bei der UVP, ein guter Plan von Ihnen auch. Das ist gut, dort sollen Chalets, Apartments für Deutsche und Holländer, Investorenmodelle, alles was wir in Tirol reduzieren wollen, das soll alles dort zur Gewinnmaximierung entstehen. Deine Bau- und Holzgesellschaft, wo du der Langzeitobmann bist, hat das Areal 66 gekauft und verkauft es jetzt um 17 Millionen. Keine Rede von Arbeiterwohnungen, keine Rede von 5 bis 7 Euro Wohnungen, keine Rede vom sozialen Wohnbau, aber eine Rendite, die mehr als 80 Prozent ausmacht. Respekt. Beppo Muchitsch, Respekt. Und ich denke mir nur als Abschlusssatz in alter traditionelle Arbeiterkuss, Freundschaft klingt angesichts dieser, ihrer Geschäftsbetonung, wie eine gefährliche Drogen, wie die ganze Herren von Hedgefonds. Ich rede von biblischen Heuschreckenschwärmen, von Neiderrötenlasten, da kann ich nur noch sagen, Freundschaft. So, von der FBVB-Abgeordnete Franz Hörl. Und am Weg zum Pult ist nun noch einmal Josef Muchitsch von der SPÖ für eine tatsächliche Berichtigung. Ich gehe auch davon aus, dass ich die kenne. Herr Abgeordneter Hörl, wenn du schon hierher gehst und Dinge verbreitest, die erstens nichts mit dem Tagesordnungspunkt zu tun haben und zweitens, Falsche. Ich berichtige, ich berichtige. Recht euch nicht so auf. Ruhig, ruhig. Ich berichtige. Ich berichtige. Das Grundstück in Kirchberg in Tirol ist nicht im Eigentum der Gewerkschaft Bauholz, sondern im Eigentum eines Vereines. Dieser Verein nennt sich Sozialwerk Bauholz. Punkt erstens. Punkt zweitens. Ich habe, Punkt zweitens, zur Berichtigung, Herr Franz Hörl. Nur weil du deine Liftanlage nicht drauf hast, damit du profitierst, brauchst du nicht da hergehen und versuchen, mich anzupatzen. Das macht man nicht. Herr Abgeordneter, bitte an die Richtlinien der tatsächlichen Berichtigung halten. mich hierherzustellen und zu sagen, betreffend Lohn- und Sozialdumping, dann lieber Franz Hörl, nimm deine ganze Gruppe bei der Nase. Macht etwas für diese Arbeitsbehörde. Macht etwas mit Strafen statt Beraten. Aber stellt euch nicht daher zum Nachteil und Negativ für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer in dieser Republik. Das ist in Wirklichkeit eine Schweinerei. Und als Nächste, ebenfalls für eine tatsächliche Berichtigung zu Wort gemeldet, ist auch von der SPÖ Markus Vogel. Die Frau Abgeordnete Graf hat hier behauptet, dass wir mit unserem Antrag bewiesen haben, dass wir keine Ahnung haben über die Zeitarbeitnehmerbranche. Ich berichtige tatsächlich. Es ist der ÖAB FCG mit seinem Vorsitzenden Wöginger, der diese Forderung aufgestellt hat und hier offensichtlich keine Ahnung von dieser Branche hat. Der zuvor nicht anwesende FPÖ-Abgeordnete Christian Racker hat sich nun nochmal zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, vorab einmal darf ich mich entschuldigen früher für das zu spät kommen und darf jetzt meine Redezeit nachholen. Aber wenn wir heute über das Eurensüberlassungsgesetz reden, muss man echt sagen, irgendwie ist es ja echt geil, was die Sozialisten hier produzieren, weil, reden wir mal wirklich dacheles von dem, was wirklich ihr mit diesem Fonds entwickelt habt. Wir haben auf der anderen Seite ein AMS, das für die Fortbildung und für die Entwicklung zuständig ist und dann beginnt man halt, wie man es halt immer macht bei den Sozialdemokraten, schleichend Strukturen parallel aufzubauen für andere Bereiche, um ja ganz sicherlich auch ihre eigenen Leute zu versorgen. Und das ist seinerzeit bei diesem Arbeitsüberlassungsgesetz passiert. Man hat einen Fonds kreiert, den SWF und hat, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, nämlich die Arbeitgeber verpflichtet einzuzahlen. Aber wer darüber bestimmen darf und wer es auszahlen darf und wer über die Fortbildung entscheiden darf, das sind Mitglieder ihrer Gewerkschaft und das schreibt man auch noch ins Kretz rein, nämlich die Pro-G. Und deswegen ist man hergegangen und hat man dort das eingetragen. Und dann ist man dort in weiterer Folge hergegangen und hat gesagt, pass auf, jetzt wollen wir aber nicht das ganze Geld sofort wieder zurückgeben den Arbeitgebern und auch denen, die die Fortbildung kriegen, sondern wir limitieren es noch einmal. Wir limitieren es nämlich insoweit, dass man nämlich die zwei Geschäftsführer, die man dort nämlich installiert hat und eine gute, fette Gas kriegen, nämlich auch darauf hinaus ausrichtet, dass man nur ganz kleine Betriebe fördert und die Obergrenze mit 66.000 limitiert. Das heißt, der Arbeitgeber, der Sozialarbeitgeber, nämlich der Arbeitsüberlasser, darf einzahlen, darf dann für seine Fortbildung nur eine limitierte Fortbildung in Anspruch nehmen und hat dann am Ende des Tages letztendlich nicht die Möglichkeit, das, was er selber einbezahlt hat, wieder herauszubekommen. Und das ist meines Erachtens nicht nur gleichheitswidrig, sondern in weiterer Folge auch eine ganz klare Wettbewerbsverfälschung zwischen kleinen Unternehmen und größeren Unternehmen. Und das haben wir Rechnung getragen. Und man muss mal Danke sagen der Ministerin, dass wir jetzt in erster Linie mal die Erhöhung gestoppt haben, nämlich dass diesen Fonds noch weiter aufgebläht wird, weil wir haben schon über 20 Millionen Euro. Und jetzt hat man auch gesehen, mit der Gewerkschaft von Bebomuhic, nämlich der BUAG, wollte man einen Vertrag machen, um diesen Fonds noch weiter aufzublasen, um ihn noch weiter zu evaluieren, um das Geld ja rauszubekommen. Und auf der anderen Seite sieht man hier, dass diese Fortbildungsmöglichkeiten nicht verbraucht werden konnten. So, und jetzt muss man ehrlich sein, irgendwann einmal zu sagen, was wollt ihr dann? Wollt ihr nur Strukturen aufbauen, um eure Leiter zu versorgen und Sicherheit zu schaffen? Oder wollt ihr wirklich den Arbeitnehmern helfen? Weil Fortbildung heißt für mich, letztendlich am Ende des Tages, dass wir sichere Arbeitsplätze haben, auch im Arbeitsüberlassungsgesetz. Und daher müssen Sie auch meine Emotionen verstehen in meiner Aussendung, wenn ich sage, dann lösen wir halt den Fonds auf. Natürlich liegt es im Ermessen unserer Ministerin und auch des Ministerrautes, was hinkünftig dort passieren wird. Aber ganz klar ist es für mich, darüber laut nachzudenken, ob man am Ende des Tages die Strukturen neu aufbaut oder ob man sie in das AMS überführen wird, indem man hier ganz klare strukturierte Regelungen hat, wo auch das Geld wieder bei den Fortbildenden und auch bei denen, die es nämlich eingezahlt haben, ankommt. Und das ist unsere Intention und das ist freiheitliche Handschrift. Danke. Applaus Am Wort ist der Herr von der FPÖ-Abgeordneten Christian Rager und letzter geplanter Redner Alois Stöger von der SPÖ. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, Hohes Haus, meine sehr verehrten Damen und Herren, Zuseherinnen und Zuseher. Offenbar ist es den Regierungsparteien notwendig, sie daran zu erinnern, dass es in Österreich nicht nur Unternehmer gibt, sondern auch Arbeitnehmer. Weil man hat den Eindruck, dass man immer nur die Interessen der Unternehmer vertritt und nie jene der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich muss sehr deutlich darauf hinweisen, und ich sage ganz bewusst den Herrn Abgeordneten Haubner, ich sage es auch den Herrn Abgeordneten Karl-Heinz Kopf, mir liegt eine Sozialpartner-Vereinbarung vor. Von 2017. Sozialpartner, nämlich die, die sich dort nicht auskennen, Unternehmerinnen und Unternehmer, die in den Arbeitskräftüberlassungsbetrieben tätig sind, die dort Verantwortung übernehmen, haben gesagt, wir wollen diese Branche aufwerten. Die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer in der Leiharbeit, in der Zeitarbeit, haben schwierige Arbeitsbedingungen, müssen sich flexibel an neue Bedingungen einstellen, und die Arbeitgeber haben erkannt, da brauchen sie eine entsprechende Ausbildung. Und daher waren sie bereit, weil sie es noch vorgedacht haben, waren sie bereit, den Aus- und Weiterbildungsfonds, den Sozial- und Weiterbildungsfonds zu gründen. Und der Sozial- und Weiterbildungsfonds war in der Lage, über 20.000 Menschen in der Leiharbeit auszubilden. 500 Menschen von diesen haben eine vollkommene Facharbeiterausbildung auch abgeschlossen. Und genau diese Unternehmer, der Herr Fachverbandsobmann, Ingenieur Siegfried Frisch, der Herr Thomas Kirchner, Fachverbandsgeschäftsführer, sind wahrscheinlich diejenigen, die sich in der Branche gut auskennen, haben eine Vereinbarung unterschrieben. Und die war die Basis für die Regelung des Gesetzgebers 2017. Und ihr ändert das heute einseitig. Das wird jetzt beliebig. Ist das in Zukunft so, Herr Generalsekretär, dass alles, was man mit der Wirtschaftskammer ausmacht, dann im Parlament geändert wird? Gehen das war 2017 und war genau diese Regelung. Heute, es hat keine Verhandlung gegeben, es hat keine Verhandlung gegeben mit dem Vertragspartner bis heute. Wenn das die Vorgangsweise einer Kooperation und einer Zusammenarbeit ist, ich sehe das nicht. Und zum Zweiten. Alle Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer wissen, das ist eine befristete Zeit. Und daher ist es so, dass gerade die Menschen in der Zeitarbeit auch begrenzt sind. Und daher kommt unser Vorschlag, nach 18 Monaten, nach 18 Monaten Tätigkeit in einem Unternehmen, haben Sie einen individuellen Anspruch auf Übernahme. Und genau das fordern wir. Und fragen Sie einen Zeitarbeitnehmer in der Branche, die werden alle sagen, ja, das ist gescheit. Und fragen Sie einen Mitarbeiter in einem Unternehmen, ob es Sinn macht, in einem Unternehmen mehr als 10% der Beschäftigten in der Zeitarbeit zu haben. Da wird Ihnen jeder denkende Unternehmer und jeder Arbeitnehmer sagen, 10% der Beschäftigung an Zeitarbeit ist genug. Und alles andere ist Umgehung. In dem Sinn, unterstützen Sie unsere Anträge. Applaus Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Ich schließe die Debatte wünscht die Frau Berichterstatterin das Schlusswort. Das ist nicht der Fall. Wir gelangen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in 498 der Beilagen. Hierzu liegt ein Zusatz- bzw. Abänderungsantrag der Abgeordneten Vogel, Kolleginnen und Kollegen, vor. Ich werde daher zunächst über die vom erwähnten Zusatz- bzw. Abänderungsantrag betroffenen Teile und schließlich über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzesentwurfs abstimmen lassen. Die Abgeordneten Vogel, Kolleginnen und Kollegen, haben einen Zusatz- bzw. Abänderungsantrag betreffend Einfügung von neuen Ziffern 1 und 2, Streichung der bisherigen Ziffer 1 und Änderung der bisherigen Ziffer 2 eingebracht. Wer dafür ist, den bitte ich um ein entsprechendes Zeichen. Das ist nicht angenommen. Wir kommen zugleich zur Abstimmung über diese Teile des Gesetzesentwurfs in der Fassung des Ausschussberichtes. Und ich ersuche jene Damen und Herren, die diesem entsprechen um ein entsprechendes Zeichen. Das ist mehrheitlich angenommen. Schließlich komme ich zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzesentwurfs am Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichtes. Und ich bitte jene Damen und Herren, die hierfür ihre Zustimmung erteilen, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist die Mehrheit. Wir kommen zugleich zur dritten Lesung. Und ich bitte jene Damen und Herren, die auch in dritter Lesung ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist die Mehrheit. Somit ist der Gesetzesentwurf auch in dritter Lesung angenommen. Wir gelangen jetzt zu den Punkten 6 bis 8 der Tagesordnung, über welche die Debatte unter einem durchgeführt wird. Jetzt geht es um die neue Karfreitagsregelung. Bereits heute Vormittag hat das Thema zu einer großen Diskussion im Plenum geführt. Die SPÖ empörte sich darüber, dass der entsprechende Gesetzesantrag zu spät eingetroffen sei. ÖVP und FPÖ verwiesen auf die Gespräche mit den Religionsgemeinschaften, wegen derer es länger gedauert habe. Bis zuletzt ist darüber verhandelt worden. Zuerst sollte der Karfreitag ein halber Feiertag werden. Jetzt streicht die Regierung den Feiertag am Karfreitag. Arbeitnehmer sollen sich künftig Urlaub nehmen, wenn sie den Feiertag begehen wollen. Mehr Urlaubstage gibt es dafür nicht. Ein Urlaubstag aus den bestehenden Urlaubstagen wird dafür als persönlicher Feiertag deklariert, mit einseitigem Rechtsanspruch des Arbeitnehmers. Die Wirtschaft ist mit dieser Lösung zufrieden, die Gewerkschaft ist empört. 80 AE der Abgeordneten Daniela Holzinger, Fockenhuber, Kolleginnen und Kollegen, betreffend die Entschädigung österreichischer Arbeitnehmerinnen und die diskriminierende Karfreitags-Feiertags- Regelung 501 der Beilagen. Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet. Als erste Rednerin zu Wort gemeldet ist Pamela Rendi-Wagner, Klubobfrau der SPÖ. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bundesministerin, hohes Haus und sehr geehrte Damen und Herren. Ich beginne erstmals hier nicht mit meinen eigenen Worten die Rede, sondern mit Ihren seitens der Regierungsfraktionen vor einiger Zeit noch niedergeschriebenen Worten in Ihrem Regierungsprogramm. Dort schreiben sie, wir arbeiten konstruktiv an Lösungen zum Wohle aller Österreicherinnen und Österreicher und diskutieren hart und ehrlich in der Sache, um zu den besten Ergebnissen zu kommen. Soweit das Regierungsprogramm von ÖVP und FPÖ. Was sehen wir heute? Was sind die besten Lösungen für die Österreicherinnen und Österreicher, der sehr geehrten ÖVP und FPÖ? Tatsächlich die Streichung des Feiertags, eines Feiertags für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land? Das nennen Sie ernsthaft die besten Lösungen und Ergebnisse für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Sind es nicht vielmehr die besten Ergebnisse für Industrie und Wirtschaft, die sich hier einen hohen zweistelligen Millionenbetrag ersparen durch die von Ihnen gegebene Lösung? Es ist ein Ergebnis, das Sie auf den Tisch legen, das vor dem Hintergrund der eigentlich schon zur Verfügung gestandenen, sehr viel vernünftigeren Lösungsvorschlägen sehr skurril und bizarr erscheint. Aber wie so oft verweigern Sie als schwarz-blaue Bundesregierung in den letzten 15 Monaten auch diesmal den Dialog mit den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Sie verweigerten den Dialog mit den Experten dieses Landes und Sie verweigerten den Dialog mit den demokratisch gewählten Parteien dieses Hauses. Das ist eine Beobachtung, die sich durch alle 15 Monate Ihrer bisherigen Regierungszeit durchzieht. Und diese arrogante Dialogverweigerung, die Sie hier konsequent an den Tag legen, hat dazu geführt, dass es am Ende wieder nicht, und auch das ist eine Beobachtung, die wir nicht zum ersten Mal machen, dass es hier wieder nicht zu einer gemeinsamen, vernünftigen, tragfähigen Lösung für alle in diesem Land gekommen ist. Nein, es ist keine tragfähige Lösung und es ist sicher keine Lösung für alle. Was ist herausgekommen? Ein weiteres gebrochenes Versprechen Ihrerseits. Kanzler Kurz und sein Kanzleramtsminister Blümel haben nämlich noch am Beginn der Diskussion zum Karfreitag behauptet, niemanden in diesem Land wird etwas weggenommen werden. Und was ist jetzt passiert? Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben einen Feiertag gestrichen. Einen Feiertag, den es für eine Religionsgemeinschaft dieses Landes bereits voll gegeben hat. Das Ergebnis ist eine Verhöhnung aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dieses Landes und ein Kniefall vor der Wirtschaft dieses Landes. Und auch das sehen und hören wir nicht zum ersten Mal seit Ihrem Regierungsantritt. Wer hat jetzt frei am Karfreitag? Weder die evangelischen Bürgerinnen und Bürger dieses Landes noch jene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die das seit langem schon in ihren Betriebsvereinbarungen, in ihren Kollektivverträgen den Karfreitag als Feiertag so geregelt haben, die haben jetzt auch nicht mehr frei. Und genau denen haben Sie diesen Feiertag weggenommen. Was bieten Sie an? Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie bieten ernsthaft an, einen Urlaubstag, der sowieso jedem und jedem diesem Land zusteht, einen eigenen Urlaubstag, einen sogenannten freiwilligen Feiertag zu nehmen. Um einen Urlaubstag zu nehmen, sehr geehrte Damen und Herren, brauche ich keine schwarz-blaue Bundesregierung. Wirklich nicht. Und wo endet das? Wo endet das, frage ich mich, aber fragen sich auch viele Menschen, die uns dazu kontaktiert haben. Wie geht das weiter? Brauchen wir jetzt bald einen Urlaubstag, den wir uns für die freiwilligen Weihnachtsfeiertage nehmen? Müssen wir unsere Urlaubstage für die Osterfeiertage nehmen? Ist das Ihre konstruktive Regierung? Ist das der neue Stil? Ist das die Veränderung, die es in diesem Land hier zu bescheiden gilt? Ich sage Ihnen, was das ist. Das ist die schwarz-blaue Lösung nach dem Motto, Hauptsache der Wirtschaft geht es gut. Und man muss Ihnen eines lassen. Sie sind konsequent. Das ist Ihr Erfolgsrezept. Sie sind konsequent, wenn es darum geht, Verschlechterungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land durchzupeitschen und über die Rechte der fleißigen Menschen, die tagtäglich und des Nächtens arbeiten einfach drüber zu fahren. Da sind Sie konsequent. Und Sie sind konsequent, wenn es darum geht, die Österreicher, die sowieso, was das Überstundenpensum betrifft, Spitzenreiter in Europa sind. Auch da sind Sie konsequent, sie noch mehr arbeiten zu lassen künftig. Und Sie sind auch konsequent gegen die Interessen von Millionen von Beschäftigten in diesem Land vorzugehen. Ja. Und ich wünschte mir dieselbe Konsequenz von Ihnen als verantwortliche Bundesregierung, wenn es um Lösungen geht im Bereich der Pflege, wenn es um notwendige Lösungen geht im Bereich des Ärztemangels, wenn es um Lösungen geht im Bereich des Wohnens, wenn es um Lösungen geht, die diese Menschen brauchen in diesem Land, wenn es um Nichtraucherinnen-Schutz geht und um ihre Gesundheit. Aber da kann die Bank, auf die Sie diese Lösungen hinausschieben, nicht lange genug sein. Sehr geehrte Damen und Herren, der Europäische Gerichtshof hat Ihnen einen Elfmeter aufgelegt. Einen Elfmeter, wo Sie erstmals in diesen 15 Monaten den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein Stück weit entgegenkommen konnten. Sie haben diesen Weg nicht beschritten. Sie haben klar einen anderen Weg gewählt. Ja, Sie haben für alle einen Feiertag gestrichen und einen Urlaubstag noch dazu. Geben Sie den Menschen einen Feiertag zurück, den Sie durch Ihre harte Arbeit verdient haben. Dankeschön. Das Ergebnis sei skurril und keine gemeinsame, vernünftige Lösung, kritisiert SPÖ-Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner. Die Regierung verweigere den Dialog mit den Arbeitnehmern und Experten. Am Wort ist jetzt Walter Rosenkranz, Klubobmann der Freiheitlichen. Danke, Frau Präsidentin, Frau Bundesminister, Frau Klubvorsitzende Rendi-Wagner, dass Sie ganz zum Schluss, dass Sie ganz zum Schluss auch noch den Ärztemangel und die Fehler in der Wohnbaupolitik zitiert haben, das finde ich nach 15 Monaten dieser Regierung mit den Jahrzehnten Davor Ihrer Regierung und Verantwortung wirkt. Einen Augenblick bitte, Herr Abgeordneter. Vielen Dank für die schönen Darfall. Ich bitte Sie wieder einzupacken. Sehr schön geraten. Wir haben Sie alle gesehen. Bitte wieder einpacken. Dankeschön. Verkehrt, Frau Abgeordnete. Bitte schön. Frau Rendi-Wagner, Sie haben das Regierungsprogramm dieser Bundesregierung angesprochen für konstruktive Lösungen zum Wohl der Menschen in diesem Land. Sie haben aber eines nicht gesagt von der Frage Feiertagsregelung Karfreitag oder sonst irgendwas. Steht in diesem Regierungsprogramm als dringendes Vorhaben dieser Bundesregierung nichts drinnen. Tatsache ist, dass der Europäische Gerichtshof, ein Gericht der Europäischen Union aufgrund einer Klage aus Österreich, die auch mit der rechtlichen Unterstützung der Arbeiterkammer hier gemacht worden ist, eine Diskriminierung aufgezeigt hat. Eine Diskriminierung, wo jemand, der einer Religionsgemeinschaft angehört, besser gestellt war als jemand, der keiner Religionsgemeinschaft angehört hat. Es war ja ein Atheist, der diese Klage angestrengt hat. So, und jetzt müssen wir eine Lösung finden und diese Bundesregierung, und das stört sie am meisten, diese Bundesregierung bringt es auch in dieser angestrengten Situation, weil, wissen Sie, Karfreitag, das ist halt nicht so ein Tag, der irgendwann im Jahr ist, der ist schon relativ bald und daher braucht man auch bald eine Lösung. Und daher ist auch mit Hochdruck entsprechend gearbeitet worden. Wir wollten ursprünglich eine andere Lösung haben, die aus unserer Sicht besser gewesen wäre und vielen Menschen, die am Karfreitag, am Nachmittag gearbeitet hätten, im Handel, im Schichtbetrieb, die denen, die ermöglicht hätten, mehr zu verdienen. Das wollte man nicht, dass diese Menschen mehr verdienen. Haben wir, haben wir einmal zur Kenntnis genommen und haben insbesondere, nachdem es um religiöse Feiertage geht, auch über Zuruf über das letzte Wochenende mit den Vertretern dieser Kirchen Kontakt aufgenommen und es wurde bis zuletzt, bis gestern Nachmittag und bis zur Ausformulierung in die Nacht, dann daran gearbeitet, einen Gesetzesentwurf zu machen, der den Fragen der Diskriminierung einer möglichen auch standhält. Das ist das Ganze, was passiert ist mit den Vorteilen, die jetzt passieren, dass es einen Feiertag, diesen persönlichen gibt, im Rahmen des Urlaubskontingentes, den er sich mit einem Rechtsanspruch nehmen kann und nicht auf das Einvernehmen seines Arbeitgebers schielen muss. Sie können da mit Ihren Ideen selber kommen. Ich weiß schon, was Ihre Ideen sind. Ihre Ideen sind 365 Tage Feiertag im Schalter 366 mit einem Grundeinkommen für alle. Das ist das, was Sie sich vorstellen, aber das spielt es nicht. Und sollte sich der Arbeitnehmer entscheiden über Ersuchen, diesen persönlichen Feiertag trotzdem zu arbeiten, da kriegt er die vollen Feiertagszuschläge und den Urlaubs, ja, er kriegt das Geld höchstpersönlich, ja. Und Sie können sich dann höchstpersönlich auserstören und können dann Ihre Utopien herausmachen. Eines sage ich Ihnen gleich, was diese Regierung macht und einheitlich, diese Regierung schaut nicht nur auf Arbeitnehmerinteressen, weil Wirtschaft funktioniert nämlich so, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer in einem Boot sitzen. Und das wird in dieser Bundesregierung abgebildet. Sie sprechen nur vom heißen Eislutscher, aber in Wirklichkeit bringen Sie nichts weiter. Das, was Sie wollen, würde diese Republik, diesen Staat an den Rand des Ruins führen, weil Sie eigentlich nur Dinge versprechen, die keiner halten kann. So, und jetzt haben wir eine Lösung, jetzt haben wir eine Lösung, die nicht diskriminiert, wo sämtliche Feiertage bleiben. Es tut mir furchtbar leid, aufgrund der vielen Zwischenrufe und Oppositionsreden, die hier gehalten wurden, voll schwer das Niveau zu halten und sich nicht auf Ihres hinunter zu begeben. Das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig, weil, und da können Sie Ihre Parteivorsitzenden noch so lange in irgendwelchen Schulungen in der Volkshochschule sowieso zur Parteigeschichte verräumen, es wird bei Ihnen nicht besser. Und das ist der Befund, den Ihnen die Bürgerinnen und Bürger regelmäßig ausstellen. Diese Regelung ist im Einvernehmen mit den Religionsgemeinschaften erstellt worden und daher hat es den entsprechenden Konsens. Und wie alles, wie alles, was Sie bei dieser Regierungsarbeit madig machen, wo der Untergang not droht, wo die Demokratie wegkommt, die Verfassung wegkommt, alles wegkommt, nur weil Sklaverei, der Elchtest, der Wahrheitsbeweis, wird immer in der Anwendung angetreten. Und da haben wir die Expertinnen und Experten, wir haben die Angestellten, die Arbeitnehmer, die jetzt diese Regelung bereits ab diesem Karfreitag testen können und anschauen können, aufgrund der Kürze sogar mit einer Übergangsfrist, wo man zwei Wochen vorher anmelden kann, damit alles funktioniert. Und bis zur nächsten Wahl, so wie in jedem Punkt, das diese Regierung abarbeitet, werden die Menschen sehen, es ist besser, wenn dieses Land für Kies und Blau aufgehoben ist, als bei Ihnen. Wie heißt das alte Sprichwort, man kann ja der SPÖ nicht einmal, das besser einem Hund eine Knackwurst anzuvertrauen, als Ihnen die Regelungen in diesem Staat. Es sei mit Hochdruck gearbeitet worden, um eine rasche Lösung zu finden, betont Walter Rosenkranz, Klubobmann der FPÖ. Der jetzige Gesetzesentwurf halte allen Fragen einer Diskriminierung stand. Am Wort ist schon Neosozialsprecher Gerald Gloracker. Wir beginnen diese Lösung mit dem halben Karfreitag, bei dem die Hälfte nicht um 12 Uhr beginnt, sondern um 14 Uhr ist vom Tisch. Das kann man jetzt einmal loben. Und das war es dann aber auch schon mit dem Lob, weil was wir jetzt bekommen, das wird noch lustige Blüten treiben. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine Firma mit 200 Mitarbeitern, dann müssen Sie 200 persönliche Feiertage verwalten. Aber das sind ja nächstes Jahr 200 andere persönliche Feiertage, weil Sie sind ja nicht gezwungen, jedes Jahr den gleichen Tag zu nehmen. Wenn Sie 5000 Mitarbeiter haben, dann werden 5000 Mitarbeiter unterschiedliche persönliche Feiertage haben. Und Sie sollten das schon erfassen, weil wenn nämlich Ihr Mitarbeiter 14 Tage auf Urlaub geht und er muss dann ausnahmsweise hereinkommen, dann sollte schon klar sein, ob dieser eine Tag, an dem er von den 14 Tagen hereinkommt, ein solcher persönlicher Feiertag war oder nicht. Ja, das muss er vorher deklarieren. Ebenrum muss das geklärt sein. Und was wieder sein wird, dieses Gesetz ist wieder diskriminierend, weil jetzt sind kollektivvertragliche Regelungen die Feiertage für protestantische Religionsgemeinschaften und für die Altkatholiken vorsehen. Verboten aber, wenn ein Kollektivvertrag beispielsweise einen für die Muslime geregelt hätte oder einen für die jüdische Glaubensgemeinschaft geregelt hätte, das wäre noch zulässig. Oder einen nur für die Katholiken. Das würde auch gehen. Also Sie haben es auch da wieder nicht sauber erwischt. Was Sie sauber erwischt haben, und das ist das Politmarketing dieser Regierung, Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, Marketing ist dieser Regierung das Wichtigste. Der Marketingname, persönlicher Feiertag, schafft sogar den Eingang ins Gesetz. Dieses Wording steht jetzt drinnen. Das haben Sie sauber hinbekommen. Und noch etwas haben Sie gemacht. Auch das sind wir speziell da vom schwarzen Sektor mit der türkisen Anstreichung gewohnt. Die Beamten sind wieder von allem ausgenommen. Es gibt nämlich seit 1963 die Regelung, dass Bundesbeamte am Karfreitagnachmittag frei haben. Und das bleibt natürlich so. Es gibt keine Gleichbehandlung der Arbeit und Angestellten in der Wirtschaft und im öffentlichen Dienst. Die Schwarzen schauen schon, dass ihre Partie das Richtige bekommt und die Privilegien behalten darf. Und das Ministerium vom Strache setzt das brav um, was die Schwarzen hätten. Und da stelle ich den Entschließungsantrag. Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport wird aufgefordert, jenen Ministerratsbeschluss aufzuheben, auf dessen Basis den Bundesbeamten seit 1963 der Karfreitagnachmittag arbeitsfrei gegeben wird. Dankeschön. Neos-Sozialsprecher Gerald Lohacker kritisiert, dass Gesetze wieder diskriminierend, die Beamten seien von allem ausgenommen. Es gebe keine Gleichbehandlung von öffentlichem Dienst und privaten Unternehmen. Nächster Redner Peter Haubner, ÖVP-Wirtschaftssprecher. Sehr geehrte Frau Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf der Galerie, Fakt ist einmal, es gibt ein EuGH-Urteil. Und dieses sagt, es darf keine Diskriminierung aus ethischer und religiöser Ebene geben. Und wir haben dieses Urteil jetzt umzusetzen. Das tun wir in den Gesetzen und den Kollektivverträgen. Und bis dato war es eben so, dass einige Religionsgemeinschaften einen zusätzlichen auf ihre Religion abgestimmten Feiertag in Anspruch genommen haben. Kurz gesagt, 96 Prozent haben 13 Feiertage in Anspruch genommen, 4 Prozent haben 14 Feiertage in angesprochen. Und diese Ungleichheit wurde vom EuGH kritisiert. Und das bereinigen wir heute, meine Damen und Herren. Und wenn die Kollegen von der Sozialdemokratie, und ich bin jetzt fast zwei Jahrzehnte in diesem Haus, wirklich hier jetzt sich so einsetzen für einen religiösen Feiertag. Ich habe das in der ganzen Zeit noch nie erlebt, meine Damen und Herren, dass Sie sich für einen Feiertag der Religionsgemeinschaft für alle eingesetzt hätten. Sie haben nur alle Lösungen bis jetzt kritisiert und keinen einzigen Beitrag zu einer Lösung geleistet, meine Damen und Herren. Und deshalb möchte ich schon sagen, auch wenn es vielleicht einen Ordnungsruf vielleicht in Betracht ziehen könnte, weil aber es passt kein Begriff so gut wie dieser. Was Sie hier betreiben, ist an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten, meine Damen und Herren. Wir haben, und ich möchte auch, und es würde auch vielleicht einer genaueren, einer genaueren, Lautstärke ist kein Argument, Herr Kollege, ich würde auch in der Beziehung, ich würde auch in der Beziehung, die Doppelrolle der Arbeiterkammer einmal durchleuchten. Zuerst bringt sie durch ihre Unterstützung bei der Klage beim EuGH eine jahrzehntelang bewährte Karfreitagslösung zu Fall, meine Damen und Herren. Und jetzt kritisiert sie die durch ihre Aktivitäten notwendig geschaffene Lösung, die Gleichbehandlung und Rechtssicherheit bringt. Ich glaube, man kann sagen, der Doppelagent ist enttarnt. Im Fachjargon heißt es, Sie sind aufgeflogen, meine Damen und Herren, denn Sie sind unglaubwürdig, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt nichts anderes getan, als Gerechtigkeit geschaffen, dass alle gleich viele Feiertage haben und zusätzlich im Rahmen des bestehenden Urlaubsanspruchs kann jeder künftig einen Tag als persönlichen Feiertag in Anspruch nehmen. Dies haben wir auch mit einem einseitigen Rechtsanspruch für die Arbeitnehmer ausgestattet, meine Damen und Herren. Und Herr Kollege Loacker, wenn Sie die Urlaubsverwaltung hier als Strabats anführen, dann muss ich glaube ich sagen, und das wird Ihnen auch der Kollege Schellhorn bestätigen, jeder Unternehmer und jedes Unternehmen hat heute eine moderne Aufzeichnung von Urlaubsverwaltungen, wo man das wahrscheinlich auch perfekt, einbinden kann, meine Damen und Herren. Ich glaube, wie man sieht, die Wirtschaftspartei der NEOS ist in der Hinsicht nicht sehr flexibel. Wir bedauern das sehr. Aber wir sind in der Hinsicht angetreten, um eben Gleichheit und Gleichheit und Gerechtigkeit für alle zu schaffen. Und das ist mit dieser Lösung, meine Damen und Herren, gelungen. Und ich stehe auch nicht an, und das sage ich als Vertreter der Wirtschaft, dass es uns wichtig war, dass wir einen vernünftigen Kompromiss und eine salomonische Lösung hier eines komplexen Sachproblemes auf den Tisch legen. Und es liegt einfach nun ein ganz klarer Plan vor, auf dem Tisch, der einerseits die Wirtschaft nicht überfordert und damit auch die Arbeitsplätze sichert und die notwendige Rechtssicherheit für die Menschen in diesem Land, für die freie Religionsausübung gewährleistet. Ich denke, wir haben hier einen richtigen Schritt zur persönlichen Wahlfreiheit jedes Einzelnen gesetzt. Meine Damen und Herren, wir haben uns dieses Urteil vom EuGH nicht gewünscht und nicht ausgesucht. Es gilt hier, dieses umzusetzen. Und das haben wir mit dieser Lösung geschaffen. Danke vielmals. Es sei Gerechtigkeit geschaffen worden, verteidigt ÖVP-Wirtschaftssprecher Peter Haubner das Gesetz. Die Reaktion der Opposition sei scheinheilig. ... und liegt somit mit in Verhandlung. Zu Wort gemeldet hat sich die Frau Minister. Sozialministerin Beate Hartinger-Klein hat das Wort. Danke, Frau Präsidentin, hohes Haus, meine Damen und Herren, Frau Klubobfrau. Ich darf die Frau Minister bitten, noch einmal anzufangen, und ich hoffe, dass jetzt ihr Gehör geschenkt wird. Bitte, Frau Minister. Danke vielmals, Frau Präsidentin. Frau Klubobfrau, wenn Sie meinen, also das ist ein Elfmeter aufgelegt, dann frage ich mich, warum haben Sie nicht schon diesen Elfmeter genützt? Weil Sie hätten damals die Möglichkeit, bevor der EuGH entschieden hat, schon eine Lösung zu finden. Die haben Sie also nicht gemacht. Diese Regierung beweist also auch hier einen konstruktiven Lösungsansatz, nämlich, dass wir mit dem vorliegenden Abänderungsantrag gleichheitskonforme Regelungen getroffen haben. Die betroffenen Arbeitnehmerinnen und, Herr Kollege, hören Sie doch zu, bitte, die den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern weiterhin die uneingeschränkte Ausübung ihrer religiösen Pflichten nämlich ermöglicht. Sowohl die Angehörigen der evangelischen Kirchen als auch die Altkatholiken und der evangelisch-methodistischen Kirche können einen rechtsverbindlichen Urlaubstag verwenden, um an diesem Tag, der für Sie wichtig ist, frei zu haben. Und für alle anderen Arbeitnehmerinnen bleibt die Zahl der Feiertage unverändert. Sie können sich für einen anderen wichtigen Tag freinehmen, ohne dies mit dem Arbeitgeber vereinbaren zu müssen. Und ich glaube, das verstehen Sie diese Chance nicht, dass die Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, ohne die Zustimmung des Arbeitgebers, das zu vereinbaren. Meine Damen und Herren der Sozialdemokratie, bitte verstehen Sie eines, und das sage ich hier bewusst als Arbeitsministerin auch, ja, wer schafft die Arbeit? Schafft, wer schafft die Arbeit? Wer schafft die Arbeit? Na, sorry, wer schafft die Arbeit? Die Wirtschaft schafft die Arbeit. Bitte merkt euch das einmal. Auch der Entgeltanspruch wird nicht verkürzt. Auch das ist für die Arbeitnehmerinnen. Das heißt, bei Arbeit an diesem Tag gebührt ebenso das doppelte Entgelt wie bei der Arbeit an Feiertagen. Das heißt, diese Regierung macht diese Dinge für beide möglich. Die beste Lösung für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und für die Wirtschaft. Die Regierung beweise einen konstruktiven Lösungsansatz, sagt Berte Hartinger, Kleinministerin für Arbeit und Soziales von der FPÖ. Nächste Rednerin, Daniela Holzinger-Focktenhuber, Liste jetzt. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich glaube, die Karfreitagsregelung und die Regierung, ich habe das Gefühl, die beiden werden keine Freunde, nicht mehr. Aber schauen wir uns die Sache im Detail an, so gut es noch möglich ist in meiner Redezeit. Zunächst hebt der EuGH auf der einen Seite die aktuell bestehende österreichische Regelung auf, weil sie diskriminierend war. Und was macht die Regierung auf der anderen Seite, die nun die Möglichkeit hätte, für alle österreichischen Arbeitnehmerinnen einen Feiertag am Karfreitag zu schaffen? Sie tut genau das Gegenteil. Sie kann nicht akzeptieren, dass es plötzlich eine weitere Möglichkeit einen weiteren Feiertag geben könnte, mit dem Argument, die Wirtschaft würde zu sehr darunter leiden. Ein Totschlagargument, wie man es nur bezeichnen kann, die arme Wirtschaft müsse ja leben können. Und wie der Kollege Schellhorn im Zentrum am Sonntag auch gesagt hat, was hat denn die Wirtschaft bisher schon von der aktuellen Politik profitiert? Ja, was ist schon die Einführung der Möglichkeit, bis zu 12 Stunden zu arbeiten oder bis zu 60 Stunden in der Woche? Was helfen schon bis zu 96 mehr Stunden im Jahresschnitt? Was hilft schon der Verlust von Gleitzeitzuschlägen? Was sind 430 Millionen Euro pro Jahr, die sich die Unternehmen zukünftig für die Unfallversicherung sparen werden? Was bringt den Unternehmen schon ein deutlicher Einflussgewinn in der Sozialversicherung auf Kosten der Arbeitnehmervertreter? All diese Fragen sind aufgeworfen worden. Das sind doch einfach nur Peanuts, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Oder wie wir zukünftig sehen werden, was ist denn schon eine Senkung in Milliardenhöhe, was die Halbierung der Körperschaftssteuer für nicht entnommene Gewinne betrifft? Jede noch so kleine Form des sozialen Ausgleichs wird durch Ihre Bundesregierung und wird durch Ihre Arbeit hier im Parlament mit einem Fingerwisch weggewischt und unterbunden. Das ist es, was Sie machen. Mir kommt vor, Sie überlegen sich mit jeder politischen Aktion, die Sie hierin setzen, wie kann man es dazu bringen, dass die Leute noch mehr arbeiten müssen als jetzt schon dann. Das ist so die Herangehensweise an jede politische Entscheidung. Und wie es der Kollege Rosenkranz ganz richtig gesagt hat, die FPÖ, sie wollten, dass die Leute ja mehr verdienen, wenn sie am Nachmittag arbeiten. Und dann haben sie gesagt, das wolle man aber nicht, dass diese Menschen mehr verdienen. Also so einen deutlichen Hinweis auf Ihren Koalitionspartner wie diesen habe ich ja noch nie von Ihnen gehört. Also ganz, ganz ehrlich, in jeder Form von Politik, wie auch hier bei dieser Karfreitagsregelung, Herr Rosenkranz, ist es immer schlecht, wenn Politik von Dogmen beherrscht wird. Und das Dogma, das diese Regierung verfolgt ist, dass es, wenn es nur möglich ist, zu Gunsten der Wirtschaft und zu Lasten von Menschen geht, die da draußen einfach unselbstständig erwerbstätig sind und Arbeitnehmerinnen sind. Das ist es, was Ihre Regierungspolitik zur aktuellen Situation ausmacht. Das war beim halben Feiertag schon so und das ist jetzt bei Ihrem privaten Feiertag, das ist nichts anderes wie die Möglichkeit, hier einen eigenen Urlaubstag zu nehmen. Und das war bisher auch schon möglich. Da braucht man keine Erklärung. Und wenn ich das früh genug ankündige, dann war es auch bisher schon problematisch, vom Arbeitsgeber hier wiederum zurückzutreten und das nicht zu gewähren. Wenn ich einen bestehenden Feiertag streichen will, stattdessen Menschen in großzügiger Weise erlaube, sich einen eigenen Urlaubstag nehmen zu können, dann sich die Wirtschaft auch noch einigst mit der Kirche in einer unheiligen Allianz, dann wirft das so was von ein schlechtes Bild auf diese gesamte Lösung, die nur zu Ungrunsten der arbeitenden Leute da draußen geht. Das kann ich nicht unterstützen. Und warum es die Kirche unterstützt? Ja, ora et labora. Betten und arbeiten. Wer braucht schon Urlaub? Wer braucht schon Urlaub? Also ich kann diese Maßnahme, die Sie hier treffen, nicht unterstützen. Das hat nichts im Sinne der ArbeitnehmerInnen da draußen zu tun. Und ich würde Sie auch bitten, da noch einmal gründlich zu überlegen, weil das hat wirklich keine Hände und keine Füße. Danke. Jede Form von sozialem Ausgleich werde von der Regierung verhindert, sagt Daniela Holzinger-Vogtno, wovon jetzt in dieser von Zwischenrufen geprägten Debatte zum Karfreitag. Und die aktuelle Debatte wird jetzt für eine dringliche Anfrage unterbrochen, da es 15 Uhr ist. Und zwar ist das eine dringliche Anfrage der NEOS an Finanzminister Löger zur Steuerreform. Die Sitzung wird kurz unterbrochen, beziehungsweise wird gerade darüber diskutiert, ob sie unterbrochen wird. Da es aber 15 Uhr ist, geht es jetzt gleich weiter mit der dringlichen Anfrage. Die NEOS wollen ÖVP und FPÖ an ihre Wahlversprechen bei der Steuerreform erinnern. In einer dringlichen Anfrage an Finanzminister Hartig Löger fordern die NEOS unter anderem eine rasche Steuerreform mit einer sofortigen Abschaffung der kalten Progression. NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn hält die von der Regierung angekündigte Steuerreform in Etappen, für eine Mickey-Maus-Reform. Er kritisiert, dass die im Wahlkampf versprochene Abschaffung der kalten Progression nun erst nach der nächsten Wahl in Kraft treten soll. Klubobfrau Meindl-Reisinger als erste Fragestellung zur Begründung der Anfrage gemäß § 93 der Geschäftsordnung das Wort. Werte Meindl-Reisinger NEOS-Klubobfrau mit der Begründung für die Anfrage. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, Frau Ministerin, Frau Staatssekretärin, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauer, es geht los, und zwar einmal mit einem anderen Thema. Wir durchbrechen die monothematische Aufladung der Regierungsparteien mit dem ewig gleichen Sicherheits- und Zuwanderungs- und Asylthema, weil wir wegkommen wollen vom Schlagzeilen-Aktionismus, den wir die letzten Monate erlebt haben, hin zu echten Strukturreformen. Sie haben große Reformen angekündigt. Sie sind angetreten, um den Stillstand zu überwinden, den Stillstand der Großen Koalition. Sie können mir glauben, das ist durchaus ein Ansinn, in dem ich viel abgewinnen kann, und haben große Reformen angekündigt. Stattdessen dominiert in der Themensetzung die Politik der FPÖ mit den immer wiederkehrenden Themen. Und nach 15 Monaten Regierungsarbeit sind wir ungeduldig. Wir wollen endlich eine Entlastung des Mittelstands, eine Entlastung der Menschen und der Strukturreformen, die Sie versprochen haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben eine enorm hohe Zustimmung, auf die Sie sich auch sehr gerne berufen. Das ist eine Verpflichtung, eine Verpflichtung, die Maßnahmen zu setzen, die notwendig sind, um die Menschen zu entlasten, um im Sinne der Jungen Chancen für die Jungen zu eröffnen und wirklich zukunftsweisende Reformen voranzubringen. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben ihren Beitrag schon geleistet. Die sind quasi in Vorleistung, vor ihrer Leistung gegangen. In allen Steuerklassen gab es in den vergangenen Jahren massive Steigerungen. Einnahmenseitig hat Österreich in den vergangenen Jahrzehnten wirklich immer kräftiger in die Geldbörsen der Österreicher gegriffen. Die Steuereinnahmen etwa haben sich seit 1990 fast verdreifacht. Die Löhne, das ist natürlich positiv, aber haben sich in der gleichen Zeit etwas mehr als verdoppelt. Und der Verbraucherpreisindex hat sich in dieser Zeit um 175 Prozent erhöht. Und auch die Zahlen aus dem Jahreserfolg des Vorjahres sprechen ja in diesem Zusammenhang eine deutliche Sprache. Bei einem Wirtschaftswachstum von 2,7 Prozent gab es ein Steuerwachstum bei Einkommens- und Vermögenssteuer von 5,3 Prozent und ein Steuerwachstum bei Verbrauchs- und Verkehrssteuern von 3,4 Prozent. Also egal, ob bei Einkäufen über die Umsatzsteuer, bei der Besteuerung von Gehältern über die Lohnsteuer, bei Besteuerung von Betrieben über die Körperschaftssteuer oder Besteuerung der Sparguthaben über die Kapitalagstragsteuer, in allen Steuerklassen gab es sprudelnde Einnahmen. Die Frage ist, ist dieser wirtschaftliche Aufschwung, der ganz offensichtlich ist, bei irgendjemandem angekommen, außer beim Finanzminister? Angesichts der unglaublich günstigen Rahmenbedingungen hätte man bereits 2018 ein weitgehend ausgeglichenes Budget präsentieren können. Vielleicht sogar müssen. Und das sieht auch im Übrigen der Fiskalrat so in seinem Bericht zu den öffentlichen Finanzen. 2018 hatten Sie auch nicht, wie in den Jahren teilweise davor, unvorhergesehene Ereignisse. Es gab keine, Gott sei Dank, keine Bankenrettung, die notwendig war. Es war im vergangenen Jahr keine massive Flüchtlingskrise da, die zu Mehrausgaben gezwungen hätte. Und es gab auch keine Finanzkrise, Gott sei Dank, entgegenzusteuern. Also eigentlich die besten Bedingungen, sprudelnde Einnahmen, florierendes Wachstum. Aber trotzdem haben Sie es nicht zustande gebracht, auch hier einen ausgeglichenen Haushalt zu präsentieren. Und da möchte ich schon einmal zurückgehen, auch auf die vorgängere Periode des Finanzministers Schellings. Der hat nämlich tatsächlich, ist der auf einer Ausgabenbremse quasi gestanden. Minus 0,6 Prozent. Seit 2018 steigen die Bundesausgaben wieder stark an. Plus 2,6 Prozent. Aber die Einnahmen plus 4,3 Prozent in den Bundeshaushalt, die retten Ihnen sozusagen den positiven Budgetsaldo. Aber ich glaube, wir haben das auch schon entlang der Budgetdiskussionen hier des Öfteren diskutiert. Herr Finanzminister, das ist jetzt nicht so die Kunst. Wir brauchen eine dringende Ausgabenbremse, weil das Vertrauen sozusagen, dass das hier weiter in diesem Ausmaß auch gesenkt wird, die Ausgabenproblematik, Ausgabenproblematik ist nicht vorhanden. Und Österreich hat ein Ausgabenproblem. Ganz offensichtlich kein Einnahmeproblem. Sie sagen selbst oft, Sparen im System. Nur wo? Offene Frage. Überall. Also wir haben heute mehr Ausgaben bei einer wahnsinnig wichtigen Maßnahme eines Fotos auf der E-Card. Sie haben heute verkündet, dass Sie nicht mehr alle fünf Jahre oder wenn die Inflation es zulässt, die Parteienförderung angleichen, werden, sondern jetzt jährlich, Satz 2 Prozent. Sie holen sich auch noch mal, Sie greifen auch noch in den Steuertopf hinein. Sie sparen nicht im System. Sie holen sich auch noch raus, was geht. Das ist ehrlich gesagt das, was wir derzeit überleben. Und Sie haben viel angekündigt im Wahlkampf. Sebastian Kurz versprach, Einsparungen von 14 Milliarden Euro. Die FPÖ hat auch, glaube ich, ein bisschen geringeres Volumen an Einsparungen versprochen. Die Zahl habe ich nicht da. Sie haben beide versprochen. Die Abschaffung der kalten Progression. Und ich glaube, ich brauche Ihnen Ihr Regierungsprogramm nicht vorzulesen, was Sie alles stehen haben. Sie halten sich ja gerne ans Regierungsprogramm. Es wird ja bibelgleich behandelt von Ihnen. Aber Sie sind es schuldig geblieben, hier wirklich Lösungen zu bringen. Sie schreiben richtig, Österreich hat die sechsthöchste Abgabenquote der Welt. Die Bundesregierung hatte sich daher zum Ziel gesetzt, die Steuernabgabenquote in Richtung 40 Prozent zu senken. Unter 40 Prozent, das wäre mal ein ambitioniertes Ziel. Die Finanzierung dieser Entlastungen unter dazu nötigen Maßnahmen soll über ausgabenseitige Einsparungen und Strukturreformen erfolgen. Also wo sind die passiert? Ein einfaches Steuerrecht. Steuerliche Entlastung von Unternehmen, des Faktors Arbeit, Senkung der Lohnnebenkosten, et cetera, et cetera. Stattdessen erleben wir einen Schlagzeilenaktionismus und Ankündigungen. Und auch in einer so wesentlichen Frage wie der Entlastung der Menschen haben wir bis jetzt nur Ankündigungen erlebt. Und jetzt, und das ist der Punkt der Dringlichkeit hier, jetzt sind wir in der Situation, dass wir seit letzter Woche auch wissen, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen nicht anheben wird, den Leitzins nicht anheben wird, entgegen der Hoffnungen und Erwartungen vieler. Das heißt, die kalte Enteignung der Sparerinnen und Sparer wird weitergehen. Es ist praktisch für verschuldete Staaten, weil man kann quasi weiter munter Schulden machen auf Kosten der nächsten Generation. Aber die Menschen werden enteignet. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, das damit ganz klar auch verbunden ist, eine schlechtere Konjunkturerwartung. Und Sie brauchen sich ja nur einmal umzuhören in einem Umfeld der internationalen Unternehmen. Das betrifft ja nicht nur Österreich. Aufgrund der Risiken, die es da gibt von protektionistischer Politik, von einem Handelsstreit, Handelskrieg eines Donald Trumps mit China, Instabilitäten in Europa, die durchaus auch gerne befeuert werden von den Nationalisten hier im Haus. Es gibt es ja eine negativere Erwartungshaltung. Das heißt, die Konjunktur wird sich eintrüben. Man muss immer sehr vorsichtig sein, weil ich weiß schon, dass das auch ein Spiel ist mit der, oder eine sensible Frage der Erwartungshaltung und sozusagen der Stimmung. Aber Sie müssten blind sein, nicht zu sehen, dass es wahrscheinlich nicht so gut weitergeht. Das heißt, jetzt ist der Zeitpunkt zur Entlastung. Sie haben jetzt eine Phase gehabt mit guter Konjunktur, haben es jetzt in dieser Phase nicht geschafft, einen ausgeglichenen Haushalt zu präsentieren und Sie bringen es nicht zustande, jetzt substanziell zu entlasten. Das ist definitiv zu wenig. Worum geht es uns in dieser Frage? Um ein paar Dinge zu skizzieren. Einerseits, und das ist mir sehr wichtig, muss es möglich sein für die Menschen, insbesondere für den Mittelstand, der entlastet gehört, wieder zumindest ein bescheidenes Vermögen durch das Arbeitseinkommen aufzubauen. Da gibt es einige, die wollen Vermögen umverteilen. Es gibt einige, die wollen offensichtlich Vermögen für ein Bar bewahren. Ich glaube, unser Ansatz ist es, dass wir die Menschen durch ihr Arbeitseinkommen in die Lage versetzen, sich ein Leben nicht nur zu erwirtschaften, sondern zumindest einen bescheidenen Wohlstand vielleicht auch mit Eigentum zu erarbeiten. Dazu müssen Sie den Faktor Arbeit radikal entlasten. Und radikale Entlastung heißt unter 40 Prozent. Ich meine, es ist ja auch eine Frage der Zukunftsfähigkeit des Landes, wenn wir von Automatisierung, von Digitalisierung sprechen, von der Sorge vieler, die wir nur bedingt nachvollziehen können, muss man sagen, weil es werden neue Jobs auch entstehen, dass hier Jobs verloren gehen, dass wir sagen, in so einer Situation belasten wir diesen Faktor Arbeit weiter zu hoch. Die Unternehmer sagen es Ihnen ja täglich, die würden ja gerne mehr Mitarbeiter einstellen, sie brauchen es ja auch, teilweise finden Sie es nicht, weil die Fachkräfte fehlen, das ist ein bisschen auch eine Folge einer ständig ausländerfeindlichen Politik, aber die würden ja gerne einstellen, aber sagen die Mitarbeiter, kosten zu viel, aber verdienen auch zu wenig, weil ihnen zu viel genommen wird. Also entlasten Sie den Faktor Arbeit massiv durch eine deutliche Senkung der Lohn- und Einkommensteuer und selbstverständlich auch durch eine Senkung der Lohnnebenkosten. Und schaffen Sie die kalte Progression ab, jetzt, weil das haben Sie versprochen. Sie können nicht Versprechungen abgeben, die Sie nicht halten, Sie verschieben es auf die nächste Legislaturperiode. Wir wissen nicht, wie die Konjunktur dann sein wird. Möglicherweise ist es damit auf den St. Nimmerleinstag verschoben. Das zweite Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir Generationen Fairness ermöglichen. Die Frage der Steuerreform ist auch ganz wesentlich damit verknüpft, welche Chancen die jungen Menschen und auch die mittelalterlichen Menschen bei uns in unserem Land haben. Es ist der Mittelstand und es ist auch die Generation sozusagen des Mittelalters, die ganz massiv belastet sind, das System tragen. Die tragen es durch die Steuerzahlungen, die sie tätigen, alles, was rundum passiert. Sie zahlen es, weil sie die aktiven Pensionisten tragen und sie zahlen es, weil sie selber für sich die Vorsorge treffen müssen und auch wissen, Anreize fehlen ja, das ist ein wesentlicher Punkt, sie müssen selber vorsorgen, weil es wird sich sonst in eine Altersarmut treiben. Das heißt, das ist ja wirklich ein Teil in der Rush Hour des Lebens, wo man massiv belastet ist. Und die Jungen wissen auch, das wird sich nicht ausgehen für sie. Sie müssen im Sinne einer Generationen-Fairness auch daran denken, bei den Reformen, die sie angehen, die Chancen der Jungen mitzudenken. Da gibt es mehrere Punkte, die private Vorsorge ermöglichen, habe ich gesagt. Den Kapitalmarkt stärken, ganz wesentlicher Teil, wenn Sie wollen, dass Menschen etwas aufbauen, in einer Niedrigzinspolitik, und ich meine, es werden die Preise der Eigentumswohnungen nicht sinken, dann müssen Sie den Kapitalmarkt stärken. Das heißt, wir müssen darüber reden, dass man die Spekulationsfrist wieder einführt oder andere Maßnahmen macht. Das ist die einzige Chance, wie wir es jungen Menschen ermöglichen, sich in irgendeiner Weise sozusagen neben dem Arbeitseinkommen etwas zu erwirtschaften. Und, und das ist mir sehr wichtig, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir über eine Ökologisierung des Steuersystems nicht nur nachdenken müssen, sondern hier handeln müssen. Es ist eine Frage der Fairness den Jungen gegenüber, zu sagen, dass wir hier Lenkungsmaßnahmen auf den Weg bringen, die das schaffen, was wir nicht allein nur durch Innovation und Fortschritt schaffen werden, nämlich eine intakte Umwelt und ein intaktes Klima zu hinterlassen. Und es gibt Möglichkeiten, das zu machen, ohne den Wettbewerbsstandort, also so den Standort wettbewerbsunfähig zu machen. Es gibt Möglichkeiten, das auch aufkommensneutral zu gestalten. Blicken Sie nach Schweden. Selbst Schellhorn hat da ja auch ein Modell vorgelegt, ich bin noch sicher, dass wir da noch darauf zu sprechen kommen. Die Entlastung der Unternehmen ist auch nur versprochen. Also da haben wir jetzt auch noch nicht so wirklich Konkretes gehört. Wir haben letzte Woche über Bürokratieentlastung gesprochen. Heute reden wir darüber, dass ein Feiertag, ein individueller Feiertag wahrscheinlich zu relativ mehr Bürokratie in den Unternehmen führen wird. Das werden wir dann nach der Dringlichen noch weiter diskutieren. Aber es geht vor allem um eine Senkung der Lohnnebenkosten und es geht vor allem auch um Anreize von Investitionen und das Geld auch produktiv im Unternehmen zu lasten. Also das wären unserer Meinung nach die Schwerpunkte, die Sie setzen müssen. Und ja, dazu brauchen Sie, um ein Volumen zustande zu bringen, das wirklich eine ordentliche Entlastung ermöglicht, ausgabenseitige Reformen. Es wird nicht ohne die gehen. Es braucht eine Verwaltungsreform, es braucht eine Föderalismusreform, es braucht mehr als eine am Papier stattgefundene Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger, sondern eine wirkliche auch Krankenhaus- und Gesundheitsreform. Es braucht eine Durchforstung des Förderdschungels und es braucht selbstverständlich und das ist auch eine Frage der Generationen-Fairness, eine Pensionsreform. Das ist nur fair, den Alten wie den Jungen gegenüber und den Mittelalterlichen, die dieses System tragen. Ich habe das gesagt, das alles erfordert Mut, das ist mir schon klar, aber Sie sind angetreten, den Stillstand zu überwinden und hier zu liefern. Sie brüsten sich damit, eine enorme Zustimmung in der Bevölkerung zu haben. Diese Zustimmung, meine Damen und Herren von der Regierungspartei, ist eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung, nicht nur das Populäre zu tun, sondern das Richtige zu tun, im Sinne einer Entlastung der Menschen und im Sinne einer Fairness der nächsten Generation gegenüber. Vielen herzlichen Dank. Es brauche eine Entlastung der Menschen, fordert Beate Meindl-Reisinger, Klubopfrotter Neos, in ihrer Begründung für die dringliche Anfrage an Finanzminister Hartwig Lüger, der schon am Wort ist. Liebe Gäste in der Galerie und auch den Zusehern und Zusehern zu Hause, ein herzliches Willkommen. Einleitend erlaube ich mir, festzuhalten, dass ich durchaus etwas irritiert war, im Sinne der Dringlichkeit der Anfrage der Neos, weil Sie selbst, Frau Klubopfräu, haben vor einigen Wochen, als es eine aktuelle Stunde in diesem Hohen Haus gab, zu diesem Thema, ein vermeintes Thema wäre ja gar noch nicht aktuell oder gar nicht so aktuell und jetzt plötzlich ist es eine Dringlichkeit im Sinne der Entlastung Österreich, aber ich bin bei Ihnen, dass es durchaus ja an der Zeit ist und man kann es, so wie Sie selber es sagen, nicht oft genug darüber sprechen, in welcher Möglichkeit diese Regierung nicht nur darüber spricht, sondern schon auch vielen Menschen in Österreich diese Entlastung gebracht hat und so gesehen werden wir die Chance nutzen, das Thema auch heute in dieser Form noch einmal zu reflektieren. Und die Grundsatzfrage auch zum Thema Entlastung Österreich. Es ist die Basis, dass diese Regierung ja in einem Wahlversprechen und auch in einem Regierungsprogramm klare Definitionen setzt, dafür, wie wir dafür sorgen können, dass die Österreicherinnen und Österreicher mehr Geld netto im Monat zur Verfügung haben, um ihr Leben eigenständig, wertvoller und besser in diesem Bereich zu organisieren. Und so gesehen sehe ich es als gemeinsames Ziel, das möglicherweise auf Ihrer Seite noch nicht wahrgenommen wurde, weil alleine, wenn ich den Begriff, den Sie verwenden, auch in Ihrer Anfrage unter dem Titel Showpolitik einmal reflektiere. Das Schöne ist, dass in Österreich Gott sei Dank viele Menschen bereits in diesem Rahmen auch spüren und erleben, nämlich das in jeder Form Ihres Einkommens, dass es Entlastung bereits gibt. Nämlich fragen Sie auch die 950.000 Familien in Österreich mit Kindern, die bereits den Familienbonus Plus ab 1. Jänner spürbar netto mehr auch bis zu 1.500 Euro pro Kind pro Jahr in Anspruch nehmen. Fragen Sie die rund 450.000 auch Geringverdienerinnen und Geringverdiener, die bereits seit 1. Juli vergangenen Jahres durch eine Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge eine spürbare Entlastung in diesem Bereich wahrnehmen können und Sie können auch durchaus bei einem Rückgrat der österreichischen Wirtschaft nachfragen, wie durch eine auch wieder sinnhafte Senkung im Bereich der Umsatzsteuer, was die Tourismusbetriebe betrifft. Es gelungen ist, gerade in diesem Bereich Österreich Rückenwind zu geben und eine Stärkung für den Wirtschaftsstandort und viele Hunderttausende Arbeitsplätze, die auch indirekt daraus profitieren können. Das ist es, was diese Regierung nicht nur vorgibt, sondern bereits macht und spürbar ist. Ich frage mich jetzt nebenbei, warum das bei der Liste Ihrerseits noch nicht angekommen ist. Aber, gehen wir einen Schritt weiter, was ist der Punkt, wenn Sie sagen, möglicherweise, okay, das ist noch nicht genug an Entlastung und auch da gebe ich Ihnen recht, vielleicht auch zu Ihrer Überraschung, es ist noch nicht genug und gerade deswegen, so wie auch in der Aktuellen Stunde vor einigen Wochen deklariert. Wir haben die nächsten Schritte, wir haben die nächsten Wellen, nicht nur in Planung, sondern wir haben sie in Vorbereitung und wir werden in den nächsten Wochen auf Basis auch der politischen Diskussion dieses Thema fixieren und wir werden dann darüber hinaus eine weitere Entlastung von rund 4,5 Milliarden Euro spürbar für die Österreicherinnen und Österreicher und auch für die Wirtschaft geben. Und in dem Rahmen sage ich noch einmal Danke, dass wir die Chance haben, dieses Thema noch einmal zu vertiefen, weil wir werden ab dem Jänner 2020 wieder bei jenen Menschen, die geringes Einkommen haben, kleines Einkommen haben, auch durch eine Senkung im Bereich der Krankenversicherungsbeiträge die Chance geben, spürbar mehr Geld in der Tasche netto zur Verfügung zu haben. Wir werden darüber hinaus mit einem Ansatz der Vereinfachung eine Pauschalierung bei den Kleinstunternehmen geben. Das sind über 200.000 Unternehmerinnen und Unternehmer, die deutliche Einsparungen auch im Aufwand im Sinne der Steuerberatungskosten spüren werden. Das sind die Maßnahmen, die wir schon deklariert haben. Das sind die Maßnahmen, die für rund 3 Millionen Menschen in Österreich ab Jänner 2020 deutlich spürbar weitere Entlastung geben werden. Das ist unsere Umsetzung. Wenn Sie das schon verstehen wollen, ich kann es nicht nachvollziehen, ich glaube, die Menschen in Österreich spüren es und haben es auch verdient. Und wir werden, damit es in dem Bereich auch weitergeht, wir werden im Jahr 21 und danach folgend eine Entlastung im Bereich auch der Einkommens- und Steuertarife geben. Wir werden dort einen Schwerpunkt legen, wieder bei den kleineren und mittleren Einkommen, gerade dort, wo sie jetzt am stärksten in ihrer Nachfrage sind. Dort wird es spürbar werden und wir werden auch den Wirtschaftsstandort, wir werden den Wirtschaftsstandort fördern, indem wir in der Besteuerung der Unternehmerinnen und Unternehmer auch Entlastung geben, weil sie dafür sorgen, dass es in Österreich auch soziale Sicherheit gibt durch Arbeitsplätze, durch Investitionen und zum richtigen Zeitpunkt auch in dem Bereich eine zusätzliche Entlastung in den Bereich kommen wird. Und wenn Sie nicht geduldig sind, so wie Sie es ja selber deklariert haben, dann kann ich Ihnen nur in der Form eines auch mitgeben. Wenn Sie jetzt schon beginnen, und Sie haben es selber ein bisschen selbstkritisch angeschnitten, diese self-fulfilling prophecy, nämlich in Frage zu stellen, und das gerade einer aus meiner Sicht liberalen Wirtschaftspartei, jetzt selbst beginnen, eine durchaus noch positive Wachstums- und Konjunktursituation, Konjunktur, kritisch zu hinterfragen, oder so vielleicht im Vorfeld in Frage zu stellen, ob die Österreicherinnen und Österreicher, ob die Unternehmen in Österreich in der Lage sind, das in der Form zu erwirtschaften, die sind es. Und wir haben auch weiterhin bestätigt, aktuellst aus vielen Wirtschaftsprognosen eine gute Grundlage, und wir können darauf vertrauen, dass wir das Wachstum auch in den nächsten Jahren nützen können, um in dem Bereich eine positive Entwicklung zu geben. Und ein letzter Ansatz in der Einleitung, bevor ich auf die durchaus dringlichen knapp 50 Fragen ihrerseits in der Form eingehe. Gebrochene Wahlversprechen. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, wir stehen dazu. Wir werden mit den Entlastungsmaßnahmen, die wir schon beschlossen haben, die schon in Wirkung sind. Und wir werden mit den Entlastungsmaßnahmen, die wir in den Etappen der nächsten Jahre setzen werden, die konkret auch in dem Bereich vom Rahmen her beschlossen sind. Wir werden das Wahlversprechen einlösen. Und ich habe es bei der aktuellen Stunde, die ich schon mehrfach erwähnt habe, angesprochen. Die Gesamtentlastung in der Kumulierung bis zum Ende der Legislaturperiode wird ein Volumen von über 14 Milliarden Euro für die Österreicherinnen und Österreicher zeigen. Das ist der Beweis, dass Wahlversprechen auch eingehalten werden und diese Bundesregierung konsequent umsetzt. Das ist das Faktum. Und möge eines nicht passieren, dass Ihre Prognosen oder das Schlechtreden der österreichischen Wirtschaft und des Wachstums, was ich wie gesagt von Ihnen am wenigsten erwartet hätte, aber möge es dazu kommen, dass wir auch in dem Bereich in der Lage sind, konsequent dafür zu sorgen, dass das Wachstum vorangeht. Wir werden gleichzeitig sicherstellen, und das war Ihnen immer wichtig, weiß ich, ist auch unser gemeinsames Ziel, eine solide, gute Budget- und Finanzpolitik für Österreich. Und ja, wir werden so wie in der Form geplant, trotz eines geringfügig niedrigeren Wachstumsansatzes 2019. Nach 65 langen Jahren werden wir Österreich erstmals wieder mit einem Überschuss positiv abschließen lassen und damit endgültig einen Schlussstrich durch jahrzehntelange oder für jahrzehntelange Schuldenpolitik schließen. Das ist unser Versprechen, das wir auch halten. Und ich werde versuchen, sehr zügig auch die Fragen, die wir heute Vormittag in der Form unter der Dringlichkeit bekommen haben, auch zu beantworten. Ich erlaube mir aber auch in dem Bereich, die Fragen in einer sinnhaften Form zusammenzuführen, weil es hat die eine oder andere auch redundante Fragestellung gegeben. Für das Jahr die Fragen 1 bis 4 und auch die Frage 6 zusammengefasst. Wir haben für das Jahr 2019 in Österreich derzeit eine Bandbreite an Prognosen von Forschungsinstitutionen und auch internationalen Organisationen. Von einem realen Wirtschaftswachstum gehen wir derzeit aufgrund dieser Prognosen aus zwischen plus 1,6 Prozent und 2 Prozent Wachstum, was beim nominellen BIP-Wachstum bedeutet zwischen 3,6 und 4,1 Prozent. Die konjunkturellen Auswirkungen auf die Einnahmen und Ausgaben des Staates hängen aber auch von den konkreten Ursachen des Abschwungs ab. Es gibt also nicht eine lineare Konjunkturbewertung in dem Bereich. Wir haben im europäischen Zusammenhang für die Berechnung der Auswirkungen der Konjunktur auf die öffentlichen Haushalte eine Faustformel, eine gemeinsame Formel angewendet. Und für Österreich lautet diese, dass eine Änderung des Bruttoinlandsprodukts, der sogenannten Outputlücke um ein Prozentpunkt, den Budgetsaldo mit etwa 0,57 Prozentpunkte beeinflusst. Der Großteil der Auswirkungen fällt auf der Einnahmenseite an, während nur ein geringer Teil im Wege auch der Arbeitslosenversicherung auf der Ausgabenseite in die Wirkung kommt. Zu Frage 5 und 7. Die EU-Fiskalregeln und der innerösterreichische Stabilitätspakt basieren auf konjunkturbereinigten Budgetsalden. Daher hätte ein konjunktureller Abschwung keine wesentlichen Auswirkungen auf die Finanzierbarkeit der Steuerreform beziehungsweise auch der kalten Progression. Da Österreich dank der vorsichtigen Budgetpolitik sein mittelfristiges Budgetziel erreicht hat, gibt es zudem einen großen Sicherheitsabstand zur 3% Maastricht-Defizitmarke. Die aktuelle Planung wäre also auch dann nicht gefährdet, wenn das BIP-Wachstum im Jahr 2019 um zwei Prozentpunkte niedriger wäre als im Jahr 2018. Zur Frage 8. Das aktuelle konjunkturelle Umfeld hat auf die generellen Überlegungen für eine Schuldenbremse im Verfassungsrang keinen Einfluss. Zur Frage 9. Das Regierungsprogramm sieht die Einführung einer Schuldenbremse im Verfassungsrang vor. Die Europäische Kommission hat Anfang Dezember 2017 einen Vorschlag vorgelegt, den Fiskalpakt aus dem Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion in eine EU-Richtlinie zu transformieren, so wie dies ursprünglich auch vorgesehen wurde. Diese Initiative hätte einen umfassenden Reformbedarf für die nationalen Regelungen bedeutet. Seitens des Bundesministeriums für Finanzen wurde daher beschlossen, den Ausgang der Diskussion auf EU-Ebene vorerst abzuwarten. Der Vorschlag der Europäischen Kommission hätte zu keiner 1 zu 1 Umsetzung des Fiskalpaktes geführt. Ausgehend von diesen Entwicklungen forciert weiterhin das BMF die internen Vorarbeiten für eine Schuldenbremse im Verfassungsrang. Zu Fragen 10 und 11. Die Bundesregierung hat mit dem Budgetvollzug 2018 und mit den ersten vorgelegten Budgets eindeutig belegt, dass sie einen Kurs zur Konsolidierung der Ausgaben eingeschlagen hat. Dies wird auch eindeutig durch die Entwicklung der Ausgabenquote belegt. Die Ausgabenquote lag 2016 laut Statistik Austria noch bei 50,3% des BIP. Im Jahr 2022 werden es nach dem geltenden Bundesfinanzrahmengesetz nur mehr 46,9% des BIP sein. Dieser Vergleich zeigt, dass bei einer Fortschreibung der Ausgabenquote aus dem Jahr Beginn 2017 im Vergleich mit der geplanten Ausgabenquote 2022 tatsächlich ein zweistelliger Milliardenbetrag eingespart wird. Zu Frage 12. Die Auszahlungen in der Finanzierungsrechnung in der Rubrik 01, Recht und Sicherheit, sind gegenüber 2017 um 90,2 Millionen Euro und gegenüber dem Bundesvoranschlag 2018 um 108,4 Millionen Euro gestiegen. Die Daten sind übrigens im Bericht zum Monatserfolg Dezember 2018 in der Tabelle 2 auf Seite 14 ausgewiesen. Und ich erlaube mir hier auch festzuhalten, dass es deswegen ja auch im Rahmen des Budgetausschusses vor wenigen Tagen die Chance gab, auch diese Punkte vertiefend zu diskutieren, anzunehmen und auch aus den Punkten heraus daher aus unserer Sicht bereits beantwortet sind. Zu Frage 13. Die Auszahlungen in der Finanzierungsrechnung in der Rubrik 2, Arbeits, Soziales, Gesundheit und Familie, sind gegenüber 2017 um 985,2 Millionen Euro gestiegen und gegenüber dem Bundesvoranschlag 2018 um minus 40,1 Millionen Euro gesunken. Die Daten sind im Bericht zum Monatserfolg Dezember auch in der schon vorerwähnten Tabelle 2 auf Seite 14 ausgewiesen. Zu Frage 14. Die Auszahlungen in der Finanzierungsrechnung in der Rubrik 3, Bildung, Forschung, Kunst und Kultur, sind gegenüber 2017 um 194,2 Millionen Euro gestiegen. Und gegenüber dem Bundesvoranschlag 2018 um minus 48,6 Millionen Euro gesunken. Die Daten brauche ich nicht wiederholen, finden Sie in der bereits mehrfach erwähnten Tabelle, die auch die Grundlage des Budgetausschusses gebildet hat. Zu Frage 15. Die Auszahlungen in der Finanzierungsrechnung in der Rubrik 4, Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt sind gegenüber 2017 um minus 4,093,5 Millionen Euro und gegenüber dem Bundesvoranschlag 2018 um minus 86,2 Millionen Euro gesunken. Die Daten, wenn ich wieder hinweisen darf, finden Sie in der bereits angesprochenen Tabelle. Ohne den Bankenabwicklungskonto Untergliederung 46, gemeint ist wohl die Untergliederung UG 46, Finanzmarktstabilität, sind die Auszahlungen in der Rubrik 4 gegenüber 2017 um 581,5 Millionen Euro gestiegen und gegenüber dem Bundesvoranschlag 2018 um minus 116,7 Millionen Euro gesunken. Zu Frage 16. Die Auszahlungen in der Finanzierungsrechnung in der Rubrik 5, Kasse und Zinsen, sind gegenüber 2017 um 128,1 Millionen Euro gestiegen und gegenüber dem Bundesvoranschlag 2018 um minus 487,6 Millionen Euro gesunken. Den Ergänzungssatz kennen Sie schon, sei nur festgehalten in Tabelle 2 auf Seite 14. Zu Frage 17. Ohne Berücksichtigung der Untergliederung 46, Finanzmarktstabilität ist es gegenüber 2017 in allen Rubriken zu höheren Auszahlungen gekommen. In Summe ein Plus von 1.979,1 Millionen Euro, ein Plus von 2,6 Prozent. Gegenüber dem Bundesvoranschlag 2018 ist es bis auf die Rubrik 01 in allen übrigen Rubriken zu geringeren Auszahlungen in Summe minus 584,6 Millionen Euro, ein Minus von 0,7 Prozent gekommen. Zu Frage 18. Das Sparen im System ist eine Grundlage, die in allen Rubriken seinen Niederschlag findet, aber natürlich in sehr unterschiedlichen Höhen, aber sich in allen Bereichen auch erkennbar zeigt. Zu Frage 19 und 20. Der Pfad zur Reduktion ist in dem Nationalrat vorgelegten Dokumenten zum Budget 2018 und 2019 und auch dem Draft Budgetary Plan 2019 ausgewiesen und transparent nachvollziehbar. Es zeigt sich der eindeutige Trend zur Senkung von knapp 42 Prozent auf 40,9 Prozent in derzeitiger Grundlage für das Jahr 2022. Tatsächlich aber wird unter der Berücksichtigung aller aktuell geplanten Entlastungsmaßnahmen von auch dem Entlastungsprogramm Österreich dieser Wert noch deutlich unterschritten werden. Zu Frage 21. Erste Maßnahmen wie die Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge, die Senkung der Umsatzsteuer im Tourismus sowie auch der Familienbonus plus im Ausmaß von rund 1,5 Milliarden Euro wurden bereits umgesetzt. Das heißt, diese Maßnahmen wirken bereits spätestens im Jahr 2019. Dazu kommt ein Entlastungsvolumen von rund einer Milliarde Euro im Rahmen von Entlastung Österreich im Jahr 2020. Ich glaube, meine Ausführungen einleitend haben das auch noch bestätigt. Bis zum Jahr 2022 wird sich das Gesamtentlastungsvolumen dann noch einmal um zusätzlich 3,5 Milliarden erhöhen und die Summe der Entlastungen daher über 6 Milliarden Euro in der Gesamtwirkung. Zur Frage 22 und 23. Das Steuerreformpaket Entlastung Österreich soll durch Ausgabendisziplin, einen strengen Budgetvollzug, zusätzliche Einsparungen auch in den Bereichen Verwaltung, Förderungen und durch Maßnahmen, die zu mehr Steuergerechtigkeit führen, erreicht werden. Im Bereich der Steuergerechtigkeit soll eine österreichische digitale Konzernsteuer auch eingeführt werden, die wir im Rahmen der Regierungsklausur beschlossen haben, wobei wir da auch das, was im Rahmen des ECOFIN im März dieses Jahres in Richtung einer europäischen Digitalsteuer beschlossen wird, entsprechend berücksichtigen. Weiters wollen wir eine und wird auch eine Informationsverpflichtung im Bereich der Sharing Economy eingeführt werden. Im Bereich des Online-Versandhandels sollen Maßnahmen gesetzt werden, die das Steueraufkommen sichern und auch faire Wettbewerbsbedingungen sicherstellen. Dafür soll die derzeit geltende Umsatzsteuerbefreiung für Einfuhren von geringem Wert unter 22 Euro auch entsprechend abgeschafft werden. Es werden Mehreinnahmen im Bereich der digitalen Besteuerung von rund 200 Millionen Euro pro Jahr erwartet und die detaillierte Darstellung dieses Mehraufkommens wird auch im Rahmen der WFA erfolgen. Zu Frage 24. Die Regierungsvorlage zum Sozialversicherungsorganisationsgesetz beinhaltet eine wirkungsorientierte Folgekostenabschätzung. Dieser sind Abschätzungen der finanziellen Auswirkungen dieses Reformvorhabens zu entnehmen, wonach die Effizienzsteigerungen durch die Strukturreform im Jahr 2020 mit rund 99 Millionen Euro bewertet werden, die bis zum Jahr 2023 auf rund 433 Millionen Euro ansteigen. Zu Frage 25. Erste Maßnahmen im Ausmaß von rund 1,5 Milliarden Euro wurden von der Bundesregierung bereits umgesetzt. Schon mehrfach erwähnt, die Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge, die Senkung der Umsatzsteuer im Tourismus, der Familienbonus plus. Die Bundesregierung setzt diesen Kurs mit Entlastung Österreich mit dem Ministerratsbeschluss 41-13 fort und initiiert ein umfassendes sowie nachhaltiges Entlastungsprogramm, welches in drei Stufen bis 2022 umgesetzt wird. Konkret sind folgende Maßnahmen geplant. Im Jahr 2020 die Entlastung von Geringverdienern, eine Entbürokratisierung, eine auch von Ihnen angesprochene erwartete Ökologisierung des Steuersystems. Im Jahr 2021 und 2022 eine zusätzliche Entlastung von Lohn- und Einkommensteuerzahlern über den Steuertarif, die Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes zur Sicherung und zum Ausbau von Arbeitsplätzen und die Vereinfachungen im Steuerrecht. Ich finde es sehr angenehm, dass Sie uns durch Ihre dringlichen Fragen auch die Chance geben. Diese Dinge kann man nicht oft genug in dem Bereich erwähnen. Entlastung Österreich ist damit für eine neue und nachhaltige Umverteilung vom Staat zu den Bürgern und Unternehmen die Grundlage. Und beginnend mit dem Jahr 2020 bis 2022 eben zusätzlich 4,5 Milliarden pro Jahr. Und das auch in der Sicherstellung, dass der Budgetvollzug und auch die Überschüsse und damit die Basis für die Entschuldung Österreichs in den nächsten Jahren gewährleistet und gesichert ist. Und das ist die Grundlage auch eines fairen Generationenvertrages für alle Menschen in Österreich. Zur Frage 26. Bereits in der ersten Umsetzungsphase von Entlastung Österreich ab 2020 werden Maßnahmen zur Ökologisierung des Steuersystems gesetzt werden. Dabei sind Maßnahmen aus der österreichischen Klima- und Energiestrategie im Mittelpunkt. Ziel ist unter anderem im Bereich der Mobilität ökologische Anreize zu schaffen und Fahrzeuge auch mit geringerem Schadstoffausstoß steuerlich zu begünstigen. Darüber hinaus sind steuerliche Anpassungen auch in den Bereichen Photovoltaik, Biogas und Wasserstoff geplant. Zudem sollen auch aus ökologischen Überlegungen entsprechen und im Sinne auch der Gleichbehandlung Bücher, Zeitungen, Zeitschriften künftig mit ermäßigtem Steuersatz von 10 Prozent unterlegt werden, auch wenn diese in elektronischer Form erworben werden. Auch hier gilt, dass die entsprechenden Maßnahmen ohne Belastung der Steuerzahler implementiert werden, eine ehrliche Entlastung entgegen auch der Vergangenheit und dem Usus der letzten Jahrzehnte. Zu Frage 27. Die Mission 2030, die integrierte Klima- und Energiestrategie, beschlossen im Ministerrat am 28. Mai 2018, sieht vor, eine Zusammenstellung kontraproduktiver Subventionen, die den Klima- und Energiezielen entgegenstehen, samt den damit verbundenen Implikationen für den Wirtschaftsstandort Österreich vorzulegen. Zur Erarbeitung dieser Liste von Subventionen, die den Klima- und Energiezielen entgegenstehen, inklusive auch einer Darstellung der Implikationen für den Standort Österreich, ist eine Arbeitsgruppe auch mit Vertretern des BMF, des Ministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus und auch des Verkehrsministeriums eingerichtet. Derzeit wird geprüft, welche Förderungen welche Auswirkungen haben und gegebenenfalls auch auslaufen könnten. Das Ergebnis soll Ausgangspunkt für die Beseitigung dieser kontraproduktiven Anreize und Förderungen dienen. Zu den Fragen 28, 29 und 31, dazu verweise ich im Sinne der Redundanz auf die Beantwortung der Frage 9. Zu Frage 30, dieses Volumen kann über die Begrenzung des Wachstums der Staatsausgaben erzielt werden. Dazu finden derzeit weitere Analysen im Rahmen auch der Spending Reviews durch das BMF auch mit den anderen Ministerien statt. Zu der Frage 32 und 35 in einem zusammengelegt. Im Zusammenhang mit der Messung der kalten Progression gibt es mannigfaltige Konzepte und Interpretationen. Im allgemeinen Diskurs hat sich die Anpassung der Stufen des Einkommensteuertarifs in bestimmten Zeitabständen entsprechend der Entwicklung eines geeigneten Index zur Preissteigerung herauskristallisiert. Schätzungen zeigen, dass die Anhebung der Stufen des Einkommensteuertarifs pro Prozentpunkt Inflation Kosten in der Größenordnung von rund 250 Millionen Euro verursachen würde. Im Zeitraum von 2009 bis 2018 traten zwei Steuerreformen in Kraft, die mehrere Maßnahmen zur Senkung des Einkommensteuertarifs beinhaltet haben. Mit diesen Reformmaßnahmen wurden die Effekte der kalten Progression der letzten Jahre ausgeglichen. Mit 2019 wurde überdies der schon erwähnte Familienbonus Plus mit einem Bruttoeffekt von 1,5 Milliarden Euro bzw. einem Nettoentlastungsvolumen von etwa 1,2 Milliarden Euro eingeführt. Im Zeitraum bis 2022 wird eine weitere Steuerreform wirken, bei der erneut der Steuertarif markant gesenkt werden wird. Da die kalte Progression bis 2022 von der zukünftigen Inflation abhängt, kann eine detaillierte Angabe auch in dieser Form und Kalkulation derzeit nicht erfolgen. Zu Fragen 33 und 34. Die veranlagte Einkommensteuer und die Lohnsteuer wurden in dem von der Frage umfassten Zeitraum sowie fast alle gemeinschaftlichen Bundesabgaben nach dem einheitlichen Schlüssel verteilt, wobei unter Berücksichtigung von Ertragsanteilen und aufkommensabhängigen Transfers auf den Bund rund zwei Drittel und auf die Länder und Gemeinden rund ein Drittel entfallen. Der Anteil der Länder beträgt dabei rund 21 Prozent, derjenige der Gemeinden rund 12 Prozent. Zu Frage 36 und 37. Auch für die Jahre seit 2016 gilt, dass die Länder und Gemeinden mit rund einem Drittel an den Einnahmen an der veranlagten Einkommensteuer und der Lohnsteuer beteiligt sind. Da die aktuelle Finanzausgleichsperiode nur bis zum Ende des Jahres 2021 gilt, wird der Anteil in den Jahren 2022 und 2023 allerdings letztlich von den Regelungen des nächsten Finanzausgleichsgesetzes abhängen. Zu Frage 38. Die im Regierungsprogramm enthaltenen Reformvorhaben wirken sich aufgrund der bestehenden Verflechtung der Aufgaben und Finanzströme in mehrfacher Hinsicht auf die Bundesländer aus. So sieht das Regierungsprogramm etwa die verstärkte Zusammenführung von Aufgaben, Ausgaben und Finanzierungsverantwortung, die Reduktion von Transfers, Reduktion der Transferströme auch unter Berücksichtigung der Wechselwirkung im Finanzausgleich, zum Beispiel Vereinheitlichung der Finanzierungstöpfe für den Gesundheits- und Pflegebereich, Vermeidung überschneidender Kompetenzen und Parallelstrukturen vor. Umsetzungen von Verfassungsreformen wurden durch das Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz bereits eingeleitet. Im finanziellen Bereich werden die kommenden Finanzausgleichsgespräche für das Jahr 2021 ein geeigneter Rahmen sein, die Anliegen der Bundesregierung betreffend nachhaltige Reformen einzubringen. Zu Frage 39 nehme ich wieder Bezug auf die Beantwortung zu Frage 30. Zu Frage 40. Das Koordinationskomitee tritt regelmäßig zum Austausch von Informationen und auch zur Erfüllung der im österreichischen Stabilitätspakt vorgesehenen Koordinierungsaufgaben zusammen. Es hat zuletzt in sehr konstruktiver Weise im Herbst 2018 getagt und wird im Frühling 2019 nach Vorbereitung durch die Beamtenebene neuerlich auf politischer Ebene zusammentreten. Die gegenseitige Information und Abstimmung im ÖKK leistet einen wichtigen Beitrag zur gemeinsamen Erfüllung der Ziele des österreichischen Stabilitätspaktes und damit auch der Fiskalregeln der Europäischen Union durch Bund, Länder und Gemeinden. Zu Frage 41. Die kurz-, mittel- und langfristigen Auswirkungen von Einzelmaßnahmen hängen von zahlreichen auf Individualebene zu treffenden Annahmen ab, wie zum Beispiel der jeweilige Erwerbsstatus, die jeweilige Lebenserwartung oder etwa die bisherigen und künftigen Beitragsgrundlagen. Derartige pauschale Aussagen auf mögliche Auswirkungen eines erhöhten Pensionsantriesalters können daher nicht getroffen werden. Zu Fragen 42 und 43. Im Regierungsprogramm bekennt sich die Bundesregierung zu einem stabilen und nachhaltigen Pensionssystem, das den Lebensstandard im Alter aufrechterhält und für die einzelnen Generationen einschätzbar bleibt. Zentral sind hier unter anderem eine vorausschauende und effiziente Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, die eine lange Beschäftigungs- und Beitragsdauer garantieren. Selbstverständlich legt das Bundesministerium für Finanzen aufgrund der budgetären Bedeutung ein großes Augenmerk auf die Entwicklung des Pensionsbereichs. Zu Frage 44. Die Hebesätze können nur auf Basis einer Gesetzesnovelle geändert werden. Eine entsprechende Gesetzesinitiative ist derzeit nicht in Diskussion. Die Sitzungen der Alterssicherungskommission sind vom Vorsitzenden dieser Kommission anzuberaumen und zu leiten. Nachdem dessen bzw. deren Bestellung noch nicht erfolgte, kann keine Aussage getätigt werden, bis wann sich die Alterssicherungskommission konstituiert. Zu Frage 46. Diese hängt von der Konstituierung der Alterssicherungskommission ab. Nachdem die Bestellung des bzw. der Vorsitzenden noch nicht erfolgte, kann keine Aussage getätigt werden, bis wann sich die Alterssicherungskommission konstituiert. Zu Frage 47. Wie bereits in der Frage 24 ausgeführt, beinhaltet die Regierungsvorlage zum Sozialversicherungsorganisationsgesetz eine wirkungsorientierte Folgekostenabschätzung. Dieser sind Abschätzungen der finanziellen Auswirkungen dieses Reformvorhabens zu entnehmen, wonach die Effizienzsteigerungen durch die Strukturreform im Jahr 2020 mit rund 99 Millionen bewertet werden, bis zum Jahr 2023 auf rund 433 Millionen Euro ansteigen werden. Zu Frage 48. Aufgrund der vom Bundesministerium für Finanzen errechneten Abgaben nach einheitlichem Schlüssel werden die Beiträge des Bundes gemäß § 57 Absatz 1 Ziffer 1 und 2 ermittelt. In weiterer Folge werden diese Beiträge an die Landesgesundheitsfonds ausgezahlt. Zu Frage 49. Im Interesse der in Österreich lebenden Menschen sind Vertragsparteien, Bund und Länder und Sozialversicherung übereingekommen, die im Jahr 2013 begonnene Gesundheitsreform konsequent weiterzuführen. Das heißt, das eingerichtete Zielsteuerungssystem zur Steuerung von Struktur, Organisation und Finanzierung der Gesundheitsversorgung wird fortgeführt. Damit soll auch sichergestellt werden, dass sich mittels vereinbarter Ausgabenobergrenzen die öffentlichen Gesundheitsausgaben gleichlaufend zum nominellen Wirtschaftswachstum entwickeln. Es wird damit ein wesentlicher Beitrag zur Erfüllung des österreichischen Stabilitätspakts geleistet. Ich hoffe, dass die Beantwortung der Fragen, die wir heute Vormittag um 10 Uhr erhalten haben, auch in der zur Verfügung stehenden Zeit in entsprechender ausführlicher Form damit beantwortet sind. Und ich hoffe, dass damit die Geduld auch der NEOS nicht weiter strapaziert wird. Ich bitte aber auch darum, dass wir, so wie wir diese Debatte in guter Erinnerung halten wollen, uns auch an die Diskussionen im Budgetausschuss, auch an die Diskussion der Aktuellen Stunde erinnern mögen. Und damit schließe ich meine Ansprache. Vielen Dank. Das waren die Antworten von Finanzminister Hartwig Lüge auf die 50 Fragen der Dringlichen Anfrage zur Steuerreform. Die nächsten Schritte seien in Vorbereitung, so der Finanzminister. Diese würden eine weitere Entlastung von 4,5 Milliarden Euro bringen. Nächster Redner, NEOS Wirtschaftssprecher Josef Schellhorn. Herr Staatssekretärin, man hat irgendwie den Eindruck, Sie fühlen sich auf den Schlips getreten, ob dieser Dringlichkeit. Ich kann Ihnen von unternehmerischer Seite sagen, es ist ganz wichtig, sich mit den Zahlen zu beschäftigen. Und ich komme gleich auf ein paar Antworten, auf Fragen, die wir Ihnen gestellt haben. Aber ganz wichtig ist auch der wirtschaftliche Grundsatz eines Unternehmers. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not vielleicht. Oder wir lassen uns einen Überschuss oder ein Defizit, ein Defizit nicht als Überschuss verkaufen. Ich glaube, verantwortungsvolle Politik ist ganz enorm wichtig. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie ehrlich, dass man es meint, wenn Sie auf die Frage 10, was den Wahlkampf betrifft, und Sie haben gesprochen in einem zweistelligen Milliardenbereich in der Legislaturperiode. Beide Parteien, die Türkisen und die FPÖ haben sich mit jährlich 14 bis 16 Milliarden an Entlastung geschmückt. Und jetzt kommen knapp, wenn wir Glück haben, ein zweistelliger Milliardenbereich zustande innerhalb von vier Jahren oder fünf Jahren. Und ich glaube, das ist das, was man mit der Ehrlichkeit meint. Und man muss mit Zahlen schon ganz offen umgehen. Und wenn Sie mir erlauben, Sie haben auch bei den Antworten 12, 13 bis 16 davon gesprochen, dass hier sozusagen, hier haben Sie schon das Thema, dass Sie nicht die Bankenrettung dieses Jahr hatten, sondern die Bankenrettung hat Sie gerettet, dass Sie auch in diesen Rubriken Überschüsse erzielt haben, beziehungsweise durch die Bankenrettung auch nichts verloren haben. Das ist einfach, das sind diese Gags, von denen wir sprechen. Das sind diese PR-Maschinerien. Und in Wahrheit, in Wahrheit muss ich schon ganz ehrlich sagen, und das interessiert mich auch als Unternehmer und die Unternehmer und vor allem die Steuerzahler, die jetzt vor den Fernsehschirmen sitzen, die auch wahrscheinlich die Steuererklärungen gerade machen, die ihre Arbeit machen, die haben nämlich damit ein Problem, dass diese angekündigten großen Reformen von diesen jährlichen 14 Milliarden bis 16 Milliarden in Wahrheit jetzt in einer Mickey-Maus-Steuerreform gelandet sind. Und diese Mickey-Maus-Steuerreform erinnert mich ein bisschen an die Geschichte der Panzerknacker. Ja, das ist so. Das Hobby nämlich, der Panzerknacker, das habe ich mir nämlich aussergesucht, ist das, Pläne schmieden, die nicht funktionieren. Das ist nämlich, das kann ich nicht angeben, und das ist auch so, nämlich ankündigen, was wir sowieso nicht machen können. Und das ist ein Thema, das mich ganz speziell beschäftigt. Und jetzt komme ich dorthin, weil eben auch Ihr Staatssekretär in einem Ö1-Morgensjournal angekündigt hat, dass diese Steuerreform, die jetzt dann kommt, im zweistelligen Milliardenbereich ist, dass die kalte Progression jetzt abgeschafft wird, nicht und am Ende der Legislaturperiode. Das ist eklatant falsch, was hier gesprochen wurde. Offensichtlich haben Sie ihn overruled, und offensichtlich war das der BR-Schmäh und der Gag der FPÖ. Ich will jetzt auch auf einen Punkt hinkommen, einen der großen Förderer der ÖVP, die darauf auch noch stolz sind, nämlich in der kleinen Zeitung hat der Stefan Bierer in einem Interview von sich gegeben, in dem er von der Gewinnprämie für seine Mitarbeiter erzählt hat. Er hat nämlich all seine Mitarbeiter, sehr löblich, muss man wirklich sagen, sehr löblich, 2.700 Euro Gewinnprämie gegeben. Das Blöde nur, von diesen 2.700 Euro Gewinnprämie sind bei den Mitarbeitern nur 1.300 angekommen. Mehr davon, mehr als 1.300, also 1.400 sind bei Ihnen gelandet. Ein paar Hunderter davon im Finanzministerium, ein paar Hunderter bei den Sozialversicherungen, ein paar Hunderter in der Pensionsversicherung, vom Familienlastenausgleichsfonds, von der Wohnbauförderung wollen wir noch gar nicht reden. Sie haben angekündigt, Herr Finanzminister, Sie haben angekündigt, dass bei den öffentlichen Abgaben, die haben sich sehr dynamisch entwickelt. Ja, darauf will ich auch zurückkommen. Ja, die öffentlichen Abgaben haben sich sehr dynamisch entwickelt. Nämlich plus 662 Millionen bei der Körperschaftssteuer, plus 179, also rund 180 Millionen bei der Einkommensteuer, plus 177 Millionen bei der Lohnsteuer, plus 172 Millionen bei der Kapitalertragssteuer, plus 60 Millionen bei der Normverbrauchsabgabe und plus 57 Millionen bei der Grunderwerbsteuer. Das ist dynamisch. Es ist leider nur ein Betriebsunfall des Finanzministeriums, dass das für Sie gilt und nicht für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das ist das Thema. Sie machen Taschenspielertricks, indem Sie sich einer da ausnehmen und irgendwann vielleicht einmal am Ende der Legislaturperiode knapp vor Wahlen wieder herschenken. Und das finde ich verwerflich. Das ist keine ehrliche Politik. Wenn Sie versprechen, dass Sie 14 Milliarden jährlich den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zurückgeben, dann sollten Sie dies auch tun und Sie nicht am Schmäh führen. Das Steuerwachstum, Herr Finanzminister, lag oder fangen wir mal woanders an. Das Wirtschaftswachstum lag bei 2,7 Prozent. Das Steuerwachstum betrug bei den veranlagten Einkommensteuern plus 8,3 Prozent, plus 7,2 bei der Lohnsteuer, plus 15,6 bei der Körperschaftssteuer, plus 11,6 bei der Kapitalertragsteuer, plus 3,5 bei der Umsatzsteuer, plus 13 bei der NOVA und plus 9,3 bei der Grunderwerbsteuer. Das Wirtschaftswachstum 2,7 Prozent. Steueraufkommen und Vermögen haben sich also faktisch doppelt so hoch mit 5,3. Jetzt können wir über verschiedene Punkte reden. Ich kann auch der FPÖ noch einmal das Wahlprogramm vorlesen. Um was es mir geht, um was es mir geht, ist Ehrlichkeit in der Politik. Und ich bin ein Steuerzahler und ich erwarte mir von Ihnen, dass Sie endlich auch für meine Mitarbeiter was tun. Das Kernproblem, und das Lob muss ich Ihnen aussprechen, für die unteren Einkommen haben Sie was getan. Sie haben auch was für die Familien getan. Aber der Bereich in der Mitte, der Bereich in der Mitte, der wurde nicht entlastet. Und das Problem ist, dass sich diese Menschen, die kräftig Steuer zahlen, kein Eigentum oder kein Eigentum ansparen können. Das ist das Kernproblem, weil Sie ihnen durch die kalte Progression viel zu viel wegnehmen. Schaffen Sie die kalte Progression ab. Die kalte Progression haben schon angekündigt abzuschaffen. Krasser, der ist jetzt mit den Gerichten beschäftigt. Molterer beim Europäischen Fonds. Der Finanzminister Bröll tut ein bisschen Mehl mahlen. Die Frau Fekte ist zu ihrer Sand- und Kies-Boutique zurückgekehrt. Der Herr Spindelecker kümmert sich um die Migration. Und der auch sehr heftig dafür eingetreten ist, der Finanzminister Schelling, ist jetzt bei der Gazprom. Ich bin ja gespannt, was Sie machen. Aber eines können Sie den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht vormachen, dass Sie was versprechen, was Sie nicht einhalten. Und ich denke, dass es jetzt an der Entlastung ist und dass jetzt die kalte Progression wegkommt, weil wir haben Niedrigzinspolitik. Und Ihr Thema ist einfach, dass Sie sich am Schuldenstand insofern etwas zu sparen, weil wir eine Nullzinspolitik haben. Stellen Sie sich vor, die Zinsen würden steigen. Dann würde Ihr ganzes Kartenhaus zusammenbrechen. Ich glaube, nach wie vor, das, was Sie uns verkaufen als Steuerreform, ist eine Mickey-Maus-Reform. Und die Panzerknacker werden uns heute erzählen, irgendwann einmal, was an uns geschehen ist und was mit Ihnen geschehen ist. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Sie den Glauben den Menschen geben. Dass Sie den Menschen den Glauben wiedergeben, die wirklich Steuer zahlen. Die müssen eine Vision haben, dass ihnen nichts alles aus der Tasche gezogen wird, sondern dass sie sich Eigentum ansparen können. Das ist eine wichtige Mission. Dieser Verantwortung müssen Sie sich stellen. Die Mitte sei nicht entlastet worden, sagt NEOS-Wirtschaftssprecher Josef Schellhorn. Das sei das Kernproblem. Die kalte Progression sollte abgeschafft werden. Am Wort ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Ich habe mir jetzt schon überlegt, was ich tue, dass man das ein bisschen in den Tee bringt, da die Dringliche. Weil es ist an und für sich fast nicht zu überbieten, dass man vor einem Monat sagt, wie Frau Kollegin Mendel-Leisinger, ich muss schon meinen Vorrednern auch Recht geben, Herrn Gudenus nicht, Herrn Greiner schon, dass die Aktualität sich mir nicht ganz erschließt. Das war im Rahmen der Aktuellen Stunde. Heute, nicht einmal vier Wochen später, brauchen wir Dringliche dazu. Also es muss dringlich behandelt werden. Damit wir letzten Endes darüber reden können, was denn sozusagen diese Bundesregierung im Rahmen der Steuertastung macht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von den NEOS, Sie brauchen sich eines nicht, Sorgen zu machen um diese Bundesregierung und schon gar nicht um den Finanzminister, weil der Finanzminister hat, ja um den kümmern wir uns auch, weil bei euch waren sie eh verkauft. Sondern beim Finanzminister Löger, der das Budget im Griff hat, der das Finanzsaison im Griff hat und der jeden Euro sorgsam bewacht im Sinne der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Um den braucht es ja hier nicht kümmern. Im Übrigen, der Finanzminister schafft es auch, dass er 50 Fragen innerhalb weniger Stunden beantwortet, weil die hat er um 10 Uhr gekriegt, um 3 Uhr muss er da sitzen. Aber es ist nicht möglich, einen Vierseitentext, wo in mehreren Gesetzen das Gleiche abgebildet wird, dass man das sozusagen innerhalb von 20 Stunden sozusagen auch erledigt. Sei am Rand erwähnt. Aber es geht... Ja, Jaro Lim, du schreist schon 15 Jahre, der Vierer meistens ein Haufen Blödsinn, kalt das. Also brauchen wir nicht. Uns geht es um die Bürgerinnen und Bürger, uns geht es um die Menschen in Österreich, uns geht es um die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und Frau Kollegin Meindl-Reisinger, anscheinend, wie der Kollege Strolz die Partei und den Klub übergeben hat, hat er das ganz ordentlich auch medial gemacht. Das war auch eine Show im Übrigen. Aber er hat anscheinend die Inhalte nicht mitgegeben, wo die Neos selber mitgestimmt haben. Nämlich Tourismus-Senkung der Umsatzsteuer von 13 auf 10 Prozent. Volks-Partei, freiheitliche Neos pro. Sozialdemokraten und Liste Pilz, damals noch steht Topé, Contra. Das war am 21. März. Familienbonus, Beschluss des Nationalrates am 4. Juli 2018. Pro. Volkspartei, freiheitliche Neos. Kontra, wie immer, Neinsager-Partei sind ja die Sozialdemokraten, SPÖ und Pilz. Dann einmal habt ihr nicht mitgestimmt. Warum, weiß man nicht. Aber anscheinend sind euch Geringverdiener nicht zu wichtig. Ist euch kein zentrales Wählerklientel der Neos, wo wir gesagt haben, wir wollen 400.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlassen, die den ganzen Tag hacken, arbeiten im Tourismus, im Gasgewerbe, im Handel. Die wollen wir auch, dass die 300 Euro im Jahr mehr bekommen. Daher haben wir die Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge beschlossen. Und zwar am 22. März mit den Regierungsparteien. Die drei Oppositionsparteien waren dagegen. Also eins verstehe ich jetzt nicht. Jetzt stimmt es selber zweimal bei wesentlichen Entlastungspaketen mit, mit rund 1,7 Milliarden Euro. Und dann stellt ihr euch da her und sagt, wo ist die Entlastung? Also ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht mehr aus. Noch dazu freut es uns ja, dass der Kindersägen in vielen Haushalten wieder mehr Einzug hält. Auch hier im Haus. Wir gratulieren allen, wo es also hier der Kindersägen bevorsteht. Und wir haben ja wieder steigende Geburtenraten. Also zeigt ja, dass der Familienbonus eigentlich die volle Wirkung schon entfaltet hat. Weil es profitieren 950.000 Familien, 1,6 Millionen Kinder. Und ehrlich gesagt, 700.000 Menschen haben bereits in Anspruch genommen, dass monatlich jetzt der Familienbonus auszahlt wird. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ob ich 125 Euro pro Kind im Monat netto mehr habe oder nicht, das gespüren die Leute. Das heißt, das raschelt in der Priotasche. Und das wollen wir. Nämlich, dass die Menschen letzten Endes auch entlastet werden. Es ist angesprochen, eine Senkung der Landlebenkosten. Weil es ist ja sozusagen ein Paket, das in dieser Legislaturperiode insgesamt dieses Gesamtvolumen darstellt von diesen 12 bis 14 Milliarden. Und das werden wir kumuliert in Summe auch darstellen können. Aber ich verstehe eins auch nicht. Wir beginnen auch bei der SV-Reform. Minus 0,1 Prozent Senkung und Versicherungsbeitrag ist in Kraft getreten mit 1. Jänner auch dieses Jahres. Heute haben wir gemeinsam, Wartzer mit dabei, danke dafür, dass wir eine drohende, sozusagen einen Wiederanstieg im Bereich von Landlebenkosten, dass wir gesagt haben, nein, das wollen wir nicht. Das verhindern wir und setzen wir auch gemeinsam aus. Und dann haben wir genau, deshalb haben wir im Jänner von der Volkspartei diese aktuelle Stunde auch gewählt, sind wir hergegangen und gesagt, wir informieren einmal in groben Schritten über die Steuerentlastung, die wir jetzt vorhaben, die in den Jahren 20, 21 und 22 dann auch wirksam wird, umsetzen damals schon früher. Das heißt, wir beschließen es als Paket als Paket vor. Die kalte Progression, das habe ich auch schon 17 Mal erklärt da draußen, dass wir zuerst die Steuerentlastung durchführen, noch einmal die Tarife senken. Da unterstützen uns auch Wirtschaftsökonomen. Und dann reden wir über das Thema der kalten Progression und über dessen Abschaffung. Jetzt senken wir noch einmal die Tarife für 4,5 Millionen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und wir beginnen wieder bei den Geringverdienern. Und ich bin gespannt, ob Sie dabei sind, die Neos. Da geht es insgesamt um rund 3 Millionen Menschen. 1,5 Millionen Arbeitnehmer, 1 Million Pensionisten und rund 350.000 Selbstständige und Bauern. Vor allem in dem Bereich, wo gar keine Steuern bezahlt werden. Wo wir sagen, wir gehen hier in den Sozialversicherungsbereich hinein, Absenkung der Krankenversicherungsbeiträge, um diesen Menschen sozusagen auch mehr vom Brutto, also Netto, dass diesen Menschen Netto auch mehr bleibt. Und das wollen wir eigentlich haben. Und ich rechne einmal, ich rechne, dass die Neos mitgehen werden. Weil wenn man eine Dringliche im Parlament macht, zum Thema Entlastung, dann kann man sich die Gruppen nicht nur aussuchen, sondern da muss man auch wirklich mitspielen. Und das werden wir uns ganz genau sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Einmal haben Sie es schon nicht gemacht bei der Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge. Wir werden uns das genau anschauen, wie das dann ausschaut bei der Senkung der Krankenversicherungsbeiträge für die Geringverdiener, die es sich auch verdient haben, dass sie entlastet werden. Dann die Tarifentlastung in den untersten Stufen. Und dann noch zur Standortwirtschafts- und Arbeitsmarkt, also Arbeitsplatzabsicherung, ein Paket, letzten Endes, auch für die Unternehmen. Insgesamt rund 4,5 Milliarden, die jetzt noch dazukommen, sozusagen zum Familienbonusplus. Ja, jetzt, in den, also ich, jetzt haben wir 14, diese, also ich weiß ja gar nicht, was das in der letzten Periode ist, da habt ihr eigentlich geschlafen dann. Weil so viel, was man in den letzten Jahren aus dieser Bundesregierung weitergebracht hat, an Paketen, auch an Reformen, man denke an die Sozialversicherungsreformen, Entlastungspakete, Bildungspakete, Deutsch für der Klasse, wir haben wieder Noten eingeführt von 1 bis 5, dass sie die Eltern damit überhaupt auskennen, was die Kinder in der Schule lernen oder nicht. Also diese Dinge haben wir auch umgesetzt, meine Damen und Herren. Und wir gehen auch die großen Punkte an, Pflege. Heuer drei Schwerpunkte. Steuerentlastung haben wir jetzt, glaube ich, schon wochenlang gepredigt, setzen wir um. Pflege, ja Pflege, ja Pflege, Frau Kollegin Mein-Leisinger, da können Sie schwer mitreden. Sie haben keine Landespolitiker, Sie haben fast keine Gemeindepolitiker. Wir reden noch mit unseren Leuten draußen vor Ort, weil das Thema Pflege ist ein Thema für Länder und Gemeinden und auch für die Organisationen, die tagtäglich dort im Einsatz stehen und auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in der Pflege tätig sind. Wir wollen mit denen reden und wir wollen sie mitnehmen, auch bei der Beschlussfassung. Ja, genau. Jetzt kommst du nur daher mit deiner Weisheit. Heute durch den Ministerrat gegangen, die Rot-Weiß-Rot-Karte, die Mangelberufsliste, ja du bist auch schon öfter wo durchgegangen, die Mangelberufsliste und letzten Endes auch Anti-Gold-Platting. Und das sind eigentlich drei Themen, wo ich auch gespannt bin, ob die NEOS zustimmen oder nicht zustimmen. Weil das sind wesentliche Maßnahmen für den Arbeitsmarkt, für den Standort, letzten Endes auch, wo es Fachkräftemangel anbelangt. Ich bin gespannt, wie sich die NEOS hier verhalten werden. Also diese Bundesregierung und auch wir hier im Parlament von den Regierungsfraktionen, wir arbeiten mit Hochdruck an unserem Vorhaben, auch aus der größten Steuerentlastung wiederum seit Jahrzehnten, Teile davon umgesetzt wie der Familien... Warum, Frau Kupofrau, du sagst, du sagst aber warum. Schau, Familienbonus, du musst ja da das wissen, ja. Familienbonus plus ist umgesetzt, ja. Ich verstehe nicht, ich habe selber mitgestimmt. Also wo da die Dramaturgie jetzt besteht, im Rahmen dieser Dringlichen, der schließt sich mir nicht ganz. Dieser Bundesminister und wir als Volkspartei und Freiheitliche Partei gemeinsam sorgen dafür, dass diese Punkte umgesetzt werden, dass die Menschen in Österreich entlastet werden, insbesondere die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und abschließend. Wir schauen uns das genau an, ob es ihr dort auch mitstimmt. Und Frau Kollegin Mendel-Reisinger, eins hätte ich schon noch gern, dass auch einmal gesagt wird, wenn es heißt, Ressourcenverbrauch soll sehr wohl besteuert werden und Sie reden immer von einer Pensionsreform, die Sie wollen. Also wenn Sie schon sagen, entlasten, aber auf der anderen Seite belasten, dann sagen Sie uns auch, wo Sie belasten wollen. Das erzählen Sie uns nämlich hier draußen nie. ÖVP-Klubobmann August Wöginger betont in Richtung NEOS, zuerst komme die Steuerentlastung und dann gehe es erst um die Abschaffung der kalten Progression. Der nächste Redner ist der Finanzsprecher der SPÖ, Kaijan Kreiner. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kollege Wöginger, Sie hätten gleich damit beginnen können zu erklären, wo Sie die Belastungen verteilen. Sie behaupten immer, Sie sparen im System. Im System sparen Sie gar nichts. Im System geben Sie nur Geld aus für Generalsekretäre und für Ihre aufgeblähten Politapparate. Und sparen tun Sie, kürzen tun Sie, bei der sozialen Sicherheit, im Gesundheitsbereich, bei den Leistungen. Dort ist es dort, wo Sie sparen. Verlangen Sie nicht von anderen, dass Sie das machen. Kommen Sie selber raus und erklären einmal, wo Sie das tun. Das wäre eine ehrliche Politik. Wenn wir über Steuerpolitik reden, über Steuerreformen, dann muss einmal schon klar sein, was ist denn überhaupt diese Steuern zahlen? Das ist so etwas wie eine Gemeinschaftskasse, in die alle einzahlen. Und dafür sind zwei Fragen dann natürlich wichtig. Erstens, wer zahlt wie viel ein in diese Gemeinschaftskasse? Und die zweite Frage ist natürlich, wofür geben wir das Geld aus der Gemeinschaftskasse? Das erste ist, wer zahlt ein? Da haben wir ein großes Problem. Weil nämlich die, die arbeiten gehen, viel zu viel einzahlen. Die, die über Kapital- und Vermögenseinkommen beziehen, die zahlen viel zu wenig ein. Das sagt Ihnen jede Statistik, ob von der OECD, IWF, Europäische Kommission, und da können Sie jeden Wissenschaftler fragen, der wird sagen, in Österreich zahlen die, die arbeiten gehen, zu viel ein. Die, die über Vermögen und Kapital- einkommen verfügen, zahlen zu wenig ein. Das ist das erste Problem, was wir haben. Das zweite Problem ist das, was wir haben, ist die KMUs, die kleinen Betriebe, die mittleren Betriebe, die zahlen auch viel zu viel ein. Hingegen die großen Betriebe, die Konzerne, zahlen viel zu wenig ein. Und jetzt schaue ich mir an, was Sie angekündigt haben für die Steuerreform. Gehen Sie diese Probleme an? Gar nicht gehen Sie diese Probleme an. Überhaupt nicht. In Wahrheit verschlimmern Sie die Probleme. Das ist das, was Sie hier machen. Ich habe Ihnen ganz eine aktuelle Grafik mitgebracht. Das ist eine internationale Untersuchung. Die Situation in Österreich ist vergleichbar, nicht großartig anders. Da geht es im Prinzip darum, wie haben unterschiedliche Teile der Gesellschaft ihr Einkommen vergrößert oder nicht vergrößert. Und die, die da ganz massiv ansteigen und ihr Einkommen vervierfacht haben, sind die 0,01 Prozent reichsten der Gesellschaft. Die haben ihr Einkommen seit 1980 vervierfacht. Das oberste Prozent hat es noch immer mehr als verdoppelt. Und die anderen 99 Prozent haben drauf bezahlt. Das ist die Situation, die wir haben, international wie in Österreich. Die Schere geht extrem auseinander. Das oberste 0,01 Prozent galoppiert allen davon. Das oberste Prozent verdoppelt auf Kosten aller anderen ihr Einkommen. Und was macht diese Bundesregierung? Sie denkt darüber nach, dass die da oben womöglich zu viele Steuern zahlen, weil die müssen 55 Prozent Steuern zahlen, über alles über eine Million. Und da denken sie darüber nach, die zahlen zu viel. Die machen sich Sorgen darüber, dass die zu viel Steuern zahlen. Das ist das, was diese Bundesregierung macht. Das ist das, was die Vorschläge aus Ihrem Ministerium kommen. Und ich sage Ihnen eins, da haben Sie nicht verstanden, wo die Probleme sind in diesem Land. Die Probleme liegen ganz woanders. Die Probleme sind, dass wir darüber reden müssen, wie wir für die kleinen Einkommen und für die mittleren Einkommen die Steuer und Abgaben nachhaltig senken und gleichzeitig dafür sorgen, dass die oberen 10.000, das oberste Prozent, endlich einen gerechten Beitrag in diese Gemeinschaftskassa einzahlt. Endlich ein Geld einzahlt. Es geht darum, dass die KMUs, die fleißigen Unternehmerinnen und Unternehmern von den kleinen und Mittelbetrieben, nicht mehr so viel Steuern einzahlen müssen, wir die zahlen heute zu viel und dafür die Konzerne und die Großbetriebe endlich einen Beitrag leisten und nicht so wie heute ein oder zwei Prozent vom Gewinn Steuern zahlen. Das sind die Probleme. Lese ich da irgendeinen Vorschlag von Ihnen dazu? Nein, gar nichts. Im Gegenteil, Sie wollen die Körperschaftssteuer senken mit der Gießkanne, nur die Gießkanne hat ganz kleine Löcher für die kleinen und Mittelbetriebe und ganz große Löcher für die Großbetriebe. 80 Prozent von dem, was Sie den Unternehmen geben wollen, kriegen nur die ganz großen Konzerne. 20 Prozent können sich die kleinen und mittleren Unternehmen teilen. Das ist die Art und Weise, wie Sie diese Steuerreform vorbereiten. Und da sind wir keine Minute dabei. Und da können Sie keine Minute glauben, dass wir da mitstimmen, bitte. Sie vergrößern die Probleme in diesem Land und lösen sie nicht. Da sind wir sicher nicht dabei. Dankeschön. Arbeitende Menschen zahlen zu viele Steuern, Menschen mit Kapital und Vermögen zu wenig, betont Kayan Greiner von der SPÖ. Dasselbe gelte auch für die Wirtschaft. KMUs zahlen zu viel, Großkonzerne zu wenig. Am Wort Hermann Brückel von der FPÖ. Das haben Sie, lieber Kollege Greiner, immer schon gut beherrscht, nämlich Neiddebatte über die Umverteilung zu führen und das dann auch noch dazu belegen mit einer Statistik vom Herrn Piketty, wo Sie vielleicht auch dazu sagen, dass das ein links-linker Ökonom ist, der halt seine eigene Sichtweise auf die Dinge hier hat. Und ich kann es mir nicht verkneifen, bei solchen Redebeträgen sage ich Ihnen, da brauchen Sie nicht von Arbeitsplatzsicherung reden, denn da gefährden Sie Arbeitsplätze, zumindest denen im sozialistischen Club, weil die werden sich nicht mehr lange halten, der wird sich entsprechend verkleinern in der Zukunft, wenn Sie so weitermachen. Steuervereinfachung, Steuererleichterung, Senkung der Abgabenquote, das ist es, was diese Bundesregierung will. Und die Senkung der Abgabenquote steht halt einmal ganz drüber, steht über allem. Ich möchte auch erklären, warum das so wichtig ist, weil die Senkung der Steuer- und Abgabenquote dafür sorgt, dass die Menschen am Ende des Tages mehr in der Brieftasche haben, das sorgt für mehr Eigentum, das Eigentum sorgt auch für Sicherheit, Sicherheit im Alter und gibt auch Vertrauen und hebt das Vertrauen in die Zukunft der Menschen. Und deswegen hat sich die Bundesregierung das zum Ziel gesetzt. Und Vertrauen und Verantwortung, Hohes Haus, sind wichtige Faktoren, Faktoren auch in Wirtschafts- und Finanzfragen. Und wenn ich von Verantwortung spreche, liebe Neos, auch an euch gerichtet, ihr fordert von der Regierung Maßnahmen ein, die ohnehin kommen. Die Dringlichkeit, warum das so dringlich ist, haben wir schon gehört, das weiß keiner, versteht auch keiner, weil im Jänner weiß es eben, wie gesagt, noch nicht. Jetzt ist es. Aber wir werden hier diese Punkte umsetzen. Sie sind herzlich eingeladen, das mitzutragen. Möchte aber schon auch auf etwas hinweisen, nämlich, wenn ich von Verantwortung spreche, auch die Verantwortung der Neos einzufordern. Ich habe mir die Mühe gemacht, nur als Beispiel auch, wie verantwortungsvoll Neos mit Politik im Allgemeinen umgeht. Da gibt es den sogenannten Regierungsmonitor. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, Frau Klupow, Frau Sihung von Ehrlichkeit, nein, der Herr Kollege Schellhorn hat von Ehrlichkeit auch gesprochen. Ihr betreibt den sogenannten Regierungsmonitor. Da finden sich zum Beispiel zum Stichwort Budgetdefizit der Satz. Es ist daher davon auszugehen, dass die Schulden für die kommenden Generationen noch weiter wachsen werden. Tatsache ist, dass wir die Schuldenquote im Vorjahr, im Jahr 2018, unter 75 Prozent gesenkt haben und dass wir demnächst dieses Budget auch ausgleichen werden. Zum Stichwort Arbeitszeitflexibilisierung, da steht drinnen nicht umgesetzt, da die Sozialpartner noch bis 30.06. für Verhandlungen Zeit haben. Also das hat so eine Bestmitte, das ist über ein halbes Jahr, das wird jetzt bald ein Jahr her, dass man das längst erledigt hat. Also hier würde Handlungsbedarf bestehen. Oder Salzburg, da steht es hier in der Regierungsverantwortung. In Salzburg stehen Neos in Regierungsverantwortung. Und jetzt frage ich Sie, es gibt österreichweit eingeführt 2012, die sogenannte Transparenz-Datenbank. Ich komme aus einem Bundesland, aus Oberösterreich. Oberösterreich befüllt auf Punkt und Strich diese Datenbank, diese Transparenz-Datenbank genauso wie Niederösterreich. Aus Salzburg passiert hier nichts. Und ich sage Ihnen, hier stehen Sie in Regierungsverantwortung. Da zeigt sich wieder einmal, wie verantwortungsvoll auch Sie tatsächlich in der Politik hier handeln. Und das sollten Sie noch dazu, wo man hier Millionen einsparen könnte. Auch das soll gesagt sein. Und da frage ich Sie schon, wo ist Ihre Verantwortung, die Sie hier von der Bundesregierung einfordern. Und um in den Worten der Neos zu sprechen, Sie sollten sich vielleicht wieder einmal updaten. Aber seit dem Abgang von Matthias Strolz ist das offensichtlich nicht mehr passiert. Unsere Regierung steht für die Parlamentsfraktionen ÖVP-Freiheitliche stehen für eine Steuerstrukturreform, insbesondere Einkommenssteuergesetz 2020. Zur Ausgestaltung und zur Umsetzung, das steht noch vor dem Sommer an. Und zum Inhalt auch ganz kurz, Neukodifizierung des Einkommenssteuergesetzes, Förderung der privaten Altersvorsorge, Senkung der Abgabenbelastungen für mittlere und kleine Einkommen, das sind also nur die wichtigsten Punkte, die hier umgesetzt werden. Und weil Sie auch die Ökologisierung angesprochen haben, Frau Blupopfrau, natürlich wird diese Steuerreform, diese Steuerstrukturreform auch entsprechende ökologische Maßnahmen beinhalten. Die Regierung von ÖVP hat hier wirklich in kurzer Zeit ganz, ganz viel umgesetzt. Und die Frage, müssen Sie sich gefallen lassen, wo waren Sie im letzten Jahr, wenn Sie behaupten, der Familienbonus wäre kein großes Vorhaben, 1,2 Milliarden Nettoentlastungsvolumen. Wenn Sie behaupten, dass die Senkung der Arbeitslosenbeiträge mit 700 Millionen kein großes Vorhaben ist, dann frage ich Sie, wo waren Sie im letzten Jahr. Wenn die Senkung der Umsatzsteuer bei Beherbergungsbetrieben von 13 auf 10 Prozent kein großes Vorhaben ist, dann frage ich Sie, wo waren Sie im letzten Jahr. Wenn die Umwandlung der ÖBIP in die ÖBA kein großes steuerlich-finanztechnisches Vorhaben war, dann frage ich Sie, wo waren Sie im vergangenen Jahr. Was haben Sie hier getan? Und diese Fragen müssen sich gefallen lassen, wenn Sie behaupten, dass diese Regierung nicht tut, wenn Sie behaupten, diese Regierung würde nicht rasch genug handeln. Wir haben ein Regierungsprogramm ausverhandelt, das ist angelegt auf fünf Jahre. Diese Regierung ist gerade einmal ein Jahr im Amt und in diesem einem Jahr ist sehr, sehr viel passiert. Die Österreicher... Die Österreicherinnen und Österreicher pflichten uns hier mehrheitlich bei. Sie unterstützen uns hier auf diesem Weg und sie tragen diesen Weg auch mit und gehen hier diesen verantwortungsvollen Weg der Regierungsparteien mit. Und in diesem Sinne, wie gesagt, noch einmal die Dringlichkeit Ihrer Anfrage erschließt sich nicht, denn diese Regierung arbeitet hervorragend und gut. So, der Finanzsprecher der FPÖ, Hermann Brückel. Die tatsächlichen Berichtigung ist der Abgeordnete... Zu Wort gemeldet ist nun Gerald Lohacker von den NEOS für eine tatsächliche Berichtigung. Danke, Herr Präsident. Der Abgeordnete Brückel hat gesagt, bei uns stünde unrichtigerweise auf der Homepage, dass die Schulden für die nächsten Generationen steigen. Ich berichtige tatsächlich, auch im Jahr 2018 sind die Schulden, die die nächsten Generationen zahlen müssen, wieder gestiegen. Dankeschön. Und nach dieser tatsächlichen Berichtigung nun am Wort von der Opposition Bruno Rossmann. Er ist Klubobmann und Finanzsprecher der Liste jetzt. Danke, Herr Präsident, hohes Haus. Warum sind die Schuldenquoten entscheidend und nicht die absolute Höhe der Schulden? Weil man die Schulden immer in Beziehung setzen muss zur Leistungsfähigkeit der Wirtschaft. Das haben Ökonomen so an sich, dass sie das tun. Und das ist auch die aussagekräftige Größe im Zusammenhang mit den Schulden eines Landes. Als ich diese dringliche Anfrage heute früh gelesen habe, habe ich mir eigentlich auch die Frage gestellt, was ist da dringlich? Eine Kraut- und Rübenanfrage. Da geht es durcheinander. Von Jahresabschluss 2000 über Pensionsreform, Föderalismusreform und, und, und. Und obwohl in der Überschrift zu lesen steht, echte, spürbare Entlastungsoffensive statt Showpolitik. Aber von der echten Entlastungsoffensive, der spürbaren Entlastungsoffensive, habe ich in diesem Antrag nichts gelesen. Erst in Ihren Ausführungen, Frau Kollegin Meindl-Reisinger, sind Sie auf einige dieser Aspekte eingegangen. Aber hier haben sich auch nicht mehr zu bieten gehabt, als das, was die Regierung zu bieten hat. Nämlich Schlagzeilenaktionismus. Ich höre hier Schlagzeilen, ich höre dort Schlagzeilen. Konkretes haben wir bisher weder von der Regierung gehört, obwohl Sie Ihre in Mauerbach beschlossene Steuerreform mit Steuermitteln in Anzeigen, in großflächigen Anzeigen, in Tageszeitungen und sonstigen Online-Medien verkauft. Steuergeld. Und Konkretes, Frau Meindl-Reisinger, habe ich aber auch von Ihnen nicht gehört. Einiges ist ja schon richtig von dem, was Sie da sagen. Oder auch, was der Kollege Schellhorn gesagt hat. Entlastung des Faktors Arbeit. Ja, richtig. Wir müssen im Bereich der Ökologie was tun. Aber beginnen wir vielleicht die Debatte von vorne. Es ist immer davon die Rede, dass die Abgabenquote zu hoch sei. Und jetzt sagt die Regierung, die Abgabenquote wollen Sie in Richtung 40 Prozent des BIP senken. Sie von der NEOS sagen, Sie wollen es sogar unter 40 Prozent senken. Die Frage ist natürlich immer, welche Abgabenquote meint man. Da gibt es verschiedene. Da gibt es welche, die haben importierte Sozialleistungen mit dabei, andere nicht. Da muss man mal Farbe bekennen, was man will. Und dann kann man sozusagen von dem Zielwert, den man sich setzt, herunterrechnen, wie hoch denn die Entlastung tatsächlich sei. Aber entscheidend ist doch niemals die Höhe einer Abgabenquote. Entscheidend ist doch immer für die Menschen im Lande, wie setzt sich die Steuer- und Abgabenquote zusammen. Wer zahlt wie viel in den Steuertopf ein und wofür werden die Gelder, die in den Steuertopf eingezahlt werden, verwenden. Für welche Leistungen und wen kommen diese Leistungen wieder zugute. Das sind eminente Verteilungsfragen, um die es hier geht. Und wenn wir bei der Einnahmenseite bleiben, so ist es ganz zentral, sich vor Augen zu halten, ein Vergleich, wie hoch ist denn die Steuerbelastung von Menschen mit niedrigen Einkommen und Menschen mit hohen Einkommen. Und wenn man das über alle Steuern und Abgaben macht, dann sieht man, dass die Abgabenbelastung für Menschen mit niedrigen Einkommen ziemlich gleich hoch ist in unserem Lande wie für Menschen mit hohen und höchsten Einkommen. Und dort gilt es anzusetzen. Und wenn Sie, Herr Bundesminister, uns heute schon wieder mal erzählen, dass Sie schon so viel getan haben und auch für die niedrigen Einkommen getan haben, durch den Familienbonus, durch die Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge, so muss ich Ihnen entgegenhalten, dass das, was Sie immer wieder sagen, deshalb nicht richtiger wird, weil Sie es oft sagen. Im unteren Einkommenstrittel ist von den Maßnahmen, die Sie gesetzt haben, Familienbonus, Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge, wenig bis nichts angekommen. Bei der letzten Aktuellen Stunde habe ich das Beispiel der Alleinerziehenden-Bilderverkäuferin mit einem Kind gebracht. Und durch ihre bisher gesetzten Maßnahmen profitiert sie maximal 250 Euro pro Jahr. Das ist nämlich das, was sie aus dem Familienbonus herausbekommt und nicht mehr. Umverteilt wird aber durch diese Maßnahmen hin zu den mittleren, zur oberen Mitte und den höheren Einkommen. Das ist die Wahrheit. Das untere Einkommenstrittel hat in der Tat bislang weniger erhalten. Und dort gilt es anzusetzen, wenn wir über eine Entlastung des Faktors Arbeit nachdenken. Bei den unteren Einkommen, nicht nur bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sondern auch im unternehmerischen Bereich. Und da fehlen mir bislang konkrete Maßnahmen. Da fehlt mir aber auch im Paket der NEOS konkretes. Denn was Sie machen wollen, meine Damen und Herren von den NEOS, Sie wollen den Vermögensaufbau fördern. Und das sind mit Sicherheit nicht Maßnahmen, die den unteren und niedrigen Einkommen zugutekommen. Und warum müssen wir die niedrigen Einkommen entlasten? Dass deshalb, weil deren Steuerbelastung so hoch ist, das habe ich schon ausgeführt, das ist der eine Grund. Und der zweite Grund, warum wir das tun müssen, ist, dass Sie real in den letzten 15 Jahren in Bezug auf Ihre Einkommen verloren haben. Stattdessen aber machen Sie sich im Ressort Gedanken darüber, was denn mit den Einkommensmillionären passieren soll. Soll man, wie Ihr Staatssekretär meint, den 55er-Progressionssatz auf 50 Prozent herabsetzen, das heißt auslaufen lassen, oder soll man das nicht tun? Na, Sie führen Debatten in unserem Lande, die in Wirklichkeit vorbeigehen an den Sorgen und Nöten der Menschen, die nicht wissen, wie sie mit ihrem Einkommen auskommen sollen. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist, ist, dass wir aber nicht nur den Faktor Arbeit zu hoch besteuern, sondern gleichzeitig auch das Vermögen zu niedrig besteuern. Und da stellt die Frage, wie finanzieren wir denn diese Entlastung der unteren und mittleren Aufkommen? Nur nicht durch eine Kürzung bei den Ausgaben, wie es die NEOS ganz offensichtlich wollen. Die Maßnahmen addieren sich auf 35 Milliarden Euro. Da müssen Sie mir einmal sehr genau sagen, was Sie da einsparen wollen, wie Sie da einsparen wollen und wen das trifft. Mein Konzept ist es zu sagen, wenn wir die niedrigen und mittleren Einkommen entlasten, dann finanzieren wir dies durch höhere Steuern auf Vermögen, Vermögen, die in unserem Land extrem ungleich verteilt sind. Aber davon wollen Sie, Herr Finanzminister, Sie, meine Damen und Herren von der ÖVP, aber auch von der FPÖ, nichts, rein gar nichts wissen. Aber Sie wollen auch gar nichts von einer Ökologisierung des Steuersystems wissen. Die NEOS haben das richtigerweise angezogen. CO2-Steuern, aber aufkommensneutral bitte, nicht im Gegenzug kürzen. Aufkommensneutral heißt, wir führen CO2-Steuern ein und geben das Geld, das wir durch die CO2-Steuern hereinbekommen, wiederum den privaten Haushalten auf der einen Seite zurück, durch eine Klimadividende oder wie immer Sie das nennen wollen, und auf der anderen Seite durch eine Senkung der Lohnnebenkosten für den unternehmerischen Bereich. Aber jetzt frage ich Sie, wo kommt eine Ökologisierung des Steuersystems bei Ihnen vor? Ja, Sie gehen schon, Ihnen ist das zu langweilig, Frau Kollegin, aber Sie gehen eh nach Brüssel, vielleicht fällt das dort weniger auf. Was wollen Sie tun? Sie wollen von einer Ökologisierung des Steuersystems nichts wissen. Sie von der ÖVP sagen, naja, keine neuen Steuern. In Wirklichkeit wollen Sie Unternehmen schützen, die möglicherweise dadurch belastet werden könnten. Und die FPÖ, da geht der Nächste, ja, also muss offensichtlich sehr spannend sein, diese Dringliche Anfrage. Und die FPÖ gehört ja zu den Klimaverleugnern. Und wir konnten es gestern in allen deutschen Tageszeitungen und auch im Standard lesen, die rechtspopulistischen Parteien im Europaparlament gehören zu jenen Parteien, die alle Maßnahmen, die mit Klimaschutz zu tun haben, und ablehnen. Und an vorderster Front stehen dabei die AfD in Deutschland und die FPÖ in Österreich. Ja, selbst Strache sagt ja, dass der Klimawandel mit dem Menschen nichts zu tun hat. Unter diesen Bedingungen kann es ja gar nicht sein, dass eine Ökologisierung des Steuersystems Thema dieser Steuerreform ist, obwohl auch das nicht nur aus Klimaschutzgründen notwendig wäre, sondern auch aus verteilungspolitischen Gründen, weil nämlich die Klimaschutzfrage eine eminent verteilungspolitische Frage ist. Ein letztes Wort noch. Es gibt eine Finanzierungslücke schon bei der Finanzierung Ihres Konzepts. Die 4,5 Milliarden sind nicht finanziert. Der Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts, WIFO, hat das in einem Interview im Hohen Haus bestätigt. Sie müssen einmal Farbe bekennen dazu, wie Sie diese 4,5 Milliarden Euro finanzieren wollen. Denn es kann natürlich leicht sein, dass dafür Kürzungen im Ausgabenbereich notwendig werden, die zu Lasten derer gehen, die möglicherweise durch ein Paket von Ihnen entlastet werden. Und viel schlimmer sehe ich es ja bei den Neos. Sie wollen ja sozusagen eine Entlastung von 10 Milliarden Euro, wenn ich den Antrag richtig verstanden habe. Sie sagen aber nicht, Anfrage richtig, Sie sagen aber nicht, wie und wo Sie konkret einsparen wollen. Ein Beispiel ist ja wirklich obskur. 6 Milliarden wird bei den Förderungen eingemahnt. 5,8 Milliarden Euro gibt der Bund an direkten Förderungen aus. Wollen Sie also die gesamten Förderungen einsparen? Bitte, das ist doch absurd. Und wenn Sie von den indirekten Förderungen reden, also den steuerlichen Förderungen reden, die machen 15,8 Milliarden Euro aus. Wenn Sie aber diese kürzen, dann müssen Sie sich sehr wohl überlegen, dass die Kürzung von steuerlichen Förderungen zu einer Erhöhung der Abgabenquote und nicht zu einer Senkung der Abgabenquote führt. Vielen Dank. Arbeit werde zu hoch, Vermögen zu gering besteuert, kritisiert jetzt Klubobmann Bruno Rossmann. Er fordert eine Änderung, um kleine und mittlere Einkommensbeziehe zu entlasten. Am Wort, Gerald Loacker von den Neos. Anfrage, Kollege Rossmann, am Ende der Begründung steht auch dort, wo das Potenzial ist und man muss das nicht zur Gänze ausschöpfen, um ein paar Milliarden einzusparen. Und das sind ja nicht Zahlen, die wir uns aus dem Finger gesogen haben, sondern das Föderalismuspotenzial von 8 Milliarden, das hat die Industriellenvereinigung erhoben, das Potenzial bei den Krankenhäusern von 3 Milliarden hat der Rechnungshof erhoben und so haben wir externe Quellen herangezogen, auf die wir uns da beziehen. Und was gerade präsentiert worden ist heute, ist der Länderbericht der EU-Kommission für die Republik Österreich. Und da steht unter anderem drin, Wir haben also bei den Pensionen und bei der Gesundheit und bei der Pflege langfristig eine Herausforderung. Es zeigt der Länderbericht auch, wo das Geld überall hinfließt und wo es nicht richtig funktioniert. Und jetzt möchte ich daran erinnern, was der Herr Minister in der Anfragebeantwortung zu unserem Frageteil Pensionen gesagt hat. Wie stark würde sich die Bundesausfallhaftung an die Pensionsversicherung reduzieren, wenn das tatsächliche Pensionsantrittsalter um ein Jahr erhöht würde? Keine Antwort kann er nicht sagen. Die Auszahlungen in den UG 22 und 23 machen 18,6 Milliarden Euro aus und damit ein Viertel des Bundeshaushalts. Was wird unternommen, um diese Zahlungen zu reduzieren? Wir machen Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, hat er gesagt. Der Aging Report impliziert bei stark steigender Pensionistenquote und konstanter Pensionsausgaben, BIP-Quote, stark fallende gesetzliche Durchschnittspensionen. Was wird gegen diese Entwicklung unternommen? Wir machen Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, hat er gesagt. Bis wann werden die Hebesätze neu bewertet, um die Pensionsversicherung zu entlasten? Das ist nicht in Diskussion, hat er gesagt. Ist Ihnen bekannt, bis wann die Alterssicherungskommission konstituiert wird? Das macht der Vorsitzende der Alterssicherungskommission, den das Regierungsmitglied Hartinger klein noch nicht bestellt hat. Das Letzte hat er nicht dazu gesagt. Das sage ich Ihnen. Das ist korrekt, Kollege Neubauer. Sie können ja dann eine tatsächliche Berichtung machen, aber wie wir das letzte Mal festgestellt haben, haben Sie die Reform im ASVG zur Alterssicherungskommission noch gar nicht gelesen. Aber ist egal. Und auch auf die Frage, wie das mit dem Langfristgutachten für die Finanzierbarkeit der Pensionen ausschaut, hat der Herr Minister darauf verwiesen, dass das der Vorsitzende der Alterssicherungskommission machen muss, den es nicht gibt. Wenn diese Kommission, die der Regierung zuarbeitet und die Regierung berät, wenn diese Kommission nicht existiert und die Einberufung von einer Person abhängt, die von der Regierung ernannt wird, an wem liegt es dann? Nicht an der Regierung? Na ja, also so muss man das verstehen, was uns da präsentiert wird. Und dann mockiert der Klubobmann Wöginger und mockiert auch der Herr Minister, es sei nicht dringlich. Jetzt darf ich zur Geschäftsordnung des Nationalrates darauf hinweisen, dass die Dringlichkeit sich daraus ergibt, dass diese Anfrage, anders als andere Anfragen, nicht in zwei Monaten zu beantworten ist, sondern dringlich, nämlich am selbigen Tag. Deswegen heißt sie, dringliche Anfrage, dringend haben es dann vor allem Sie, weil Sie in drei Stunden das produzieren müssen, das sehe ich schon ein, das ist ein Stress. Und jetzt noch zu den Antworten des Herrn Ministers. Die meisten Sätze, und ich hoffe, irgendjemand, der das im Internet verfolgt hat, auch mitgezählt, haben begonnen mit, wir werden. Wir werden dieses und wir werden jenes und wir werden dieses und wir werden jenes. Das ist nett, aber mich würde mal interessieren, wir haben und wir tun. Also die Sätze, die im Präsenz stattfinden, unimperfekt, sind ein bisschen spannender für den Steuerzahler als die schönen Blumen im Futurum, die Sie da malen. Davon hat nämlich keiner was. Die Versprechungen, die kalte Progression abzuschaffen, die haben Sie sicherheitshalber so gelegt, dass das dann 2023 kommt und nur die Tüftler wissen, dass 2023 dann ist, wenn diese Regierung gar nicht mehr im Amt ist. Also ich wünsche es Ihnen natürlich, dass Sie eine lange Amtszeit haben, aber Dinge zu versprechen, die jenseits meiner Amtszeit liegen, halte ich für sehr mutig. Nun, zu den Pensionen noch einmal zurück. Im Moment stehen wir bei 24 Prozent des Bundeshaushalts, der für Pensionen aufgeht. 24 Prozent. Schon 2020 sind wir bei 27 Prozent. Es schaut nicht gut aus. Natürlich, man kann auch die Hälfte des Budgets für Pensionen ausgeben. Geht schon. Ob es sinnvoll ist, ist die Frage. Und wofür man das Geld dann nicht hat, ist die Frage. Und wenn man Volumen erreichen will, um die Bürger zu entlasten, wenn man wirklich viel heben will, dann sollte man vielleicht die großen Budgetbrocken angeln. Nämlich die Pensionen, die ein Viertel der Steuereinnahmen sofort konsumieren. Wenn man da es schafft, ein bisschen, ein, zwei Monate späteren Pensionsantritt zu erreichen, dort fließen dann die Millionen wirklich herein. Aber damit setzen Sie sich nicht auseinander und setzen sich Ihre Parteikollegen nicht auseinander. Selbst der junge ÖVP-Chef lässt inzwischen über die Medien ausrichten, dass es in dieser Legislaturperiode bei den Pensionen keine Maßnahmen braucht. Auch zur Sozialversicherung gäbe es genug Potenzial. Wenn man sich nämlich jeweils am günstigsten Träger orientieren würde, was man nicht macht, dann könnte man bei den Unfallversicherungssparten 126 Millionen herausholen, bei der Pensionsversicherungssparte 52 Millionen und bei den Krankenversicherungssparten 225 Millionen. Machen wir aber nicht. Die Sozialversicherungsreform funktioniert in drei Blöcken. Losgelöst voneinander wird der selbstständige Träger reformiert, das berät Accenture, der Beamtenträger wird von einer anderen Beratungsfirma beraten und die ÖGK wird wieder von einer anderen Beratungsfirma beraten. Es werden alle wieder ihre eigene EDV, ihre eigene Beschaffungslogik, ihren eigenen Salat aufbauen. Es gibt nämlich kein übergeordnetes Projekt, auf das jemand schaut professionell. Das macht jeder für sich. Aber wie die Ministerin immer sagt, das ist Sache der Selbstverwaltung. Zahlen dürfen es dann allerdings wieder Sie, wenn es sich hinterher nicht ausgeht. Darauf hätten Sie vielleicht schauen müssen. Einsparungspotenzial sieht Gerald Lorca von den NEOS, unter anderem bei Sozialversicherungen und den Pensionen. Als nächstes Wort Angelika Winzig von der ÖVP. Herr Staatssekretärin, Herr Finanzminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Bundesregierung hat ein ganz klares Ziel, nämlich Österreich zum Land der Möglichkeiten für alle Bürgerinnen und Bürger zu machen und Voraussetzungen dafür sind Chancen statt Schulden und Entlasten statt Belasten. Denn das ist die wahre Verteilungsgerechtigkeit. Ich möchte schon eines noch bemerken. Die Linken haben nicht das Patent auf die Definition von Gerechtigkeit. Denn das entscheidet letztendlich der Wähler. Und das zeigen ja die Umfragewerte unserer Bundesregierung, dass die Wählerinnen und Wähler sehr zufrieden sind und dass sie unsere Arbeit auch als gerecht empfinden. Wir brauchen uns, wir brauchen auch nur einen Blick auf unser Budget zu werfen. Von den knapp 80 Milliarden entfallen auch die Hälfte auf den Sozialbereich. Ja, ich verstehe es, dass es der Opposition wehtut, dass die Bundesregierung sofort nach ihrem Antritt die Einkommen bis 1948 Euro reduziert hat. Und im nächsten Schritt die nächste Reduktion der Umsatzsteuer auf die Beherbergungsbetriebe. Schmerzt natürlich auch, dass die Bürgerinnen und Bürger sich über den Familienbonus freuen. Denn den haben Sie ja in den letzten Monaten fürchterlich schlecht geredet. Aber egal, ob es Ihnen passt oder nicht, wir werden unseren Erfolgskurs weiterfahren und eine umfassende und etappenweise Entlastung fortsetzen, die wir jetzt akribisch vorbereiten und 2020 in Wirkung bringen. Keine Fuschaktion, sondern die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit, da wir jetzt auch budgetär den richtigen Weg eingeschlagen haben. Ja, es stimmt, wir haben 2018 noch ein Defizit, aber es ist das geringste Defizit, das wir seit 44 Jahren hatten. Für dieses Jahr arbeiten wir an einem Budgetüberschuss, denn für uns ist Entlastung und Budgetüberschuss ein Mast. Ja, einerseits werden wir jetzt die Einkommen senken für Arbeitnehmer, wir werden für Pensionisten was tun und auch für Selbstständige und andererseits wichtige Entbürokratisierungsschritte setzen, die ja gerade die NEOS immer gefordert haben. Der weitere Schritt ist dann 2021 mit den Tarifen und mit der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, somit Vereinfachungen im Steuerrecht. Und apropos Wettbewerb, Herr Bundesminister, ich kann nur herzlichen Dank für Ihren Einsatz für die digitale Konzermbesteuerung sagen, denn das ist für unsere Handelsbetriebe sehr wichtig und in Folge auch für die Ortskernbelebung und auch für die Abwanderungstendenzen in die Städte. Und wir kennen ja das von Wien und den anderen Städten mit den ganzen sozialen Problemen. Ja, von den NEOS habe ich mir eigentlich heute mehr Kreativität erwartet. Zu wenig, zu spät, zu langsam ist Oldschool-Oppositionspolitik des letzten Jahrtausend. Und man merkt einfach, dass Matthias Strolz als Unternehmer fehlt, denn die Frau Kollegin Meinl-Reisinger spricht zwar von Unternehmertum und Arbeitsmarkt, aber wenn man sich ihren Berufsweg anschaut, war sie doch nur im geschützten Bereich. Zurso Angelika Winzig von der ÖVP. Nächste Rednerin Doris Margreiter, SPÖ. Ja, echte spürbare Entlastungsoffensive statt Showpolitik und gebrochene Wahlversprechen lautet heute die Dringliche Anfrage. Nun, eine spürbare Entlastungsoffensive gibt es seitens dieser Bundesregierung, nämlich die für internationale Konzerne. Und das hat seinen Grund, das hat seinen Grund dahingehend, dass es im Wahlkampf Lobbyismus gab. Und Sie erinnern sich, alleine von einem oberösterreichischen Unternehmen würde fast eine halbe Million gespendet und nicht genug. Die ÖVP und die FPÖ haben die Wahlkampfmittel trotzdem noch überschritten. Die ÖVP nämlich fast verdoppelt um 6 Millionen Euro und die FPÖ um fast 4 Millionen Euro. Und das Zeichen, dass sich nämlich Lobbyismus in Österreich auszahlt, ist bestimmt kein gutes, für die österreichische Politik kein gutes Signal. Aber bei dieser Steuerreform, und es wurde auch schon angesprochen, sollte es nicht nur um Entlastung gehen, und das vermisse ich auch in der Dringlichen Anfrage, sondern sehr viel mehr auch um Steuergerechtigkeit. Wir haben gerade im Unternehmertum, in der Wirtschaft schon längst keine Steuergerechtigkeit mehr. Und weil Sie, Herr Minister, angesprochen haben, haben die Senkung der Mehrwertsteuer, der Umsatzsteuer im Tourismus. Sie erinnern sich, dass wir gemeinsam in der letzten Periode die Anhebung der Mehrwertsteuer nicht nur im Tourismus, sondern auch in anderen Branchen, wie etwa bei den Imkern, bei den Marktfahrern angehoben haben. Und ich halte es für nicht gerecht, wenn ausschließlich die Mehrwertsteuer im Tourismus gesenkt wird, und gerade für diese Betriebe nicht. Wir haben da einen Antrag eingebracht, den Sie abgelehnt haben. Also so viel zu Ihrer Steuergerechtigkeit. Und im Übrigen war es nicht gegenfinanziert. Aber auch ich möchte über Steuerflucht reden, über die eigentlichen Flüchtlinge, nämlich die Steuerflüchtlinge. Und ich möchte auch darüber reden, dass Sie die Finanztransaktionssteuer zu Grabe getragen haben und dass Sie, gerade wenn es um Steueroasen geht, diese nicht schließen. Im Gegenteil, Sie haben auch noch Länder von der schwarzen Liste der Steueroasen genommen. Und das halte ich für nicht sinngemäß. Und wenn es um Steuergerechtigkeit wirklich geht, geht es nicht gut und positiv. Und die daraus sinkende, resultierende Steuerleistung von großen Unternehmen und reichen Personen untergräbt zusehends die Zahlungswilligkeit jener, die sich nämlich dem Zugriff des Finanzamtes nicht entziehen können. Und diese werden mit Recht immer unzufriedener. Und es ist ein regelrechter Wettkampf, gerade auch um internationale Konzerne, die viel Geld haben, aber wenig Steuern zahlen, entstanden. Das sind vor allem Internetkonzerne, und meine Vorrednerin hat es auch angesprochen, die diese Vergünstigungen in Anspruch nehmen, denn es fällt Ihnen das Verschieben von Gewinnen leicht. Und da haben wir eben auch gehört, es gibt die Digitalsteuer. Eine Interimslösung, Digital Service Tax, wie es auch heißt, eine Interimslösung, die ausschließlich eine Stafwerbeumsätze für eben Internetkonzerne umfasst. Eigentlich eine Werbeabgabe, die Printmedien schon längst zahlen. Aber die eigentliche Steuer, nämlich auf Gewinne, die die Konzerne verschieben, ist nämlich die digitale Betriebsstätte. Und von der hört man schon längst nichts mehr. Und das macht mich wirklich stutzig. Da bin ich gespannt, was da auch noch kommt. Und nicht nur, dass es keine Gerechtigkeit gibt, keine Steuergerechtigkeit im Unternehmertum, wenn es um Ein-Personen-Unternehmen geht und Klein- und Mittelbetriebe. Schlimmer noch, Sie haben sehr viele AWS-Förderungen, gerade für junge Unternehmen, die tolle Ideen haben für Start-ups, gestrichen. Und ein Vorschlag zum Beispiel wäre die Anhebung der Kleinstunternehmergrenze. Wir haben das im österreichischen Wirtschaftsparlament eingebracht auf 35.000 Euro. Das wäre zum Beispiel eine Entlastung, die wirklich im Sinne der Unternehmen wäre. Und wenn es um Unternehmensbesteuerung geht, dann reden Sie bitte nicht immer nur von der Körperschaftsteuer. Denn das, was nämlich die Betriebe wirklich belastet, geht weit darüber hinaus. Da geht es zum Beispiel um das Krankengeld für Selbstständige. Da geht es eben auch um Lohndumping aus dem Ausland. Und da haben wir längst keine Chancengleichheit mehr im Unternehmertum. Und da bräuchten wir dringend ein Paket. Wir haben es gehört zum Fachkräftemangel, zu mehr Qualifikation, zu mehr frischem Geld, auch für eine Bildungsoffensive. Und nicht die Körperschaftsteuer und deren Senkung macht die Unternehmen glücklich. Lösen wir bitte die echten Probleme, von denen 99,7 Prozent der Betriebe betroffen sind, die sich nicht als internationaler Konzern bezeichnen können. Danke. Sagt Doris Magreiter von der SPÖ. Nächster Redner, Maximilian Linder, FPÖ. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzter Herr Minister, geschätzte Kolleginnen, geschätzte Kollegen, sehr geehrte Zuhörer. Frau Kollegin Magreiter, ja, richtig, diese Koalition hat sich die Aufgabe gemacht, einen Konzern zu entlasten, nämlich den wichtigsten Konzern in Österreich, den Konzern Familie. Neos wirft mit der Anfrage heute vor, Showpolitik und ungebrochene Wahlversprechen. Liebe Kollegen von Neos, wenn diese Regierung mit wirklicher Konsequenz das Regierungsprogramm arbeitet, strukturiert Punkt für Punkt umsetzt und hier wirklich darauf Wert legt, keine überhudelten Angelegenheiten drüber zu bringen, sondern alles mit Plan und System macht, so irritiert es mich, dass es gerade Sie, gerade Sie, heute zu dieser dringlichen Aufrufen und glauben, es muss alles von heute auf morgen über den Tisch gebrochen werden. Ganz, ganz, ganz wichtig ist die gute Konjunktur, die uns geholfen hat. Aber die gute Konjunktur wurde von uns trotzdem genützt, um die Schuldenquote zu senken. Wir haben mittlerweile eine Schuldenquote unter 75 Prozent des BIPs. Wir haben Investitionen in die Zukunft gesetzt. Wir haben hingegen zu anderen Ländern, und hier bleibt es mir nicht sonderes rügiger, als auf mein Bundesland, auf mein Heimatbundesland zu verweisen. Das SPÖ-geführte Kärnten hat es trotz höchster Konjunktur nicht geschafft, bei den Schulden etwas zu tun, sondern hat es im heurigen Jahr auf eine Netto-Neufallschuldung von 110 Millionen Euro gebracht und hat nichts anderes getan als die Verwaltung ausgeweitet. Ich glaube, wir hier draußen in Wien zeigen, dass wir in der Lage sind, andere und bessere Wege zu gehen. Aber nicht nur, nicht nur die Schulden wurden reduziert, auch für die Menschen haben wir spürbare Entlastungen gesetzt. Und ich denke hier an die Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge, die vielen Menschen im unteren Einkommensbereich geholfen hat. Die größte Familienentlastung mit dem Familienbonus plus für 1,6 Millionen Kinder, meine sehr geehrten Damen und Herren von NEOS, wenn das nicht genug ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Wir haben aber auch die Mehrwertsteuer gesenkt, um die Tourismusbetriebe wieder konkurrenzfähig zu halten. Der nächste Schritt, die Steuerreform 2020, mit einem gesamten Entlastungsvolumen von 6,5 Milliarden Euro, auch die wird sachlich vorbereitet und wirklich Zug um Zug umgesetzt. Und das große Ziel dieser Steuerreform ist es, nicht die Gegenfinanzierung über neue Belastungen, neue Steuern hereinzuholen, sondern durch Sparen im System. In der Vergangenheit war es durchaus üblich, dass immer wieder jede Steuerreform, jede Steuerreform, und lieber Kollege Leichtfried, Sie können hier ruhig lachen, es war gerade die SPÖ, die immer wieder ideologisch gesetzte Steuerreformen gemacht hat, um einfach Ideologie zu betreiben und nicht den Menschen zu helfen. Ich erinnere hier an die Erhöhung der Einheitswerte für die Bauern, die die Bauern heute in einen Bereich gebracht haben, dass wir kämpfen, dass viele Bauern weitermachen und nicht die Flinte ins Korn werfen. Das Sparen im System wird gut vorbereitet. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe gestern die Möglichkeit gehabt, mit einem hochrangigen Funktionär aus dem Sozialversicherungsbereich zu reden. Und ich habe ihm gefragt, lieber Kollege, wo sind die Möglichkeiten zum Einsparen? Wie viel sind wir in der Lage zu sparen? Und das war eine klare Aussage. Wir schaffen es, 40 Prozent der Funktionäre einzusparen. Und wir schaffen im Verwaltungsbereich bei den Mitarbeitern 10 Prozent zu sparen. Und viele, viele weitere Synergien. Und ich denke, meine Damen und Herren, eine Reform, die in diesem Ausmaß Einsparungen bringt, sollte Vorbild sein für alle. Die kalte Progression, und hier, lieber Kollege Loacker, Ja, sie wird 2023 kommen, 2022 noch von dieser Regierung, von dieser Koalition beschlossen werden. Und zum Abschluss, lieber Kollege Schellhorn, ein Wort zur letzten Tourismusausschusssitzung. Sie haben sich bei der letzten Tourismusausschusssitzung lächerlich, überheblich, über Kärnten lustig gemacht, dass wir nicht in der Lage wären, die Transparenzdatenbank zu befüllen. Das mag sein, dass die SPÖ-Regierung in Kärnten nicht in der Lage ist. Aber Ihre Partei sitzt in Salzburg in der Regierung und ist ebenfalls nicht in der Lage, die Transparenzdatenbank zu befüllen und die Daten zu liefern. So viel zur Ehrlichkeit Ihrer Partei. Die Bundesregierung habe es sich zur Aufgabe gemacht, Familien zu entlasten, betont Maximilian Linder von der FPÖ. Dem Vorwurf der Show-Politik entgegnet er, dass das Regierungsprogramm Punkt für Punkt abgearbeitet werde. Am Wort Dagles Hoyos-Trautmannsdorf von den NEOS. Ich habe gesagt, auf ein Thema, was sehr wenig eingegangen wurde, ist das Thema Generationengerechtigkeit. Das ist auch ein Thema, was leider im Regierungsprogramm trotz des jüngsten Bundeskanzlers aller Zeiten sehr kurz kommt, nämlich nur zweimal erwähnt wird auf knappen 200 Seiten. Ich glaube, dass dieses Thema zu wichtig ist, dass man das so nebenherlaufen lässt. Schauen wir uns ein paar Fakten an, schauen wir uns beispielsweise die Zahlen an, die wir und der Kollege Lohrk hat es vorher schon ausgeführt, ins Pensionssystem jedes Jahr investieren. Das sind 51 Milliarden Euro. Wenn wir uns vergleichsweise anschauen, was wir beispielsweise in Bildung investieren, Bildung vom Kindergarten bis zur Universität, sind das 17,5 Milliarden Euro. Wenn wir uns anschauen, was wir generell im Bereich Kinder und Familie investieren, sind das noch einmal knappe 8 Milliarden Euro. Das heißt, wir investieren in Pensionen und ins Pensionssystem mehr als doppelt so viel wie in die nächste Generation. Und das ist sinnbildlich für das, wie Österreich momentan funktioniert und auch welche Schieflage hier im System ist. Uns fehlt oder der Regierung fehlt, immer wieder am notwendigen Mut hier zu handeln und wirklich auch den nächsten Generationen etwas zu hinterlassen. Ich glaube, viele stellen sich die Frage, was können wir tun, um den Kindern, die wir mal haben, werden oder haben, etwas zu hinterlassen, etwas zu hinterlassen und auch etwas aufgebaut zu haben. Und wenn wir uns den Mittelstand anschauen, dann glaube ich, ja, das ist eine Gefühlssache, ich werde es nachher aber auch mit ein paar Fakten untermauern, dass sehr viele diese Frage mit Nein beantworten. Nein, sie haben nicht mehr das Gefühl, dass sie etwas aufbauen können. Und wenn wir uns eben die Fakten anschauen, dann schauen wir uns beispielsweise das Haushaltseinkommen an von jungen Familien oder von jungen Menschen. Schauen wir uns das Median-Haushaltseinkommen von einem Pensionistenhaushalt, also 65 plus an und das von zwei 40-Jährigen, unter 40-Jährigen, die zusammenleben. Dann ist das Median-Einkommen von den zwei Pensionisten deutlich höher als das von den zwei unter 40-Jährigen. Und das sind diejenigen, die möglicherweise Kinder kriegen sollen und dann sich überlegen sollen, wie können sie sich das leisten. Das ist nicht machbar im System, wie wir es haben. Wir NEOS sagen immer, es ist uns wichtig, dass wir Vermögen schaffen können. Es geht nicht alleine darum, oder es geht nicht darum, Vermögen umzuverteilen oder das große Vermögen nur zu sichern und zu horten in irgendeinem Bereich. Nein, es geht darum, dass wir Vermögen schaffen können. Und genau das ist für die junge Generation nicht mehr möglich in diesem Pensionssystem, in diesem System, in dem wir leben. Wenn ich heute 10 Euro verdiene, dann gehen 5 Euro davon weg. Der Sepp Schellhorn hat es gesagt schon. Von der einen Tasche in die andere Tasche und dann wird es mir vielleicht irgendwann einmal mit der kalten Progression, und ich glaube, es ist erst, wenn es wirklich passiert, zurückgegeben. Und dementsprechend genau da sind wir in dem System angekommen, wo es nicht möglich ist, etwas aufzubauen. Es kommt sehr oft in dieser Thematik dann auch dazu, dass wir über Altersarmut reden. Und ja, Altersarmut ist ein großes Problem. Aber wenn wir uns anschauen, wo die größte Armutsgefährdung in Österreich aktuell ist, dann sind das bei jungen Menschen, die jünger unter 40 Jahre sind, Kinder haben und keine Matura haben. Da ist das Armutsgefährdungspotenzial am höchsten. Und genau diese Generation belasten wir weiterhin. Und die Regierung tut nichts, tut gar nichts, um hier zu helfen. So kommt es dann beispielsweise, dass jedes fünfte Kind im Kindergarten armutsgefährdet ist. Jedes fünfte Kind, was in einem österreichischen Kindergarten ist, ist armutsgefährdet. Wenn man sich das anschaut, dann ist das unverantwortungslos von uns als Politiker, aber auch unverantwortungslos der Generationen, die jetzt hier die Möglichkeiten haben, zu gestalten, etwas zu tun, weil es ganz massive Folgen für die Zukunft haben wird. Am Ende des Tages, glaube ich, wird dieses System, wenn wir das so weiterführen, zu einem ganz einfachen Thema führen. Nämlich, dass die Jungen, die gut ausgebildet sind, die eine gute Ausbildung haben, die sozusagen die nächste Generation anführen können, dass die etwas leisten können, die werden abwandern, die werden sagen, ganz ehrlich, in diesem System, mit dem Schuldenstand habe ich keine Zukunft, das ist mir zu mühsam und am Ende lassen wir diejenigen, die nicht diese gute Ausbildung haben, zurück mit einem noch viel höheren Schuldenberg. Und das ist unverantwortungslos und deswegen ist es jetzt notwendig, sehr geehrte Damen und Herren von Regierungskoalitionen, jetzt notwendig, etwas zu machen, jetzt notwendig, die Schritte zu setzen und nicht zu sagen, na ja, jetzt warten wir mal und jetzt kümmern wir uns nur um andere Themen, weil das ist populistisch und das ist einfacher umzusetzen, weil das sind die wahren Zukunftsfragen, das sind die Fragen, die sich die Generation von mir stellt und die sich die kommenden Generationen stellen werden und sie müssen jetzt handeln. Douglas Hoyers-Trautmannsdorf und den NEOS hebt das Thema Generationengerechtigkeit hervor. Man müsse jetzt die notwendigen Schritte setzen. Zu Wort gemeldet zu einer tatsächlichen Berichtung der Abgeordnete Schellhorn. Danke, Herr Präsident. Geschätzter Herr Minister, der Abgeordnete Linder hat behauptet, wir würden in Salzburg nicht die Transparenzdatenbank befüllen. Ich berichtige tatsächlich, dass die Transparenzdatenbank bis Ende des Jahres laut dem Regierungsabkommen mit den Partnern, den Grünen und der ÖVP auch befüllt wird. Sie sind leider nur der FPÖ-Brafter auf den Leim gegangen. Sie könnten sich vorher bei Ihrem Regierungspartner im Bund informieren, wie sehr die Transparenzdatenbank in Salzburg befüllt wird. Das stimmt leider nicht. So Josef Schellhorn von den NEOS in einer tatsächlichen Berichtigung zur Befüllung der Transparenzdatenbank im Bundesland Salzburg. Am Wort jetzt Angela Baumgartner von der ÖVP. Sehr geehrte Frau Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, werte Zuseherinnen und Zuseher, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht, wenn Sie die Diskussion vielleicht ein bisschen widersetzt, darf ich meine Ausführungen weiter oder beginnen. Unser Herr Finanzminister hat die einzelnen Schritte der Steuerreform ausführlich erläutert, aber offensichtlich kann man sie nicht oft genug erläutern und ich darf auch ein wenig darauf eingehen. Meine Damen und Herren, es wurde von der Bundesregierung bereits spürbare Steuerentlastung gesetzt mit der Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages und der Umsatzsteuer im Tourismus mit dem Familienbonus plus, nämlich 1,5 Milliarden Euro. Im nächsten Schritt werden durch die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge geringer verdienende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Pensionistinnen und Pensionisten, selbstständige Bäuerinnen und Bauern entlastet. Diese Entlastung wird ein Volumen von ungefähr 700 Millionen Euro haben. Durch die Erhöhung der Werbungskostenpauschale für Arbeitnehmer ersparen sich 60.000 Arbeitnehmer die Arbeitnehmerveranlagung. 300.000 Steuererklärungen werden durch die Erhöhung der Kleinunternehmergrenzen der Pauschalierungsmöglichkeiten in Zukunft nicht mehr notwendig sein. Auch eine Ökologisierung des Steuersystems wird durch steuerliche Begünstigungen von Fahrzeugen mit geringerem Schadstoffausstoß umgesetzt. Bei diesem Thema der erneuerbaren Energie verkrampft sich vielleicht gerade die SPÖ, wenn ich an die Biomasse denke. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die Steuer- und Abgabenquote in Richtung 40 Prozent zu setzen. In drei Etappen schaffen wir eine umfassende Senkung von Steuer- und Abgaben in der Höhe von 4,5 Milliarden Euro. Und eben ohne neue Schulden. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den NEOS, deshalb in einzelnen Schritten, um das Budget nicht noch mehr zu belasten und um auch 2020 einen leichten Überschuss erwirtschaften zu können. Sie wollen mehr Volumen sofort. Sie wollen eine Pensionsreform gleich mit dazu und fragen gleichzeitig, wie sich eine Konjunktureintrübung eigentlich aufs Budget auswirken würde. Ganz schlüssig sind Ihre Argumentationen aber für mich nicht. Ihre Wünsche glaube ich Ihnen, aber seriös sind sie nicht. Unser Bundesminister Löger hat einen logischen Plan der Steuerreform dargelegt, der zielführend und nachhaltig Entlastung bringt und bringen wird. Und eben ohne neue Schulden. In den Jahren 2021 und 2022 wird es zu einer spürbaren Entlastung der Lohn- und Einkommenssteuerpflichtigen kommen. Davon profitieren 4,5 Millionen Arbeitnehmer in unserem Land. Eine echte Entlastung und eben auch die kleinen und Mittelbetriebe in Österreich stärken sollen. Und unseren Wirtschaftsstandort attraktiv und wettbewerbsfähig machen und halten soll. Der Kurs dieser nachhaltig abgesicherten Stabilitäts- und Wachstumsorientierung Budgetpolitik hat eine klare Zielsetzung. Nämlich einen ausgeglichenen Haushalt bei gleichzeitiger Entlastung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und offensichtlich haben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von den NEOS und ich, eine gemeinsame Leidenschaft. Nämlich den kompetenten Ausführungen unseres Finanzministers zuzuhören. Das wäre für mich die einzige Erklärung, wie es zu dieser Dringlichen Anfrage kommen hat können. Danke, Frau Präsidentin, Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren. Spätestens, aller spätestens, seit dem Frühjahr 2002, da hat Österreich das Kyoto-Protokoll ratifiziert. Spätestens seitdem ist die Debatte über die Klimaerhitzung auch in der österreichischen Innenpolitik angekommen. Und der damalige Umweltminister Molterer hat anlässlich der Ratifizierung hier im Haus gemahnt, dass die Umsetzung des Kyoto-Protokolls und die Reduktion der Treibhausgase nur dann zu erreichen ist, wenn alle Politikbereiche dabei mitmachen. Und recht hat er gehabt, der Willi Molterer. Das Problem ist nur, dass das natürlich ganz besonders für die Finanz- und Steuerpolitik gilt. Alleine der eine FPÖ und die vielen danach folgenden, da eine FPÖ und da die anderen ÖVP, die vielen ÖVP-Minister und Ministerinnen, sind dem Willi Molterer in diesem Appell nicht gefolgt, weil es ist in der Ökologisierung des Steuersystems ausgesprochen wenig weitergegangen seit 2002. Wenn man sich anschaut, was passiert ist, dann ist es weitgehend Schlagworte geblieben. Es hat ganz kleine Erhöhungen an der Mineralölsteuer gegeben, da wäre aber noch einiges mehr drinnen. Und man muss dazu sagen, dass eine Ökologisierung des Steuersystems durchaus nicht gleichzusetzen ist mit wir erhöhen einfach überall Steuern, ganz und gar nicht. Es geht dabei um intelligente Lenkungsabgaben und es geht dabei darum, diese intelligenten Lenkungsabgaben so zu machen, dass sie auch sozial gerecht sind und sozial treffsicher sind und nicht die Ärmsten belasten. Und das geht. Und noch dazu gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, abgesehen von der schon kurz erwähnten Angleichung der Mineralölsteuer von Diesel am Benzin und parallel dazu, und da haben wir dann die ärmeren Bevölkerungsgruppen drinnen, eines Ausbaus, eines besseren Ausbaus des öffentlichen Verkehrs, wäre es zum Beispiel möglich, Lkw-Maut auf allen Straßen einzuführen, eine wirkliche effektive Förderung von thermischer Sanierung vor allem im mehrgesundschutzigen Wohnbau zu machen. Da hat es zuletzt Streichungen der Förderung gegeben, Kürzungen gegeben. Es wäre mehr an der Zeit, den absolut anachronistischen Kerosin, den Flugkerosin, die Flugkerosin-Besteuerung, die wir haben, an ein Jetzt und Heute anzupassen. Und es wäre Zeit, ein Aus für die Steuerbefreiung der Kohleverstromung zu machen und parallel dazu viele verteilungspolitische Maßnahmen zu treffen, wie denn energiearmut effizient bekämpft werden kann. Auch die Einführung einer Düngemittelabgabe und dazu parallel die Förderung von mehr Biolandbau und vieles, vieles mehr, wer zu nennen, all das ist mit einer ökologischen Steuer, mit einem ökologisierten Steuersystem zu machen und zu erreichen. Und es ist zum Wohle der Bürger und Bürgerinnen. Aber Österreich ist da säumig. Es ist ziemlich klar, zumindest seit zuletzt, die Klimabilanz, die 2018 veröffentlicht worden ist und die Zahlen der Treibhausgasemissionen dort drinnen so grottenschlecht ist, dass im Gegensatz zur langjährigen Tradition die Umweltministerin sich gleich geweigert hat, diese Treibhausbilanz überhaupt zu präsentieren. Sie hat dann diesen schwarzen Peter dem Umweltbundesamt zugeschoben, aber wollte sich selbst gar nicht einmal damit auseinandersetzen, weil, wenn man sich die Treibhausgasbilanz anschaut, ist es wirklich irre, dass wir seit 2014 kontinuierlich steigende Treibhausgasemissionen haben und wir mittlerweile über dem Niveau, über dem Referenzniveau von 1990 liegen. Und ich mache daran erinnern, dass damaliger Umweltminister Batenstein, wie er Kyoto verhandelt hat, ein Minus 13 Prozent bis 2012 zugesagt hat. Und wir sind jetzt über den Wert und sind aber noch weit in der Zeit vorhergeschritten. Also da ist wirklich ganz, ganz wenig passiert und unsere Klimapolitik ist wirklich, wirklich schlecht. Und es ist alarmierend, wenn im Klimaschutzbericht 2018 drinnen steht, dass die Konklusio quasi die ist, dass mit den aktuell geplanten Maßnahmen die Ziele des Pariser Klimaabkommens nicht erreicht werden werden. Das ist eine ziemliche Hiobsbotschaft. Man kann sagen, gute Nacht, österreichische Klimapolitik. Und Österreich kommt auch seinen internationalen Verpflichtungen nicht nach. Nicht nur, was die Klimapolitik betrifft, als internationalen Kampf, sondern zum Beispiel auch dann, wenn es darum geht, dass wir uns mitverpflichtet haben, dass wir die nachhaltigen Entwicklungsziele umsetzen wollen. Und das Sustainable Development Goal 12c zum Beispiel sagt, dass ineffiziente Subventionen von fossilen Brennstoffen, die zu Marktverzerrungen führen, dass man die beseitigen will. Und durch Umstrukturierung der Besteuerung allmählich abschaffen will, um den schädlichen Umweltauswirkungen auch gerecht zu werden. Und dann immer mehr zu subventionieren, dass Umwelt geschädigt wird, dass Klima geschädigt wird. Und all das soll passieren, ohne arme Menschen zu belasten. Jetzt höre ich, es ist dazu eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden, die Sustainable Development Goals gelten seit 2015. Und ich mache mir seit einiger Zeit, den Sport ist jetzt übertrieben, aber seit einiger Zeit frage ich einmal im Jahr im Finanzverschuss nach, was denn getan worden ist, um dieses SDG 12c zu erreichen. Und daher herrscht jedes Mal Schweigen im Walde. Also jetzt haben wir zumindest eine Arbeitsgruppe. Das Schweigen ist aber noch nicht verstummt deswegen, weil es wirklich darum geht, jetzt endlich was zu tun, zu schauen, dass man diese Förderungen los wird. Und das WIFO schätzt, dass es ungefähr 5 Milliarden Euro im Jahr in Österreich sind, die entweder offen oder verdeckt über Förderungen in fossile Energieträger geht. Das kann nicht des Rätsels Schluss sein. Denn diese nicht-ökologische Finanzpolitik, die da betrieben wird, gefährdet die Lebensqualität der Menschen, gefährdet ein menschenwürdiges Leben und ist in jeder Hinsicht einfach eine gefährliche und sollte dringend auf einen richtigen Pfad, nämlich in Richtung Nachhaltigkeit und Ökologisierung gelenkt werden. Danke sehr. Petra Bayer von der SPÖ kritisiert, dass sich bei der Ökologisierung des Steuersystems seit Anfang der 2000er Jahre nur wenig getan habe. Sie nennt mehrere Maßnahmen, die ihrer Einschätzung nach notwendig sind. Am Wort von der FPÖ, Robert Luger. Das heißt nur für jene, die es nicht wissen, der Finanzminister musste seine Arbeit unterbrechen und hier ins Parlament kommen, um etwas zu tun, nämlich eine Anfrage zu beantworten. Jetzt ist das grundsätzlich natürlich eine gute Sache. Wenn es dringlich wäre, also wenn es wichtig wäre. Und da haben heute schon viele gesagt, dass es möglicherweise gar nicht wichtig ist, was hier besprochen wird. Und deshalb versuche ich, der Sache mal auf den Grund zu gehen. Wir haben hier eine Anfrage, wo etwas abgefragt wurde und wo der Herr Finanzminister den Jahresabschluss 2018 erklären musste. Wenn man jetzt weiß, dass letzten Donnerstag dieser Jahresabschluss besprochen wurde im Budgetausschuss und da gibt es dazu eine Tabelle. Und in dieser Tabelle stehen genau die Antworten auf die Fragen, die hier gestellt wurden. Es steht zum Beispiel hier als Frage, sind die Auszahlungen in der Finanzierungsrechnung, Recht und Sicherheit gesunken? Das geht dann immer so weiter. Es wird also gefragt, ob die Zahlungen gesunken sind. Jetzt, wenn man hier die Tabelle sich ansieht, dann braucht man nur schauen, ob das Vorzeichen positiv oder negativ ist und weiß, ob es gestiegen oder gesunken ist. Das heißt, jeder, der sich die Mühe macht, das zu lesen, kann es auch verstehen. Aber jetzt verstehe ich auch die Dringlichkeit. Sie waren, und Sie werden ja gleich nach mir sprechen, letzten Donnerstag in diesem Ausschuss und haben anscheinend bis heute diese Tabelle nicht verstanden. Und jetzt musste der Finanzminister extra kommen, um Ihnen diese Tabelle zu erklären. Das ist die einzige logische Erklärung, die ich hier habe. Und wenn es nicht so ist, wenn Sie also diese Tabelle auch am Donnerstag verstanden haben und trotzdem dem Finanzminister hier die Tabelle erklären lassen und erklären lassen, ob die Beträge gestiegen oder gesunken sind, dann sind wir genau dort, wo wir nicht hingehören, nämlich bei dem Show-Effekt. Was Sie heute hier gemacht haben, ist etwas, und das traue ich mich zu sagen, was Matthias Strolz nie gemacht hätte. Einen Finanzminister von der Arbeit abhalten, hinher zitieren und ihn dann mit solchen lächerlichen Fragen bombardieren. Das ist wirklich einem Parlament nicht würdig. Und das ist auch nicht würdig einer Regierung gegenüber, die etwas Grandioses gemacht hat, nämlich nach 65 Jahren keine neuen Schulden mehr. Nach 65 Jahren ist es dieser Regierung gelungen, keine neuen Schulden zu machen. Und ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, wie Matthias Strolz, als er vor vielen Jahren in dieses Hohe Haus gekommen ist, das immer wieder eingefordert hat. Und jetzt ist es umgesetzt. Und anstatt, dass Sie hier Applaus zollen, kommen Sie mit irgendwelchen eigenartigen Fragen, um den Herrn Finanzminister in ein schiefes Licht zu rücken, und erkennen nicht an, dass wir in Wahrheit sehr viel von dem umgesetzt haben, was Sie auch immer gefordert haben. Familienbonus plus. Bis zu 333 Euro pro Monat für Personen, die drei Kinder haben. Eine unglaubliche Leistung. Auch das wollte Matthias Strolz immer wieder. Oder wenn man sich anschaut, dass wir in der Verfassung endlich die Schuldenbremse schreiben. Auch das wollte er. Also bitte, liebe Neos, konzentrieren Sie sich auf die Themen, wo Sie ein Einstellungsmerkmal haben. Zum Beispiel Abschaffung der Neutralität. Oder Sie wollen ja auch einen Zentralstaat. Sie wollen nicht, was wir wollen, nämlich dass die Staaten in der Europäischen Union eigenständig bleiben. Nein, Sie wollen einen Zentralstaat. Sie wollen den Bundesstaat Europa haben. Und das wollen wir nicht. Wir wollen einen Staatenbund. Also konzentrieren Sie sich auf die Dinge, wo Sie tatsächlich Einstellungsmerkmale haben. Und machen Sie das, was Matthias Strolz macht, nämlich gratulieren Sie dort, wo es zu gratulieren gilt. Matthias Strolz ist immer rausgegangen und hat auch etwas Positives gesagt. Und das machen Sie aber nicht. Sie machen Dinge schlecht, wo wir alle wissen, dass es gute Dinge sind und wo Matthias Strolz sehr froh gewesen wäre, dass das endlich umgesetzt wird. Deshalb gratulieren Sie dieser Bundesregierung, und sparen Sie sich in Zukunft dringliche Anfragen und halten Sie unseren erfolgreichen Finanzminister nicht weiter von der Arbeit ab. Robert Luger von der FPÖ kritisiert die NEOS, die mit ihrer dringlichen Anfrage den Finanzminister ins Parlament zitieren und ihn, wie Luger sagt, von der Arbeit abhalten. Viel Lob kommt allerdings ungewöhnlicherweise für den ehemaligen NEOS-Chef Matthias Strolz. Am Wort nun von den NEOS Karin Doppelbauer. Nur ganz kurz, um darauf Replik zu nehmen, wir können uns das mit dem Plus und Minus, Herr Kollege, gerne noch einmal anschauen und besprechen. Ich erkläre es Ihnen dann auch ganz gerne. Und ich kann Ihnen auch erklären, ob wir ein Minus hatten 2018 oder nicht. Schauen Sie sich bitte einfach die Zahlen an und reden Sie nicht von Dingen, wo Sie einfach nicht dabei waren. Sie sind ja auch nicht im Budgetausschuss. Aber, um zum Thema zu kommen, ich war letztens auf einer Diskussionsveranstaltung und da hat mich ein älterer Herr dann angesprochen und der war wie Sie, Herr Bundesminister, in der Finanz tätig sein ganzes Leben lang. Und er hat dann zu mir gesagt, Sie hören sich an wie die Schuldenberaterin der Republik. Und er hat das als Kompliment gemeint. Ich habe nachgefragt und ich nehme das Kompliment gerne an und ich nehme das hier gerne auch mit als meinen Auftrag. Darin, warum geht es uns denn heute auch bei dieser dringlichen Anfrage? Es geht um eine lange, überfällige Reform des Steuersystems. Vereinfachung, Transparenz, Rechtssicherheit. Aber vor allem ist natürlich das Ziel bei so einer Steuerreform, dass den Menschen und den Unternehmen spürbar mehr in der Tasche bleibt, dass es hier eine richtige Entlastung gibt. Und das, meine Damen und Herren, das darf nicht auf Pump passieren und es darf nicht auf den Kosten der nächsten Generationen passieren. Das heißt, reden wir halt über die Entlastung. Stichwort Entlastung kam mir schon oft vor heute. 42,4 Prozent Abgabenquote. Das ist ein trauriger Spitzenwert im internationalen Umfeld und es ist ein Durchschnittswert. Also wir wissen alle, dass es viele Menschen gibt, die de facto noch mehr von ihrem Einkommen abgeben. Und jetzt hören wir ständig, wenn wir uns mit unserem Umfeld oder auch zu Hause unterhalten, dass viele jungen Leute, obwohl sie gut verdienen, es nicht mehr schaffen, dass sie sich selber ein Eigentum ermöglichen, ohne dass die Eltern mithelfen, ohne dass es hier eine Erbschaft gibt oder wie auch immer. Das heißt, selbst wenn sie gut verdienen, können sie es sich nicht mehr leisten. Und das kann doch einfach nicht wahr sein. Deswegen braucht es eben eine Entlastung. Aber diese Entlastung muss stattfinden, ohne neue Schulden zu machen. Und was heißt das? Das ist ja nicht schwierig. Das heißt, dass wir uns unsere Ausgaben anschauen müssen. Und das, Herr Bundesminister, das wissen wir halt alle. Hier ist die Bundesregierung einfach säumig. Viele Länder, mit denen wir uns sonst so gerne vergleichen, haben das schon geschafft. Wir sind hier halt nicht die Ersten. Man müsste nur ein bisschen in die Nachbarländer schauen. Und sie schaffen das auch, dass sie gleichzeitig budgetieren. Und sie schaffen es auch, dass sie ausgeglichen budgetieren, dass sie gute Budgetpläne haben und dass sie sogar Überschüsse erwirtschaften. Auch das hat unsere Bundesregierung nicht geschafft. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum hat man es nicht geschafft? Wir haben doch seit einiger Zeit eine Hochkonjunktur. Auch darüber reden wir alle. Das hat auch Ihnen, Herr Finanzminister, voriges Jahr in allen wichtigen Steuerklassen Mehreinnahmen, und zwar massive Mehreinnahmen gebracht. Zweitens haben wir eine absolute Grundlage bei der Beschäftigung. Auch das hat natürlich geholfen. Und drittens erleben wir, und das ist auch sehr, sehr wichtig, eine Niedrigzinsphase, und zwar eine historische Niedrigzinsphase. Also eine tolle Ausgangslage, aber die Regierung macht hier nichts. Und noch einmal, wir hatten 2018 kein ausgeglichenes Budget, und wir haben sogar einen Reformminister in dieser Regierung. Er ist heute nicht da, aber der Herr Minister Moser hat damals als Präsident des Rechnungshofs 1.000 Handlungsfehler für Reformen erarbeitet. 1.000. Nichts davon ist passiert, nichts davon ist umgesetzt. Ich frage mich, wo diese Pläne sind. Die versprochene Entlastung ist nicht da. Und auch hier, noch einmal, um zur kalten Progression, noch einmal auf die zu sprechen, zu kommen, das kommt mir vor wie ein Lolli, den man dem Kind da vor die Nase hält und sagt, jetzt noch nicht, ein bisschen später, jetzt noch nicht, ein bisschen später, und ups, dann ist in die nächste Legislaturperiode rübergefallen. Also irgendwie ist mir das nicht schlüssig. Und dann muss man einfach sagen, die finanziellen Möglichkeiten werden möglicherweise nicht mehr die sein, die wir im Augenblick haben. Denn eine Hochkonjunktur ist einfach kein Dauerzustand. Und Herr Finanzminister, Sie wissen das genauso gut wie ich. Alle internationalen Unternehmen bereiten sich darauf vor, dass es zu einem Abschwung kommt. Und sehr viele sprechen von einer potenziellen Rezession, auf die sie sich jetzt schon vorbereiten. Das heißt, die Bundesregierung hat ja offenbar eine Vogelstrauß-Politik, wenn man sagt, das wird schon alles nicht so schlimm sein. Wir stecken hier mal den Kopf in den Sand. Und dann schauen wir mal, wie es wird, oder? Was tun wir also dagegen? Wir Neos haben ja heute schon vieles auf den Tisch gelegt. Drei Punkte möchte ich Ihnen besonders ans Herz legen. Erstens, die Entlastung der Menschen und der Unternehmen. Zweitens, Sparen durch eine Reform der Staatsaufgaben und der Staatsausgaben. Und drittens, verankern wir die effektive Schuldenbremse nach dem Schweizer Modell im Verfassungsrang und das im Interesse von unseren Kindern. Und seien Sie bitte darüber hinaus so fair und schaffen Sie endlich die kalte Progression ab. Das wurde im Wahlkampf versprochen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und jetzt verschiebt man es wieder nach hinten. Kosmetik und Message Control helfen ja nichts. Hier muss man wirklich den Ganghebel umschalten und aufs Gas steigen. Und zwar massiv aufs Gas steigen. Wir Neos reichen Ihnen natürlich wie immer dafür die Hand. Und wir tun das aus Überzeugung und würden uns freuen, wenn es zu seiner Zusammenarbeit kommt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Karin Doppelbauer von den Neos warnt davor, dass eine Hochkonjunktur kein Dauerzustand sei. Sie fordert unter anderem Einsparungen bei Staatsaufgaben und Staatsausgaben. Die letzte geplanter Rednerin dieser dringlichen Anfrage, Reinhold Einwallner, SPÖ. Ich denke mit dem Titel spürbare Entlastung statt Showpolitik. Ja, die ist notwendig, glaube ich. Weil was wir erleben, ist eine spürbare Showpolitik. Das ist das Einzige, was uns diese Regierung anbietet. Und diese Showpolitik spürt die Alleinerzieherin, denn die spürt gar nichts vom Familienbonus, den sie hier so groß anpreisen. Die spürt diese Showpolitik, die sie betreiben. Die Showpolitik spürt auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit dem Zwölfstundentag. Und die Showpolitik spürt auch die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, wenn sie sich jetzt für einen Feiertag, einen Urlaubstag nehmen müssen, meine Damen und Herren. Spürbare Showpolitik beim Sparen im System. Ja, wahrscheinlich. Die Einzigen, die das spüren, sind die Generalsekretäre und diese Menge an Mitarbeitern, die sich diese Regierung leistet. Die spüren diese angebliche Entlastung dieser Showpolitik. Und meine Damen und Herren, dann halte ich es ja skurril, dass man über die Dringlichkeit einer Dringlichen diskutiert. Aber weil es immer wieder gekommen ist. Zum einen zeigt, das ist, glaube ich, der Kollege Luger nicht da, aber es zeigt seine Haltung zu diesem Parlament. Es zeigt seine Haltung zu diesem Parlament, die hier runterspielt. Herr Luger muss seine Arbeit nicht unterbrechen. Das ist Arbeit, hier im Parlament zu sitzen für uns. Die einzige Belastung, die ich spüre bei dieser Dringlichen, die heute da ist, ist, dass wir zum wiederholten Mal die Schmähs der ÖVP uns anhören müssen über die Steuerpolitik, die hier immer und immer wieder wiederholt werden. Und gleichzeitig gibt es uns jetzt doch Gelegenheit, ein bisschen hinzuschauen auf die Finanzpolitik dieser Regierung. Was war denn angekündigt? Was war denn angekündigt? Ein großes Paket von 14 Milliarden Euro war angekündigt an Entlastungen. Und was ist es geworden? Ein Minipaket. Ein Minipaket von viereinhalb Milliarden Euro. Und wenn man sich das noch genauer anschaut, und das ist die Frage, und wie immer bei jedem Entlastungspaket ist die Frage, wem nützt es schlussendlich? Wer profitiert davon? Und da zeigt sich auch das Gesicht dieser Regierung. Denn profitieren tun da wieder jene, die jetzt schon einen kleinen Beitrag leisten zur Steuerlast und nicht jene, die es dringend brauchen würden. Und das ist Ihre Politik, Herr Finanzminister, die Sie machen. Das ist keine Finanzpolitik, das ist P&L-Politik, die Sie hier betreiben. Weil wäre es Finanzpolitik, dann würde Ihre Bilanz anders ausschauen. Weil es gibt keine Fortschritte bei der Besteuerung der global agierenden Konzerne durch eine wirkliche Digitalsteuer. Nein, da gibt es da so eine Minilösung, die ein bisschen eine Werbeabgabe ist. Es gibt keine Fortschritte zur fairen Besteuerung des Finanzkapitals. Es gibt keine Fortschritte beim Schließen von Steuerschlupflöchern. Und es gibt keine Fortschritte bei der Bekämpfung des Steuerbetrugs, meine Damen und Herren. Das wären die wichtigen und die richtigen Schritte, die man in einer Finanzpolitik setzen muss. Für Entlastungen, da schauen Sie nur auf Ihre Kurzspender, die haben schon Entlastungen gespürt. Und der freiheitliche Staatssekretär geht ja noch weiter, der sagt, eigentlich ist der Spitzensteuersatz zu hoch. Der gehört runter. Ja, das ist eine Politik der Freiheitlichen, die wir jetzt kennenlernen. Die, die ganz viel hauptsächlich weniger Steuern zahlen. Ja, gratuliere, FPÖ. Und dann ist mir schon noch eines wichtig, weil es immer darum geht, Verteilungspolitik und Steuergerechtigkeit. Und ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat, aber irgendwer hat gesagt, das ist doch eine ideologische Politik und ein ideologischer Ansatz. Ja, natürlich ist das ein ideologischer Ansatz und den will ich mir auch nicht nehmen lassen. Wir sind die Parteierinnen in diesem Haus, die für Steuergerechtigkeit stehen. Und das ist auch der große Unterschied wahrscheinlich zu den EOS-Zwischen, der uns da unterscheidet. Und wenn man sagt, hat die ÖVP, hat gemeint, wir haben kein Patent auf die Gerechtigkeitsfragen. Ja, was die ÖVP inzwischen hat, ist offenbar ein Patent auf Ungerechtigkeit und Sozialabfall. Und noch zwei Sätze zu der dringlichen, zu den NEOS. Jetzt kann man, und das ist das Gefährliche leider bei den NEOS, immer wenn Sie sagen, es geht um wahre Einsparungen und echte Reformen, dann haben wir das bei Themen, die immer sind im Gesundheits- oder im Pensionsbereich. Und das ist das Problem, das wir haben, dass Sie dieses System, so wie wir es haben, nicht mehr haben wollen. Sie wollen dort auch kürzen, weil wo wollen Sie sonst einsparen, wenn Sie nicht kürzen? Und da sind wir dagegen. Bei den Pensionen sind wir dagegen, dass gekürzt wird und auch bei den Leistungen im Gesundheitssystem. Meine Damen und Herren, was wir brauchen, ist eine Steuerpolitik, die den erwerbstätigen Menschen in diesem Land entlastet. Was wir nicht brauchen, ist eine Steuerpolitik, wie Sie sie betreiben, dass jene, die eh schon viel haben, noch mehr haben und andere, die jetzt schon wenig haben, noch einmal draufzahlen. Dankeschön. So, der SPÖ-Abgeordnete Reinhold Einwallner und zu Wort gemeldet hat sich noch die Fraktionslose Marta Bissmann. Geschäztes Hohes Haus, Herr Bundesminister, ich habe diese hochspannende Debatte verfolgt mit großem Interesse. Vielen Dank an die lieben Kolleginnen und Kollegen der NEOS, dass sie diesem wichtigen Thema Finanzpolitik, Steuerpolitik mit der Dringlichen Anträge eine Sichtbarkeit verschaffen. Ich wollte jetzt eigentlich nur meiner gewissen Fassungslosigkeit über das, was Kollege Luger gesagt hat, Ausdruck verleihen. Und zwar, Kollege Einwallner hat es erwähnt, aber Sie waren gerade nicht anwesend, Herr Kollege Luger. Fünfmal während Ihrer Rede haben Sie den NEOS vorgeworfen, unseren Finanzminister von der Arbeit abzuhalten, von der Arbeit abzulenken. Ja, ist denn der Parlamentarismus keine Arbeit? Der Parlamentarismus, das Parlament, ist die wichtigste, die höchste gesetzgebende Körperschaft in unserer demokratischen Republik. Es sitzen hier 183 Abgeordnete, die ihre Arbeit verrichten, gewissenhaft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass unser Finanzminister sich gestört wird in seine Arbeit oder sich hierher schleppen muss, um sich mit den Fragen, Anmerkungen, Anregungen und der Kritik von Parlamentariern hier im Haus auseinanderzusetzen. Schätzen Sie den Parlamentarismus? Ich habe den Eindruck, unser Finanzminister nimmt das Parlament ernster als Sie. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nach dieser Kritik an den Aussagen des FPÖ-Abgeordneten Robert Luger hat sich nun noch einmal Finanzminister Hartwig Luger von der ÖVP zu Wort gemeldet. Ich freue mich, dass ich die Chance hatte, heute hier meine Arbeit zu leisten, um das auch klarzustellen. Und ich erlaube mir, Und ich erlaube mir, in dem Rahmen auch aufgrund der Wortmeldungen und der Diskussionen noch eine kleine Klarstellung abschließend zu geben. Wenn wir schon darüber gesprochen haben und von den EOS auch der Hinweis kam, dass es zu viel in die Zukunft an Perspektiven gäbe, dann sage ich gleich dazu, Gott sei Dank gibt diese Regierung den Österreicherinnen und Österreichern eine Perspektive. Und wenn schon so einiges auch an Kritik zur aktuellen Situation auch der Budgetfinanzpolitik und Entlastungsmaßnahmen gelegt sind, dann wollen wir doch auch ein bisschen noch weitergehen und zurückblicken, woher kommen wir. Wir hatten 2017 übernommen eine Situation, wo ein mehr als doppelt so hohes Wachstum mit 2,6 Prozent in einer Regierung durch die SPÖ geführt, dazu geführt hat, dass wir nicht den 4 Milliarden Budget-Vorenschlag, sondern ein Defizit von 6,9 Milliarden Euro in Österreich erzielt hatten und die Schuldenlast sich deutlich erhöht hat. Das war die Ausgangsbasis und eine Steuerreform, die in Wirklichkeit mit 5,3 Milliarden Entlastung dargestellt wurde und in Wirklichkeit nicht einmal eine Milliarde an Netto-Wirkung erzielt hat. Das ist die Wahrheit als Ausgangsposition, die auch die SPÖ bitte in dieser Form zur Kenntnis nehmen möge. Das war die SPÖ-geführte Regierung, auch unter Bundeskanzler Kern. Und darauf und auch bezugnehmend auf die dringliche Anfrage der NEOS, darauf beruht die aktuelle Situation. Und möglicherweise waren die Formulierungen nicht so eindeutig auf die Jetztzeit. Aber was haben wir schon jetzt erreicht? Diese Regierung hat es erreicht, vorweggenommen, auch ein Budget in dem Bereich zu vollziehen 2018, das deutlich besser ist als der Voranschlag mit rund 2 Milliarden an Defizit war. Wir haben 1,1 Milliarden erzielen können durch Einsparungen und durch besseres Wirtschaften in Österreich. Das ist die Grundlage, die es letztmalig im Jahr 1974 gegeben hat. Das ist auch ein Ergebnis bereits dieser Regierung. Und darüber hinaus haben wir 1,8 Milliarden an Entlastung, die schon in der Wirkung sind. Und das ist das, was mich erfreut, weil es nicht eine Showpolitik ist, die uns vorgeworfen wird. Bei dieser Party der Entlastung sind die Österreicherinnen und Österreicher voll eingebunden. Und ich weiß, dass Sie bereits jetzt Freude daran haben. Und in Zukunft werden wir weitere 4,5 Milliarden an Entlastung setzen. Und ja, dazu stehen wir. Wir stehen dazu, dass wir auch gleichzeitig damit solide Budget und Überschusspolitik sichern werden, damit wir auch für die nächsten Generationen in Österreich eine gute Voraussetzung schaffen. Das ist heute klar geworden. Und dafür danke ich allen Diskutanten. Dankeschön. Zu einer tatsächlichen Berichtigung hat sich der Abgeordnete Jan Krainer gemeldet. Bitte, Herr Abgeordneter. Danke, Frau Präsidentin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Finanzminister Löger hat soeben behauptet, dass unter dem Bundeskanzler Kern im Jahr 2017 der Schuldenstand der Republik gestiegen wäre. Ich berichtige tatsächlich, er ist im Jahr 2017 gesunken. Gesunken. Ich sage auch noch dazu, dass auch ein gewisser Mitterlehner als Vizekanzler und ein gewisser Finanzminister Schelling damals auch dafür mitverantwortlich waren, dass 2017 die Schulden in Österreich gesunken sind. Im Gegensatz zu 2018, Finanzminister Löger, da sind sie nämlich gestiegen. Nun ist niemand mehr gemeldet, die Debatte ist geschlossen. Damit gelangen wir zur kurzen Debatte. Vorwärts zur regulären Tagesordnung zurückkehren, finde der verlangende Liste jetzt eine kurze Debatte über die schriftliche Beantwortung der Anfrage zum Thema Hochhausprojekt am Wiener Heumarkt durch den Bundesminister für EU, Kunst, Kultur und Medien, Gernot Blümel, statt. Kulturminister Blümel von der ÖVP halte Gutachten zurück, die allesamt negativ für das Bauvorhaben ausfielen, lautet der politische Vorwurf der Liste jetzt. Und erster Redner von der Liste jetzt, der geschäftsführende Klubobmann Wolfgang Zingl. Danke, Frau Präsidentin, Herr Minister. Ich würde gerne den anderen Minister auch begrüßen, aber er ist noch im Gespräch vertieft. Es geht ja nur um eine kulturpolitische Angelegenheit und als Kulturminister muss man das nicht unbedingt interessieren. Einmal mehr ist es notwendig geworden, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, über das Hochhausprojekt am Heumarkt hier zu sprechen. Und es wird Zeit, Herr Minister, dass wir auch Ihre Position in dem Zusammenhang ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Sondern mehrfach schon haben Sie betont, dass Sie alles tun werden, um das Welterbe zu schützen und zu retten. Aber Sie tun nichts. Die notwendigen Schritte hätten Sie nämlich längst tun können. Sie hätten beispielsweise zum Verfassungsgerichtshof gehen können, Beschwerde einlegen können. Damit hätten Sie nicht nur im Zusammenhang mit diesem Projekt Klarheit geschafft, sondern Sie hätten auch für zukünftige ähnliche Projekte, und es kommen solche zukünftige Projekte, und es sind schon welche im Laufen, zum Beispiel in der Stadt Salzburg, hätten auch in dem Zusammenhang Klarheit schaffen können, ob eine Gemeinde über völkerrechtliche Verpflichtungen des Bundes sich hinwegsetzen kann und darf. Diese Chance haben Sie ignoriert, haben Sie nicht genutzt, und Sie haben auch nichts getan, was Ihre Verpflichtung betrifft, die der Artikel 16 des Bundesverfassungsgesetzes Ihnen auferlegt, nämlich, dass Sie für den Fall, dass ein Bundesland die Verpflichtungen des Staates gegenüber den völkerrechtlichen Abmachungen nicht einhält, eine Weisung erteilen müssen. Nicht können, sondern müssen. Und Sie haben das nicht getan bis jetzt. Sie könnten es tun, Sie könnten es noch immer tun, aber Sie tun es nicht. Und da frage ich mich dann wirklich, warum eigentlich nicht? Weil wenn Sie das Welterbe schützen wollen, dann ist das die effektivste Maßnahme. Das könnte sofort wirken und eine Ruhe wäre. So, ich glaube nicht, dass Sie Wien oder Salzburg oder wo auch immer irgendeine Gemeinde oder ein Welterbe tatsächlich vor den wild gewordenen Spekulanten schützen wollen. Und das ist nämlich das eigentliche Problem. Mir geht es gar nicht so um dieses Heine-Hochhaus. Mir geht es gar nicht so unbedingt um so ein Esko-Welterbe, sondern es geht darum, dass damit eine Schleuse geöffnet wird für weitere Tätigkeiten von Immobilienhaien, die dann keinen Schutzmechanismus mehr vorfinden und bauen können, was Sie wollen. Es kann sich niemand mehr aufhalten, weil mit der Begründung das konnte, der eine kann dann der nächste natürlich auch bauen. Und ich glaube es immer weniger, dass Sie was tun wollen, solange Sie zögern und nichts unternehmen, außer irgendwelche Berichte in Auftrag zu geben, irgendwelche Drei-Stufen-Pläne, Prüfungen und was weiß ich, Dialoge und Workshops und was immer. Nein, die effektiven Maßnahmen hätten Sie, Sie setzen sich nicht ein. Und das ist nicht glaubwürdig. Ich glaube nicht, dass Sie da etwas unternehmen wollen, weil Sie auch unsere Anfragen nicht entsprechend beantworten, die genau in diese Richtung zielen und gehen. Ich habe ganz konkrete Anfragen an Sie gerichtet, sowohl im Kulturausschuss als auch parlamentarisch wiederholt gerichtet. Sie haben sie entweder falsch beantwortet oder nicht beantwortet oder Sie haben sich hinter irgendwelchen Prüfungen versteckt, die Sie demnächst vornehmen wollen und deren Ergebnisse sie abwarten werden. Unsere Fragen sind ganz präzise auf diese konkreten Maßnahmen konzentriert gewesen. Und da war zum Beispiel die Frage, wie ist das eigentlich mit der Beurteilung des Bauprojektes seitens des Verfassungsdienstes? Und Sie haben dann im Ausschuss gemeint, Sie wüssten nichts von so einem Prüfungsauftrag. Und wenn ich ein Gutachten in Auftrag gebe, wie ich es auch selbst getan habe, dann werde ich dieses Gutachten natürlich, sobald ich es habe, veröffentlichen, weil ich ja daran interessiert bin, dass die Öffentlichkeit transparent erkennen kann, worum es geht und sich dementsprechend auch eine Meinung bilden kann. Wenn Sie hingegen einen Prüfauftrag in Auftrag geben, dann halten Sie den verschlossen und geben ihn nicht der Öffentlichkeit preis, wiewohl Sie von uns dazu ersucht worden sind und aufgefordert worden sind. So, wir haben daher eine schriftliche parlamentarische Anfrage an Sie gerichtet am 4.12. des letzten Jahres. Der Kulturausschuss war am 28. November. Sie haben gesagt, Sie wissen nichts von einem Auftrag. So, dann als Antwort auf diese parlamentarische Anfrage haben Sie dann aber tatsächlich zugegeben, dass seit Mitte Oktober bereits dieses Prüfverfahren des Verfassungsdienstes abgeschlossen sei oder gewesen wäre, dass Sie es uns aber nicht zur Verfügung stellen und auch inhaltlich nicht sagen, was da drinnen steht. Und das, Herr Minister, verstößt eindeutig gegen das Interpellationsrecht der Parlamentarier. Das ist eindeutig eine Missachtung der Auskunftspflicht der Regierung gegenüber dem Parlament. Ich frage mich nur, warum wollen Sie uns das nicht sagen, was da drinnen steht? Warum tun Sie das vorenthalten? Sie antworten, Sie begründen das, indem Sie sagen, Sie warten noch damit und Sie brauchen das als Ultima Ratio für den Fall, dass es ganz brenzlig wird. Ja, wann, Herr Minister, wird es denn Ihrer Meinung nach brenzlig? Wir haben wieder die Möglichkeit, dass das Welterbe von der UNESCO Ende Juni auf endgültig verloren geht. Alle Jahre einmal sind diese Sitzungen und auch heuer könnte es sein, dass es zu spät ist. Die Ultima Ratio ist Ihrer Meinung nach, wann? Wenn das Welterbe bereits gefallen ist, dann ist es zu spät. Dann haben Sie nachgeschrieben, dass Sie sämtliche Gutachten prüfen wollen, die da zusätzlich reinkommen könnten. Also unter anderem auch das von mir in Auftrag gegebene, das von Professor Oehrlinger ganz deutlich beantwortet worden ist. Sie haben darum ersucht, dass Sie dieses Gutachten bekommen. Ich habe es Ihnen gegeben. Das hätte ich nicht machen müssen. Das war freiwillig. Sie hätten die Verpflichtung gehabt, haben Ihre Verpflichtung nicht eingehalten. Jetzt haben Sie gesagt, Sie wollen dieses Mein-Gutachten prüfen. Und ich frage Sie, wie lange brauchen Sie eigentlich für diese Prüfung? Wir erinnern uns, dass heute der Klubobmann Wöginger und Sie, Herr Klubobmann Rosenkranz, im Zusammenhang mit den Karfreitagsanträgen gemeint haben, ein paar Stunden Zeit müssen für fünf Seiten genügen, damit die Juristen sich das anschauen können. Jetzt gibt es dieses Gutachten von mir aber schon seit sechs Wochen, glaube ich. Und ich glaube, das ist Zeit genug für die Juristen. Und Sie haben sicher seitens der Regierung mehr, das zu prüfen. Zeit genug gewesen wäre, das zu prüfen. Oder geben Sie dann für dieses Gutachten neuerlich ein Gutachten in Auftrag, um das zu prüfen. Und was ist dann mit der Prüfung der Prüfung des Gutachtens? Also irgendwann muss es ja genug sein. Und ich würde sagen, es ist genug. Und Sie hätten jetzt Handlungsbedarf. Und Sie wissen auch, Herr Minister, falls Sie es überhaupt interessiert, ich weiß es nicht genau, sonst interessiert es vielleicht irgendjemand anderen in dem Raum. Sie wissen ja, dass ich das Welterbe schützen möchte. Sie hätten in mir also einen potenten Verbündeten. Ich glaube nur, dass Sie mich nicht brauchen, weil Sie andere Verbündete haben. Und zwar Verbündete, die Sie im Wahlkampf finanziell unterstützt haben. Verbündete, von denen ich sagen würde, dass Sie gar kein Interesse haben, hier das Welterbe zu schützen. Ich frage Sie, wie viele Prozent an Spenden hat denn die ÖVP seitens der Immobilienbranche im letzten Wahlkampf erhalten? Waren das 30 Prozent oder 40 Prozent? Und wie viel Prozent werden es im kommenden Wiener Wahlkampf sein, der Sie veranlasst, dass Sie hier nicht tätig werden? Weil anders kann man das nicht vorstellen, kann man nicht vorstellen, dass ein wild gewordener Spekulant vorbei an Flächenwidmung, vorbei an Völkerrecht, vorbei an Verfassungsrecht, vorbei an den Interessen der Bevölkerung, vorbei an laufenden Ermittlungen zu diesem Grundstückskauf weiterhin seine Deals schalten und walten kann, wie er möchte. Die Staatsanwalt ist ständig hinter ihm her, aber sämtliche Fraktionen unterstützen ihn, wo immer es geht. Und das sind Scheingefechte in Wien, wenn die NEOS mit der ÖVP und der FPÖ Anträge stellen. Sie könnten hier im Bund, Sie könnten als Regierungsfraktion sehr wohl auch darauf einwirken, dass hier etwas sich ändert. Sie, Herr Rosenkranz, haben gesagt, gierig wie ein Löschplatz sind Sie auf meinem Gutachten, dann können Sie endlich etwas unternehmen. Sie haben dieses Gutachten, getan haben Sie nichts. Für mich ist wirklich die Frage, wie das gehen kann, dass sämtliche Fraktionen, SPÖ, Grüne, Volkspartei, FPÖ, alle wollen uns das Welterbe erhalten. Aber das sind doch Scheinversprechungen. In Wirklichkeit geht es darum, dass alle hier mit einem Immobilienhai unter einer Decke stecken und mit einer Branche, die kein anderes Interesse hat, als dieses Welterbe zu zerstören, damit gebaut werden kann, was gebaut werden muss, damit diese Leute Geld verdienen, unabhängig davon, wie es unserem Weltkulturerbe geht. Ich danke sehr. Wolfgang Zingl, der geschäftsführende Klubobmann von der Liste jetzt, kritisiert, dass Kulturminister Gernot Blümel von der ÖVP Gutachten zum Heumarktprojekt nicht veröffentliche. Er beurteilt das als Missachtung des parlamentarischen Auskunftsrechts. Und nun am Wort Gernot Blümel, Kulturminister von der ÖVP. Herr Präsident, nachdem ich dieses Amt ausüben darf, ein bisschen das Gefühl, Sie wollen einfach nicht wahrhaben, dass wir in dieser Sache auf derselben Seite stehen. Denn auch ich bemühe mich redlich darum, seit Beginn des Amtsantrittes das Weltkulturerbe für Wien zu erhalten, mit allen Maßnahmen und Möglichkeiten, die nur irgendwie ergreifbar sind. Ein bisschen drängt sich mir da bei Ihrer Beharrlichkeit des Ignorierens dieser Tatsache der Verdacht auf, dass der Grund für die mögliche Abekennung dieses mögliche Hochhauses am Heumarkt vor allem durch die Grünen in Wien möglich geworden ist. Ihre ehemalige Partei von dem Faktum wollen Sie scheinbar jetzt ablenken. Nur so kann ich es mir erklären, dass Sie nicht wahrhaben wollen, dass ich das Weltkulturerbe schützen möchte. Aber ich darf Ihnen gerne nochmals, wie schon so oft in den letzten Ausschüssen und auch in der Anfragebeantwortung darlegen, welche Maßnahmen wir alle ergriffen haben und auch noch ergreifen werden, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die es gibt, der rechtlichen Natur, das Weltkulturerbe für Wien zu erhalten. Ich darf Sie daran erinnern, es gibt diesen sogenannten State of Conservation Report, der bis dato immer einfach mit der Stellungnahme von der Stadt Wien weitergeleitet worden ist an die UNESCO. Gleich zu Beginn, circa vor einem Jahr, habe ich das anders gemacht. Wir haben selbst das Bundeskanzleramt als zuständiges Ressort hier eine eigene Stellungnahme verfasst, wo wir auch einen dreistufigen Prozess eingeleitet und angekündigt haben. Einen Prozess, der es möglich gemacht hat, die sehr verfahrene Situation zwischen der UNESCO, ICOMOS und der Stadt Wien wieder in Gang zu bringen. Denn die beiden Seiten haben kaum mehr miteinander gesprochen und deswegen war es wichtig, diesen dreistufigen Prozess auch anzuregen von Seiten des Bundes. Einerseits einen Expertenworkshop, zweitens das Heritage Impact Assessment und drittens die Advisory Mission. Alle drei Schritte sind bisher erfolgt. Der Bericht der Advisory Mission, der wird demnächst vorgelegt. Ich habe damit eigentlich schon Ende Jänner gerechnet. Uns ist gesagt worden, dass der noch etwas dauern wird. Und diesen müssen wir abwarten, denn wer weiß denn, was da drinnen steht. Wenn dort drinnen steht, dass die Stadt Wien, die Stadtregierung, alle Maßnahmen getroffen hat, dass Wien weiterhin Weltkultur bleiben kann, dann ist ja alles in Ordnung. Wenn dort drinnen steht, dass alle Schritte, die zur Abekennung des Weltkulturbis eingeleitet worden sind, wahrscheinlich zurückgenommen werden, weil der Dialog und weil die Maßnahmen in die richtige Richtung gehen, ja dann bräuchten wir weitere Maßnahmen nicht mehr andenken. Wenn dem aber nicht so ist, und das habe ich auch schon im Jänner gesagt und das steht auch in der Anfragebeantwortung drinnen, wenn dem nicht so ist, wenn dieses Assessment, wenn dieser Bericht der Advisory Mission zeigt, dass weiterhin die Gefahr besteht, dass unserer Heimatstadt Wien das Weltkulturbis aberkannt werden könnte, wenn sich nichts tut, dann kann ich Ihnen wieder mal versprechen, dass wir von allen rechtlichen Möglichkeiten bis hin zur Verfassungslage Gebrauch machen werden, damit das Weltkulturbis auch für Wien erhalten bleiben wird. Vielen Dank. Er sei in der Frage der Erhaltung des Weltkulturerbes der Wiener Innenstadt auf derselben Seite wie Wolfgang Zingl, betont Kulturminister Jernot Blümel von der ÖVP. Das nächste Wort ebenfalls ÖVP, Wolfgang Gerstl. Herr Bundesminister, Hohes Haus, Herr Kollege Zingl, bis vor einem Jahr oder etwas mehr als einem Jahr, bevor sich diese neue Bundesregierung gebildet hat, haben wir gemeinsam dafür gekämpft, dass das Heumarktprojekt nicht realisiert wird, weil wir das Weltkulturbis für Wien erhalten wollten. Es geht um weniger als ein Prozent der Fläche, die hier vom Weltkulturbis entfasst ist. Und wir haben es nicht verstanden, beide gemeinsam diese Doppelbötigkeit von der Wiener Stadtregierung, auf der einen Seite zu sagen, wir wollen das Weltkulturbis nicht angreifen, und auf der anderen Seite aber dem Investor Zusagen zu machen, die ganz klar gegen das Weltkulturbis verstoßen. Und das war ja der Grund, Herr Kollege Zingl, warum Sie ausgetreten sind aus der Grünen Partei. Und jetzt gibt es eine neue Bundesregierung, die nicht mehr das macht, oder besser gesagt, es gibt einen neuen Kulturminister, der nicht mehr das macht, was der letzte Kulturminister getan hat, nämlich nur alles nachgeplappert, was die Wiener Stadtregierung gesagt hat. Sondern im Gegenteil, das ist ein Kulturminister, der sagt, ich will das Weltkulturbisch schützen. Mir ist das wichtig. Und nicht nur der Kulturminister, auch der Vizekanzler gibt eine gemeinsame Pressekonferenz mit ihm, stellt sich hin als Zeichen für eine Verantwortung für die gesamte Bundesregierung. Uns geht es darum, das Weltkulturbisch zu erhalten. Und Sie, Herr Kollege Zingl, wollen das zum x-ten Mal hier in diesem Haus nicht zur Kenntnis nehmen. Es interessiert Sie nicht. Ich verstehe es nicht. Sie könnten so gerne mit uns gemeinsam hier arbeiten, im Interesse der Wienerinnen und Wiener und aller Bürgerinnen und Bürger, die für das Weltkulturberein stehen. Und wir müssen den Druck erhöhen auf diese Wiener Stadtregierung, damit sie endlich den Antrag stellt, auch bei Steinhof auf ein Weltkulturerbe. Und da komme ich zum nächsten Thema. Dass diesen Antrag, den die Wiener Stadtregierung nicht gestellt hat, was hat der Kulturminister getan? Der Kulturminister hat hier eine Anfrage an die UNESCO gestellt und gebeten darum, dass man doch auch Steinhof überprüft, ob es nicht für das Weltkulturerbe nötig wäre, das auch unter Schutz zu stellen. Weil es die Stadt Wien seit Jahren nicht tut. Also einen besseren Kulturminister als den Minister Blümel kann man sich ja nicht wünschen. Geben Sie ihm einen tausenden Applaus, Herr Kollege Zwingi. Weil man muss sich das ja wirklich auf der Zunge zergehen lassen, meine Damen und Herren. Wir haben 1073 Weltkulturebestätten und 54 davon stehen auf der roten Liste. Also das sind rund 5 Prozent. Und von den 5 Prozent sind aber über 90 Prozent nur deswegen auf der roten Liste, weil in diesen Ländern entweder Krieg herrscht, Bürgerkrieg, Naturkatastrophen oder Ähnliches und daher diese Kulturstätten bedroht sind. Nur in Wien, wo es keinen Krieg gibt, wo es keinen Bürgerkrieg gibt, nur da lässt es eine Wiener Stadtregierung wirklich verlodern und bringt es in die Gefahr hinein, dass man diesen weltkulturellen Status verliert. Für den österreichischen Tourismus, für die Wienerinnen und Wiener und das ist wirklich Letztklassig. Dorthin sollten Sie den Angriff richten, meine Damen und Herren. Ich kann daher nur zum Schluss sagen, unterstützen Sie mit uns diesen großartigen Kulturminister und die gesamte Bundesregierung und hier sage ich an der Spitze ganz bewusst auch den Vizekanzler, der sich hier so besonders auch für den Erhalt des Weltkulturerbes einsetzt. Vielen Dank an diese Bundesregierung. Danke an den Bundesminister für seine großartige Arbeit. Wolfgang Gastel von ÖVP ruft zur Unterstützung des Kulturministers auf und als nächste Rednerin zu Wort gemeldet Andrea Kunzel von der SPÖ. Sehr geehrte Damen und Herren, nachdem die Aufgabe des Parlaments nicht ist, sich bei der Bundesregierung zu bedanken, sondern diese in ihrer Arbeit zu kontrollieren, ist natürlich das Interpellationsrecht, das der Nationalrat hat, ein wichtiges Instrument in diesem Zusammenhang. Jetzt haben wir eine Besprechung über eine Anfrage, die der Abgeordnete Zingl gestellt hat, in der er ganz konkrete Fragen formuliert hat. Und dann in der Beantwortung sehen wir einen kurzen, oberflächlichen Text, der vermeidet, auf die konkreten Fragen einzugehen, der den Inhalt vermittelt, den man eigentlich als ein wenig aufmerksamer Medienkonsument über den man auch schon verfügt. Jetzt sprechen wir hier aber nicht über einen Schulaufsatz, wo es darum geht, Thema getroffen oder Thema verfehlt, sondern das tangiert das Kontrollrecht, die Kontrollpflicht, die das Parlament gegenüber der Bundesregierung hat. Ich darf Ihnen, Herr Minister, in Erinnerung rufen, es geht darum, Kontrollrecht, Interpellationsrecht, dass der Nationalrat befugt ist, alle einschlägigen Auskünfte zu verlangen. Jetzt bedeutet, alle einschlägigen Auskünfte zu verlangen, nicht, dass beispielsweise der Abgeordnete Zingl das Recht hat, Sätze auf ein Papier zu schreiben und mit Fragezeichen zu versehen und ihnen zu schicken, sondern er hat das Recht, entsprechende Auskünfte und Antworten zu bekommen. Und das ist hier in atemberaubender Weise vermieden worden. So, jetzt sprechen wir aber hier, und deswegen thematisiere ich das, nicht von einem Einzelfall, sondern das gehört zum neuen Stil der Bundesregierung. Wir haben das in vielerlei Hinsicht in mehreren vermiedenden Anfragebeantwortungen schon gehabt, thematisiert. Es war Thema der Präsidiale. Wir können hier auch beitragen, aus der letzten Zeit der Kulturpolitik. Wir hatten einen Kulturausschuss, wo das Thema war, die Bundesmuseenkarte, wo damals man gesagt hat, es wird noch gearbeitet, man kann dem Ausschuss nicht sagen, wie die ausschauen wird. Am nächsten Tag ist sie der Öffentlichkeit präsentiert worden, ist uns eigenartig vorgekommen, im Verhältnis Auskunft, Regierung, Parlament. Wir haben eine Anfrage gestellt und auch diese ist, Herr Minister, ich störe Sie ungern beim SMS lesen, von Ihnen auch sehr unzureichend beantwortet worden. So, also das ist ein genereller Stil, eine Sache, die man grundsätzlich thematisieren muss, weil sie eine Missachtung eines wichtigen Instruments, einer wichtigen Aufgabe des Parlaments gegenüber der Regierung tangiert. Der Präsident Sobotka hat nach Diskussionen der Präsidiale, das auch als Problem anerkannt, thematisiert, es hat offensichtlich nicht ausgereicht. Daher, sehr geehrte Damen und Herren, denke ich, wir sollten als Parlamentarier darüber diskutieren, ob dieses Verhalten nicht zu anderen Konsequenzen führen muss, weil das kann ja nicht sein, dass man sagt, oje, gibt nicht Auskunft, haben wir Pech gehabt. Wir müssen uns überlegen, dass ein derartiges Verhalten auch zu entsprechenden Konsequenzen führen muss und ob man nicht, eventuell auch in diesem Zusammenhang, überlegt, in derartigen Fällen, das vor eine unabhängige Instanz zu bringen und dort entscheiden zu lassen, ob das ausreichend ist oder nicht. Also, sehr geehrte Damen und Herren, Kollegen, Kolleginnen und Parlamentarier, das ist unsere Aufgabe. Wir sollten schauen, dass wir auch die entsprechenden Möglichkeiten hier bekommen und einfordern. Sagt Andrea Kunzel von der SPÖ und der nächste Redner kommt von den Freiheitlichen, Johann Godinus. Ja, danke, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, werte Kolleginnen und Kollegen. Das Thema Heumarkt ist ja ein sehr interessantes Thema und ich kann dem Herrn Kollegen Zingy dankbar sein, das heute auch hier in die Kurzdebatte eingebracht zu haben. Ich glaube, dass der Herr Bundesminister Blümel in seiner Antwort ja auch alles gesagt hat. Es gibt einen klaren Fahrplan, einen Drei-Stufen-Plan, die Anfragebeantwortung auf Ihre Anfrage ist eine ganz klare, dass auch ein Dialog hergestellt wurde mit ICOMOS und UNESCO, der sehr fruchtbar ist. Und natürlich, wie auch schon erwähnt, behält sich die Bundesregierung natürlich vor, alle rechtlichen und verfassungsrechtlichen Schritte einzuleiten, bis hin zur Verfassungsklage, um eben die Möglichkeit zu nützen, den Erhalt des Weltkulturellbys auch zu bestätigen, dazu beizutragen und dafür zu kämpfen. Der Herr Trotzter, der Vorgänger unseres Ministers Blümel, hat ja in Ausschüssen, in vielen Sitzungen, hat mir auch Jesse Lindl bestätigt, ja immer gesagt, es ist nicht möglich für die Bundesregierung, das Weltkulturellbys zu schützen. Hat also hier der rot-grüne Stadtregierung die Räuberleiter gemacht und hat alles drauf und dran gesetzt, um eigentlich hier dieses wirklich fragwürdige Verhalten dieser rot-grünen Stadtregierung zu unterstützen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das ist eine Schande, dass hier bis zur Bundesregierung Türkis-Blau so ein Verhalten überhaupt möglich war, meine sehr geehrten Damen und Herren. Er hat gesagt, er hat gesagt, das ist nicht möglich, das hat er im Ausschuss öfter gesagt, aber man sieht ja, es ist möglich und dafür kämpfen wir auch, dass eben das Weltkulturellbehalten bleibt und dafür haben wir uns auch ganz klar in Bewegung gesetzt, im politischen Sinne. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein anderer Punkt, der mir aber trotzdem erwähnenswert erscheint, auch im Thema Heumarkt, wo er eine Serie von Skandalen, die im rot-grünen Wien ja die letzten Jahre ja im Endeffekt wie ein roter Faden sich ziehen, angefangen hat das Ganze ja bei der grünen Regierungsbeteiligung, wo die grüne Partei, also ihre geistigen Vorväter, die nicht mehr hier im Parlament sitzen, Herr Zingl, ja eine Urabstimmung gemacht haben, die Mitglieder ganz klar gesagt haben, sie lehnen das Heumarkt-Projekt ab, aber dann kam jemand, der hatte anscheinend bessere Argumente, bessere Argumente, eine schillernde Figur, namens Teuner, der hatte anscheinend bessere Argumente als die Basis der grünen Partei und plötzlich über Nacht hat die Frau Basilakow entgegen der Mitglieder-Urabstimmung ihre Meinung geändert und das grüne Licht für das umstrittene Heumarkt-Projekt wurde gegeben. Also das gesamte Projekt steht schon unter einem sehr, sehr fragwürdigen und schrägen Licht, aber das Heumarkt-Areal insgesamt stammt ja aus dem Themenkreis Bundeswohnen, eine rote Wohnbaugenossenschaft und wenn der Herr Kollege Wittmann hier ist, dann weiß er, wovon ich spreche, weil er war Aufsichtsratsvorsitzender dieser roten Wohnbaugenossenschaft Bundeswohnen, die filetiert wurde, die gewinnbringend auf den Markt geschmissen wurde und im Endeffekt die Leute auf der Strecke geblieben sind, die darin investiert haben. Und Wohnbaugelder seitens der Stadt geflossen sind. Das ist das Verhalten der SPÖ, wie man es in vielen Wohnbaugenossenschaften sieht, nicht zuletzt auch jetzt in Burgenland, wo er die Staatsanwaltschaft ermittelt, gegen wen, raten Sie mal, den Typen mit den besseren Argumenten, den Herrn Deuner, der jetzt eben angezeigt wurde vom, sag ich mal, besseren Teil der SPÖ, dem Herrn Toskuzil, der ein bisschen realistischer denkt, ein bisschen vernünftiger denkt, nicht immer, aber im Vergleich zu dem hier sitzenden Teil und vor allem zu dem Teil, der in der Stadt Wien sitzt, da und dort einen vernünftigen Zugang hat. Und die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen diese schillernde Figur des Herrn Teuner, der eben die Finger drin hat bei den Wohnbaugenossenschaften Riedenhof und Gessfö und auch hier ganz klar festgestellt wird als Vorwurf, dass eben Vermögenswerte bewusst zu niedrig angesetzt worden sind und das Land um 40 Millionen Euro möglicherweise geschädigt wurde. Es gilt die Unschuldsvermutung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das sind aber genau diese schillernden Figuren, werte Damen und Herren von der SPÖ, vor allem von der SPÖ Wien, mit denen Sie sich einlassen die ganze Zeit, wo die Grünen, die Räuberleiter gemacht haben mit einer Urabstimmung, die dann entgegengesetzt umgesetzt wurde, nämlich genau gegen die Meinung der Partei, weil es bessere Argumente anscheinend gab als Herrn Teuner, jeder kann sich seinen Teil denken, der Herr Teuner, der seine Finger drin hat bei den Wohnbaugenossenschaften im Burgenland, der Herr Teuner, der die Goethe, die Wohnbaugenossenschaft Goethe im Endeffekt übernehmen will und hier der MA 50 einmal vorläufig einen Stopp gesetzt hat. Überall taucht der Herr Teuner auf, bis hin zu B&C Privatstiftung, der Herr Teuner. Sehr interessant. Meine sehr geehrten Damen und Herren, man sieht, der SPÖ geht es nicht um leistbares Wohnen, der SPÖ geht es nur um Profit. Es geht nicht darum, dass die Menschen im Endeffekt sozialen Wohnbau leben, egal in Genossenschaften oder Gemeindebauten. Es geht darum, die Menschen abzutrocknen und dass sich einige SPÖler vielleicht da und dort irgendwie gesund stehsen. Das ist es, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das lehnen wir ab. Und diese Bundesregierung tritt dafür ein, dass leistet... Sie müssen sie. Am Wort ist der Herr P. Man setze sich dafür ein, das Weltkulturerbe Heumarkt zu erhalten, betont Johann Godinus, geschäftsführender Klubobmann der FPÖ. Am Wort ist Josef Schellhorn von den Neos. Ich will eigentlich nur noch einmal, weil ich es dem Kollegen Gerstl auch schon einmal mehrmals gesagt habe, weil er immer wieder mit dem Tourismus kommt. Mit ein paar Fakten muss man einfach aufräumen. Herr Kollege Gerstl, wissen Sie, was UNESCO-Weltkulturerbe in Paris ist? Die Seine, das Seine-Ufer, sonst nichts. Und die Menschen fahren trotzdem hin. Also es geht nicht um den Tourismus. Das ist einmal der Punkt eins. Was mir wirklich wehtut, ist, wenn der Kollege Zingl einmal rausgeht, zum einen einmal, muss man sagen, weil er Salzburg erwähnt hat, da war es gerade Ihr ehemaliger Parteikollege Padutsch, der sich dem Weltkulturerbe entgegensetzte. Der Padutsch hat damals gesagt, das brauchen wir nicht. Ich weiß, Sie gehören nicht mehr dazu. Damals haben Sie es verteidigt. In Wien ist es ein bisschen anders. Was mir aber total wehtut, dass Sie einfach jeden, der investieren will, als Immobilienhai bezeichnen, als Spekulanten, als Immobilienhai. Das kann es nicht sein. Ich weiß schon, Ihr Gedankengut ist verstaatlichen und Plattenbauwohnungen. Aber es ist nicht mein liberaler Ansatz, auch hier jenen, die investieren wollen, einfach die einmal generell von vornherein anzupatzen, wie das der Kollege Rossmann letzte Woche gemacht hat bei der Ökostrom-Geschichte. Das macht die Liste. Einmal jeden von vornherein anpatzen. Das tut weh. Und das dient der Diskussion nicht. Und wenn Sie das Interesse haben, in die Wiener Landtagswahl einzusteigen und hier den Heumarkt mit einer Kurzdebatte auch anzuzünden, dann darf ich schon auch noch einmal erwähnen, ja, hier gibt es Handlungsbedarf, hier gibt es enormen Handlungsbedarf, auch beim Minister. Weil der Kernpunkt ist ja jener, da die Länder nicht das Recht in Anspruch genommen haben, über die Welterbekonvention im innerstaatlichen Recht das umzuwandeln, müssen Sie handeln. Sie haben es ja nicht einmal in Wien sozusagen in Anspruch genommen. Also Sie müssen handeln und hier sind Sie am Zug. Und hier brauchen wir vor allem Transparenz. Das ist einmal eines der wichtigen Punkte. Hier brauchen wir Transparenz und man kann jetzt streiten auch über das Heumarktprojekt, wie man will. Ein paar Vorteile hat es, zum Beispiel die Öffnung des Platzes, das wird alles attraktiver. Aber im Grunde genommen ist es auch anders zu sehen, nämlich die Neos waren die Ersten und die Einzigen, die immer gesagt haben, wir müssen die Bürger mit einbeziehen und wir müssen die Bürger auch hier mit ins Boot holen. Und das kann man uns nicht abstreiten, dass wir immer hier auch daran waren, hier mit den Bürgern zu reden, vor allem, wenn es um das Weltkulturerbe geht, wenn es um die Stadt Wien geht. Und das sollten wir weiter befolgen. Es brauche Transparenz, fordert Josef Schellhorn von den Neos. Man müsse die Bürger hier mit ins Boot holen. Nächster Redner, Alfred Noll von der Liste jetzt. Herr Minister, Herr Kollege Guthenus, fast hätte ich mir ja das zum Vorbild genommen, was Sie da gemacht haben. Da haben wir schon gedacht, jetzt kann ich einmal dem Guthenus zustimmen irgendwie. Leider sind Sie dann auf einem Niveau abgeglitten, von dem ich mich nicht mehr erheben könnte mit meiner schwachen Statur. Aber das ist natürlich vollkommen richtig. Die Stadt Wien macht hier etwas, was nicht sein soll. Überhaupt keine Frage. Was mich bei Ihnen, Herr Minister, ein bisschen wundert, so sehr ich mir oft den Wort Reichtum Ihrer Stellungnahmen zum Vorbild nehmen will, die Inhaltslehre, die sich retrospektiv dann einstellt, die hindert mich dann wieder daran. Das ist ja nicht die Frage, ob Sie was wollen. Das glaube ich Ihnen ja. Nur Sie könnten nicht nur etwas tun, Sie hätten längst etwas tun müssen. Und daran scheitert das Ganze. Und das ist auch richtig, was der Kollege Schellhorn gesagt hat. Es wird geredet, geredet, geredet. Aber in Dingen, die Ihnen wichtig sind, geht das ruckzuck irgendwie. Über Nacht quasi. Nur da wollen Sie nicht. Und jetzt ist es vielleicht in dem Haus gar nicht schlecht, einmal die Verfassung zu lesen. Denn Artikel 16, Absatz 4, Sie werden das mehrfach studiert haben, nämlich einmal. Es ist ja Ihre Sache, sich darum zu kümmern. Und im Artikel 16, Absatz 4, steht etwas ganz Einfaches drinnen. Die Länder sind verpflichtet, Maßnahmen zu treffen, die in ihrem selbstständigen Wirkungsbereich zur Durchführung von Staatsverträgen erforderlich werden. Kommt ein Land dieser Verpflichtung nicht rechtzeitig nach, so geht die Zuständigkeit zu solchen Maßnahmen, insbesondere zur Erlassung der notwendigen Gesetze, auf den Bund über. Dieses Thema wird seit 40 Jahren in Österreich, in fast allen juristischen Flachblättern besprochen, steht in den Kommentaren zum BVG ganz leicht fasslich, auch für Philosophieabsolventen verständlich, drinnen. Und es ist ganz eindeutig, was daraus folgt. Die Stadt Wien hat hier einen Flächenwidmungsplan besprochen, der dem Weltkulturerbe widerspricht. Der zuständige Minister hätte die Aufgabe, diesen Missstand abzustellen, abzustellen, weil, und das ist die übereinstimmige Meinung der ganzen Lehre zu diesem Thema, die Nichtaufhebung des gegen das Weltkulturerbe gerichteten Flächenwidmungsplan eine Untätigkeit darstellt. Und deshalb gibt es hier Devolution. Sie sind längst zuständig. Und das wollen Sie nicht wahrhaben. Und das ist das Problem, warum der Kollege Zingl ganz zu Recht immer wieder sagt, wir haben keinen Zweifel daran, dass die ÖVP, so wie der Kollege Gerstle es gesagt hat, seit Jahren etwas dagegen unternehmen will. Nur sie tut es leider nicht. Und das ist das Problem. Zu Wort ist nun niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Damit nehme ich die Verhandlungen über die Tagesordnungspunkte 6 bis 8 wieder auf. Nach der dringlichen Anfrage und der kurzen Debatte wird jetzt die pausierte Debatte über die neue Karfreitagsregelung wieder aufgenommen. Am Wort ist Ernst Güdel von der ÖVP. Geschätzte Frau Präsidentin, Frau Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, ist jetzt natürlich eine Herkulesaufgabe, die ursprüngliche Debatte auch in der vollen Dimension wieder aufzunehmen. Wir haben jetzt drei Stunden Unterbrechung gehabt und Sie, Frau Minister, sind wieder zurückgekehrt an Ihren Platz, um eben die Debatte über die neue Regelung anlässlich des EuGH-Urteils zum Karfreitagsproblem weiterzuführen. Und ich glaube, wir sind uns ja alle einig und zumindest das können wir außer Streit stellen in diesem Haus, keiner hat sich ein solches Urteil gewünscht, keiner hat ein solches Urteil gefordert. Und bis zum 22. Jänner dieses Jahres war es auch kein politisches Thema. Und nicht einmal die Parteien haben es in ihren Regierungsprogrammen, dass sie gefordert hätten, der Karfreitag müsste ein Feiertag für alle Menschen in Österreich werden. Und wir haben es natürlich auch nicht im Regierungsprogramm, weil das eben kein Thema war. Aber wir sind dazu da, um, wenn es ein Problem, nämlich in diesem Fall ein juristisches Problem auftaucht, natürlich eine praktikable Lösung zu finden. Das ist genau die Aufgabe, die wir hier in diesem Hohen Haus haben. Und ja, wir haben die Aufgabe, meine Damen und Herren, ein aus europäischer Sicht diskriminierendes Gesetz abzuschaffen und es diskriminierungsfrei zu machen. Und wir haben natürlich auch die Aufgabe als Gesetzgeber, hier für Rechtssicherheit zu sorgen. Und wenn wir jetzt den juristischen Zugang wählen, dann sollten wir natürlich auch zurückblicken, was war denn damals, als das geregelt wurde, im Kollektivvertrag zum Beispiel 1952. Was war denn der Telos der Regelung, also der Sinn der Regelung? Was wollte man eigentlich damit bezwecken, dass die evangelischen und drei weitere Religionsgemeinschaften eine Sonderstellung haben? Das hat natürlich gewisse historische Gründe. Ein historischer Sünniakt hat heute ein Chefredakteur einer österreichischen Tageszeitung geschrieben. Und wir sind auch mit dieser Regelung, dass diesen genannten Religionsgemeinschaften ein zusätzlicher Feiertagzustand bisher ganz gut gefahren. Und es hat eigentlich niemanden gestört, bis auf den einen und bis auf einige Damen und Herren anscheinend in der Arbeiterkammer. Aber was bitte nicht in dem Urteil steht, und was Sie hier ständig behaupten, vor allem von der SPÖ, ist, dass das Urteil darüber gefehlt wird, ob es in Österreich genug Feiertage gibt. Darüber steht rein gar nichts im Urteil. Und wir wollen hier, und das ist der Anspruch, den auch der Bundeskanzler, der Bundesminister und auch die Frau Bundesministerin zugesprochen haben, wir wollen hier eine saubere Lösung, die auch einer Gesellschaft mit einer säkularen Prägung der Jetztzeit entspricht. Und wie wir es gesagt haben, wir wollen Sie auch dazu nutzen, um Sie religionsfreundlich zu machen. Wir haben in Österreich übrigens 16 anerkannte Religions- und Kirchengemeinschaften. Und wir wollen eigentlich jetzt eine Regelung schaffen, wo sich vielleicht sogar jeder wiederfinden kann. Also eine bessere Regelung, als sie bisher für den Großteil der Bevölkerung gegeben war. Und damit es auch klargestellt ist, damit es auch klargestellt ist, für 96 Prozent der Bevölkerung, für 96 Prozent der Bevölkerung ändert sich mit dieser Regelung rein gar nichts gegenüber dem Status Quo, den wir bisher gehabt haben. Er ändert sich gar nichts. Oder man könnte sogar noch sagen, es verbessert sich die Situation. Es verbessert sich die Situation, weil wir jetzt mit diesem neuen Gesetz einen einseitigen Urlaubsantritt, einen persönlichen Feiertag per Gesetz einführen. Und wie schon gesagt, der OGH hat nirgends ausgeführt, dass daraus aus diesem Urteil ein zusätzlicher Feiertag entstehen soll. Und er hat außerdem ausgeführt, er hat außerdem ausgeführt, er hat außerdem ausgeführt, dass es sehr wohl in der Verantwortung des Gesetzgebers liegt, diskriminierungsfreie Regelungen zu schaffen. Und wenn die SPÖ hier verbreitet, ja, man braucht nichts tun. Ich darf zitieren, ich darf zitieren aus dem OGH-Urteil. Daher obliegt es, solange der nationale Gesetzgeber keine die Gleichbehandlung wiederherstellenden Maßnahmen erlassen hat, den Arbeitgebern dafür zu sorgen, dass die Arbeitnehmer, die keiner dieser Kirchen angehören, die gleiche Behandlung erhalten. Also er sagt ausdrücklich, der Gesetzgeber ist aufgefordert, nicht diskriminierende Gesetze zu schaffen. Und das tun wir, wenn wir hier jetzt aktiv werden. Und wenn Sie da meinen, Frau Abgeordnete Rendi-Wagner, wenn Sie meinen, es wäre eine Dialogverweigerung, diese Bestimmung, die sich ja vornehmlich nicht um die Frage des Urlaubs, sondern um die Religionsausübung der evangelischen und der anderen Religionsgemeinschaften betrifft, wir haben mit diesen Religionsgemeinschaften gesprochen. Es gab einen Konsens, es gab einen Dialog. Und wenn Sie dann weiterhin meinen, es wäre eine Verhöhnung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn wir jetzt diese Regelung beschließen, dann sage ich Ihnen, es ist vielmehr eine Verhöhnung der Intellektualität der Gesellschaft an sich, wenn Sie behaupten, es wird jemandem etwas genommen. Man kann jemandem nichts nehmen, was er vorhin gar nicht gehabt hat. Und wenn 96 Prozent jetzt nichts schlechter gestellt werden, als sie vorher waren, dann kann man Ihnen nichts nehmen. Und auch für die Religionsgemeinschaften, auch für die Evangelischen ist es gewährleistet, dass Sie Ihre Religionsausübung an Ihrem Feiertag bewerkstelligen können. Und ich darf Ihnen abschließend aus dem Leitartikel des heutigen Kuriers zitieren. Die Lösung ist letztendlich eine Entscheidung für die Wirtschaft und für Arbeitsplätze. Zudem wird damit der pro-unternehmerische Anspruch der protestantischen Arbeitsethik erfüllt. Und wir brauchen Leistung und Aufstieg. Denn wie schon die SPÖ 1969 in Ihrem Wirtschaftsprogramm erkannte, schaffen nur Leistung und Aufstieg auch soziale Sicherheit. Meine Damen und Herren der Sozialdemokratie, 1969 waren Sie offenbar schon weiter und schon gescheiter. Und wir werden jetzt eine Regelung für ganz Österreich treffen, im Sinne aller und im Sinne einer Gleichbehandlung aller Österreicher und Österreicherinnen. Man wolle hier eine saubere Lösung finden, die religionsfreundlich ist, sagt Ernst Gödel von der ÖVP mit dem Gesetzesantrag. Wird der Feiertag am Karfreitag gestrichen, Arbeitnehmer sollen sich künftig Urlaub nehmen, wenn sie den Feiertag begehen wollen. Gerald Lohrger mit einer tatsächlichen Berichtigung. 96 Prozent der Menschen ändert sich nichts. Ich berichte tatsächlich, den persönlichen Feiertag hat es bisher für niemanden gegeben. Und den gibt es jetzt für alle Betroffenen. Also ändert es sich für 100 Prozent. Und eine weitere Korrektur. Sie haben gesagt, es wird niemandem etwas genommen. Ich berichtige tatsächlich, alle die, die protestantisch sind oder altkatholisch sind, denen wird natürlich etwas genommen. Die haben jetzt weniger. Nun ist der Herr... Der nächste Redner ist der SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch. Sehr geschätzte Frau Präsidentin, Frau Ministerin, geschätzte Damen und Herren, ich bin schon etwas erschüttert über die Argumente, die Sie hier von FPÖ und ÖVP verwendet haben, weil Sie das Urteil des Europäischen Gerichtshofs einfach falsch argumentieren und kommentieren. Und das ist eigentlich schlimm. Ja, ich gebe Ihnen recht, Sie haben jetzt eine Lösung vorgelegt, die diskriminierungsfrei ist, aber nicht zum Vorteil der Arbeitnehmer und Arbeitnehmer. Das ist der große Unterschied. Und unser Vorschlag wäre das gewesen. Und wissen Sie, was heute ganz schlimm war in der Debatte? Wenn die Frau Sozialministerin sagt, Wirtschaft schafft Arbeit, merkt euch das einmal. Ist das nicht schlimm als Sozialministerin? Als Sozialministerin haben Sie die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu vertreten, aber nicht die Interessen der Wirtschaft. Sie sind im falschen Ressort. Sie sind im falschen Ressort. Sie müssen ins Wirtschaftsministerium wechseln. Dort sollen Sie richtig aufkommen. Und wissen Sie, was bei der ganzen Sache noch ganz schlimm ist? Die Glaubwürdigkeit, die Glaubwürdigkeit, die Glaubwürdigkeit Ihrer Regierungsmitglieder. Die Frau Sozialministerin sagt am 3. Februar, am 3. Februar mittags in der Pressestunde, zusätzlicher Feiertag, Frau Ministerin, das wird wahrscheinlich sein, Ja, aber auch ein zusätzlicher Urlaubstag, ein zusätzlicher Urlaubstag ist möglich. Wo ist Ihre Glaubwürdigkeit? Oder, Ihr Minister Blümel, Ihr Bundeskanzler Kurz, 24. Jänner in den österreichischen Medien, niemanden soll etwas genommen werden. Toll ist das, tolle Aussage. Wo ist Ihre Glaubwürdigkeit? Und dann dochtern Sie bei einem Gesetz herum, das wieder irrsinnige viele Fehler hat und Rechtsunsicherheiten hat. Am 22. Jänner war das Urteil. 36 Tage haben Sie hin und her gepfuscht, mit einem Holmdruck, mit einem Obtausch. Und heute vor 18 Stunden und 22 Minuten knallen Sie uns ein Gesetz auf den Tisch, das wieder ein Leckerbissen für alle Arbeitsrechtler ist. Das wieder diskriminiert, weil Sie Unterschiede haben zwischen Landesdienstrecht, Gemeindebedienstete und anderen Gruppen. Und das ist eigentlich stimmt, dass Sie nicht einmal fähig sind, ein gescheites Gesetz zu machen. Ein gescheites Gesetz im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und wenn dann der Herr Stracke hergeht und sagt, so gut wie möglich bei alter Regelung bleiben. Die Arbeiterkammer ist schuld, dass ein Arbeitnehmer seine Rechte eingeklagt hat. Ja, ist die Arbeiterkammer schuld in Österreich, dass 500 Millionen Geld erstritten wurde im Jahr 2018, was Arbeitgeber nicht bezahlt haben für Arbeitnehmer und Arbeitnehmer. Wollt Sie die Arbeiterkammer dementsprechend so dastehen und schlecht stört? Und wenn der Herr Vizekanzler am 30. März 2018 ein Schreiben rausgibt, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des Herrn Vizekanzlers, im Namen des Herrn Vizekanzlers gebe ich bekannt, dass die Bediensteten des Bundesministeriums des öffentlichen Dienstes für Sport am Karfreitag, den 30. März 2018, ganztägig vom Dienst befreit sind. Warum ist es hier mit zwei Maß bei den Arbeitnehmern und Arbeitnehmern? Das ist nicht fair. Das haben sich die Menschen nicht verdient, diesen Launch der Arbeit. Und wenn Sie jetzt hergehen und sagen, die nächste Beleidigung, die nächste Beleidigung gegen die ganzen Beschäftigten, wir arbeiten zu wenig, ihr seid nur ganz gescheit. Wir haben die höchste tatsächliche Jahresarbeitszeit von ganz Europa und ihr sagt her, wir arbeiten zu wenig. Eurostag, Vollzeitarbeitsplätze. Wir arbeiten auch eineinhalb Wochen länger wie die Deutschen. Wir arbeiten zwei Wochen länger wie die Schwänen. Wir arbeiten zweieinhalb Wochen länger wie die Dänen. Dann packt es noch 96 Stunden drauf bei dem neuen Arbeitszeitgesetz. Dann macht es vier Sonntage, wenn wir Sonntag arbeiten sollen. Das ist nicht fair gegenüber den Arbeitnehmern und Arbeitnehmern in diesem Land. Die haben sich einen freien Feiertag am Karfreitag, einen gesetzlichen Verdienst. Und ich glaube, der Mag. Gödel hat es gesagt. Wir haben so viel Feiertag. Wir liegen im unteren Drittel in Europa. Eine Statistik der WKO. Das ist dein Logo. Peter Haubner, das ist dein Logo. Die Wirtschaftskammer Österreich im Februar 2019 sagt, wir haben elf Feiertage. Warum? Das ist eine ehrliche Statistik, weil nämlich zwei Tage pro Jahr auf Samstage und Sonntage fallen. Das ist eine ehrliche Statistik. Aber nicht, was ihr behauptet. Wir haben 13 Feiertage, wir haben so viel und, und, und. Es gibt Länder, wo die Feiertage dementsprechend gut geschrieben werden, wie in Belgien und in Spanien. Und zum Abschluss. Zum Abschluss. Sie haben jetzt wirklich die Möglichkeit, unserem Antrag zuzustimmen. Wir haben einen gesamtändernden Abänderungsantrag eingebracht. Der Abgeordnete Muchitsch und Genossinnen und Genossen zum Antrag 606-A, der zur Verteilung gebracht wurde. Inhaltlich geht es darum, der Nationalrat wolle in zweiter Lesung einen gesetzlichen Feiertag am Karfreitag für alle beschließen. Und Sie als 112 Abgeordnete von FPÖ und ÖVP, Sie haben jetzt die Möglichkeit, einmal in 14 Monaten zu beweisen, dass Ihnen alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dieser Republik wichtig sind. Diese Möglichkeit haben Sie. Und wenn wir jetzt zurückschauen, das ist ein gutes Stichwort, das mache ich noch, sehr gut. Und wenn ich jetzt zurückschaue, vor 2019 Jahren am Karfreitag, gibt es im Evangelium eine Abschrift von Lukas 23. Da steht drin, Vater, Vater, vergib Ihnen, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Und jetzt sag ich euch was. Ihr wisst, ihr wisst sehr wohl, was ihr tut. Ihr wisst so wohl, was ihr tut. Ihr seid auf Raubzug aus, auf Raubzug, wo Sie jedem Menschen einen Feiertag wegnämmst, der einen gehabt haben und auch einen Urlaubstag dementsprechend streicht. Und das ist nicht fair. Und an dieser Stelle, an alle Beschäftigten in dieser Republik Österreich, diese Regierungsparteien haben sich die rote Karte verdient. Die rote Karte bei den AK-Wahlen. Zeigen wir Ihnen, dass wir uns das nicht gefallen lassen. Es reicht. Es reicht. Sagt Josef Muchitsch, die Lösung sei nicht zum Vorteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, kritisiert der SPÖ-Sozialsprecher. Die SPÖ fordert am Karfreitag einen Feiertag für alle. Der gesamtändernde Abänderungsantrag wurde in den Grundzügen erläutert, auch an alle Abgeordneten verteilt, steht daher mit in Verhandlungen. Und am Wort ist... Nächste Rednerin ist Andrea Michaela Schartl von der FPÖ. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Ministerin, meine sehr geehrten Kollegen, ich finde es immer wieder spannend und herzerfrischend, wenn zum Beispiel der Papa mit Engagement ist, will ich ihm gar nicht ansprechen, da heraussteht und sagt, wir kämpfen, wir kämpfen nur für die arbeitnehmende Bevölkerung. Wer hat denn dem 8. Dezember zugestimmt, dass das jetzt ein ganz normaler Einkaufstag ist? Dann ist es nicht schlimm, dann ist es nicht tragisch, dann tun wir die Arbeitnehmer nicht zum Arbeiten zwingen. Wer hat denn so gestimmt, den langen Ladenöffnungszeiten? Wer hat denn das gemacht? Dann ist es wieder nicht schlimm, weil dann ist es ja von der Gewerkschaft. Und das ist einfach etwas, was ich einfach so arg nehme zu tun, als ob ihr die Heiligen werdet und wir diejenigen, die einfach, und man muss auch eines sagen, Demokratie ist Interessensausgleich. Und natürlich wird es oft bei vielen Entscheidungen so sein, dass es für eine Gruppe besser ist und für eine andere Gruppe etwas schlechter. Aber jetzt, ehrlich meine Herrschaften, dass es uns auch so gut geht, haben wir sowohl allen arbeitenden Menschen, allen Unternehmern, allen Arbeitgebern zu danken, weil ohne beide funktioniert das System nicht. Und ich darf schon daran erinnern, dass diese Regelung sehr, sehr alt ist. Und ich kann mich nicht erinnern, an einen einzigen Arbeitnehmer, der irgendwann auf der Straße war, sonst irgendjemand sich darüber aufgeregt hat. Und wir Katholiken haben das nicht als unfair empfunden. Wir haben das so hingenommen. Und das war in Ordnung. Und wenn es schon ums Wegnehmen geht, es war die GPA, die mir in meinem Kollektivvertrag auf einmal den arbeitsfreien Karfreitag wieder streichen hat lassen. Interessant. Interessant. Da ist kein Problem. Ich könnte hier noch ein paar Sachen über Kollektivverträge, die ihr inzwischen verhandelt, sagen, ob die nur schlechter Stellungen sind, aber das machen wir auch anders mal. Die Frau Dupo, Frau der SPÖ, hat in ihrem Eingang ja zitiert aus unserem wunderbaren und für Österreich sehr wichtigen Regierungsprogramm, dass wir zum Wohle alle Österreicher und Österreicherinnen handeln. Für uns gehören aber auch die Arbeitgeber und Unternehmer dazu. Auch das sind Österreicher und Österreicherinnen. Und weil sie uns vorwerfen, dass wir uns verweigert hätten, mit Experten darüber zu reden. Na, wer sind denn die besten Experten? Natürlich die beiden Bischöfe, die von dieser Regelung betroffen sind. Und weil wir mit diesen Experten, die wirklich Experten in dieser Sache sind, gesprochen haben, hat sich natürlich die Abänderung des Antrags etwas verzögert. Aber wenn sogar der katholische Bischof und auch der evangelische Superintendent, das Ganze viel in Ordnung befindet, dann wird es wohl für euch auch passen, oder? Kurz noch auf die Wortmeldung von der Frau Holzinger-Fogt-Nober, die draußen war und gesagt hat, das ist ein Blödsinn, wir brauchen ja dieses Gesetz nicht, weil das ist so und so möglich. Man kann sich jederzeit an den Urlaubsdruck nehmen. Dann darf ich die Kollegin ein bisschen ins Urlaubsgesetz einführen. Der Paragraph 4 des Urlaubsgesetzes sagte, nämlich, dass Urlaubsverbrauch und Antritt im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber unter Berücksichtigung sämtlicher wirtschaftlicher Interessen zu vereinbaren ist. Und vereinbaren heißt, es gibt zwei Partner, die sich über etwas einigen wollen und dann sagen, ja, so geht's. Und die Änderung von uns, dieser eine zusätzliche persönliche Feiertag oder Urlaubstag, kann ohne Vereinbarung, ohne Vereinbarung, ja, ohne Vereinbarung konsumiert werden. Dann in Paragraph 4, Absatz 3 steht, in Paragraph 4, und das ist das Wesentliche, steht, Urlaub kann in zwei Teilen konsumiert werden. Wobei aber laut Gesetz ein Teil mindestens sechs Werktage beinhalten muss. Und deshalb müssen wir das Gesetz machen, weil sonst würde die Regierung gegen das Urlaubsgesetz handeln. Da gibt es eine tageweise Urlaubskonsumation nicht. Und deshalb ist das so wichtig. So, und jetzt bringe ich eben diesen Antrag ein. Gesamt ändert der Antrag der Abgeordneten Petra Haubner, Andrea Michaela Schartl, Kolleginnen und Kollegen, zum Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsruhegesetz, das Bäcker-Rei-Arbeiter- und Arbeiterinnen-Gesetz 1996, das Seier-Tags-Ruhe-Gesetz 1957, das Landarbeiter-Gesetz 1984 und das Land- und Forstarbeiter- Dienstrechtsgesetz geändert werden. 500 db. Andrea Michaela Schartl von der FPÖ setzt sich für den Gesetzesantrag ein und bringt den Antrag ein. Verhandlung, Herr Abgeordneter Josef Schellhorn, Neos Wirtschaftssprecher. Frau Präsidentin, geschätzte Frau Minister, ja, es ist ja schon ein bisschen eine Abrisskante drinnen und wir haben ja schon lange davor auch gesprochen. Ich möchte aber nur noch Bezug nehmen auf den Kollegen Haubner, der sie ja sozusagen uns in die Wirtschaftsverantwortung gezogen hätte. Und das ist ja, glaube ich, das Kernproblem. Ich glaube, der Kollege Haubner und die ÖVP, ich meine, hättet ihr nur tun dürfen, im Zentrum schauen, aber ich glaube, da ist euch sogar der Fernseher abgeschalten worden, weil von euch heute niemand kommen dürfen, hättet ihr nur der Frau Körber-Riesack zugehört, dann wüsstet ihr, dass das einfach auch von langer Hand, also das war aufgelegte Geschichte, man war nicht dementsprechend vorbereitet. Es war ein Kommunikationsproblem offensichtlich, weil ihr habt es ignoriert, die Anliegen des Bischof Bünker, ihr habt auch keine Kommunikation gepflegt zu den Betroffenen. Der Punkt ist aber der, ihr habt jetzt was gemacht, was die Wirtschaft total belastet. Und das möchte ich jetzt schon einmal sagen. Ja, nein, 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 nein. Aber ich darf es erklären? Das sind vier Seiten Bürokratie, das sind die Mitarbeiter-Taten, die Mitarbeiter-Taten, das sind Mitarbeiter-Taten, die jeder Unternehmer ausfüllen müsste. Wenn ich jetzt einen Betrieb habe, wie ich den meinen, ist er ein Gastronomie-Betrieb. Der Küchenchef sagt zu mir, weißt du was, ich nehme am 31.12. Urlaub, das ist mein persönlicher Urlaubstag, ich kann ihn nicht verwehren. Ja, schön, schön. Richtig geregelt, richtig für die Unternehmer geregelt. Das heißt jetzt, neben dem bürokratischen Aufwand, wie zum Beispiel bei der Kollegin Nies, wenn einer 5.000 Mitarbeiter hat, dann hat er 5.000 einzelne verschiedene Urlaubsanträge wahrscheinlich. Feiertage, Feiertage, Verzeihung, Feiertage, Feiertage, Feiertage. Also der persönliche Feiertag. Das wird dann zum Problem. Und das wird dann zum Problem, dass Unternehmer auch unter Druck gesetzt werden können. Glaubt mir das. Das wird so sein. Weil dann wären die da drüben, würden sie ihren Job nicht machen. Und das wird am Rücken der Unternehmer ausgetragen. Und das ist das Kernproblem. Es wird am Rücken der Unternehmer ausgetragen. Und wenn da wer sagt, und wenn es der Bundeskanzler ist, es betrifft 96 Prozent der Bevölkerung. Es betrifft 100 Prozent und es betrifft 100 Prozent der Unternehmer. Es betrifft 100 Prozent der Unternehmer. Und das ist es. Und ihr habt es da mitgestimmt, ohne zum Nachdenken. Ich verstehe euch nicht. Ihr habt das gemacht, dieses Gesetz. Mit Rechtschreibfehler noch dazu. Nein, eines muss man sagen. Das ist völlig daneben gegangen. Ein klassisches Beispiel. Du bei deiner Skilift. Reg dich auf mit deiner Skilift. Da kann Freitag voll, du kannst zusperren. Die Regelung bringe einen Hohen Bürokratieaufwand, sagt Josef Schellhorn, Neos Wirtschaftssprecher. Das werde auf dem Rücken der Unternehmer ausgetragen. Am Wort Alfred Noll von der Liste jetzt. Frau Präsidentin. Frau Ministerin. Also Sie haben schon provoziert mit Ihrer an Simplizität kaum zu überbietenden Wortmeldung. Die Wirtschaft schafft die Arbeit. Das erinnert mich stark an die 70er Jahre, wo solche Meldungen der Industriellen üblich waren. Die Antwort darauf, die kam damals von Flo de Colonne, einer deutschen Politrock-Gruppe. Der Arbeiter arbeitet, der Unternehmer unternimmt, würden endlich auch die Arbeiter etwas unternehmen, müssten auch Unternehmer arbeiten. Das war genauso stumpfsinnig, aber es war auf ähnlichen Niveau. Zum Thema. Ich muss oder ich will was Persönliches vorschicken, voranschicken. Wer von Ihnen kennt den Firmian? Kollege Rosenkranz ist der historisch Gebildete. Und was hat der Herr Erzbischof Firmen mit den Protestanten gemacht? Mitte des 18. Jahrhunderts. Er hat sich zuerst fehlen und vernichten und töten lassen und dann hat er 20.000 davon hinausgeschickt. Ich als Salzburger empfinde das nach wie vor als Schmach für das Land Salzburg. Die Pizzarerie, dass Tirol und Bayern damals die Grenzen dicht gemacht haben für die Protestanten. Ja, 1966 hat der Erzbischof von Salzburg sich dafür entschuldigt. Und ich empfinde es als Salzburger, als Salzburger, der getauft worden ist und als Ministrant in Salzburg war, bis heute als eine Geste der Wiedergutmachung an Protestanten in diesem Lande, dass sie einen Feiertag hatten, den andere nicht haben. Ihr habt damit nie ein Problem gehabt. Und ich finde es bis heute und jetzt noch mehr eine herabwürdigende Geste gegenüber den Protestanten in diesem Lande, dass ihnen dieser Feiertag damit de facto genommen wird, auch wenn er jetzt als persönlicher Feiertag immerhin theoretisch gesetzlich noch möglich ist. Und nach meinem Verständnis, und das war auch die Überlegung, die zum Generalkollektivvertrag 1952-53 geführt hat, gibt es ja das Beiblatt, dass das dann um Jom Kippur ergänzt hat. Das war auch eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg und eine Lehre daraus, dass es sich hier um Religionsgemeinschaften handelt, die in diesem Land über Jahrhunderte hinweg von Katholiken verfolgt und gedemütigt worden sind und die auch im Naziregime verfolgt wurden. Und diese Feiertagsregelung im Generalkollektivvertrag Anfang der 50er Jahre war dem gemeinsamen Bewusstsein von ÖGB und Wirtschaftskammer geschuldet, dass es nur gerecht ist, wenn wir diese Feiertage diesen Glaubensgruppen hier möglich machen. Und damit haben Sie jetzt Schluss gemacht. Und ich sage Ihnen das als ein atheistischer Linker, ich halte das für eine Entwürdigung einer ganzen Religionsgruppe und dass sich die das freuen lässt, ist nur den faktischen Verhältnissen in diesem Land geschuldet, weil das Verhältnis von 5 Millionen Katholiken zu 300.000 Protestanten halt nun einmal so ausschaut, wie es ausschaut. Aber es ist eine Herabwürdigung des höchsten religiösen Feiertags der Protestanten in diesem Land. Ich finde das unanständig. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das Gesetz ist natürlich nicht aus den, oder nicht nur aus den Gründen, die der Kollege Schellhorn schon genannt hat, zum Teil ein ziemlicher Stoß. Es macht etwas möglich, was ich eigentlich so lange wie möglich in diesem Land verhindern will. An muslimischen Feiertag. Und dass ausgerechnet Sie jetzt die Möglichkeit schaffen, dass durch kollektives Handeln der von der islamischen Glaubensgemeinschaft die regierten Muslime in diesem Land ein gemeinsamer Opfertag dann gefeiert werden wird und wir in der Republik Österreich einen muslimischen Feiertag haben werden, das ist wirklich absurd. Und das provozieren Sie genau mit Ihrer Regelung. Dritte Sache. Es ist natürlich klar, warum Sie aus politischen Gründen zwar in den Generalkollektivvertrag eingreifen, wie es sonst nur in ständesstaatlichen Regimen denkbar und möglich ist und warum der Autoritätismus von Ihnen da so durchschlägt. Aber dass Sie den Jom-Kibur-Tag natürlich nicht abgeschafft haben, ist verständlich, nachvollziehbar, wird aber genau zu dieser Klage führen, die jetzt Anlass für die Neuregelung geworden ist, denn die Diskriminierung der Andersgläubigen ist jetzt nicht anders als zuvor. Und das ist einfach logistischer Schwachsinn. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Herr Abgeordneter, ich würde Sie bitten, sich in der Ausdrucksweise, also ich kann es konkret sagen, ohne Ihnen jetzt gleich einen Ordnungsruf zu erteilen, aber das Wort Schwachsinn hat hier keinen Raum. ...sondern sagt, es ist logistisch ein bisschen suboptimal. Der eigentliche Punkt, der eigentliche Punkt, ich meine, Sie verkaufen das so, als ob Sie hier den westfälischen Frieden neu erfunden hätten. Ja? Tatsächlich, tatsächlich geht es hier um eine Auseinandersetzung zwischen Arbeit und Kapital in diesem Land. Bei circa 130.000 protestantischen Arbeitnehmern in dem Land heißt das, das ist eine direkte Finanzspritze an die Unternehmer im Umfang von circa 30 Millionen Euro jährlich. Das ist einmal über den Daumen gerechnet, das wird man präzisieren mit den Jahren. Aber das, was Sie hier machen, ist Klassenkampf von oben. Und Sie dürfen sich nicht wundern, dass es hier immer weiter zu Verbitterungen kommt, über die Sie sich dann aufregen, selbst wenn Sie in der freundlich-fairen Art und Weise des Kollegen Muchitsch kommt, der eh immer nur bittet, doch hier mit ihm zu sprechen. Das tun Sie aber nicht. Sie stehlen hier einem Teil der österreichischen Erwerbstätigkeiten 30 Millionen jährlich. Und das ist, finde ich, nicht nur nicht fair, das hat der Kollege Muchitsch ausgeführt, es ist Lohnraub, das ist es in Wirklichkeit. Und letzter, allerletzter Punkt, um nicht das alles auszuschöpfen, was ich hier eingemeldet habe, wie Sie in § 285 Absatz 76 rechtfertigen, dass Sie hier eine Grundsatzbestimmung im Landarbeitsrecht formulieren, die keine Grundsatzbestimmung schon, sondern schon die Ausführungsbestimmung ist und deshalb verfassungswidrig ist, das mag verstehen, wer will, ich verstehe es nicht. Wäre ich auch nur ein Bundesland in diesem Lande, dann würde ich das sofort anfechten beim Vfga. Das ist nämlich keine Grundsatzbestimmung, das ist schon die Ausführungsbestimmung, die keine Möglichkeit mehr zur individuellen Ausführungsgesetzgebung durch die Länder möglich macht. Sie werden das nicht überdenken, da ist die SPÖ viel zu euphorisch und viel zu optimistisch. Sie werden das durchziehen, wie es ist. Ich sage aus den erstgenannten Gründen, genieren Sie sich, dass Sie hier eine Religionsgemeinschaft auf diese Art und Weise herabwürdigen. Schämen Sie sich auch vor der Art und Weise, mit der Sie hier autoritär und auch ohne Not in den Generalkollektivvertrag, in den alle Branchenkollektivverträge eingreifen, denn das wäre nicht notwendig gewesen. Die Bestimmungen in den Kollektivverträgen sind auch dann obsolet, wenn Sie des gesetzgeberischen Eingriff unterlassen. Und drittens, tun Sie nicht so, als ob Sie für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dieses Landes was hier zum Besseren verändert hätten. Sie haben es zum Schlechteren verändert. Und als Fußnote, was machen eigentlich die Schulkinder derjenigen, die einen persönlichen Feiertag gewählt haben? Haben die an dem Tag auch schulfrei? Sagt Alfred Noll von der Liste jetzt. Er empfindet die Regelung als herabwürdigende Geste gegenüber den Protestanten. Walter Rosenkranz mit einer zweiten Wortmeldung in dieser Debatte. Es war wiederum ganz interessant, Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, jetzt haben wir sogar noch eine Schulferien-Debatte hineingeworgen. Jetzt haben wir ähnlich in diese Debatte doch Kraut und Ruhm auch noch durch die wissenschaftliche Expertise vom Kollegen Noll hineingebracht. Aber eigentlich, warum ich mich gemeldet habe, ist die Bibelfestigkeit vom Kollegen Muchitsch angesichts der Arbeiterkammerwahlen. Ich möchte mit dir wissen, wo gehen wir denn am Karfreitag gemeinsam in welche Messe, nachdem die Sozialdemokratie die Religiosität jetzt derartig entdeckt hat. Ich kann jetzt nur eines, ich kann jetzt nur eines, lieber Beppo Muchitsch, sagen. Ich zitiere dir als Jesaja Kapitel 41, Vers 24. Es passt zur Arbeiterkammerwahl. Siehe, ihr seid aus nichts und euer Tun ist nichts und euch zu wählen ist ein Gräuel. Sagt Walter Rosenkrantz, der FPÖ-Klubobmann in Richtung Opposition. Nächster Redner, Rainer Wimmer, SPÖ. Herr Abgeordneter Wimmer, bitte, Sie sind am Wort. Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, meine sehr geschätzten Damen und Herren, Herr Klubobmann, der Freiheitlichen hat der österreichische Soziers nicht vierig hat, offen gestanden, Ihr Zitat, das ich hier angesprochen habe. Und Sie werden sehen, dass die Arbeitnehmer genau entscheiden können bei der österreichischen Arbeiterkammer, einmal, die ja zurzeit stattfindet, wem Sie die Stimme geben, weil Sie genau wissen, wer für die Arbeitnehmer stimmt und wer gegen die Arbeitnehmer stimmt, Kolleginnen und Kollegen. Und das ist heute ein Paradebeispiel dafür, wo die Arbeitnehmerinnen wieder unter die Räder kommen. Aber vielleicht eines nach dem anderen. Ich habe nichts anderes erwartet, als dass der Karfreitag so abgehandelt wurde, wie er heute hier diskutiert wird und so abgehandelt wurde, wie die Regierung heute hier sozusagen das Parlament, vor allen Dingen ÖVP und FPÖ vereinnahmt hat, hier darüber abstimmen zu lassen. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, aber die Freiheitlichen sind heute etwas still gewesen, den ganzen Tag heute bei diesen Themen. Und ich verstehe das. Ich verstehe das natürlich. Ein paar sind in gebückter Haltung da hinten zu essen. Nein, nein. Sie auch. Sie auch. Und ich verstehe das natürlich, weil es gibt in Ihrer Arbeitnehmerschaft eine riesige Aufregung, weil die verstehen das überhaupt nicht. Herr Rosenkrant, überhaupt nicht. Mir hat ein Kollege, ein freundlicher Kollege, den ich sehr schätze, der auch Betriebsratis aus dem Salzgammengut, weil da gibt es ja sehr betroffene Menschen, weil da gibt es auch sehr viele, die evangelisch sind. Und da hat gesagt, seid ihr angereint? Seid ihr angereint? Was macht ihr da? Sag ich, nein, wir sind nicht angereint. Wir sind nicht angereint. Und ich habe ja genau erklärt, wer das heute hier macht. Ich habe genau erklärt, wer heute für die Arbeitnehmer ab sind und wer gegen die Arbeitnehmer abstimmen will. Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Diskussion in den letzten Tagen war wirklich ein Wahnsinn. Es war in Wirklichkeit ein Trauerspiel. Und es gab natürlich eine totale Verunsicherung. Und es gibt halt wieder einmal einen Kniefall, einen Kniefall vor der Wirtschaft. Die Wahlspende müssen natürlich befriedigt werden. Die haben einen Haufen Geld gezahlt und die Worten natürlich da, was Ordentliches für sie rauskommt. Der Handelsverband hat ja kurz nachdem das Ergebnis bekannt gegeben, wurde sofort der Presseaussendung geschaltet, wo er schreibt, wir freuen uns sehr, dass die Bundesregierung unseren Lösungsvorschlag jetzt nun aufgegriffen hat. Und ich frage mich schon langsam, Frau Bundesministerin, was arbeiten Sie am ganzen Tag? Was arbeiten Sie und Ihr Kabinett am ganzen Tag? Sie dürfen ja nicht vergessen, das Sozialversicherungsgesetz hat Ihnen der Herr Pingerer vorbereitet. Die Arbeitszeitgeschichte hat Sie vor Auge, hat die Industriellenvereinigung geschrieben. Und jetzt ist der Handelsverband, der den Karfreitag für die Arbeitnehmer hier salonfähig macht. Was machen Sie an den ganzen Tag, Frau Bundesministerin? Und, Kolleginnen und Kollegen, wenn ich höre, wenn ich höre, bevor dieses Ergebnis erst offiziell geworden ist, dass der Kanzler nur eine halbe Stunde mit dem Rewe-Generaldirektor telefonieren müssen hat, dass er das grüne Licht kriegt, dann sieht man, und das ist in Wirklichkeit peinlich, meine Damen und Herren, wenn man sieht, da direkt, direkte Einflussnahme der betroffenen Wirtschaft hier mit eingeflossen ist. Und, Kolleginnen und Kollegen, das ist in Wirklichkeit zum Schämen. Die Regierung ist eingeknickt, ich sage das hier bei vollem Bewusstsein, und die Arbeitnehmer sind beraten, also ich brauche nicht lachen. Warum, frage ich sich, tun Sie da mit? Warum, da zieht Sie als Freiheitliche damit? Warum lasst Sie sich so vorführen, liebe Freunde, aus der freiheitlichen Fraktion? In Wirklichkeit ist das Ganze zum Schämen. Sind Sie da ganz hier? Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon gestritten worden, wie schaut denn das jetzt aus? Was bedeutet das? In Wirklichkeit, in Wirklichkeit ist der Evangelischen, dieser Feiertag gestohlen worden. Und weil der Haubner vorhin gemeint hat, naja, wir regen uns doch nicht so fürchterlich auf, was sollte das bedeuten? Nein, es geht um acht Stunden Bezahlung. Es geht um acht Stunden, die jetzt bezahlt worden sind, die in Zukunft nicht mehr zahlt werden, Kollegen der Haubner. Das wissen Sie auch ganz offen und ehrlich sagen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns so besonders aufregen. Und, Kolleginnen und Kollegen, es ist auch angesprochen worden, dass die Würdenträger, dass die katholischen und evangelischen Würdenträger natürlich sehr einverstanden sind. Ich habe mich auch gewundert. Ich sage das ganz offen. Vor allen Dingen über den evangelischen, über den evangelischen Bischof, und ich sage das auch. Also, wenn alle Würdenträger in Zukunft so auf ihre Chefchen schauen, wie der Herr Bischof, dann werden die in Zukunft am Karfreitag allein am Predigtstuhl sitzen, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Weil der wird dann überhaupt mehr in die Kirche gehen, wie das jetzt hier ausschaut. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja immer dieselbe Vorgangsweise und das ist ja nichts Neues. Es ist immer in Wirklichkeit dasselbe Spiel. Wir haben ja das in den letzten Monaten erlebt. Da stürzt ja der Minister hin oder wer immer, Regierungsmitglied stürzt ja hin, kündigt an, sagt meistens, die Unwahrheit erschmettert. Es ist ja dann meistens eh ganz anders, so wie der Herr Blümel zum Karfreitag, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Heute ist schon oft angesprochen worden, ich sage das immer wieder, immer wieder. Wir werden eine Lösung finden, wo niemand etwas weggenommen wird. Naja, Kolleginnen und Kollegen, wie schaut denn das aus, das wir ihn wegnehmen? Wir wissen heute, die evangelischen Arbeitnehmerinnen werden über die Klinge springen, weil dieser Feiertag ist für die evangelischen Mitbürgerinnen und wir weg. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist in Wirklichkeit entwürdigend für die Betroffenen und es ist respektlos. Es ist respektlos, zutiefst respektlos. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja das bei den anderen Thematiken ja bemerkt. Es war ja dasselbe bei der Arbeitszeitregelung. Frau Bundesministerin, Sie haben davon gesprochen, endlich gibt es eine faire Lösung. Naja, das ist total fair, nicht wenn man jetzt zwei Stunden angeschafft gekriegt werden kann. Es ist total fair, wenn man jetzt vier Wochen Ende im Jahr zur Arbeit gezwungen werden kann. Das hat es vorher nicht gegeben. Und es ist total fair, wenn man im Tourismus herabgesetzte Ruhezeit nimmt. Na toll. Also ich finde das wirklich, wirklich ausgezeichnet. Anrechnung, Herr Rennstein. Ich habe den Kollegen Böginger immer auf meinen Zettel stehen, weil er so viel falsch macht. Der Herr Klubobmann der ÖVP. Ist eh, ist eh heute nicht da. Aber der stört sich ins Ö1-Journal. Er redet über Karenzanrechnungszeiten und sagt, nein, es ist so wichtig, dass wir vor allen Dingen den Frauen helfen. Es gibt eine Einigung der Karenzanrechnung zwischen Freiheitlicher Partei und der ÖVP. Und noch eine Viertelstunde, noch eine Viertelstunde kommt die Journalistin drauf. Und wir natürlich auch die da gehorcht haben, weil wir gedacht haben, na, das ist eine klasse Geschichte. Endlich, endlich haben sie sich überrissen. Da wir die Karenzanrechnung tatsächlich brauchen. Kommt am Ende des Tages und wir schaffen das nur den Sozialpartnern an. Na, Kolleginnen und Kollegen, da hätten wir ihn Herrn Müller gar nicht gebraucht dazu, weil das können wir auch. Und das ist, den Menschen Sand in die Augen streuen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Den Menschen Sand in die Augen streuen. Oder Vielleicht noch ein Beispiel, das auch wirklich super gegriffen hat. Der Papamonat. Herr Rosenkranz, der Papamonat. Ihr Vizekanzler hat den Papamonat natürlich rechtens in Anspruch genommen. Das ist eine klasse. Ihr kann sich das so leicht aussuchen. Er ist im Beamten. Er ist im Beamten. Scheinbar, ja. Da geht ja dies. 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 Da geht ja dies viel leichter. Da geht ja dies. Da geht ja dies vielleicht, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Er hat gesagt, nein, es war so schön. Es war schon schön zu Hause. Und die Frau Ministerin, die Frau Ministerin hat dann gleich gesagt, na ja, da schauen wir, da müssen wir was machen. Und das, das gehört für alle gemacht. Und sie hat eh recht gehabt, aber sie haben sich nicht durchgesetzt, Kollegen. Nein, sie haben sich nicht durchgesetzt in diese Angelegenheit. Das war nämlich dringend notwendig, da der Papamonat wirklich als Rechtsanspruch hier festgelegt wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich stelle Sie einfach die Frage, warum, warum schadet die Regierung ständig den Arbeitnehmerinnen und den Arbeitnehmern und warum hauen sie ständig auf die Arbeitnehmer hin? Die Arbeitnehmer sind die, die Österreich stark gemacht haben, sind die, die dachten und acht hakeln, sind die, die in Wirklichkeit Österreich hochhalten. Arbeiter und Angestellte sind die wahren Leistungsträger, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Und die werden von Ihnen ständig benachteiligt. Und ich sage Ihnen, dieser Feiertag, den Sie heute den Menschen stehlen, jawohl, Sie stehlen den Menschen diesen Feiertag, der ist noch nicht ausgestanden. Die Arbeitnehmer lassen sich nicht länger dumm verkaufen, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Und Sie werden die Rechnung irgendwann präsentiert bekommen. Wahrscheinlich schon bei den Arbeiterkammerwahlen, Herr Rosenkamp. Es werde ein Feiertag gestohlen, kritisiert Rainer Wimmer von der SPÖ. Er ist Gewerkschaftsvorsitzender. Zu einer tatsächlichen Berichtigung hat sich die Frau Abgeordnete Belakowitsch gemeldet. Dagmar Belakowitsch von der FPÖ. Frau Präsidentin, mein Vorredner, der Abgeordnete Wimmer, Vorsitzender der Gewerkschaft Pro G, man möchte meinen, er kennt sich im Arbeitsrecht aus, hat hier behauptet, vom Rednerpult, der Herr Vizekanzler sei, unterliege dem Beamtenrecht. Das ist völlig unrichtig. Ich berichtige, der Herr Vizekanzler ist Vizekanzler und er unterliegt überhaupt keinem Arbeitszeitrecht. Das sollten Sie als Gewerkschafter wissen. Dagmar Belakowitsch mit einer tatsächlichen Berichtigung. Und die nächste Rednerin ist Birgit Silvia Sandler von der SPÖ. Bitte, Frau Abgeordnete. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Ministerin, eine Bemerkung, hohes Haus sei mir gestattet. Zur Bemerkung, die Sie zu unserer Klubobfrage gemacht haben, einen Elfmeter kann man erst verwandeln, wenn das faul passiert ist. Der Schiedsrichter entscheidet aber, und dann kommt es zum Foul. Das geht. Einen präventiven Elfer, wie Sie es von unserer Klubvorsitzenden verlandt haben, den gibt es nicht. Derzeit steht allen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen am Karfreitag ein Feiertag zu, da der EuGH recht schafft. Lassen Sie mich ausreden. Die Bundesregierung pfuscht und erfindet einen halben Feiertag. Nun korrigiert Sie diesen Pfusch zu einem noch größeren und aus dem Karfreitag wird nun ein Urlaubstag. Das sage ich nicht. Das sagt euer Tiroler Arbeitnehmerpräsident von der ÖAB-FCG. Der hat es verstanden anscheinend, ja. Ich zitiere, Herr Rosenkranz. Der EU-Gerichtshof verlangt nicht, dass eine von Ihnen sogenannte privilegierte Gruppe den Anspruch auf einen Feiertag oder das Entgelt verliert, sondern nach Rechtsansicht der Richter steht der Karfreitag allen österreichischen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen dazu. Dafür wurden auch tausende Unterschriften gesammelt. Aber durch die Art und Weise dieses Gesetzes wieder einmal ohne Begutachtung und rasant durchgepeitscht wurde, habe es nicht einmal die Möglichkeit, diese Unterschriften abzugeben. Was wir nicht gehört haben, weil wir ja hier waren schon um neun, aber heute um neun Uhr haben hier herum alle Kirchenglocken geläutet, um die Abgeordneten zu mahnen, sich an die traditionellen christlichen Werte zu erinnern und das alles zu überdenken. Christlich und sozial war einmal, sagt auch der Arbeiterkammerpräsident Sangerl. Als protestantin, als bekennende protestantin, verliere ich einen unserer höchsten, unseren höchsten Feiertag. Und im Gegensatz zu dem, was behauptet wird, hat unser Superintendent Bünker gesagt, entgegen aller Versprechungen der Bundesregierung wurden den Evangelischen ein Feiertag genommen. Und das wirft ein Licht darauf, wie mit den Interessen religiöser Minderheiten in Österreich derzeit umgegangen wird. Und was für mich ein absoluter Super-GAU ist, ist der Eingriff nicht nur in den Generalkollektivvertrag, sondern mit dieser Regelung in alle Kollektivverträge. Das ist einmalig und für mich besorgniserregend. Das ist ein massiver Bruch in der Sozialpartnerschaft. Wie oft greifen Sie noch in die Rechte der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ein? Frau Kollegin Hohn, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen keine Rechte, weil Sie fragen, welche? Angesichts von meinen Wahnvorstellungen, das ist nett. Herr Klubobmann, ich erteile Ihnen für den Zwischenruf für Ihre Wahnvorstellungen einen Ordnungsruf. Am Wort ist die Frau Abgeordnete Silvia Sandler. Und alle Abgeordneten haben die Möglichkeit, sich auch zu Wort zu melden. Aber jetzt, Frau Abgeordnete, haben Sie das Wort. Danke, Frau Präsidentin. Gleichheit herzustellen bedeutet anscheinend bei Ihnen allen etwas wegzunehmen. Wissen Sie, was die Leute draußen sagen? Sie haben Angst, Angst zu klagen, weil dann allen etwas weggenommen wird. Nein, wir wollen nicht, dass unsere Arbeitnehmer Angst haben, ihr Recht durchsetzen zu können. Ja, wir wollen Rechtssicherheit für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und ja, wir wollen einen Feiertag für alle. Der Karfreitag ist ein gesetzlicher Feiertag. Zum Beispiel in Peru, in Singapur, sogar in Osttimor und in dem von Ihnen oft so gelobten Ungarn seit 2017. Da werden wir wohl auch in Österreich das Recht haben auf diesen Feiertag. Danke. Sagt Birgit Silvia Sandler von der SPÖ. Und der nächste Redner kommt ebenso von der SPÖ, Dietmar Keck. Im Wort ist nun der Herr Abgeordnete Dietmar Keck. Bitte, Herr Abgeordneter. Danke, Frau Präsidentin, Frau Bundesminister. Meine Damen und Herren, fassen wir zusammen. Der Europäische Gerichtshof tragt Österreich auf, die Ungleichbehandlung am Karfreitag, weil da haben wir manche frei gehabt, manche nicht frei gehabt, zu beseitigen. Er hat aber nicht beauftragt, den Feiertag zu streichen. Und er hat nur gesagt, die Ungleichbehandlung zu beseitigen. Und schreie nicht so gelobt. Kollege Deimig, ich weiß, dass euch die Nerven durchgehen, weil ihr wisst, dass ihr einen Pfusch gebaut habt. Und darum kriegen euch die Nerven durch. Hört sich einfach ruhig, hört zu, lasst euch auf von uns belehren, dann werde ich da drauf kommen. Und was ist dann passiert, wie dieses Urteil des Europäischen Gerichtshof gekommen ist, meine Damen und Herren? Was passiert, was den Arbeitnehmern wegnommen ist? Und wenn sie merken, dass das ungemütlich wird, bestreiten sie die Aussagen. Aber meine Damen und Herren, ich habe gesagt, es wird ihnen nichts wegnommen und sie werden eine Lösung finden, die für alle verträglich ist. Dann ist an einer Lösung gearbeitet worden, meine Damen und Herren, wo dann rausgekommen ist, der halbe Tag ist frei. Das heißt, ab 14 Uhr werden die Evangelischen frei haben, aber weil er ja noch nie in einem Produktionsbetrieb gearbeitet hat, hat er nicht gewusst, dass ein Großteil der Beschäftigten ja schon bis 14 Uhr oder ab 14 Uhr frei haben und nicht mehr beschäftigt sind. Es hat große Kritik gegeben von den Kirchen, auch von den Unternehmen, von vielen in der Gesellschaft. Da hat man gesagt, uh, alles zurück, das schaut ja richtig kritisch aus, da können wir nichts machen. Wir müssen das Neues finden. Und dann ist Lotto gespielt worden, nämlich Urlaubslotto bei den Ganzen. Was ist denn passiert? Jetzt schaut es so aus, einen Tag, den ich als Evangelischer frei gehabt habe, den nehme ich mir weg. Aber den Tag soll er ja haben. Er soll sich Urlaub nehmen, also einen Gebührenurlaub, dem er zusteht. Er muss jetzt einen Tag nehmen. Jetzt wird mir ein Urlaubstag auch noch weggenommen von dem. Ich verliere zwei Tage als Evangelischer, wenn ich meinem religiösen Bekenntnis nachkommen will. Und es ist der zweite Tag weg. Aber den muss ich noch drei Monate vorher anmelden, weil wie das dann passieren kann, zum Beispiel bei Bauarbeitern, Sie wissen, bei Saisonarbeitern, wo die Saison vielleicht erst im März Anfang und Ostern ja jedes Jahr unterschiedlich fällt, wie sich der drei Monate vorher anmelden kann. Ja, das weiß ja gar keiner. Es habt ihr auch nicht bei den ganzen Mitbedachtungen mitgenommen. Aber, meine Damen und Herren, Sie sehen, Pusch und Pusch bei dem Ganzen, was ich auch beim zweiten Mal gemacht habe. Und wie schaut das aus? Wem trifft denn diese Regelung eigentlich? Diese Regelung trifft 305.000 Menschen in Österreich, nämlich die Evangelischen des Augsburger Bekenntnisses, die Evangelischen des Helvetischen Bekenntnisses, die Evangelischen Methodisten und die Allkatholiken. Die trifft es, weil das, erklären Sie auch deduziert in Ihrem Gesetz, aber es trifft nicht alle Evangelischen Gleichfreiheit, ob Sie auch einen Fehler gemacht haben im Gesetz. Denn die Landes- und Gemeindebediensteten, die Evangelischen Landes- und Gemeindebediensteten haben nämlich frei am Karfreitag. Da wirkt dieses Gesetz, das Sie gemacht haben, überhaupt nicht. Das heißt, das, was Sie gemacht haben, ist jetzt eine Diskriminierung in der Religionsgemeinschaft. Die Evangelischen haben Sie gemacht. Sie haben nicht das EU-Urteil, das ÖGH-Urteil umgesetzt und sie haben eine neue Diskriminierung geschaffen, meine Damen und Herren. Und ich kann Ihnen nur eines sagen. Der Dr. Peter Krömer, das ist der Synodenpräsident und die Synode, wer kirchlich nicht so drauf ist bei den Evangelischen, ist wie die Bischofskonferenz bei den Katholischen. Und der Dr. Peter Krömer, der Synodenpräsident, der Vorsitzende, hat gestern in der ZIB 2 gesagt, eine Klage wird nicht ausgeschlossen. Und das sagt nicht nur ihr, das sagen viele, Sie haben den EU-Urteil nicht umgesetzt, Sie haben eine neue Diskriminierung geschaffen, Sie haben Schrott gemacht. Es werde eine neue Diskriminierung geschaffen, kritisiert Dietmar Keck von der SPÖ. Und davor als letzter Redner ist auch ein SPÖ-Abgeordneter Wolfgang Knies. Vielen Dank, Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, aber vor allem liebe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das, was uns heute hier feiert, ist ja sage und schreibe ein Husch-Phusch der 1. Klasse. Wenn man hergeht, das sind die Regierungsparteien, nämlich Türkis und Blau. Und wenn man das in einen Farbtopf reinhaut und vermischt, können Sie ausmulten, was da rauskommt, dann stellen wir genau hier, nämlich solche Gesetze hier umzusetzen, die von vornherein Husch-Phusch sind, so wie alle anderen Gesetze, die in den letzten 15 Monaten hier das Haus passiert haben. Ihr habt durchgesetzt, ihr habt durchgesetzt die 60-Stunden-Woche ohne mit den Arbeitnehmerinnen an. Herr Rosenkranz, was glauben Sie, warum ich das mit ausgenommen habe? Ihre Nerven sind blank. Schauen Sie einmal her. Schau, da steht oben Kniesperbad für Räuberbande. Das schenke ich Ihnen, damit Sie sich in Ruhe entspannen können zu Hause für Ihren Blödsinn. Herr Daimler, Herr Daimler, auch für Sie habe ich was mit. Hier lesen Sie ganz genau Farbwechselbad, Hokus-Bokus. Sie verkaufen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich. Das ist Ihr Klientel. Und wenn Sie sich schon so aufregen, Frau Polakowitsch, auch für Sie habe ich was mit. Sie sind ja gesundheitlich angeschlagen. Hier kommt der Rettungshubschrauber und wird Sie retten, hoffentlich. In diesem Sinne, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, eines ist klar, dieses Gesetz, was ich heute hier beschließen werde, hält vor keinen einzigen, Verfassungsgerichtshof. Und ich sage euch, warum. Ich sage euch, warum. Ihr sagt einfach, halber Feiertag, das wäre die Lösung. Super. Frau Ministerin, gratuliere. Super tolle Idee. Dann kommt der Rehbeschef, Sie kriegen eine über die Mütze, die Schwarzen verlieren ihren Kreuz. Werden wir jetzt den Jesus, die Kreuzigung auch verschieben, weil es kein Kreuz mehr gibt. Ist das eure Lösung? Ist das eure Lösung? So. Nein, nein. Und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. So. Dann kommt man drauf, den halben Feiertag. Es ist eigentlich ein Blödsinn, der Rehbeschef. Lasst uns das nicht zu. Das dürfen wir nicht. Das kostet Geld. Dann kommt der nächste Wunderwutze. Und übrigens, in welchem Seminar lernt ihr diesen Hokus-Pokus? Es ist ja wirklich witzig, diesen Zaubertrank, den ihr da trinkt, der was eigentlich nur Husch-Phusch-Gesetze macht, ohne Begutachtung, ohne Stellungnahmen von Expertinnen und Experten, ohne den Sozialpartnerinnen und Sozialpartnern. Das probiert ihr jedes Mal dieses Spiel. Heute ist der Deckmantel aufgegangen, meine Damen und Herren, der türkis-blauen Fraktionen. Ihr seid Arbeitnehmerverräter, ihr bleibt Arbeitnehmerverräter und die Wähler, die werden es euch abstrafen. Das könnt ihr euch vorstellen. Und eines sei ich, eines, kommst, wisst ihr, was jetzt passiert? Wisst ihr, was jetzt passiert? Ich habe noch nie verloren, noch nie. Freund, stoll dich aus, stoll dich aus an der Wahl und dann wirst du sehen, was los ist. Jetzt sage ich Ihnen was. So, jetzt beschließen Sie ein Gesetz, was hier undenkbar durchzuführen ist. Jetzt haben wir schon gehört, die Lehrer, werden jetzt die Lehrer dann am Karfreitag einige in eine Konferenz abholten, dann hören wir das, die Beamten sowieso nicht reinfallen. Ja, schon witzig. So, und dann kommt es noch, habe ich mir überhaupt was nachgedacht in diesen persönlichen Feiertag. Jeder kann sich jetzt diesen persönlichen Feiertag aussuchen. Ob Religion hin, her, egal. So, jetzt haben wir einen großen Betrieb mit 4.800 Mitarbeitern. Alle 4.800 Mitarbeiter bringen jetzt den Antrag. Lieber Chef, ich möchte am Karfreitag frei haben. Voll kontinuierlicher Betrieb. Was wird der Chef machen? Na, kann man nicht machen. 30 kriegen Urlaub, der Rest muss arbeiten. Und hier ist die Schere noch einmal so groß. Der eine hat den Feiertagszuschlag, Ihre Idee, 200 Prozent. Der andere muss einen Urlaubsdruck hernehmen, wo ihr von Urlaubsgesetz stehlt. Das ist euer Klientelpolitik und das ist euer... Das stimmt nicht, Frau Ministerin. Sie kennen Ihren eigenen Gesetzestext nicht. Entschuldigen, Sie sind ja wirklich da, eigentlich für Arbeitnehmer und Arbeitnehmer und nicht für die Regierungsparteien, die eine Klientelpolitik zu vertreten. Sie sind ja voll nicht viel am Platz, treten Sie zurück. Es ist ja unglaublich, was diese Ministerin schon geleistet hat. Zuerst stehlen Sie die Arbeitszeit und jetzt nehmen Sie unseren Arbeitnehmern den Urlaubstag. Sie werden es noch büßen, das darf ich sehen. Wolfgang Knes von der SPÖ mit harscher Kritik an der Sozial- und Arbeitsministerin. Dagmar Pelakovic von den Freiheitlichen hat sich noch zu Wort gemeldet. Danke, Frau Präsident, Frau Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen, ja, Kollege Knes, wo ist jetzt das Osterkörper? Es war jetzt eine große Ankündigung, ein großes Trauer, wie diese ganze Debatte heute, nur großes Traraber. Man hat es ja jetzt vor allem bei den letzten Rednern gesehen. Einer nach dem anderen, dieser Gewerkschaft, ist hier herausgekommen, hat beweint, hat beklagt, wie schlimm jetzt nicht alles wird. Österreich wird jetzt untergehen, wahrscheinlich, weil die Bundesregierung es sich erdreistet, sie setzt ein AGH-Urteil um. Okay, das ist jetzt die Meinung der Gewerkschaft, aber das ist genau das, was wir schon die letzten Wochen hier verfolgt haben können. Es sind die drei Banzerknacker, Kopjitz, Haberzettel, Meidlinger, das sind die Herrschaften, die wahrscheinlich zwischen Golfplatz und Karibik permanent jammern, wir brauchen noch ein bisschen Freizeit, wir brauchen noch ein paar Feiertage mehr. Das sind die Leute, die überhaupt noch nie gearbeitet haben. Und von genau diesen Menschen, von genau diesen Herrschaften, ja, da wird ihr nervös und laut. Es ist, glaube ich, schon unangenehm, wenn die eigenen Gewerkschaftsponsen vor Gericht müssen, weil sie sich wieder irgendwo was ins Gaschen gesteckt haben. Das glaube ich euch schon. Aber das sind genau die, die noch nie gearbeitet haben ihr ganzes Leben, die nur Funktionäre waren, die jetzt laut schreien und denen die Feiertagsregelung immer noch nicht genug ist. Niemand ist was weggenommen worden. Ich meine, ihr habt von einem fiktiven Feiertag gesprochen. Diesen Feiertag gab es nicht. Ihr wolltet ihn. Es ist gut, die Gewerkschaft fordert halt mehr Feiertag. Es ist das gute Recht der Gewerkschaft. Die Gewerkschaft kann auch mehr Urlaub fordern. Manchmal erinnern mich die Gewerkschaft, dass schon auch meine achtjährige Tochter die letzte Woche gesagt hat, Mama, warum kann nicht immer dann Schule sein, wenn Ferien sind und wenn Schule sind Ferien. Das ist genau die Denke, die ihr habt. Ihr produziert genau diese Denke. Und ich weiß ja nicht, wo ihr all diese Fantasien hernehmt. Wahrscheinlich in euren sozialdemokratischen Selbstfindungsgruppen, in euren virtuellen Karl-Marx-Städten, die es in Wahrheit nicht mehr gibt. Weil die Menschen draußen, die sehen das ganz, ganz anders. Es ist so viel Arbeit da. Die Leute sind froh, dass sie arbeiten dürfen und dass sie Arbeit haben. Und keiner wird dort jammern. Und diese ganze Jammerei, das ist eine, die sich nur in der Funktionärsebene abspielt. Und nur dort. Und wissen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verstehe es manchmal nicht mehr. Man könnte das Thema auch ganz anders aufziehen. Man könnte sich auch hier seriös herstellen. Man kann Forderungen haben, das ist durchaus legitim. Aber in einer Art... Der Kollege Schieder meint, er muss sich zu Wort melden. Gut, es ist der EU-Wahlkampf. Er ist wieder einmal aufgewacht. Aber was Sie hier machen, das ist billige Polemik. Es ist ein... Von Räubertum ist da gesprochen worden und von Raub und den Arbeitnehmern alles weggenommen. Dann stellt sich die Kollegin Sandler her und sagt, Sie greifen in die Arbeitnehmerrechte ein. In welche Arbeitnehmerrechte wird jetzt eingegriffen? In gar kein Recht wird eingegriffen, Frau Kollegin Sandler. Offensichtlich haben Sie es nicht verstanden oder Sie wollen es nicht verstehen oder Sie glauben zu viel Ihren Gewerkschaftsfunktionären. Das sollten Sie nicht tun. Lesen Sie sich selbst noch. Und es würde manchen von Ihnen manchmal gut tun, wenn Sie schon selbst nicht arbeiten wollen oder arbeiten können, weil Sie es verlernt haben, weil Sie es nie gemacht haben. Gehen Sie doch raus in die Betriebe. Sprechen Sie doch mit den Menschen einmal, die dort arbeiten Tag ein, Tag aus. Für die ist das eine virtuelle Debatte. Die verstehen ihre Aufregung ja überhaupt nicht. Und so, meine Damen und Herren, da werden Sie auch keinen Tritt mehr fassen. Denn das Einzige, was Sie produzieren als SPÖ ist, Faulheit, Feigheit und Neid. Das ist sozusagen der Fokus, den Sie heute hier gelegt haben. Und ich sage Ihnen eines. Ich schließe Ihnen heute ab hier mit einem Zitat von Franz Josef Strauß. Ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen oder ob Sie ihn kennen wollen. Aber er hat einmal gesagt, Irren ist menschlich. Aber immer Ihren. Das ist sozialistisch. Zu einer tatsächlichen Berichtigung hat sich der Herr Abgeordnete Stöger gemeldet. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, ich, die Frau Abgeordnete Belakowitsch hat in der Rede behauptet, niemandem ist etwas weggenommen worden. Das ist unrichtig. Der richtige Sachverhalt lautet, Am 19.01.2019 hat der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass die Regelung im Arbeitsruhegesetz und Feiertagsruhegesetz rechtswidrig ist und dass jeder einen Anspruch auf den Karfreitag als Feiertag hat. Ab 20.01.2019 hat jeder Arbeitnehmer Anspruch auf diesen Feiertag. Sie haben auch weggenommen jene Regelungen, die in Betriebsvereinbarungen stattfinden. Ich weise darauf hin, ich weise darauf hin, dass Sie jedem österreichischen Arbeitnehmer, jeden, der in Österreich arbeitet, einen Feiertag weggenommen haben. Denn Vorbehalt des europäischen Rechts vor dem österreichischen führt genau dazu. Sagt Alois Stöger von der SPÖ und Karl Nehammer von der ÖVP hat sich noch zu Wort gemeldet. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, hohes Haus, sehr geschätzte Damen und Herren, es wurde wieder behauptet und es ist falsch. Es wurde für 96 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher kein Feiertag gestrichen. Das ist die Wahrheit. Und der Europäische Gerichtshof hat festgestellt, nach einer Klage, die von der rot-dominierten Arbeiterkammer unterstützt wurde, von einem Atheisten eingebracht wurde, dass eine kleine Gruppe in Österreich bevorzugt wird, weil sie einen Feiertag mehr haben, in dem Fall die Angehörigen Der Karfreitag wird als Feiertag gestrichen. Der Gesetzesantrag dazu wird in Kürze mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ hier im Nationalrat beschlossen werden. Die Abgeordneten diskutieren heute hier im Plenum sehr emotional darüber. SPÖ und Liste Pilz kritisieren, die Regelung dienen nur der Wirtschaft. Neos warrenen vor den Bürokratiekosten. Die Koalition verteidigt das Gesetz. Es werde dadurch Gerechtigkeit geschaffen. Wir steigen an dieser Stelle aus dem Nationalrat aus. Sie können den Rest der Sitzung zeitversetzt ab 0.30 Uhr in ORF 3 weiterverfolgen. Und hier geht es jetzt gleich weiter mit Österreich heute mit den wichtigsten Nachrichten aus den Bundesländern. Bleiben Sie also dran. Schönen Abend. Und gestatten Sie mir ein Wort zur Scheinheiligkeit, die heute schon angesprochen worden ist. Der Peter Haubner hat es schon erwähnt. Die gleiche rot dominierte Arbeiterkammer, die diese Klage unterstützt hat, stellt sich jetzt plötzlich auf die Seite der Gläubigen und drückt auf die Tränendrüse und sagt, das geht alles nicht so. Das ist alles unmöglich. Wahr ist ja viel mehr. Und auch, dass die SPÖ sich da gar nicht einmal nicht noch, wie soll ich sagen, zu gut ist, sich selbst zu gut ist, nicht noch tiefer zu gehen, den Bischof Bünker anzugreifen, in seiner Rolle als Vertreter der evangelischen Kirche. Das ist alles unmöglich. Vielen Dank. Und gerade�리 wird es sein,